LSP, die Notruf. Guten Tag, Herr Kuckum, der Chief of Police. Könnten Sie bitte eine Streife schnell zum Little Italy schicken? Mein Fahrzeug ist irgendwie weg und müsste dringend in den Dienst. Little Italy, alles gleich, kümmere mich. Danke. Tschüss. Hoffentlich kommen die schnell genug. Ja, also Leute, herzlich willkommen. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen GTA-RP-Stream. Ich wünsche euch einen schönen Tag zur Folge 127 am 12. Februar 2021. Wir haben ein neues Rätsel für den Chat, denn das müssen wir jetzt gemeinsam lösen. Ja, nun ist es soweit. Ein neuer BMW ist es. Wie ein Diamant, so ist es. Es glänzt im Sonnenlicht. Doch ist so hart wie Stein leider nicht mehr täglich. Doch schon bald, was Neues es ist. Was bin ich? Ja, das ist so hart verwirrend, da bin ich komplett raus. Also, nochmal. 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 Ja, nun, so ist es. Ein neuer BMW ist es. Wie ein Diamant, so ist es. Es glänzt im Sonnenlicht. Doch ist so hart wie Stein leider nicht mehr täglich. Doch schon bald, was Neues es ist. Was bin ich? Ja, der BMW M4, oder? Der aktuelle BMW M4, oder? Scheiße, ich brauche... Da. Oh Gott, bitte. Bitte abtrinken. Bitte abtrinken. Bitte abtrinken. Reicht, wo ist mein Auto? Sind die lost? Ah, ne, die machen es richtig. Die blinken sogar. Guck mal. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hören Sie, eine dumme Frage. Hat jemand von Ihnen was zu trinken dabei? Ja. Würden Sie mir kurz was ausreichen? Will ich. Vielen Dank. Bitte schön. So. Ja, irgendwie... Irgendwie gab es Probleme mit meinem Auto. Die haben das wohl abgeschliffen vom ACLS oder so. Wie geht es Ihnen? Äh, wunderbar. Schön. Ist es ruhig heute? Ziemlich ruhig, ja. Okay. Okay, okay. Ähm. Ja. Dann lassen Sie sich immer überraschen, was heute alles so ansteht. Wie viele Kollegen haben wir denn gerade im Dienst? Wissen Sie das zufälligerweise aus dem Kopf? Äh, wir haben drei Streifen im Innendienst. Noch ein paar... Okay. ...zehn, momentan vielleicht. Okay. Zehn Leute? Okay. Ja gut. 18.40 Uhr, ja. Also ich sage, es ist der BMW M4 gemeint. Okay, jetzt haben Sie bekommen mehr, weil dann den Ausbilder noch ist, wie ich mitbekommen habe. Ah, okay, okay. Und wie geht es Ihnen? Zweien? Alles gut? Ja. Oh, das geht ja mal nicht so bei... Äh, äh, äh... Geht es Ihnen nicht gut? Doch, doch. Mir geht es gut. Das ist kein Auto. Okay, ich überlege mir gleich. Ich kann auch keine Leitstelle machen. Nein. Also, weiß ich nicht. Oh. Dani! Haut einfach 100 Subgifts in den Stream, Leute! Hype für Dani den... Dani! Bescheuert, Alter! Ich war jetzt doch gerade am überlegen. Leute, nehmt euch mal ein Beispiel an Dani, Leute, ne? Wenn wir jemanden heute suspendieren und kündigen müssen, haut Dani Subgifts in den Stream. 100 Stück. Dafür eine riesen Hype-Welle. Und dann noch 50 Stück, Leute, und es steht der nächste 12 Stunden GTA-RP-Stream an. Also, können mich einfach... Genau. Fahren Sie weiter, Streife? Machen Sie gerne eine Leitstelle oder was, Ma'am? Ja. Oh, das ist selten. Aber Sie machen immer Check. Ja. Das machen Sie sehr gut. Dankeschön. Ne? Okay, danke Ihnen. Wunderbar. Bis später. Da steht mein Auto. Leute, Dani! Was seid ihr alles für bescheuerte Menschen heute? Wie viele Subs hat dieser Stream heute? Leute! Dani hat 294 Subs diesen Monat. TF! Was ist denn heute wieder los? Ein Hype für Dani in den Chat, Leute! Das war die Antwort. Was war die Antwort? Was war die Antwort? Leute, vielen, vielen Dank. Liebe geht raus, Chat. An jeden Einzelnen von euch. Dani, Dankeschön. Neue Substraße. Ah, gibt's doch nicht mehr, die Substraße, ne? Wo ist Gameplayer live? Der kommt bestimmt... Ah, hört mehr auf, Leute, ey. Alter, wie viel Geld hier in den Stream geflogen ist. Was habt ihr gesagt? Wie viele Subs waren das heute alleine in dem Stream? Das ist... Das ist crazy. Crazy in love. Punk. Weinburt Boulevard, die neue Substraße, jo. Dann mal los. Dankeschön, Leute. Wirklich. Danke, Dani. Danke, danke, danke. So viel Support von dir über Monate schon. Vielen Dank. Dankeschön. Ist das so auch hin? Hallo. Hallöchen, Chef. Hallo, guten Abend. Ah, wie geht's Ihnen? Ihr müsst mal Ihren Finger runter. Sehr gut. Schön. Besser? Wunderbar, danke. Okay. Warphobi, Dankeschön. Weiter geht's. Schönes Wochenende. Da hängt leider noch etwas. Was hängt? Wo hängt was? In meiner Nase? Ne, wo hängt was? Alter, Leute, ihr seid crazy. Was war denn jetzt die Antwort? Ja, hallo, Chef. Herr Carsten, haben Sie Frau Sorkin und Herr Hill suspendiert? Ja. Der Herr Hill ist hier und beim PD ist aber suspendiert, ja. Und Frau Sorkin habe ich jetzt noch nicht angetroffen. Wann hast du denn Herr Hill denn suspendiert? Ja, eben, als ich in den Dienst kam. Gestern habe ich ihn ja nicht mehr gesehen. Okay, alles klar. Er war gestern auch nicht mehr im Dienst. Wo bist du denn? Äh, PD, Paarenbüro. Mit Herrn Hill. Okay, dann komm du mal bitte alleine auf Etage 3, ja? Jawohl, mach mal. Bis gleich, Jerry. 940, Funkcheck. Wiederholen. Komm. 940, Funkcheck. Check. 990, Funkcheck. Check. Check. Warum soll ich mich von meinem Anwalt beraten lassen? Wie geht's dir, Mann? Ja, ganz gut. Und selbst? Ja. Ich habe so ein blaues Gefühl im Magen, so ein Tag der Entscheidung Gefühl. Ja, hast du den Tisch wieder sauber gemacht? Ja, die Tisch hauber gemacht, ne? Ja, das hat mir mal hier meine Uniform ein bisschen flusen abklopfen, mein Gott. Was hast du gestern Abend? Was hast du gestern Abend so Schönes gemacht, Jerry? Ja, viel Aktenkram und so, ne? Ich habe viel Aktenkram, viel Aktenkram, viel zu Hause haben, scheiße ich noch. Musstest du Aktenkram machen? Ja, ich habe drei Akten gemacht. Ich sage mal so, die Akten sind geschlossen, ne? Für dich? Ja, ja, für mich. Ich habe den Fall erstmal gelöst. Ja, welcher Fall war das? Welche Fälle waren das? Kennst du? Irgendwelche wurden ausgeraubt und gekümmert, ne? Also, hast du mit der Hill nochmal darüber gesprochen? Ja, ich habe mir jetzt nochmal seine Version angehört. Und? Was ich jetzt noch nicht rausgehört hatte gestern, wo wir gesprochen hatten, war, dass diese zwei Typen im Norden, wo er die Sorgen bei denen gelassen hat, dass die auch schon beim Apartment standen mit Pearson und Pearson mit denen weggefahren ist, Motorrad holen oder so. Dass er da schon wusste, Pearson kennt die auf jeden Fall. Finde dennoch keine Rolle. Ja. Der elementare Teil, soll ich dir sagen, was das Kernproblem an der ganzen Geschichte ist. Nicht mal was passiert ist, gar nichts. Es hat schon da ein Problem. Oh, ich mache den Funk direkt aus. Es gab damals schon ein Problem, also es gab gestern schon ein Problem, ne, vorgestern. Es gab vorgestern schon ein Problem, als Herr Pearson ihn beauftragt hat, auf sie aufzupassen und ihm extra gesagt hat, dass sie stark alkoholisiert ist. Warum nimmt er die dann mit nach draußen? Das ist schon der Anfang des Horrorszenarios. Ja, gut, da hat er aber noch die Kontrolle und die Aufsicht, das ist ja erstmal okay, so, er ist ja dabei. Klug ist es nicht, ich würde die auch nicht daraus lassen, alle sind froh, wenn die da drin ist, so voll besoffen. Lass sie nicht raus, wäre die bessere Wahl auf jeden Fall, aber er hat sie ja noch im Blick. Er war der Betreuer, bis dahin war es ja noch unter seiner Kontrolle. Ja, und darauf folgte dann, dass er eine Mutmaßung angestellt hat und diese Mutmaßung brachte dann dazu, dass er eine Frau jemandem übergeben hat, wo er kein Wort mit der Person gewechselt hat. Und das ist ziemlich fatal. Da bleibt es. Aber du kannst sagen, ich habe Herrn Pearson mit dem gesehen. Aber gut, dann ist Herr Pearson mit den beiden befreundet. Aber wer sagt, dass Frau Sorge mit dem befreundet ist? Ja, es geht ja auch nicht nur darum, es geht ja auch darum, er hat die Sorgfaltspflicht, die Fürsorgepflicht, wie auch immer, hat er ja. Und er kann die nicht einfach ungefragt an andere abgeben, ohne zu wissen, ob die überhaupt in der Lage sind, sich um die zu kümmern. Das ist auch ein Punkt. Ja, und dann sagt er, er hat gestern vorwörtlich gesagt, ihm ist immer eine Geduldsfahne geplatzt und dann hat er die da stehen lassen. Ja, was er gesagt ist auch, die war sehr klar bei ihm. Ja, aber das ist irrelevant, spielt keine Rolle, weil das hebt es tatsächlich auf, was Herr Pearson zu Anfang zu ihm gesagt hat. Da fängt das Problem ja schon an. Wenn Herr Pearson, wenn du mich anrufst, Jo, Walter, meine Freundin, die ist ziemlich betrunken hier, kannst du auf die aufpassen, dass sie schlafen geht, sonst macht die Scheiße. Würde ich doch nicht sagen, ja, ich fahre jetzt mit der rum. Ich würde warten, bis sie, ich würde, ich würde die dazu auf, ich würde ihr, ich würde ihr sagen, hey, hinlegen, schlafen. Ja. Die wollte ja partout nicht in dieser Wohnung bei Pearson da bleiben oder was. Und deswegen wollte er das, wie von, weiß ich nicht, bei ihm auf der Couch pennen. Vielleicht pennst du da ja so. Das hatte er sich gewünscht. Das ist aber erst mal okay. Der Knackpunkt ist, die Obhut anderen zu übergeben, ohne sich zu vergewissern, wer das ist und ob die überhaupt in der Lage sind, das zu übernehmen und einzuschätzen, was Mittel ist. Ja, und das hat er leider komplett fallen lassen. Ich hätte auch gesagt, ja, komm her. Ja. Aber wenn ich nicht weiß, dass die schon fünf Liter getankt hat. Ja, ja, aber dann kannst du die. Dann hätte ich gesagt, naja, geh weg. Weißt du, man muss mich schon fragen, wenn ich die übernehmen soll. Und das hat er nicht gemacht. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, was auch gefährlich ist. Wirklich, was es wirklich gibt. Und dann die, und die dann draußen einfach abstellen und sagen, ja, die ist schon mit denen befreundet, wenn die so einen Zustand. Die mussten ja den Magen auspumpen. Ja. Ich habe eine Frage. Warte, genau. Können wir beim MD anfordern, dass sie uns die Krankenakte zukommen lassen? Nein. Dürfen wir nicht, ne? Das hätte mich mal interessiert. Von welchem Alkoholzustand wir reden. Ja, aber wenn du sagst, du hast mir erzählt, Magen auspumpen und so, das ist ja mega dramatisch. Ich glaube, was ein anderes Problem darstellt, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Es gibt eine Kontroverse zwischen Herr Pearson und Herr Hill. Herr Pearson geht davon aus, dass Herr Hill, oh, das klingt jetzt, ich spreche es so einfach aus, wie er es mir gesagt hat, ja, durch die Blume, dass Herr Hill den Moment nutzen wollte. Also, ach, das ist so eklig. Also, das möchte ich Herr Hill nicht unterstellen, aber dass Herr Pearson das denkt, ist schon ziemlich hart. Und zwar folgendes. Der Herr Pearson hat gedacht, dass Herr Hill abgefuckt war, weil er eine Chance gewittert hat, dass er Frau Sorkin nach Hause kriegt, zu sich, und sie dann Nein gesagt hat und ihn das dann enttäuscht hat. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, entweder das. Das ist schon hart, die Anschuldigung. Oder die Frau Swift wartete und er wollte dringend wieder zu ihr. Das kann auch ein Grund sein. Das ist eine richtig harte Anschuldigung. Weißt du, worum mir gruselig wird? Ich habe im Fernsehen mal, da hat eine Frau einen Test gemacht, hat so getan, als wäre sie besoffen, geht auf so eine Kneipe und die Männer haben die angesprochen, komm doch mit zu mir, die wollten das so ausnutzen, die haben die teilweise am Abend Richtung Auto gezogen. Ja, weißt du? Das gruselt einen. Und wenn die nicht wissen, wo die sind, steigen die ein und landen dann bei irgendeinem Typen oder so. Das ist schon der Hälfte. Warum haben diese Menschen dort das nicht unterbunden? Warum haben die da weiter die Sock hinzugedröhnt? Ja, wenn da einer mit einer Lost-Kutte war, die trinken halt. Vielleicht schätzen die trinken das Doppelte, weil die trainiert sind und schätzen das falsch ein. Das ist auch nicht deren Pflicht. Den können wir nicht irgendwie jetzt einen Strick draus drehen, aber die haben halt gesoffen und die war halt dabei, die Sock hin. Also bist du der Meinung, gleiche wie ich, dass das aktuell, pass auf, der Kompromiss ist der. Aber Sock hin kriegt von mir eine Suspendierung für eine Woche. Warum? Inklusive, erkläre ich dir. Inklusive, dass sie sich im MD meldet und im MD muss sie mir bescheinigen, dass sie diensttauglich ist und mit der Psyche klarkommt, die hier auf ihren Schultern lastet. Weil die ist überhaupt nicht für den Polizeidienst gemacht, dass wenn sie in so eine Situation gerät, in der etwas im LSPD passiert, in ihrer Abteilung, dass dann das mit dem Bein der Tod endet. Das ist nicht tragbar, vor allem als Käpt'n. Sie hat ja als Vorbildfunktion zu agieren, das hat sie komplett nicht gemacht und deswegen würde ich, um sie selber zu schützen, ihr die eine Woche Distanz geben zum LSPD, damit sie ihr Leben sortiert und im MD Hilfe sucht. Wenn das MD mir bescheinigt, dass Frau Sork hin wieder diensttauglich ist, gebe ich ihr den Rang Officer 3 zurück. Das ist Nummer 1. Bei Herr Hill ist es so, ich habe bei Herr Hill manchmal das Problem, dass er ein massives Aggressionsproblem hat. Ich mag ihn sehr gerne und ich schätze ihn auch sehr und ich möchte ihn nicht in eine Ecke drängen oder so, nur hat er hier, wir als Chiefs oder Assistant Chiefs oder Captains, das sind so die Ränge, die sehr elementar sind, haben wir eine gewisse Vorbildfunktion und eine Sorgfaltspflicht gegenüber, wir sind mehr im Dienst als andere Menschen. Verstehst du? Weil wenn wir erwischt werden, wie wir zum Beispiel hundertmal ins Unicorn reingehen, dann macht das eine Runde in der Stadt und irgendwann wird man vielleicht so abgestempelt. Und dann kommen auch Gerüchte auf den Tisch. Aber hier haben wir so, dass die Sorgfaltspflicht überhaupt nicht gegeben ist und Herr Hill absolut aus privaten Gründen und weil er ziemlich genervt war, gar nicht dem Posten moralisch und auch ethisch nachgekommen ist und deswegen bin ich der Meinung, dass Herr Hill ebenfalls von mir auf den Rang Officer 3 gesetzt wird für eine bestimmte Zeit, um unser Gesicht zu wahren. Ich sage jetzt niemals nie, dass er nicht als Assistant Chief zurückkommen kann. War der ja bei dir auch der Fall, wobei bei dir jetzt nichts Großes vorgekommen ist, dass ich sagen würde, dass es gleichzusetzen ist. Aber ich sehe hier, sehe hier, ja, sehe hier, ich sehe, das ist schwierig. Verstehst du, es ist sehr, sehr schwierig. Ja, ja, ja. Weil, wie sieht denn das aus, wenn, dass dieses ganze Drama muss enden hier im LSPD, auch unbedingt, ich glaube, dass Herr Hill manchmal, dieses Sorkin-Pierce-Hill-Konstrukt ist das Problem. Diese drei Parteien. Weißt du? Ja. Weil ich glaube, auch wenn der Herr Hill das nicht zugibt, ich glaube schon, dass der ein Auge auf Frau Sorkin geworfen hat. Und wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, er hatte eine leichte Chance, die Chance hat nicht geklappt und dann war er pisst und ist abgehauen. Wenn man jetzt ganz böse wäre, ja, aber das würde ich ihm nicht unterstellen wollen, weil das wäre schon unfair irgendwie, oder? Ja. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Er ist oft einfach so pisst, er ist besoffener Nerven. Das kann auch einfach ein Grund sein, boah, die nervtierisch. Der Ambe Pearson hat ja offenbar auch gelitten. Oder er wollte eben nochmal zu Frau Swift, wenn die da oben im Norden rum chillten irgendwo. Das hatte ja die Frau Kisser gesehen. Das kann auch sein. Ist auch nicht so nett. Er muss jetzt da weiter graben und lass die dann stehen, weil sonst geht man Date flöten. Ist auch irgendwie scheiße. Pass auf. Ich sehe Herr Hill zum Beispiel in sowas wie eine Streifendienstleitung. Ja, da suchen wir Leute, da brauchen wir Leute. Deswegen, mein Vorschlag ist, wenn du damit konform bist, wir setzen ihn auf, temporär auf Officer 3, erstmal um zu gucken, ob er das annimmt. Ja, danach, komm, wir hauen mal kurz die Erbser. Ja. Viele Ohren. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ich habe mir was anderes noch überlegt, was uns beide entlasten wird dann. Zwei Sachen habe ich mir überlegt, Carsten, da wirst du dich drüber freuen. Also wenn du damit einverstanden bist. Ja. Genau. Erstmal der Punkt, genau. Und Herr Hill wird dann erstmal für einen bestimmten Zeitraum auf Officer 3 gesetzt, bis die Sache, bis ein bisschen Gras drüber gewachsen ist. Da lernt er auch aus seinen Fehlern, hoffentlich. Weil mir ist wichtig, wie geht er mit dieser Konsequenz um? Weil er muss auch mal langsam anfangen, ein bisschen mehr selbst zu reflektieren. Man hat das bei mir immer wieder gemacht, man hat bei mir immer mit dem Finger auf mich gezeigt und hat gesagt, Herr Weiß, Herr Weiß, Herr Weiß, gehen Sie nicht mit Ihren Mitarbeitern um. Ich habe eine 180-Grad-Wendung gemacht, von heute auf morgen, oder? Früher war, das klingt sehr überzeugend. Ja, ich bin halt, ich denke halt so mit, ja, erzähl doch mal schon weiter. So, und, ja, und dann, wenn er es gut macht, dann würde ich ihn irgendwo als Käpt'n einsetzen, aber als Assistant Chief sehe ich ihn aktuell nicht mehr. Ja, dann sehe ich den, zum Beispiel Käpt'n der Operations, der Posten geht ja frei, das wird die Sorge nicht mehr machen. Das wäre was, zum Beispiel. Nee, er ist der Käpt'n, Frau Sorge ist Käpt'n der Streifendienstleitung. Ja, meine ich ja, das könnte er theoretisch machen. Sag ich ja. Ja, ja, genau. Also, habe ich Operations gesagt? Ja, ja, Quatsch. Das, willst du dich gleich dahin versetzen, oder soll er die? Nein, er ist auf S3. Okay. Ja, und dann habe ich mir überlegt, wie können wir beide uns entlasten? Ich würde gerne jemandem ein Angebot machen. Das ist keine Beförderung oder so. Wir brauchen sowas wie eine Sekretärin, die Termine für uns macht, die uns praktisch so ein bisschen Freiraum verschafft. Weißt du, wenn ein Officer ein Anliegen hat, dass dann die Person zu dieser Dame geht, die verwaltet das, oder diese Person, oder zu einem Herr, verwaltet das und legt uns die Termine auf den Tisch und Herr Weiß, Herr Carsten, Sie haben da jetzt einen Termin, gehen Sie dorthin. Ja? Ja. Ich glaube, das würde uns einiges an Arbeit abnehmen, weil ich würde gerne Herrn Johnson dir Befugnis geben, Leute einzustellen, damit du da wegkommst. Wenn du, ich meine, ich weiß nicht, ob dir das so Spaß macht, wenn du das gerne weiterhin machen möchtest. Ich mache das ganz gerne, einmal im Monat ist das. Achso, okay, dann lasse ich das. Ich dachte nur, du hast da keine Lust drauf. Ich finde es schön, die mal kennenzulernen direkt und so. Ich mache das gerne. Ich hätte Frau Collins dort gesehen, weil ich dir 100% vertraue oder Herr Tanaka. Mit den Terminen machen und so? Mhm. Aber brauchen wir das wirklich? Haben wir denn so viele Termine? Wir verpassen ja eigentlich nichts. Naja, mir geht es darum, es soll eine Person sein, die uns einmal eine Woche einen Termin bei der Presse macht. Es soll eine Person sein, die uns mal die Leute einlädt zum LSPD für offene Fragerunden. Sowas. Alles Organisatorisches. Weißt du? Also die soll so bürgernah, uns mehr Bürgernähe geben. Ja, also ich sehe aktuell keinen zweiten Assistant schief hier, sage ich dir ehrlich, weil ich glaube, wir beide kriegen das auch so gewuppt. Das kriegen wir hin, natürlich. Ja, und es ist wesentlich weniger zu tun, als damals zu Beginn, wo wir umgezogen sind. Ich mag den Erhil sehr gerne als Mensch so, ne? Aber das war, ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen, auch so privat jetzt, über den Vorfall und die Leute kommen alle auf den gleichen Nenner. Ja, es ist schon heftig. Am Ende ist es heftig, dass du die einfach so da, ich stelle mal vor, die wäre da aufgegangen, Mann. Ich stelle mal vor, die wäre gestorben, weil die sich irgendwas, irgendeine Pille hätte die von diesen Idioten da gekriegt und die hätte das nicht gepackt oder so. Die Konstellation wäre interessant gewesen, weißt du? Ja. Also die, die sich reingeschmissen hat, die würde mich interessieren. Versuche mal, die Frau Sorkin zu erreichen. Das ist auch mein Gedanke, mit der auch nochmal reden. Ja, aber die, also wenn die sich an irgendwas an dem Abend erinnert, dann wenn der Magen ausgepumpt wurde, dann hätte mich das jetzt aber zutiefst überrascht. Oder würde mich zutiefst überraschen, oder? Vermutlich ja. Also ich habe auch schon mal Komasaufen gemacht, da wusste ich nichts mehr. Auch ihre Meinung ist auch irrelevant im Grunde. Die wird Hill auch schützen, denke ich. Ja, das sind Freunde. Wobei Herr Hill die Freundschaft gekündigt hat, ne? Gut, dann fangen wir erstmal mit dem Unbequemen an. Der kriegt auch eine Suspendierung. Herr Hill, könnten Sie bitte zu meinem Büro auf Etage 3 kommen? Darf ich die Schlüsselkarte benutzen, obwohl ich suspendiert bin? Ja, ja, dürfen Sie. Gut, bis gleich. Ich würde sagen, dass Herr Hill auch eine Suspendierung bekommt, damit er sich auch mal kurz sortieren kann. Ein bisschen Abstand brauchen die, weißt du? Ja. Die brauchen dringend Abstand vom Polizeidienst, aber bei ihm würde ich zwei Tage machen, bis Sonntag. Das ist für ihn ganz schön viel. Er hatte jetzt dieses Sorkinding, der hat sich getrennt, alles irgendwie in Einzelnen. Der soll sein Leben mal sortieren. Ja, unrasiert ist er auch. Der soll sein Leben dringend sortieren jetzt. Ja. Und wenn er, wenn er das jetzt wirklich sortiert, dann ist gut. Herr Carsten, ich hätte noch einen Wunsch, dass die Leute, die suspendiert sind, keinen Zugriff mehr auf das LSPD-System haben. Okay. Das müssen wir in Zukunft auf Gast erst mal. Genau, 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 genau. Ja, ganz kurz, Herr Petersen, der hat jetzt das mit dem Müller und so angeleiert, dass das außergerichtlich jetzt gemacht wird. Wir sollen bitte nichts mehr dazu, nee, das ist jetzt in der Mache. Wir sollen uns nicht mehr dazu äußern. Ja, tue ich, also habe ich schon wieder vergessen, dass es das noch gibt. Ja, ja, wir sollen da keine Kommentare zu abgeben oder mit denen sprechen, alles über denen, sonst machen wir hinterher noch einen Fehler. Ja? Ja. Ich glaube, das ist unangenehm, oder? Natürlich. Es tut mir auch wirklich leid, aber ich muss ja auch ja, also ich bin auch nicht der netteste Mensch und moralisch gesehen auch nicht, aber das ist schon, das ist einfach scheiße, Mann. Da geht es um einen Käpt'n, der beinahe draufgegangen wäre, weil man einfach keinen Bock da drauf hatte. Jetzt gesehen, unser Streifendienstblatt hat mehr Felder jetzt. Okay. Aber man kann Mitarbeiterakten anlegen und so weiter und so fort. Mitarbeiterakten wollte ich gerade fragen. Ja, ja. Richtig, richtig. Also brauchen wir eine rechtliche Grundlage für diese Entscheidung? Nee, ne? Nee, nee, nee. Kommen Sie rein. Guten Tag. Hallo, El, wie geht's Ihnen? Es geht. Okay. Genau, ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Sie hören mir zu. Ich habe alles, was ich dazu wissen wollte, habe ich mir eingeholt. Ja, ich habe da über mehrere Tage, also zwei Tage habe ich jetzt darüber nachgedacht. Ich habe mir mit Herrn Karsen den Kopf zerbrochen. Folgendes, Herr Hill. Also, zunächst, mir fällt das sehr schwer jetzt gerade hier mit Ihnen zu reden darüber, weil ich weiß, dass Sie in einer Situation gedrängt wurden, die nicht sonderlich ja, Ihren Karten spielt, wissen Sie? Also, Sie stehen ziemlich blöd da. Nur, ich habe natürlich als Chief so eine gewisse Pflicht gegenüber meinen Mitarbeitern. Es gibt einen internen Konflikt aktuell zwischen Ihnen, Frau Sorkin und Herrn Pearson. Das sind so die drei Parteien, die gerade untereinander so ein bisschen Reibereien haben, ja. Habe ich ja gestern persönlich miterlebt. Bei diesem Vorfall, der da vonstatten gegangen ist, ist etwas passiert, was, es gibt ein Totschlagargument und darauf muss ich mich leider beruhen. Oder darauf muss das Ganze halt, basiert das Ganze halt. Und zwar habe ich von Herrn Pearson die Aussage bekommen, dass, dem glaube ich das in dem Fall auch, nicht um Ihnen jetzt keinen Glauben zu schenken, dass Sie von Herrn Pearson dazu angehalten wurden, auf Frau Sorkin an dem Abend zu achten. Sie sind ja Assistant Chief und als Assistant Chief erwarte ich Folgendes. Sie haben immer, egal ob Sie im Dienst oder nicht sind, das erwarte ich eigentlich von jedem Kopf, aber in Ihrer Position immens mehr, als ein normaler Officer. Wenn ich abends mit meinem Streifenwagen durch die Straße fahre und ich sehe dort eine Dame langlaufen, bleibe ich stehen und bringe die Dame nach Hause, können Sie Herrn Karsten fragen. Auch wenn die das nicht möchte? Auch wenn die das nicht möchte? Nein, auch wenn die das nicht möchte, das würde ich natürlich nicht machen. Ich würde es der Dame anbieten, ansonsten rufe ich der Dame ein Taxi. Ja? Genau. Und es lief dann so, dass mir zugetragen wurde, dass Herr Pearson sie gerufen hat und Sie sollten auf die Frau Sorkin achten, da sie wohl sehr stark alkoholisiert war. Wie die Dame jetzt zu Ihnen war, spielt in dem Fall keine Rolle, weil das Totschlag-Argument ist in der Situation folgende. Sie haben Annahmen in Ihrer Aussage, zum Beispiel, dass Sie sagen, Sie gehen davon aus, dass Sie sich kannten, weil Sie die Person, wo Sie Frau Sorkin abgeladen haben oder stehen lassen haben oder wie auch immer man das bewerten möchte, da haben Sie gesagt, Sie haben das vorher, die Person bei Herrn Pearson gesehen und haben dann gedacht, die sind irgendwie in einem Verhältnis zueinander. Zwei Sachen. Der erste Punkt spielt ziemlich mies in die Karten, dass Herr Pearson sagt, Sie wurden extra da hingeholt, was für mich auch schlüssig ist, um auf Frau Sorkin zu achten. Und das ist dann schon ziemlich schwierig, dass Sie dann eine Dame, die anscheinend, sagen wir mal sagen, die Sorgfaltspflicht durch eine dritte Person ihn auferlegt bekommt, dann stehen lassen und in der Annahme sind, dass eine Person oder zwei Personen, die im Umfeld stehen mit Frau Sorkin befreundet sind und Sie lassen die da stehen, das ist schon ziemlich schwierig, sehen Sie. Aufgrund dessen, wie man das Ganze auch dreht und wendet. Ich werde Sie nicht kündigen, weil ich möchte Ihnen Folgendes anbieten, ob Sie das annehmen oder nicht, da werde ich Ihnen gleich sagen, dass Sie darüber nachdenken müssen. Sie können nicht, Sie müssen, denn Sie kriegen erst mal von mir bis Sonntag eine Suspendierung. Warum gebe ich Ihnen die Suspendierung? Ich möchte, ich habe das Gefühl, privat, aber auch beruflich, dass Sie so ein bisschen den Faden in Ihrem Leben verloren haben. Ich möchte, dass Sie Ihr Leben sortieren, dass Sie sich klar darüber sind, wo möchte ich eigentlich hin und was ist da eigentlich passiert. Ich möchte, dass Sie nachdenken, was passiert ist. Reflektieren Sie das. Das ist Option, äh, Punkt eins. Punkt zwei ist, ich werde Sie als Assistant Chief erst mal entheben. Ich werde Ihnen auch erklären, warum erst mal. Ich werde Sie auf, wie auch jeden Kollegen, der sein Posten verliert, auf den Rang Officer 3 setzen. Mit, jetzt kommt's, der Möglichkeit, dass wenn Sie ein bisschen Abstand dazu bekommen haben und etwas Gras über die Situation gewachsen ist und Ihr Verhältnis zu Frau Sorkin und Herr Pearson sich gebessert hat und das keine dienstlichen Konsequenzen mehr hat, werde ich Ihnen die Möglichkeit geben, ähm, einen Käpt'n Posten wieder anzunehmen. Das heißt, Sie bekommen also wieder praktisch die Verantwortung zurück in einem Bereich. Aktuell sehe ich Sie allerdings aufgrund dieser Vorkommnisse nicht als Assistant Chief. Ich sehe auch Frau Sorkin nicht in der Position als, äh, Käpt'n. Da wird es ebenfalls eine Sanktionierung geben, sowie eine, das sage ich Ihnen jetzt als, äh, als E-Chief, da wird es noch folgen, dass Frau Sorkin von uns eine längere Auszeit bekommt, inklusive, ähm, einen MD-Aufenthalt. Ähm, ich weiß, dass das wahrscheinlich ein Schlag in die Magenhube ist, aber ich bin auch nicht der perfekte Cop und ich bin auch nicht der Mensch, der moralisch alles richtig macht, allerdings muss ich sagen, dass hier ein, ein ziemlicher Härtefall ist, wie man es dreht und wendet. Ähm, mein Kernproblem ist, dass es untereinander, und da wird Herr Pearson natürlich auch nochmal eine Ansage bekommen, Reibereien gibt und das hat sich jetzt so weit getragen, dass es im Dienst eine elementare Rolle gespielt hat und das hat sich bei Ihnen ausgewirkt, das hat sich bei Frau Sorkin ausgewirkt und auch bei Herrn Pearson und ich erwarte von Ihnen dreien in Ihren Positionen absolute Professionalität, ja, was das betrifft, was eine Sorgfaltspflicht betrifft und was Privates in den Dienst betrifft. Wenn Sie eine Beziehung mit einer Kollegin haben, ist das eine Sache. Wenn allerdings Ihr Dienst darunter leidet, immer wieder, das ist jetzt nicht auf Sie bezogen, sondern auf Frau Sorkin und Herr Pearson und andere Kollegen darunter auch leiden, indem Sie außer Dienst genommen werden oder weggeschickt werden, weil man etwas Privates im Dienst klären will und die Arbeit mindert, ist das für mich nicht tragbar. Und ich möchte Ihnen noch kurz eine Sache sagen, es gab kürzlich in meinem Leben ein einschneidendes Erlebnis, wissen Sie noch, wo wir das Telefonat hatten, wo es Ihnen nicht so gut ging, können Sie sich daran erinnern? Ich hatte auch privat ein Problem mit etwas. Allerdings habe ich mir an einem Tag geschworen, ich möchte 120, 140, 160, 180 Prozent wieder meinen Dienst als Chief of Police so angehen, dass ich versuche, mir das Feedback meiner Mitarbeiter einzuholen und dafür zu sorgen, dass ich eine sehr gute Führung gebe. Ich habe sehr viele Gespräche mit Leuten geführt, die im LSPD sind und so weiter und so fort, um das Bestmögliche zu machen. Und deswegen ändere ich mich. Ich habe mich geändert in Bezug auf Entscheidungen, die Sie, also jeder einzelne Cop sich bei mir gewünscht hat und ich erwarte das gleich jetzt auch von Ihnen, dass Sie mit einem positiven Aspekt hier rausgehen. Ja, Herr Carsten, haben Sie noch etwas zu sagen dazu? Nein, ich habe nichts dazu zu sagen mehr. Okay, ich will Ihnen noch eins sagen, die Entscheidung habe ich jetzt nicht über Biegen und Brechen getroffen, sondern es war so, dass ich mich wirklich mit Herrn Carsten beraten habe, wo Sie ja auch nochmal Stellung genommen haben und so, aber das Endresultat ist immer letztendlich das Gleiche. Jetzt werden Sie sich fragen, das möchte ich noch ganz kurz zum Schluss sagen, Herr Hill, eine Sache noch, ja, dann können Sie gerne was dazu sagen. Das war privat, was Sie da erlebt haben und jetzt werden Sie sich fragen, warum Privates in dem Berufsalltag, warum das hier eine Rolle spielt. Ein Officer hat es praktisch immer im Dienst, ja, und wenn eine Person eine gewisse Sorgfaltspflicht auferlegt wird und er nimmt diese Sorgfaltspflicht an, was sie getan haben, dann sind sie, obwohl sie nicht im Dienst sind, sind sie im Dienst. Ja, sie sind immer im Dienst, vor allem in ihrer Position. Ich bin immer im Dienst, Herr Carsten ist immer im Dienst, sie sind immer im Dienst und moralisch gesehen, ja, jetzt nicht, ich gehe in den Feierabend und dann ist mir alles egal, sondern man ist Cop und sie haben eine Person bei sich gehabt, die laut Herrn Pearson und zwei anderen Personen nicht mehr zurechnungsfähig war. Die Person war allerdings zu ihnen anders, das ist sehr elementar und deswegen spreche ich ihnen auch keine Kündigung aus und halte ihnen die Option frei, dass sie sich im LSPD wieder nach oben arbeiten können. Aber, ähm, das Endresultat zählt, dass Frau Sorkin in einem Krankenhaus landete und ihr der Magen ausgepumpt wurde und jetzt muss man fragen, wurde ihr Urteilsvermögen getrübt, wurde das Urteilsvermögen von Herrn Pearson getrübt, was hat Frau Sorkin für ein Spiel gespielt und dummerweise sind sie der Buhmann hier. Ich bin nicht der Böse, der ihnen jetzt eine Sanktion auferlegt oder Herr Carsten, sondern sie sollten darüber reflektieren, warum das passiert ist und ich würde, gut, und ich würde es begrüßen, Herr Hill, wenn sie etwas Abstand zu diesen Personen nehmen, auch menschlich gesehen, privat gesehen, das sage ich ihnen jetzt nicht als ihr Chief, sondern als, auch das ist schon ein Gefühl. Okay, das sage ich ihr als ihr Freund, ja, sie sind ein guter Kerl, Herr Hill, aber sie müssen dringend dafür sorgen, dass sie sich, sie müssen sich wieder finden, verstehen Sie, was ich meine? Und das würde ich mir wünschen als ihr Freund, dass sie vielleicht einen geraden Weg wieder gehen. Ich würde mir wünschen, dass sie der werden, der sie früher waren, aber sie sind in einen Stuhl geraten, ich meine, sie sind unrasiert, sie sind irgendwo reingeraten, verstehen Sie? Und ich würde mir wünschen, dass sie da rauskommen und ich will ihnen gerne die Hand reichen und diese Sanktionierung ist keine Bestrafung, sondern kommen Sie zurück auf den Boden der Tatsachen und versuchen Sie, ihr Leben in den Griff zu kriegen. Das habe ich schon getan, mein Leben ist sehr gut im Griff gerade. Okay. Ich hätte zwei Anmerkungen, wenn ich darf. Bitte. Am einen muss ich Sie darauf hinweisen, dass ich Officer 2 war, bevor ich Assisten schief wurde, nur für die Position, die Sie mir dann anbieten. Sie werden Officer 3 vor mir gesetzt. Ich sage es Ihnen nur. Und das andere ist, dass ich doch von Ihnen ein bisschen menschlich auch enttäuscht bin, weil Sie hier Herrn Pearson komplett Glauben schenken und meine Aussage als Nichtig betrachten. Nein, 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 tue ich nicht. Nein, das ist absolut nicht so. Ich kann, der Punkt ist, ich kann keine Person, die voll zurechnungsfähig ist, in meinen Augen bevormunden. Das funktioniert nicht. Das ist nicht möglich. Ich kann ja auch Ihnen nicht Vorschriften machen, wenn Sie voll zurechnungsfähig sind. Ich verstehe den Punkt. Frau Orkin, nachdem sie sich, nachdem sie aus meiner Gegenwart sich entfernt hat, sie hat keinen Schluck getrunken und keinerlei irgendwas konsumiert, als sie in meiner Gegenwart war. Und dass sie, nachdem, ich nicht mehr in ihrer Gegenwart bin, sich volllaufen lässt, kann mir ja nun nicht mein Fehler sein, das ist der Fehler von Frau Sorgen. Weil wer ist verantwortlich dafür, dass er sich betrinkt? Nicht ich, sondern die Person selbst. Nicht, wenn die Person einen gewissen Grad an Alkoholkonsum schon intus hat, weil sie dann die Kontrolle verliert. Aber jetzt kommt's. Herr Hill, es fängt ja schon da an. Gucken Sie, Sie müssen das Ganze hinterfragen. Soll ich Ihnen sagen, ab welchem Punkt? Ab dem Punkt, wo Sie dazu gerufen wurden. Warum wurden Sie dazu gerufen und was hat man Ihnen gesagt? Wie lange sind Sie Auto gefahren mit Frau Sorgen? Ich war insgesamt ca. eine Stunde mit der Frau Sorgen zusammen unter vier Augen. Okay. Von dem Zeitpunkt, wo ich dort angekommen bin, bis ich... Nein, nein, ich rede... Okay, eine Stunde und dann wollen Sie mir wirklich erzählen, dass... Sie werden angerufen, Frau Sorgen muss beaufsichtigt werden, die hat viel Alkohol getrunken und dann gehen Sie davon aus, dass eine Person in einer Stunde den Alkohol den Alkohol abgebaut hat. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Frau Sorgen nicht kontrollieren konnte. Ich verstehe das, Herr Hill. Ich verstehe das. Ich weiß auch, was Sie meinen. So, aber Sie müssen das aus der Sicht sehen, die ich habe. Ja, Sie glauben Herrn Pearson. Nein. Wenn Sie mir zugehört hätten, ich habe einen elementaren Teil, habe ich Ihnen gerade gesagt, ich habe mit Herrn Carsten gesprochen und Herr Carsten hat mir gerade noch mal gesagt, dass Sie dem Herrn Carsten auch noch mal Ihre Sichtweise erklärt haben, korrekt? Und ich habe Herrn Carsten gesagt, okay, wie bewerten wir das jetzt? Und wir sind beide auf den gleichen Nenner gekommen. Der Nenner ist, Herr Hill, hat in seiner Einschätzung daneben gelegt. Oder er zählt uns Schwachsinn. Was sollte sonst der Nenner sein? Sie haben Ihre Sorgfaltspflicht verletzt. Ja, eben nicht. Ja, eben doch. Weil diese Person keine Sorgfalt nötig hatte. Wie ich schon sagte, ich könnte Sie jetzt auch nicht bevormunden, Herr Reis, weil Sie keine Sorgfalt nötig haben. Das ist der entscheidende Knackpunkt. Und hier glauben Sie dem Herrn Piersten, dass die Frau Sorkin völlig weggetreten war. Was aber nicht der Fall war, denn ich konnte ein vernünftiges Gespräch mit ihr führen. Sie konnte sich vernünftig artikulieren und sie konnte auch ausdrücken, was sie möchte und was sie nicht möchte. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Als ich mit Frau Sorkin telefoniert habe, waren Sie dabei? Ich stand ungefähr drei Meter weg. Soll ich Ihnen was sagen? Da wirkte die Frau gar nicht für mich auf einem labilen Zustand. Soll ich Ihnen sagen? Sie hat mit mir so telefoniert. Er weiß. Er weiß. Nein, er weiß. Nein, ich will nur schlagen. Ich bin nur müde. Er weiß. Er hält. Das kann ich Ihnen nicht erklären, weil ich habe dieses Gespräch nicht mitbekommen. Ja. Ich habe es ja selber erlebt. Ja, dann hat Frau Sorkin auf andere Personen einen anderen Eindruck gemacht oder sich komplett anders verhalten. Ich kann mir das auch nicht wirklich erklären, aber in meiner Gegenwart hat sie einen Eindruck gemacht, dass sie klar ist. So klar, dass sie für sich selbst sorgen kann. Sie haben einen Satz gesagt. Denken Sie wirklich, ich würde eine Person, wo ich denke, sie kann nicht für sich selbst sorgen, irgendwo einfach stehen lassen. Haben Sie den Eindruck, dass ich das tun würde? Soll ich Ihnen die ehrliche Antwort darauf geben? Ja, geben Sie. Sie haben sich selber damit praktisch in die Pfanne gehauen. Sie haben gestern gesagt und da ist mir der Geduldsfaden gerissen. Ja. Also, ich kenne Sie ein bisschen, Herr Hill. Wenn Ihnen der Geduldsfaden reißt, dann reißt der wirklich. Nein, ich tue nichts, was so moralisch fragwürdig wäre, wie dies. Oder haben Sie mich schon mal gesehen, wie ich sowas getan habe? Kennen Sie privat leider nicht so viel. Wissen Sie, wenn die Person nicht zurechnungsfähig gewesen wäre, Frau Sorkin, dann hätte ich dann in dem Moment einen Krankenwagen gerufen, weil ich mir gedacht hätte, ich kann mich nicht mehr um sie kümmern. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Würden Sie sagen, dass Sie... Ja, natürlich. Entschuldigung, ich möchte Sie nicht unterbrechen, deswegen sage ich das mal. Würden Sie sagen, dass Sie hier gewissermaßen irgendwo versagt haben? Als Freund, ja. Inwiefern? Nun, als Freund hätte ich vielleicht ein wenig mehr Geduld aufbringen können, aber als Mensch und als Moral, im Moralischen betrachtet, nicht. gestern haben Sie was anderes gesagt. Habe ich nicht. Als wir mit Herrn Pearson da standen, haben Sie gesagt, ja, ich habe den Fehler gemacht, ich hätte Sie dort nicht stehen lassen sollen. Ja, richtig, als Freund. Ja, aber als Assistant Chief spielt jetzt keine Rolle, ob Sie Freund oder Feind sind, weil Sie haben eine... Hier nochmal, ich kann keine Sorgfaltspflicht für eine Person übernehmen oder übergeben bekommen, wenn diese Person eigenständig handeln und denken kann. Okay, Herr Hill. Zwei Aspekte. Das Ergebnis ändert sich nicht, Herr Weiß. Wir brauchen das nicht diskutieren, aber ich möchte meinen Standpunkt hier ganz klar machen, dass die Frau Sorkin, während ich mit ihr zusammen war, dass dort keinerlei Sorgfalt über sie hätte walten können, weil sie eine eigenständige Person ist und war und zu dem Zeitpunkt auch klar war und eigenständige Entscheidungen treffen konnte. So, das ist der Hauptpunkt, um den es geht. Aber es ist in Ordnung, wenn Sie das so einschätzen. Sie haben mich auf diesen Posten des Assistant Chiefs berufen. Sie sagen jetzt, ich sehe Sie dort nicht mehr, Herr Hill. Sie füllen den Posten nicht oder Sie können den Posten nicht zu meiner Zufriedenheit ausfüllen. Dann ist das so. Dann akzeptiere ich das. Wissen Sie, was mich ärgert? Es ist nicht mal der Punkt. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet und das ärgert mich im Grunde so sehr, dass ich einen sehr guten Mann an einer sehr guten Position, den ich immer verteidigt habe vor allen Leuten, das wissen Sie auch, jetzt so bestrafen muss. Nochmal, das ist Ihre eigenständige Entscheidung. Entweder Sie glauben, was ich Ihnen sage oder Sie glauben es nicht. Wenn Sie es glauben, dann müssen Sie mich nicht bestrafen. Ja, aber Sie haben, aber Herr Hill, Sie müssen immer noch an den einen Aspekt denken. Das ist das Problem, wie man es wendet und wendet. Sie hatten eine Wahrnehmung. Ich hatte eine Wahrnehmung, in der mir klipp und klar gesagt wurde, du meine Güte, die ist zu. Ja, ich habe mit ihr telefoniert, wo Sie daneben standen. Sie waren drei Meter weg, aber Sie waren zu dem Zeitpunkt bei ihr. Ich habe Sie selber am Telefon gehört und da klang Sie nicht zurechnungsfähig für mich. Und Herr Pearson sagt das. Ich aber, Herr Pearson nehme ich jetzt mal außen vor, weil er bringt das Argument, dass drei Leute dabei waren, die die Treppe hochgeschliffen haben und ihr die Schuhe sogar ausgezogen haben. Also könnte man im Umkehrschluss sagen, nur Ihre Wahrnehmung war getrübt. Wissen Sie? Weil ich habe es am Telefon, oder die hat Ihnen was vorgemacht. Aus irgendwelchen Gründen. Ich kann mir die Gründe nicht erklären, weil ich nicht... Wie kann man denn, wenn man unzurechnungsfähig ist, vormachen, dass man zurechnungsfähig ist? Wie soll das denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Passen Sie auf. Man kann jemandem vormachen, dass man unzurechnungsfähig ist, wenn man zurechnungsfähig ist. Und ich glaube, hier ist auch das Problem. Wissen Sie, die Frau Sorkin und der Herr Pearson, die streiten sich schon seit Wochen. So. Und dass Frau Sorkin an dem Abend vielleicht gar keinen Bock hatte auf Herrn Pearson und dann so tut, als wäre sie komplett weggeschossen, damit er sie in Ruhe lässt, ist eine Möglichkeit. die Sie vielleicht dann auch in Betracht ziehen sollten. Ruhig. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, eigentlich hätte ich gerne Folgendes getan. Ich sage es Ihnen jetzt, wie es ist. Ich hätte Sie gekündigt, Frau Sorkin hätte ich gekündigt und sogar Herrn Pearson. Weil Ihr Verhalten als Polizist hier nicht gegeben ist. Das ist ein Rosenkrieg im LSPD. Ich erkläre Ihnen jetzt, warum. Das sage ich Ihnen jetzt als Freund. Okay? Ich hoffe, das bleibt unter uns. Mein Telefon klingelt und mir wird Folgendes gesagt. Ich glaube, der Herr Hill hat sich eine Chance ausmalen wollen bei Person X und war enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Und wer ist Person X? Person X ist in dem Fall Frau Sorkin. Also, wer weiß. Nein, 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 nein. Ich will gar nichts darüber hören. Jetzt, es interessiert mich auch gar nicht. Es geht um eine entscheidende Sache. Es geht um eine entscheidende Sache. Dass ich mich darum überhaupt kümmern muss. Dass wir uns im LSPD, doch muss ich, weil, wissen Sie warum? Doch, das muss ich. Doch, das muss ich. Weil ein Officer, ein Rekrut wird weggeschickt von einem Streifenwagen, weil Frau Sorkin zu Herrn Pearson geht und Privates in den Dienst holt. Das tun Sie aber indirekt auch, weil der Officer hat eine, der Herr Pearson hat eine Annahme, die ihr Dienstverhalten und ihr privates Verhalten betrifft. Das ist falsch und das ist sein Problem. Wissen Sie, die Frau Sorkin, das sagen Sie und der andere sagt mir was anderes. Ich kann auch mal bitte, die Frau Sorkin, als ich Officer 1, glaube ich, war oder 2, da ist sowas wie fast eine Beziehung zwischen mir und der Frau Sorkin entstanden. Ich habe das Ganze beendet und habe ihr gesagt, lassen Sie uns Kollegen bleiben, das hat keinen Wert. Und dann ist sie mit dem Herrn Pearson zusammengekommen. So, würde ich die so geil finden? Hätte ich das doch nicht gemacht. Verstehen Sie? Dann hätte ich die einfach behalten. Herr Hell, gucken, nochmal, es interessiert, ja, ja, Sie müssen sich nicht rechtfertigen. Was Sie da tun und nicht, ist mir egal, was Sie privat tun. Ja, aber wenn Sie dann jemand anruft, dann sagen Sie, das ist Quatsch, weil es Quatsch ist. Und das, was Frau Sorkin und Herr Pearson hier im PD abziehen, das ist ja nun wirklich nicht mein Bier. Herr Hell, das habe ich denen aber auch schon hundertmal gesagt. Ja, aber dann können Sie mir doch nicht anlassen. Nein, 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 aber Herr Hell, aber wie oft ich in die Bresche gesprungen bin für Sie, privat auch. Sie wissen gar nicht, wie oft mein Telefon klingelt, aus dieser Ecke, wo ich mich dann immer vor Ihnen gestellt habe. Auch aus diesen Gründen. Also, ich will, dass Sie mir eins versprechen oder dass Sie eins damit rausnehmen, wir sind nicht die Bösen in der Geschichte hier. Okay? Denken Sie darüber nach und Sie müssen jetzt auch nicht zu den Leuten hinrennen und Ich bin der Letzte, der zu irgendwelchen Leuten hinrennt, Herr Weiß. Ich glaube, der beste Schritt, Sie haben mir am Telefon eine Sache gesagt und die Sache, die bedeutet mir sehr viel. Zwar haben Sie gesagt, Herr Weiß, ich habe meine Probleme in den Griff gekriegt, ich möchte jetzt 100% wieder auf die Korbarbeit fokussiert sein. Erinnern Sie sich, das war vorgestern, haben Sie mir das gesagt. Beweisen Sie es mir. Okay? Gut, dann, Herr Karsten, kommen Sie dann mit runter und tauschen meine Hemden? Ja, kann ich machen, ja. Oder kann das nicht auch Sonntag passieren, weil Sie sind bis Sonntag ja sowieso im Urlaub. Naja, aber wenn ich dann in den Dienst komme, würde ich mir ungern das Sie sind doch am Sonntag sowieso erst am 19 Uhr wieder im Dienst. Da ist doch Herr Karsten bestimmt da, oder Herr Karsten? Ja, ja, ja. Also, ich bin auf jeden Fall da, aber ich kann es auch in Ihren Spind legen, wenn Sie wollen, oder ich kann es Ihnen auch jetzt geben, es sei denn, der Tief hat jetzt noch was. Ja, wir müssen noch was besprechen, Herr Hill. Soll ich in den Spind legen, das müssen Sie mir aber erlauben. Ja, können Sie machen. Ich muss dazu anmerken, ich habe immer noch zwei Spinte momentan. Den einen würde ich dann soweit leeren, bis auf Gegenstände, die... Wisst ihr, ich erkläre euch gleich, warum er mir leid tut. ...die ich dort zwischengelagert habe für das LSD. Okay. Ja, ich lege das... Ja, ja, okay, weiß ich Bescheid, dann lege ich Ihnen das da rein. Mach ich heute noch. Also, Hill, Sie dürfen am Sonntag ab 19 Uhr wieder in den Dienst treten. Gut, haben Sie sonst noch was anzumerken? Sie? Negativ, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe. Wie gesagt, ich bin schon etwas enttäuscht, dass Sie mir nicht Glauben schenken. Schuhe ich. Aber ich kann mir auch selber Glauben schenken, weil ich mit Frau Sorkin selber telefoniert habe. Und, äh, gut. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Schönen Abend noch, Herr Hell. Tschüss. Leider überhaupt nicht einsichtig. Ich hätte mir, weißt du, was ich mir Größe hätte ich mir gewünscht? Einfach nur Größe. Ja, war scheiße von mir, ich hätte die da nicht stehen lassen sollen. Ich hätte mich vergewissern müssen. Hat er nichts dazu gesagt? Hast du nicht zugehört? Ja, doch. Aber ich meine, du hast doch gestern auch mit ihm gesprochen. Hat er da Einsicht gezeigt? Nein. Entziehen wir ihm schon mal die Rechte bitte vom LSBD-Computer. Sannst du auf bis Sonntag 19 Uhr, ja? Jawohl. Warte kurz noch, dass er sich außer Dienst einträgt. Stimmt. Ja. Das mache ich in fünf Minuten. Ja. Ich habe mit Frau Sorkin am gleichen Abend telefoniert, Carsten. Und jetzt hat er mir bestätigt, dass er daneben stand. Also es war zum gleichen Zeitraum. Und die hat mit mir so gesprochen. Er weiß. Er weiß. So hat er mit mir gesprochen. Das ist doch nicht zugehörungsfähig. Der Punkt ist schlichtweg, er hätte sich bei diesen zwei Männern informieren müssen, er hätte mit ihnen sprechen müssen, seid ihr bereit, die Frau Sorkin zu übernehmen? Kennt ihr die? Die hat gesoffen, auf die müsst ihr aufpassen, am besten nichts mehr zu trinken geben. So was. Und dann wäre es okay gewesen. und er muss die Sorgfaltspflicht weitergeben. Das ist der Punkt. Ja, wir müssen jetzt an Hill. Ja, Hill? Ja, ja, machen Sie das. Alles gut. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Okay. Alles klar. Okay, bis dann. So. Ja, der muss doch zweimal hin und her fahren oder so, weil er so viele private Ziviklamotten und so hat. Ja, das soll er eben machen. Er hält sich gleich, wenn das fertig ist. Okay. Also Frau Sorkin, die wird eine Woche aus den Dienst gestellt. Was für Situationen die Leute ein immer bringen. Ja, wir müssen jetzt gleich eine interne, ein internes Meeting machen mit allen Kollegen und darüber informieren, dass es aktuell nur noch einen Assistant Chief gibt und dass die Streitendienstleitung auch neu besetzt wird. Wir müssen live go soundcasten. Tut mir wirklich leid. Das heißt, wenn du jetzt unglücklich immer ein Messer fällst, wäre ich Chef? Also, passiert ja nicht. Ich gehe mal kurz in die Küche. Nein, Mann. Ich fange mal mit der Leitstelle an. Schade, Mann. Wirklich schade. Ein guter Mann. Ich hoffe, er kämpft sich zurück. Leitstelle für die 99 kommen. Hört sie kommen. Leitstelle. Geiler Funk. Wie viele Kollegen haben wir aktuell im Dienst? Kommen. Stand by. Ich glaube, die sind gerade oben im Vorrat und haben Ausbildung. Einige. Insgesamt 16 Kollegen kommen. Check. Schreiben Sie bitte ans schwarze Brett, dass gegen 22 Uhr ein Meeting im LSPD mit einem Police Officers stattfindet. Kommen. Sagen Sie mir noch die Etage. Kommen. Drei. So verstanden. Kommen. Nein, nein, Säne. Wie wählt man denn da am besten die Worte? Sehr geehrte Kollegen. Möchtest du das mal machen? Ja. Aber wie erklärst du, dass Hill von seinem Posten enthoben wurde und Frau Sorkin auch? Das sollten wir ja schon ein bisschen transparenter angehen. Ja. Es gab eben außerhalb des Dienstes einen Vorfall, wo unserer Meinung nach der Hill eben nicht so gehandelt hat, wie wir uns das vorstellen. In einer höheren Position ist man eben auch außerhalb des Dienstes. Ja, wie hat man daran gemessen, was man tut? Streifein. Sagt sich das mal. Ja, so. Irgendwie, ne? Wer schreibt mir denn jetzt? Cohen. Was? Anderson. Besteht nur Cohen. Warum? Ich habe ihm die Mail mit dem Entwurf zugeschickt. Ach so. Tief. Herr Anderson. Wie geht's Ihnen? Ja, Sir. Gut. Ganz gut. Schön. Und selbst? Wahnsinnig. Wo sind Sie? Ähm, Pressebereich, Leitstelle. Gut. Können Sie Ihre Beine in die Hand nehmen und auf Etage 3 kommen zu meinem Büro, bitte? Ja, Sir. Ich war's nicht. Dann wäre es Etage 5. Ach so, ja gut. Äh, ich war's. Ich komme. Alles gleich. Die Leitstelle mit einer allgemeinen Information an alle Kollegen um 22 Uhr. Wie gesagt, eine Besprechung auf Etage 3. Leitstelle Ende. Was, was sollte Anderson denn? Weiß ich nicht. Er kommt ja her. Wir setzen ihn auf die Streifendienstleitung, oder? Er war ja sowieso Stellvertreter und er kann das ja gut. Äh, temporär? Oder ist das jetzt für, wird er der Käpt'n? Sag mir, wen du sonst da siehst. Hm. Ja, was ist mit Hill? Soll der Hill das machen, oder soll der... Das ist erstmal auch 2, 3, 3, 4 Wochen gesehen, Carsten. Weil der muss, ich glaube, ich sage dir ehrlich jetzt unter uns, ich glaube, der fällt in ein tiefes Loch und will wieder in die Alkoholsucht fallen. Wie? Alkoholsucht? Wusstest du nicht, dass er trockener Alkoholiker ist? Nee. Der wäre letztens beinahe schon irgendwie... Das ist nicht mein Problem, verstehst du? Ich kann mich nicht um alle kümmern, Mann. Kommen Sie rein. Herr Andersson. Einen wunderschönen guten Abend. Sie hatten... Sie sind ja aktuell in der Streifendienstleitung. Korrekt. Und sie wurden von Herrn Pearson ja auch dorthin empfohlen. Und wir hatten mal einen Einsatz, da haben sie nicht so gut geglänzt, aber also aus meiner Sicht her. Allerdings habe ich in letzter Zeit sehr viel Positives wieder über sie gehört. Deswegen mache ich Ihnen ein Angebot. Ich bekomme gerade... Moment. Telefon. Ich rufe zurück, ja? Gut, ciao. Entschuldigung. Genau. Ich mache Ihnen ein Angebot. Und zwar, ich möchte, dass Sie kommissarisch erstmal die Streifendienstleitung als Käpt'n übernehmen. Kommissarisch heißt es erstmal vier, fünf Wochen oder es kann auch deutlich länger werden. Vielleicht bleibt es ja auch so, wenn alles super ist. Genau. Dann weiß man nicht. Ich setze Sie jetzt im System auf Käpt'n. Sie kriegen auch ein neues Hemd. Wären Sie damit einverstanden, Sir? Ich bin vielleicht mit einer Frage. Hat gerade jemand versucht, das DOL zu erreichen? Sie müssen über die Notrufleitungen kommen. Als Käpt'n? 2 für 1 negativ. Ja. Das ist eine Sorge. Werden Sie heute um 22 Uhr erfahren. Okay. Kann ich grundsätzlich machen, aber ich kann das von mir aus auch als Sergeant machen. Wir fahren vor mit 3 für 3. Käpt'n ist Käpt'n. Ja, Käpt'n ist... 3 für 3 negativ. Es gibt ja Funktionen und Ränge. Ja, aber... Das ist sehr negativ. Eine Leitung ist bei uns immer der Käpt'n im LSPD. Das ist schon immer so. Alles klar. Ja, der Boahleiter. Ausstempeln und einstempeln ist sicherheitshalber. Dann kriegen Sie so ab sofort auch das Käpt'n ist gehalten. Also, bin ich ab jetzt Käpt'n? Ja, jetzt gerade habe ich Sie eingestellt. Ach so. Also, im System eingestellt auf Käpt'n. Alles klar. Danke. Ich kriege noch ein Hemd von mir gleich. Okay. Na gut. Okay. Genau, dann bringen wir Ihnen nachher das Hemd so um 22 Uhr zur Besprechung. Ja? Und herzlichen Glückwunsch. Danke. Sie waren die erste Wahl tatsächlich, weil Sie im Funk in letzter Zeit sehr gut aufgefallen sind und die Kollegen... Das freut mich. Genau. Und Herr Kukum sehe ich als Ihr Stellvertreter. Ja? Ja. Da muss ich noch ein bisschen einarbeiten, glaube ich. Ja, drehen Sie ihn ein bisschen in den Arsch, aber der kriegt das hin. Wenn er will, dann kriegt er das hin. Alles klar. Herr Carsten, Sie haben mal eine Nachricht gelesen? Habe ich gerade gelesen, ja. Ah, perfekt. Okay, ich verlinke das gleich noch eben beziehungsweise wette das in meiner Akte ein. Ja. Dann sollte es ansehbar sein. Walter Weiß RP... Walter Weiß RP Nerven in letzter Zeit nur noch schade drum. Was habe ich denn gemacht? Gerade die Rekruten haben da bestimmt Interesse, die Strukturen sofort mal einzusehen. Ja, die wollen wissen, wer Kontaktperson für was genau jetzt ist, wo man sich melden kann und so weiter. Ähm, ganz kurz, kurze Frage. Was halten Sie davon, wenn Officer im Dienst schwarze Cargo-Shorts tragen dürfen für die Bike-Streife? Also für die Fahrer? Ähm, weiß ich, aber da kommen extra Hosen jetzt. Ah, da kommen extra Hosen? Okay. Alles. Haste Hosen? Genau. Das ist dato private schwarze Cargo-Shorts. Ich kann da auch ein Bild einbetten. Schicken Sie mal, aber ich glaube, aktuell ist das nicht so gewünscht. Alles klar. Ich, äh... Schicken Sie mir die Bilder mal, ja? Schicken Sie mir die Bilder mal und gucke ich mal. Gut, dann... Herr Anderson, dann um 22 Uhr kriegen Sie Ihr Hemd, ja? Ja, Sir. Die kleine Drecksack und jetzt raus mit Ihnen. Ja, Sir. Das, was er zu mir am Telefon gesagt hat, was habe ich gemacht? Ja, so ist es richtig. Das ist die Reaktion. Ähm, aber das mit Till wusstest du nicht? Nee. Dacht ihr, ihr werdet Freunde oder hättet ihr das erzählt? Nee, es gab halt das Thema so. Okay. Tu mir einen Gefallen, bitte erzähl das nicht deiner Freundin oder so. Behalt das einfach für dich. Nein, nein, nein. Das habe ich dir jetzt als Carsten, als meinem Freund erzählt. Ja, ich erzähle es auch nicht. Wenn er es mir selber nicht erzählt, weiß ich davon nichts. Weil ich mache mir, das sage ich dir nur aus dem Aspekt, dass ich mir Sorgen um ihn mache. Da kommt die Sorgfaltspflicht. Ja, du hast ja auch gedacht, ich weiß das schon längst. Dass, wenn der unter Alkohol steht, also wenn du den Betrunken irgendwo antrieffst oder bekifst oder so, sofort einen Krankenwagen rufen oder ein Taxi oder so, dass er auf jeden Fall einen Krankenwagen wäre mir lieber. Ja. Äh, gut. Ich hoffe, die Frau Sorkin diesmal erreichbar. Und dann wollte ich noch irgendjemanden anrufen. Wer war denn das? Streife 3 aktiv, Weinwurt. 10, 4. Gut, da geht keiner ran. Dann versuche ich es nochmal hier. Hallo, Chief. Hallo, Frau Collins. Wo sind Sie? 3, 4 für die Leistelefon. Äh, gerade umgezogen noch in Minus 3. Was ist hier? Okay, würden Sie ganz kurz mal auf Etage 3 in mein Büro kommen? Ja, kann ich machen. Okay, bis gleich. Bis gleich. Sobrechtlich vom Stop-Emm, Alter. Komm. Ist sie im Haus? 10, 4. Ja, die kommt hier hoch. Ja, ja. Also definier nochmal ihre Aufgaben. Terminverwaltung oder was? Ja, so. Die arbeitet uns einfach zu. Weil sie hat gesagt, sie sucht sich aktuell, die fühlt sich so, also es ist kein, kein weiterer Posten, also keine Stelle, sondern es ist einfach eine Aufgabe, die sind noch zusätzlich weit. Ja. Vertraue ihr 100%. Die würde uns niemals, ich würde ihr sogar fast schon die Buchhaltung in die Hand geben, weil die, ich vertraue ihr da, weißt du? Mhm. Die macht keine Scheiße damit. Und die hat ein gutes Standing im LSPD. Aber ich glaube nicht, dass sie es annimmt. Ich habe mir letztens mit ihr ein langes Gespräch gehabt und dann hat sie mir gesagt, dass sie keine Abteilung möchte oder so. Sie möchte einfach, sie fühlt sich irgendwie so aktuell so verloren und so. Das kann ich immer in Ruhe erzählen. Okay. Ich hoffe, die erreiche ich mir die heute noch. Nein, Frau Sorkin. Oder wen? Ja. Ja, ja, die wird ja sehen, wenn sie das System nicht aufrufen kann, dass sie damit was sind. Außerdem werden ja alle Kollegen heute instruiert darüber, wenn sie nicht erscheint, dass sie wieder abgewiesen wird vom LSPD. Ah, ich wollte das M, die anrufen, die sollen mir bitte, äh, genau. Na gut, ich kriege auch einen Anruf. Die Notfallzentrale ist LSM, die LSFD, was ist der Notfall? Einen wunderschönen guten Tag, Walter Weiß, Chief of Police. Hören Sie, ist jemand von der Psychologie bei Ihnen gerade erreichbar? Möglicherweise er weiß. Wunderbar. Können Sie die Person kontaktieren, dass sie bitte den Chief of Police mal anruft? Ich kann das mal geben. Vielen Dank, Sir. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. War ja richtig begeistert. Checkstand, bye. Kommen Sie rein. Moment bitte. Chief, haben wir um 20 Uhr denn Zeit für ein Gespräch beim MD mit der Leitung auch des FDs? Ja, ja, klar, 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 klar. 20 Uhr, Frau Reilly, passt bestens. Wie geht's Ihnen? Gut, eigentlich. Schön. Das freut mich. Wenigstens einer Person. Nur einer hier, aktuell? Das ist schlicht. So. Sie mischt es. Nein, also. Na, ihr Arschlöcher? Vielleicht sind wir in der Funkspruch wieder auf. Ich hasse euch. Was kann ich tun? Also, tun wir mal einen Funkspruch. Es gibt aktuell im LSPD ein paar Ungewollte, deswegen gibt es um 22 Uhr eine Besprechung Umstrukturierungen, die Herrn Kast und mich dazu gezwungen haben, gewisse Maßnahmen zu treffen. Und hiermit wollen wir fragen, ob sie wieder Assistancy-Fan. Nein, also. Ja. Ich war dagegen, aber nein. Packt die Entscheidungen ja alle mit. Nein, nein. Es geht um Folgendes. Es gibt so ein paar Leute im LSPD, denen ich sehr viel vertraue, das wissen sie ja. Und sie gehören ja dazu. Und ich würde ihnen gerne ein Angebot machen. Und zwar suchen wir jemanden, das klingt jetzt im ersten Moment ziemlich kacke, aber das ist sehr viel Vertrauen, was wir entgegenbringen. Und zwar suchen wir eine Person, die uns sehr viel zuarbeitet. Allerdings jetzt nicht als Assistant Chief oder so, weil sie wollten ja keine Abteilung, korrekt. Sondern ich suche jemanden, der erstens so ein bisschen die Buchhaltung verwalten möchte beim LSPD. Ja, zum Beispiel, wenn, also das ist schon mal erstmal, das ist extrem viel Vertrauen. Ja, sie kriegen Zugriff auf alle Konten. Sie können prüfen, gucken, wofür geht Geld da raus und was nicht. Und wir suchen jemanden, der praktisch uns zuarbeitet in Form von, ja, der so ein bisschen einen Überblick über Terminvergaben hat, der für dieses Community Policing da ist. Also zum Beispiel, sie sagen, hey, diese Woche, Herr Weiß und Herr Carsten, wäre es doch cool, wenn wir mal zu Wiesel News fahren und wir informieren die Presse darüber, was so passiert ist in der Woche. Ja? Oder wenn wir zum Beispiel Termine einberufen, dass wir die Bevölkerung einladen, dass sie offene Fragenrunden ans LSPD machen können. Also wir wollen das Verhältnis vom LSPD zum Bürger deutlich besser machen. Wie so eine Art PR-Beraterin, inklusive, dass man uns als Sekretärin zuarbeitet. Ja? Sehen Sie? Und das würde ich Ihnen anbieten. Um Gottes Willen. Also, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich danke Ihnen erst mal. Aber ich sehe mich da schon wieder nach zwei Monaten weint in der Ecke, weil mir das zu viel wird. Weil es wird viel sein. Es wird verdammt viel sein. Warum schnaufen Sie so tief? Oh, ich mich. Ja, aber das habe ich von Anfang an gesagt, als ich wieder herkam. Und ich finde, es bringt halt nichts, wenn ich jetzt sage, ja, und nach zwei Monaten sage ich, oh, nee, das ist doch nicht. Das fände ich irgendwie viel schlimmer. Aber Sie sind da, wo Sie gerade sind, zufrieden im LSPD? Schon. Okay. Ich bin gerade dabei, mir ein bisschen Gedanken zu machen bezüglich, Ich finde, also ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht, aber ich finde so aktuell, habe ich persönlich einfach das Gefühl, nicht, weil ich was gehört habe, sondern ich habe wieder das Gefühl, so ein bisschen angespannt, das Verhältnis zwischen den Kollegen. Vielleicht täuscht. Fühle ich auch so. Fühle ich auch so. Irgendwas liegt in der Luft immer. Ja, es fühlt sich auf jeden Fall wieder, es knistert einfach. Und es ist halt, es wird immer wieder so sein. Ist ja auch völlig normal. Das ist ein anstrengender Job. Ich würde mir tatsächlich mal Gedanken machen, weil ich in der Richtung gerne dem LSPD helfen würde. Okay. So eine Art Vertrauensperson. Habe ich ja auch schon mal gesagt. Ja, da sehe ich Sie auch. Die mögen Sie alle. Ich glaube, da könnte ich tatsächlich so ein bisschen aktiv mitwirken und das vielleicht beim einen oder anderen, zumindest wäre schon Erfolg genug, so ein bisschen verbessern. Soll ich Ihnen so ein Büro geben, wo Sie dann immer auf dem Stuhl sitzen und dann ist da noch ein, so eine Liege, wo Leute dann sitzen können und sich entlegen können und können dann über Ihre Probleme reden? Das ist mein Traum. So ein Liegestuhl. Da liegen Sie dann drin, ne? Ja, genau. Derjenige steht dann an der Tür. Nee, aber ich würde mir tatsächlich einfach mal die Tage so ein bisschen Gedanken machen und Ihnen da einfach mal was zukommen lassen. Einfach nochmal, wie ich mir das so vorstelle, was man da machen könnte, weil ich glaube auf Dauer, wir brauchen das, weil es wird immer wieder so eine mentale Stütze zum Tief geben, ja. Ja, finde ich gut. Aber halt was Anonymes auf jeden Fall. Das heißt, ich würde halt nicht in jedem Fall dann die Namen immer rausgeben wollen, weil sonst wird das nichts. Genau. Also es ist wie eine Feedbackstelle, die sich auch um die Leute kümmert, die sich nicht wohlfühlen. Genau. Also wirklich nur komplett so nebenbei für das Wohl der Kollegen, mehr oder minder. Okay. Ja, dann arbeiten Sie da was aus und wenn das uns zusagt, dann gerne. Auf jeden Fall. Okay. Gut. Dann würde ich mich runter machen in die Lobby. Wie lange sind Sie denn heute im Dienst? Open End, Sir. Okay. Geld leer? War die Reparatur teuer. 450 Dollar. Oh. Kriegen Sie von mir wieder. Nee, ach, alles gut. Ich habe gestern jemanden 7000 Dollar abgenommen. Doch, kriegen Sie von mir wieder. Was? Für die Wohnung? Wie, für die Wohnung? Moralisch verwerflich. Egal. Moralisch verwerflich, dass hier oben wieder Kinder rumrennen, Jerry. So. Ja, äh, okay. Schmeiß die mal raus. Frau Kollitz, nehmen Sie mal Ihre Kinder mit. Wo sind die denn wieder? Ja, die Racker. Wie heißen die denn? Äh, Jeremy. Und Pascal. Also mit J? 04, ja. Mit J. So, äh. Schalke. Ja. Ja, ich muss dann runtergehen. Was? Was ist Schalke? Kennen Sie das? Das ist ein Fußballverein. Echt? Huh. Haben Sie keine Ahnung von Fußball? Nee. Football. Wenn man international ein bisschen guckt, ist das schon ein sehr guter Verein. Also, wirklich. Echt? Sind die gut aufgestellt? Ja, ja. Hier, wie heißt das? Champions League. Boah. Da sehe ich uns. Die reißen da was. Ja, da gucken die auch immer gerne zu. Okay. Äh, gut, Frau Kollitz. Ich melde mich später nochmal bei Ihnen, ja? Ja, gut. Alles klar. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Wo geht's hier hin, unser Aktenengel? Schade. Er sollte ja keine Akten machen. Ich sehe da ja die Frau Stone. Ach, halt die Klappe. Können wir Termine machen? Nein, äh, ja, wen können wir noch nehmen? Boah, da muss, also, Tanaka will ich nicht aus der Administrativen rausnehmen eigentlich. Ich will ihn nicht noch mehr zumüllen. Der hat genug zu tun. Der macht ja schon freiwillig mehr als jemals einer gemacht hat. Ja, er ist, das wäre so eine Verschwendung, den für unsere persönliche Scheiße zu verwenden. Er ist einer der... Lass uns, lass uns das planen. Lass uns planen, wir machen eine Sprechstunde. Eine Bürgersprechstunde oder so. Ich will nicht, dass du, dass, dass du dich irgendwann so kaputt arbeitest, weißt du? Ja, aber das ist wirklich kein Vergleich mehr zu den Anfangszeiten nach dem Umzug. Ja, hat sich alles eingependelt, ne? Da brauchen wir wirklich zwei Leute. Jetzt, das kriegen wir schon hin. Okay. Wie fühlt sich das jetzt so an als alleiniger Assistant Chief, du Wichser? Boah, ich fühle mich so besonders. Also, weißt du, es bringt mich ja null weiter, dass der weg ist. Da habe ich ja nichts von. Deswegen ist... Ich würde niemals sagen, tu den weg. Da habe ich einfach nichts von. Höchstens mehr Arbeit. Sollte es zu viel werden, sage ich Bescheid. Aber wo ich hier ausgelaugt bin. Was hast du gestern Abend gemacht? Akten und danach bin ich dann noch, habe ich mich noch so ein bisschen gechillt am Strand. Sei doch mal ehrlich, was hast du gestern Abend gemacht? Ja, ich war mit drei Bienen am Strand, ne? Du warst mit drei Frauen am Strand? Natürlich. Warum? Hä? Ja, schön schwimmen gehen, ne? Bikinis, schön, war schön. Ja, und dann haben wir halt so ein bisschen gequatscht. Wer waren denn die drei Frauen? Also, Frau Stone? Ja. Wer noch? Nicht dein... Was denn? Harry. Bist du mit der Ex-Freundin vom Hill? Hast du ein Dreier gemacht? Dass er das losgemacht hat, ey, die ist gut. Nein, ich habe kein Dreier gemacht. Ich habe kein Dreier gemacht, so richtig. Wenn der das rauskriegt. Ich habe doch das so gut wie gar nicht angefasst. Wenn der das rauskriegt. Aber trotzdem, seine Freundin, war der wenigstens bekleidet? Ja, sie hat Bikinis an. Oh, Jerry, nein. Wer war noch dabei? Ich nix. Nein, ich habe meine Badehose an. Was ist das für ein Alimwasser? Die haben das als Schwimmnudel. Oh mein Gott. Die können nicht so gut schwimmen. Nein, da war noch eine, die heißt Ellie, aber die hat nichts mit dem Papp zu tun. Okay. Schwarzerige Blondine und Brunette. Wenn du das. Und habt ihr einfach gesagt, lass uns dreimal halbnackt am Strand? Also meine Idee war es nicht. Welche Idee war das? Warum frage ich überhaupt? Von den Frauen. Boah, das mit Frau Kisser ist schon hart. Wenn das der, der Hill ist ja extrem eifersüchtig. Drei Engel für Cassie. Aber für Cassie-Touch. Aber ist. Das ist eine Frechheit. Aber hör zu, ich sage dir das nur eine Sache. Das Problem ist, der Herr Hill war extrem eifersüchtig, als sie ja schon unten standen. Aber ich war doch mit meiner Freundin da. Ja, aber alter, ein Typ, drei Frauen. Wie sieht denn das aus? Halbnackt nach auf dem Strand. Das sah gut aus. Ja, für dich. Haben die für dich getanzt oder was? Was habt ihr denn da gemacht? Äh, Robben. Hä? Ja, die haben tatsächlich für mich getanzt. Wie zu bisserl war. War auch richtig ja detektivisch. Warum tanzen die denn für dich? Weil ich vielleicht ein bisschen traurig war. Ich habe so getanzt, wie ich traurig war. Kannst du mir mal zeigen, wie die getanzt haben, bitte? Nee, das kriege ich nicht hin. Zeig doch mal, Jerry, nur ein bisschen so. Das kriege ich da nicht hin. Versuch mal, so ein bisschen zu machen. Zeig mal. Ja, okay, die haben so einen Arm so rumgemacht und so. Nee, sehe ich jetzt nicht. Zeig mir doch mal mit den Hüften. Zeig mir das mit den Hüften mal. Zeig mir doch jetzt mal. Ob ich das hinkriege? Weiß ich gar nicht. Das schaffst du. Doch, da bin ich mir sicher. Zeig mal. Irgendwie so in diese Richtung. So gehe ich. Hör auf! Dass jemand sieht. Ich schmeiße und einer sitzt schief raus, der andere tanzt. Ich tanze ja. Ich habe mich jetzt nur locker gemacht. Was ist denn los, Mann? Und, äh... Ich habe nur ein Ballett gemacht. Warum haben die das für dich gemacht? Weil die mir vielleicht eine Freude machen wollten. Weil die mich alle drei geil finden. Ich weiß es nicht. Was kann ich denn dafür, dass ich ein Frauenmagnet bin? Oh nein. Ein Frauenmagnat. Wenn das der Hild rauskriegt. Aber ich habe doch nichts. Ja, aber darum geht es. Ey, wir haben vor dir halb nacht getanzt, Alter. Da war dann seine Ex-Freundin bei, die sich einen Tag vorher getrennt hat. Ja gut, was später im Schlafzimmer passiert ist, will ich jetzt ja auch gar nicht erzählen. Ja, interessiert mich auch gar nicht. Achso. Habt ihr auch manchmal so tiefgehende Gespräche, du und die April? Ja. Ja. Ja, und worüber redet ihr so? Über das Leben. Ja. Will wir auch manchmal auch tiefgehende Gespräche haben? Zwischen dem Bullshit. Wie mehr Bullshit, ne? Ist die Frau Stone eigentlich noch beim LSPD angemeldet? Arbeitet die eigentlich noch hier? Ja, warum denn nicht? Ich habe eine Frage an die. Kannst du mir ganz kurz ihre Telefonnummer geben? 5, 5, 5? Ja, mache ich. Die ist übrigens die beste Rekrutin laut Ausbildung, ne? Hat die auch nur beim Besten gelernt. Richtig, beim Johnson. Also, wie heißt die? Stone, ne? Pass mal auf. Ja, was weiß ich, mit wem ich gerade zusammen bin. 1, 0, 8. 1, 0, 8. 3, 6, 8. 3, 6, 8. Wir waren bei der Lustgrotte übrigens. Ja, Herr Weiß. Einen wunderschönen guten Abend, Frau Stone, Ihr Chief of Police. Ich bin in einem Ermittlungsfall, ich bin aktuell in einem Ermittlungsfall und mir wurde da geraten, ich soll Ihre Aussage nochmal ganz kurz aufnehmen. Okay, geht das um den Herrn Jeremiah Carsten? Nein, 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 nein. Warum, was ist mit Herrn Jeremiah Carsten? Ich weiß nicht, ich hatte das nur so im Gefühl. Um was geht es denn, Herr Weiß? Okay. Mir wurde zugetragen, dass Sie gestern bei der Lustgrotte waren und zu dritt halbnackt für einen alten Polizisten getanzt hat, der nackt war und ihm seinen Penis als Schwimmnudel ihm zur Verfügung gestellt hat. Stimmt das? Den Penis als Schwimmnudel? Das waren seine Worte. Sie können, Frau Stone, ich schwöre Ihnen um eine Milliarde Dollar, dass er das gerade gesagt hat. Hat er wirklich? Ja, natürlich, genau so ist das passiert, Herr Weiß. Warum haben Sie denn für den, was ist denn da passiert? Warum sind Sie, ich habe viele Fragen, warum laden Sie mich nicht ein? Ich hätte Sie gerne eingeladen, aber ich habe nicht an Sie gedacht. Schade. Herr Carsten meinte dann auch irgendwas mit Schlafzimmer? Was bei einem Schlafzimmer? Der sagt, das wollten Sie mir erzählen. Ach, ist das so? Das war noch, ich glaube, dass Sie das gar nicht wissen wollen, was bei uns im Schlafzimmer passiert, Herr Weiß. Der hat so ziemlich viele Kratzer aktuell im Gesicht. Er hat gesagt, er hat einen Motorradunfall, aber er hat da gar kein Motorrad. Ich habe aber eins, Herr Weiß. Aufgelegt. Der ist die Verbindung weg. Ja, ich bin im Tunnel gefahren. Der Helmut Müller hat mich angerufen. Will der jetzt von mir. Denk dran, nichts sagen. Ja, ja, ich weiß. Helmut Müller. Oh, da auch nichts sagen. Der WC, da müssen wir zum Kratzer. Und er weiß. Herr Müller. Wie geht's Ihnen? Gut, und Ihnen? Ja, auch ganz gut. Ich dachte, Sie melden sich mal. Habe ich versucht. Oder so. War besetzt. Einmal. Ja. Ach so. Das ist schon mehr als einmal. Gut. Demnach gehe ich davon aus, Sie haben alle meine SMS bekommen. Haben Sie mir eine geschrieben? Moment, ich rufe gleich zurück. Warum muss ich bei Ranzi immer lachen, wenn ich mit dem telefoniere? Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Immer, wenn ich mit dem telefoniere, endet das so. Ja. So. Haben Sie mir eine geschrieben? Ach, jetzt muss ich lese. Ja. Okay. Sie wollten mich auf die Blockierliste setzen? Ja, habe ich versucht. Hat aber nicht geklappt. Nee. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Hm. Sind Sie mir immer noch sauer wegen letztes Mal? Nee. Geht schon wieder, ne? Hm. Warum haben Sie mich denn angerufen? Habe ich vergessen, der weiß. Was macht Ihre Fliegerkarriere? Ja, ja, nix. Da fehlen zufälligerweise Lizenzen. Donjammer. Ihre Lizenzen oder von der Fluggesellschaft? Von der Fluggesellschaft. Dass Sie jemanden einstellen können, der mal einen Testflug macht oder so. Weil, äh. Naja, ist halt cool, wenn die Flugleute Piloten einstellen, aber die, die nicht fliegen lassen dürfen. Ja, das ist seltsam. Da muss das DOL mal ran. Ja, natürlich. Das DOL wird sich dann bestimmt rumküppern. Ja. Ja. Ähm. Sonst haben Sie nichts. Was machen Sie denn gerade? Ich hab gehört, Ihr Auto wurde verschrottet. Ja, das gefällt Ihnen, ne? Bisschen Chance stand bei uns hinten auf dem Paarplatz. Hab noch reingepinkelt hinten. Ach, das ist ja schön. Deswegen bin ich nämlich gerade vom PD. Gut, dass Sie mir das sagen. Ähm. Folgender Fall. Äh. Jemand von Homeland hat nämlich noch den Fahrzeugschlüssel und der sollte wieder abgegeben werden. Da ich hinten in meinem Kofferraum, äh, und davon gehe ich ja jetzt aus, dass Sie anscheinend den Schlüssel haben, noch meinen Rucksack habe und noch ein paar Sachen. Aber dann, die vollgepisst sind, können Sie mir die ja bestimmt ersetzen. Was war denn da drin? Ein Diamant? Ein riesiger Wanderrucksack? Nein, nein, ich bin da schon ehrlich. Ein riesiger Wanderrucksack, eine Axt, ähm, ein Pyjama und Klamotten. Und, was ganz wichtig ist, das Hackfleisch von Juni, welches ich gerne wieder hätte, auch mit Ihrer Pisse. Meinen Sie wirklich, dass ich da reingepinkelt hätte, Herr Müller? Ich traue Ihnen mittlerweile alles zu. Das Auto stand bei uns auf einem öffentlichen Paarplatz hinter dem LSPD tagsüber, habe ich es gesehen, wo ein Officer daneben stand. Meinen Sie, ich pisse dann in den Fahrzeug? Ja. Wenn ich das getan hätte, hätten Sie schon längst ein Foto bekommen. Mit mir in einem grenzenden Gesicht. Von mir. Ja, ja, verstehe. Ja. Ja, äh, gut. Wissen Sie denn recht zufällig, wer da den Schlüssel haben könnte? Weil ich würde diese Sachen vielleicht gerne wiederhaben, bevor das Fahrzeug verschrottet wird. Die müssten beim LSPD mal nachfragen, ob die einen Kontakt zur Homeland haben. Ich selber, äh, habe da jetzt kein... Ja, hab ich. Ja, und? Ja, weiß ich. Ich warte seit sechs Tagen. Ja, aber vielleicht ist es... Ich bin fast jeden Tag hier. Vielleicht ist das Auto schon zerschrottet worden. Mit den Sachen hinten drin? Weiß ich doch nicht. Ich war dafür nicht verantwortlich. Was wissen Sie eigentlich? Vieles. Zum Beispiel? Relevantes. Aua. Entschuldigung, das war gemein. Der ging tief. Das tut mir leid, Herr Müller. Das war die... Die Rache für Ihre böse SMS. Ja, ja, genau. Ich hab sie... Und dann schicken sie mich doch zur falschen Bar. Scheiße. Wie zur falschen Bar? Welche falsche Bar? Ja. Ja, sie haben gesagt, die soll in der Tiki-Lala kommen hinter dem Mülltonnen. Aber ich hab... Warten Sie, mir fällt da gerade mal was ein. Sie sagten, Sie haben sowas schon mal öfter gemacht. Leichen entsorgt. Ja. Okay, ich muss telefonieren. Dani! Danke nochmal für 100 Sub-Gifts! Und damit, Leute, geht der nächste zwei Stunden GDIP-Stream auf der Agenda. Haut mal bitte ein Hype für Dani in den Chat. 100 fucking Sub-Gifts. Rastet mal bitte aus. Wir sind bei fucking 4000 Sub-Gifts. Das heißt, machen wir aber die 5000 Leute auch noch Vollchat, oder? Also, wenn jeder von euch ein Sub reinhaut... Dankeschön, Leute. Ihr seid echt crazy, man. Ehre. Einmal für Dani ausrasten, Leute. 4000 wieder. Ihr seid so verrückt! Jerry? Ja. So. Ey, gleich kommt der Hype-Train. Und der ist instant auf Level 5, sag ich euch. King, Dankeschön. Äh, ja, 20 Uhr war das, ne? Ja, müssen wir jetzt so dran... Hast du was zu trinken dabei? Aber sicher doch. Ich kauf ja mittlerweile für zwei ein. Leute, ich sag euch, wenn der Hype-Train kommt, instant Level 5. X-Barrow, danke für 32 Monate! Worum geht's eigentlich da beim Gespräch? Wegen dem Post, ne? Ja, die sollen mir das nochmal bitte erklären. Jo. Ne, das ist ja, äh... Dani, danke für die weitere 10 Sub-Gifts! Ich hab' ich angemeldet von Frau Stone, irgendwas mit... Dankeschön! Lynn, danke auch nochmal für dein Sub-Gift! X-Barrow, danke für 32 Monate! Und Dani, danke für die 10 weiteren Sub-Gifts! Ja, was hat... Was ist mit Frau Stone? Drei! Ich hab' mich angerufen! Und? Ich hab' mir was von... Schwimm-Nudel-Penis erzählt! Nicht, dein Ernst! Doch! Aua! Ich glaube, Herr Pearson kommt noch nochmal in den Dienst, weil ich muss mit dem auch nochmal reden! Warum? Wegen Sorkin-Fall? Ja, der kriegt auch zwei Tage Urlaub! Drei! Ich find' das ist einfach ein gutes Zeichen, wenn die alle dreimal... Weil die immer ihren privaten Scheiß mit in den Dienst ziehen! Aber hat er überhaupt einen Fehler gemacht? Auch! Indem er damals zwei Stunden mit Frau Sorkin telefoniert, äh, sich im Auto gestritten hat, während McDavid hinten auf der Rückbank saß! Ja, ist das nicht zu spät dann jetzt? Ne, es geht um... Es geht um alles, Carsten, einfach! Wir sollen einfach mal Abstand gewinnen und ihren Job wieder mal respektieren! Elelina, dankeschön für dein Sub-Gift! Bienchen, danke für die fünf Sub-Gifts! Ah, der Halb-Train geht nicht an, Leute! Der will nicht! Der will nicht! Ich weiß nicht, was man dafür machen muss! Aber dankeschön, Leute! Vielen, 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 vielen Dank! Hallo! Ich werde mich darum bemühen, dass du schnellstmöglich an deinen Hack kommst! Oh, Collins, kommen Sie mal kurz mit! Oh! Hallo, Mike! Äh, ja! Haben Sie das mit Hild und Sorge mitbekommen? Nein! Okay! Ähm... Einen, Heiwut! Ich habe nur mitbekommen, Anderson sitzt... Herr Gemmel hat gesagt, ich soll sie nerven, ich brauche mein Hackfleisch! Äh, ja, warten Sie! Okay! Und wann ist das Ablaufdatum? Können Sie... Weil wir haben unten viel in der Asservatenkammer... Juni 2020! Okay, einen Moment, dann setzen Sie sich kurz hin, es kommt jemand sofort, ja? Der holt das! Einfach hinsetzen! Hackfleisch! Ich weiß aber... Ach so! Ähm... Ich erzähle Ihnen das nachher mal in Ruhe, ja? Meine Güte! Ich wäre fünf Jahre auf dieser Couch gewesen! Ich muss nur... Und niemand wäre gekommen, hätte ich nicht! Nein, es kommt gleich jemand, versprochen! Wenn nicht jemand kommt... Helmut, dein Blutdruck! Ja? Ja, es... Hast du mal fühlen? Es ist kurz... Ich fühlte mich so schon! Ich habe jetzt sowas abgefahren! Aber das... Hatten Sie auch was mit dem? Was heißt denn, hatten Sie auch? Hallo? Boah! Als wäre ich irgendwie die Bitch des BDs! Das hat der gerade gesagt! Ich lasse mich einteilen! Nein! Stopp! Nein, 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 nein! Also... Okay, lass mich nicht einteilen! Okay! Ich erzähle das nachher mal in Ruhe, ja? Ja, okay! Ihnen erzähle ich das nachher mal in Ruhe, Frau Collins! Okay, Chef! Und dann werden Sie sagen... So, meine Güte! Was eine Fickerei hier im LSPD passiert! Ja? Ja, bei mir ist das ja nicht mehr so! Einen wunderschönen... Hallo! Guten Tag! Was ist nicht mehr so? Ja, ich habe ja hier nichts mit dem Kollegen! Halte ich auch für eine sehr schlechte Idee! Finde ich auch! Aber gut! Man kann es den Leuten nicht verbieten, ne? Wo die Liebe denn seid? Ja, aber es geht darum, dass beinahe jemand gestorben wäre! Das ist schlecht! Mhm! Um 22 Uhr findet ja das Meeting statt, da erfahren Sie dann alles! Wichtige! Aber nicht die Kerngeschichte dahinter! Ja? Okay, alles klar! Das erzähle ich Ihnen dann privat! Okay, Chef! Bis nachher! Bis dann! Frau Collins, PD11! Er weiß! Müller, kam immer noch keiner! Nee! Okay, warten Sie! Der wurde gekündigt! Er kann ich nicht eh auf Ausbildung! Herr Gamble? Ja, Chief! Schicken Sie einen Mitarbeiter vom LSPD zu einem 24-7, der soll Motadella kaufen! Damit! Diese Motadella geben Sie Helmut Müller und sagen, dass das Hackfleisch leider schon verarbeitet wurde und dass die Reste sind! Ja, okay, habe ich verstanden! Das werde ich machen! Sie lachen, ich mache das! Ich weiß! Das ist das Problem! So! Sie kriegen gleich ihr Hackfleisch, ja? Zwei Minuten! Ja, endlich! Leute, der Hypertrain ist auf Level 4! Was ist passiert? Ich habe nicht hingeguckt! Hallo! Hallo! Ist der Herr Knussmann eigentlich wieder im Dienst? Morgen wieder! Ich vermisse ihn! Können Sie ihm sagen, dass ich ihn vermisse? Das werde ich gerne ausrichten! Schön! Wie geht es dem Herrn Popmeyer? Ich glaube, dem geht es gut! Er kommt heute, soviel ich weiß, ein bisschen später! Ich habe gehört, Sie haben ihn mal Heiratsantrag gemacht, hm? Ja! Glückwunsch! Und? Hat Carsten Ärger gekriegt? Warum? Achso! Weil er wegen dem Zuggerät! Nein, 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 alles gut! Ich finde, das ist doch eine schöne Sache! Und Herr Popmeyer ist auch ein sehr guter Mann! Es freut mich! Also wirklich! Ja, danke! Sie beide passen ja auch wie gemalt zueinander, ja? Wie gemalt, okay! Wie gemalt! Herr Weiß, Sie haben den mal weg, Sie haben da einen Fussel! Oh! Besser so? Ja! Vielen Dank! Jetzt sieht wieder ordentlich aus! Dankeschön! Gut, dann, ne? Guten Dienst und so! Tschö! Dankeschön! Leute, was ist gerade los mit dem Hype-Train? Ich habe nicht hingeguckt! Ich lese das gleich alles vor! Was ist denn heute mit euch, Chat? Was passiert hier heute im Stream? Einfach Level 4! Wollen wir erstmal Hass schüren! So, also dann zum MD, ne? Mhm! Hier links! Links? Ja, da kannst du direkt und Highway parallel fahren! Da kommst du beim MD raus! Achso! Ja! 100 fahren! Leute, ich lese gleich alles vor, ja? Ich, äh... Boah, ich weiß nicht, was ich gerade sagen soll! Ihr seid bescheuert! Ihr seid so hart bescheuert heute! Ja, ich guck mal, ich weiß nicht, ob der 12 am Sonntag stattfindet, aber eventuell dann, ja? 12 Stunden geht die ARP am Sonntag! Aber ist noch nicht sicher! Steht dann auf Twitter! Ach, ich war jetzt einfach hier lang, komm! Ja, ist gut! Leute, hört auf! Was ist hier los? Was passiert hier gerade im Chat? Ein Anruf, unbekannte Nummer! Kassen? Die neuen Sirenen sind da, habt ihr gehört, Leute? Leute, was geht hier gerade ab mit euch? Ich feiere die neuen Sirenen, oder? So ein richtig Army-Feeling! Wir sind schon im Auto, gleich da! Leute, was ist im Chat denn gerade los? Warum? Na, warum bleiben sie denn? Ist der gerade zu dir gesagt? Irgend so ein Professor! Ja, ich sag, wir sind auf dem Weg, wir sind auf Anfahrt, ja, da drückt ich drum! Wieder an, aufgelegt! Was zur Hölle? Ich freu mich! Ja! Oh, ich freu mich, ich hab so Bock! Wolltest du noch ein bisschen Zeit lassen? Ich werde ihm dann mal erklären, dass es bei der Polizei immer so eine Sache ist, ne? Mit Termin, dass es auch mal fünf Minuten sein kann. Und wenn gerade einer umgebracht wird... Pass auf, sonst kriegst du eine Klage wegen Dienstinterner, sag einfach gar nichts! Ist doch kein Dienstinterner, das ist jetzt nur ein Beispiel! Hier, ich wollte er nicht drehen. Ich schlöff es auch da. Warum? Ja, stimmt. Leute, was ist los mit euch? Der Hyptrain ist einfach auf Level 4! Nebenbei! Ich werde gleich alles vorlesen, Chat, in einer ruhigen Sekunde, ja? Ja, bitte? Sie haben mich verarscht, oder? Ne, es ist jemand auf dem Weg! Sie müssen sich gedulden! Na gut! Ne, das war tatsächlich Helmut Müller, der will irgendwie sein Rindfleisch wieder haben, oder so? Nein, fragt mich nicht! Dachte schon wieder einer vom MD! Leute, was seid ihr für eine tolle Community! Vielen, vielen Dank! Was arbeiten hier viele? Wie hieß der Mann am Telefon? Irgendein Professor! Hallo! Wir müssen zur Leitung, ganz einfach! Na, Ben! Hallo! Wir haben einen Termin bei der Leitung des MDs, beziehungsweise des FDs. Ja! Leute, hört auf! Das muss ich gleich zwei Zwölfer machen, hört auf! Ja, wir haben die höchsten Ränge im Dienst praktisch, vom FD und MD. Ich bringe die Herrschaften hoch. Professor, machst du? Ja, ich bringe sie hoch. Dankeschön. Dann einmal mehr nach. Natürlich, Ma'am. Dankeschön! Leute, Mann, ey! Was ist nur heute los in diesem Stream hier? Mods, könnt ihr mir mal sagen, wie viele Subs und Bits das heute sind? Das ist... Boah! Wir sind bei 4070 einfach. Ich habe gesagt, wir schaffen das nicht mehr. Ich sollte diese Community niemals unterschätzen. Jetzt wird es, glaube ich, renten, Leute. Jetzt wird es unangenehm. Dani ist echt... Dani hat 424 Subs! Alter! Jetzt wird es richtig unangenehm, Leute. Seid ihr bereit für Shots, Leute? Einen ganz kurzen Moment. Natürlich. Dankeschön. Harry, lass dir mal ein bisschen zeigen, wer hier der King in der Stadt ist, ne? Mhm, mhm, mhm. King auch, ey. Du bist der mit den Sternen am Kragen. Du bist mein Azubi. Du bist... Du musst das jetzt von Chef zu Chef machen, Walter, ne? Nö. Wir beide. Ja. Ähm, ich würde eben nochmal bitten, einmal kurz... Okay, sie werden schon reingeholt. Hallo? Guten Abend. Guten Abend. Okay, ich gehe wieder runter. Ja, natürlich. Danke schön. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Na, wie geht's Ihnen? Guten Abend. Ja, äh, tendenziell ganz gut, würde ich sagen. Schön. Das freut uns. Ja, bitte? Genau. Ähm, grundlegend vorweg. Ich, äh, bin ja persönlich ein sehr schöner, sehr großer Freund davon, ähm, eine Kooperation zwischen MD, FD und so zu halten, oder auch zwischen dem PD. Ähm, wenn dann aber mit uns ein Termin ihrerseits um 20 Uhr vereinbart wird, und sie kommen hier um 20.10 Uhr rein, ist das für uns natürlich, äh, nicht sehr prickelnd. Da würde ich vielleicht zukünftig drum bitten, dass sie pünktlich kommen, wenn sie hier schon einen Termin beantworten. Gassen. Ja, ist gar kein Problem, Sir. Vielen Dank. Manchmal wird halt einer noch erstoffen, das ist immer unangenehm. Das kennen Sie sicherlich auch. Ja, aber da haben Sie ja eine Leitstelle, die dann im Zweifel, der man im Zweifel sagen kann, dass sie hier anrufen soll. Die, die, die Zeit sollte man auf Antwort ja eigentlich haben. Sollen wir dann also tatsächlich das, äh, den Notruf belegen lassen, wegen 10 Minuten? Ja, Sie haben ja nicht nur eine Person der Leitstelle. Das spielt ja jetzt auch keine Rolle. Sie haben das jetzt hier schön rausgelassen, das ist auch wunderbar und der perfekte Start für so ein Gespräch, finde ich sehr gut. Gut, ich auch. Gute Grundlage. Ähm, wollen wir mit Ihren Themen beginnen, oder sollen wir mit unseren Themen beginnen? Ähm, legen Sie mal los. Ähm, Herr Riker. Also, ach so, das, also das Einzige, was ich, ich habe eigentlich nur ein Thema, ähm, das, äh, das, äh, uns hätte vielleicht sagen sollen, dass Herr Hill nicht mehr, ähm, in der, ich weiß es nicht, also, uns wurde nur gesagt, er ist nicht mehr für solche Tätigkeiten, äh, da. Wer hat Ihnen das denn gesagt? Also, wir haben ihn persönlich angerufen, weil es ging um den Termin, wir wollten quasi Herrn Hill fragen, weil er war ja quasi der Ausführende für den Termin. Und wir wollten ihn quasi fragen, ob wir zu Ihnen kommen sollen oder ob Sie hier hinkommen. Mhm. Und daraufhin wurde uns nur gesagt, er sei dafür nicht mehr zuständig. Deswegen, äh, vielleicht nur, wenn sich irgendwas in der Führung ändert, dass sie das kurz irgendwie, weiß ich nicht, per Venture-Mail oder so, weil ich bin ehrlich zu Ihnen, hätte Herr Hill mich zum Beispiel heute angerufen, hätte er rein theoretisch von mir Informationen bekommen, weil er ja hier bei uns als Assistant Chief hinterlegt ist, wir wissen, was ich meine. Genau, ähm, naja, das Problem ist aktuell, dass gewisse Entscheidungen im LSPD nicht mal den Officern zugänglich gemacht wurden und wir um 22 Uhr ein internes Briefing haben deswegen und deswegen sollte das eher in den Fokus gerückt werden, wissen Sie. Also, das ist... Also, das hat sich jetzt quasi überschnitten. Genau, richtig, richtig. Ah, okay, verstehe. Ja, also, ich verstehe Ihren Standpunkt, da haben Sie auch absolut recht und das sollte natürlich auch der Fall sein, aber jetzt gerade war es leider eine Überschneidung da, wie Sie schon sagen, ne? Ja, alles gut. Genau. Wir hätten Sie sofort ein Kenntnis jetzt. Aber danke auf jeden Fall für das Feedback, da haben Sie absolut recht, klar. Ja, das wäre es eigentlich von mir. Wie gesagt, ich bin nur hier, weil Sie um die Leitung des SMD gebeten haben. Ich bin gespannt. Okay, äh, gut, sonst hat keiner was von Ihnen? Herr Galten, haben Sie was seitens FDs? Nee, tatsächlich nicht, nein. Okay, äh, Frau O'Reilly. Ja, bitte. Welche Spendensuppen haben Sie denn jetzt zusammenbekommen? Es sind am Ende, ähm, um die 27.000 gewesen. Wow. Okay, das ist ja schon mal ein Anfang. Das müssen wir auf jeden Fall erhöhen, ja? Das LSPD-Geld haben Sie auch bekommen? Ja. Wunderbar. Habe ich bekommen, dankeschön. Ähm, ich würde schön finden, wenn Sie Wiesel News kontaktieren würden und würden ähm, der Bevölkerung praktisch das mit auf den Weg, also jetzt nicht, dass das LSPD was gespendet hat, sondern welche tolle Summe dabei entstanden ist und ich glaube, ne, das... Ich habe das schon über Venture auf jeden Fall schon kommuniziert. Okay. Und ich habe da auch noch vor, mich, äh, nochmal bei Herrn Daniels zu melden. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall, cool. Freut mich, dass es, äh, dass es dann doch so einen Effekt hätte. Genau, aber warum wir hier sind, ist Folgendes. Äh, da können Sie wahrscheinlich alle gar nichts führen. Das tut mir auch wirklich leid, dass wir Sie mit so etwas behelligen müssen. Ähm, wir vom LSPD sind natürlich immer stets bestrebt, eine Kooperation mit dem FD, MD, die OL und auch dem LSPD zu führen. Ähm, wir haben, wie Sie wissen, einen sehr hohen Verwaltungsapparat beim LSPD, ja, ist, äh, Fahrzeuge werden umgemeldet und so weiter und so fort. Ich sage Ihnen, der bürokratische Anteil beim LSPD ist wirklich immens. Inzwischen beschäftigt das LSPD um die 50 Mitarbeiter, ja, ich würde fast schon sagen 60, ja, das sind verschiedene Schichten und so weiter und so fort. Ähm, aufgrund dessen haben wir uns entschlossen, ähm, gewisse Gebühren zu erheben, äh, in bestimmten Bereichen. Es sollten eigentlich deutlich mehr sein, aber wir haben davon abgeraten und haben uns auf einen kleinen Teil beschränkt, um das zu refinanzieren, um die Stadt sicher zu machen, um die Polizei besser auszurüsten und so weiter und so fort. Ähm, als wir dann die Bevölkerung darüber informiert haben, war uns natürlich vollkommen bewusst, dass es keinen guten Anklang finden wird und dass die Leute sich darüber ärgern. Und das ist natürlich ganz klar, weil das LSPD steht ja ja letztendlich immer als Spaßbremse in der Stadt da, ne, wenn die Leute, ja. Äh, dem, wie dem auch sei, hätten wir uns vom LSPD Folgendes gewünscht, dass uns unser Partner, unser Verbündeter in dem Fall hier in der Stadt, das FD-MD, ähm, kein Messer an den Rücken rammt. Es kam ein Post online, äh, auf Venture, wo die Führung des FDs sich über uns aufgeregt hat, beziehungsweise sich über uns lustig gemacht hat. Ja, ich weiß, das ist, äh, Mitarbeiter sind schon an mich herangetreten, ähm, ich muss das, äh, leider, und das mach ich eigentlich ungern, das wissen meine Mitschreiter ja auch, ähm, ich trenne eigentlich ungern das LSMD von dem FD, ähm, aber Mitarbeiter... Nein, nein, da müssen wir das MD rausnehmen. Genau, also das ist tatsächlich, Mitarbeiter vom MD sind irgendwie zugekommen, haben halt auch gesagt, äh, ja, ich glaube, sie hatten das auch erst mal mit ihrem Privataccount gepostet, Herr Weiß. Mhm. Genau, und, äh, da wurde, hat ein Mitarbeiter zu mir gesagt, äh, ja, ähm, Herr Professor, ich bin mir da nicht so sicher, aber das kann doch eigentlich nicht sein, und ich musste meinen Mitarbeitern auch Recht geben, ob man ihrer Meinung ist, ja oder nein, das hätte ja nicht in der Öffentlichkeit so passieren dürfen, auf gar keinen Fall. Meine Aussage oder der Post? Also der Post des Eftis, da muss ich ihnen Recht geben, das ist, äh, wir müssen als, äh, in der Öffentlichkeit immer noch als Team fungieren und nicht, ähm, gegeneinander in einem öffentlichen, und auch noch in einem Bereich, wo wir es nicht unter vier Augen gemacht haben, sondern der geballten Öffentlichkeit dieses Staates. Ja, und das hat uns dann natürlich immens irritiert, und das hat sehr viele Officer natürlich auch, äh, in der Situation gebracht, und man hat sich gefragt, was ist da jetzt passiert? Wissen Sie, ähm, ich könnte natürlich jetzt ganz gemein sein, in diesem Post stand ja drin, dass Efti, äh, nimmt, und das, also das Efti nimmt, ne, kommt vorbei und behandelt, hilft, aber ist es nicht, dass Efti und die, die dann letztendlich Geld kassieren für eine Behandlung, und wir nicht? Wir sind genauso, also, wir sind ja nicht, also ich gebe Ihnen recht, Herr Weiß, wir sind ja nicht anders, für jede Tätigkeit, die wir machen, nehmen wir Geld, ob wir mit einem Rettungswagen rausfahren, oder ob wir sie behandeln hier, oder ob wir sie operieren, wir müssen für alles Geld bezahlen. Also, dass sie das machen, das können sie ja machen, ich, äh, ist ja ein, ähm, naja, gut, für den polizeilichen Alltag, also für die Hilfe der Polizei, wie da keine Gebühr verlangt, es geht ja um einen bürokratischen Aufwand, wissen Sie? Ja, ja, verstehe ich auch, alles gut. Ähm, aber ich finde es, also wie gesagt, mich freut es, dass man das erklären konnte, Herr Carsten, haben Sie noch etwas dazu zu sagen? Das, äh, ich, ich möchte vielleicht nochmal eben seitens Efti was, äh, dazu sagen. Ja, wo ist denn? Ähm, ich kann mich jetzt, äh, ich will mich gar nicht irgendwie aus der Affäre ziehen oder so, diese, dieser Post, der wurde ohne meines Wissens veröffentlicht, ähm, aber dennoch möchte ich mich erstmal in aller Form entschuldigen für diesen Post. Nehmen wir an, natürlich. In, äh, seitens FDs, ähm, ich glaube, dieser Post wurde im Großen und Ganzen ganz blöd formuliert, wenn ich das mal so sagen darf. Äh? Ähm, im Endeffekt hat das, äh, unser, oder mein Chief, äh, veröffentlicht und, ähm, er, er muss dann sich mal eben erklären. Er ist jetzt leider natürlich nicht im Dienst, ähm, aber wenn Sie nochmal eben Rücksprache mit Herrn Wurt forthalten würden, das, das wäre mir ganz angenehm. Ich würde mir, äh, von Ihnen als, als kleinen, als kleine Wiedergutmachung wünschen, dass Sie bitte, ähm, sich in der Öffentlichkeit für diese Aussage entschuldigen. Jawohl, das machen wir auf jeden Fall. Wunderbar, dann sind wir auch damit konform und ich glaube, dann sind Ihre Mitarbeiter, glaube ich, auch ziemlich damit happy und sehen, dass Sie da hinterstehen. Die Leute sehen alle, dass wir doch Hand in Hand arbeiten und sind alle ziemlich glücklich. Dass wir an einem Strang ziehen, ne? Genau, richtig. Genau, da müssen wir wieder hin. Oh, einen Strang, da ich Sie als Chef mal hier habe. Jawohl, Sir. Ähm, möchte ich gerne Ihre Mitarbeiter, ähm, vorweg den Herrn Popmeier und, ähm, den Herrn Muschera loben. Da, ähm, hat in den letzten Tagen gerade, Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen, diese, ähm, Situation von vier Toten auf dieser Geschichte am Hafen. Ähm, also auch da hat die, ähm, Zusammenarbeit mit Herrn Popmeier unglaublich gut funktioniert. Und auch Herr Muschera hat uns hier in einer internen Ermittlung sehr, sehr gut geholfen. Ähm, sehr schön. Da hat die Kommunikation sehr, sehr gut mit den beiden Kollegen, äh, funktioniert, ja. Das ist wirklich, wie geht man raus? Okay, das Lob, das Lob gebe ich auch weiter. Die beiden sind ja auch dementsprechend auf ihren Positionen, weil ich vertraue denen auch 100 Prozent und ich weiß, das sind genau die Richtigen. Ähm, aber das gebe ich dir natürlich weiter und das lassen wir natürlich immer in unsere Beförderung mit einfließen, wenn das auch von Ihnen jetzt kommt, ja. Das, äh, hat natürlich sehr viel Gewicht. Ähm, genau. Ja, O'Reilly, äh, Frau, Mrs. O'Reilly, ich hatte noch eine Frage. Sind Sie zufälligerweise auch für die, für den psychologischen Aspekt beim LSP, äh, beim MD zuständig? Ja, durchaus. Okay, da hätte ich gleich noch ein Anliegen an Sie. Das würde ich dann mit Ihnen, äh, unter sechs Augen mit Herrn Carsten gleich mal besprechen. Ähm. Ähm, ansonsten, ähm, danke ich Ihnen, ja, äh, für das nette Gespräch auf jeden Fall, falls Sie nichts mehr auf, falls Sie nichts mehr haben, was Sie beschäftigt gegenüber des LSPDs. Und, äh, würde dann gerne mit Frau O'Reilly nochmal kurz reden, ja. Ja, aber wir können uns feststellen, dass Herr Hill aus IE... Ja, richtig. Also, Herr Hill arbeitet noch beim LSPD, ist allerdings nicht mehr in der Führung des LSPDs tätig. Korrekt, alles klar. Gut, wir wissen es schon. Ja, alles klar. Wenn Sie Ihren Ansprechpartner brauchen, entweder direkt an mich wenden, ja, oder Sie wenden sich an Herrn Carsten, Assistant Chief Carsten. Ich kann Ihnen gerne nochmal, haben Sie meine Telefonnummer? Ähm, Ihre wurde gerade genannt, ja. Wunderbar, ähm, wunderbar, ich gebe Ihnen die nochmal, dann haben Sie die auch nochmal da, das ist die, dreimal die 5, 8, 6, 1, 5, 5, 9. Okay, und, ähm, Herr Carsten, könnten wir Ihre vielleicht auch, wenn Sie dann mal nicht da sind, Herr Weiß? Ja, natürlich. Ähm, und 9, 7, 4? Ja, ich ebenso. Was wissen Sie? Ich glaube, dann ist das ein Fehler bei unserem System. Genau, ich hatte sie vorhin versucht zu erreichen. Und wir haben bei unserem System nämlich die 5, 9, 9 hinterlegt. Ah, 5, 9, 9, wie kommen Sie denn auf die 9, 9 am Schluss? Das war eine Dienstnummer tatsächlich. Interessant. Wir werden das abändern bei unserem System. Ja, das wäre gut. Vielleicht haben Sie, ich weiß, dass Ihre Officer gerne Ihre Telefonnummer sagen und am Ende die PD-Nummer. Aber wollen Sie jetzt meine Nummer noch? Ja, gerne. Ja, das wäre nicht schlecht. 9, 7, 4? Ja. 8, 2, 8. Super. Gut, dann, ähm, vielen Dank und Mrs. O'Reilly, wir folgen Ihnen dann, ja? Gentlemen, haben Sie noch einen schönen Abend, ja? Schönen Abend, Ihnen. Danke für das nette Gespräch. Bis dann. Wir können direkt in das Büro hier links. Perfekt. Wunderbar. Genau, es geht um Folgendes, Ma'am. Ich würde es begrüßen, wenn Sie sich der Sache eventuell persönlich annehmen oder das jemandem geben, denen Sie sehr viel Verantwortung zutrauen. Kürzlich war hier eine Mitarbeiterin bezüglich eines Vorfalls, also vom LSPD eine Mitarbeiterin wegen eines Vorfalls hier im Krankenhaus. Ähm, da gibt es auch medizinische Unterlagen und so weiter, darum geht es gar nicht. Die Mitarbeiterin wird von uns jetzt in einem Disziplinarverfahren darauf hingewiesen, dass sie beim MD bitte eine, ja, ein Gespräch sucht über eine Woche hinweg, ja? Ja, also ein psychologisches Gespräch, da die Person auf jeden Fall auf diese Hilfe meiner Meinung nach angewiesen ist und wir würden die Person erst wieder in den Dienst stellen, wenn sie uns dafür die Bescheinigung geben. Wenn die Person hier nicht erscheint, werden wir die Person auch nicht in den Dienst stellen. Darf ich fragen, um wen es sicher nicht? Wissen Sie, ich bin ziemlich vorsichtig geworden, was Datenschutz betrifft, deswegen. Naja, der Punkt ist der, ich frage aus dem Grund, weil wir vier Personen in den Eignungstests hatten, die den Testen gestanden haben, aber sie waren von denen als das. Nein, 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 niemand aus dem Eignungstest, ist schon jemand, der länger beim LSPD ist. Okay, alles klar. Genau, und genau, die Person wird sich ja freiwillig melden, mit ihnen reden. Wie gesagt, wenn keiner erscheint, würde ich es begrüßen, wenn sie uns darüber irgendwann in den nächsten Tagen Herrn Carsten oder mich in Kenntnis setzt und sagen, hier war keiner, ja? Naja, ich müsste ja wissen, ob die Meldung dann sozusagen von jemandem vom PD kommt oder halt von außerhalb, weil ich kenne ja nicht alle Officer bei Ihnen. Ja, aber die Person kriegt von mir eine Nachricht, die Sie nur erfahren können, ja? Dann sollten Sie wissen, dass die Person da, wie so ein Schlüsselwort. Die soll einfach sagen, der Chief schickt mich und dann wissen Sie, was schreibt. Gut, dann ist es die Person. Genau, und auf Ihren Empfehlungen hin werden wir die Person dann entweder in den Dienst stellen oder nicht, ja? Genau. Okay? Gut, dann weiß ich da Bescheid. Mrs. O'Reilly, dann danke ich Ihnen. Und wie gesagt, es hat mich sehr gefreut, dass Sie so eine hohe Spendensumme bekommen haben. Wir würden das natürlich immer wieder gerne mit Ihnen veranstalten, ja, weil wir sehen ja, dass da auf jeden Fall die Nachfrage ist. Und mal schauen, dass wir das auf jeden Fall bald mal wiederholen, ne? Das hoffe ich doch. Ich bin auch schon in Planung von einem nächsten Event, mehr oder weniger, auch nochmal in Kombination vielleicht mit einer Blutspendenaktion. Schön. Was ja auch zu Thanksgiving eigentlich ganz gut ankam. Genau, wenn Sie da Hilfe brauchen, dass ein paar Officer auf jeden Fall mit gutem Beispiel vorangehen, ne, dann melden wir uns. Also würden wir das auch öffentlich kommunizieren, dass wir da ein paar Kollegen haben und dann motiviert das bestimmt auch noch ein paar Leute da vorbeizuschauen. Weiß ich Bescheid, danke schön. Gut, wie kommen wir jetzt aus diesem prächtigen Gebäude wieder raus? Das ist ganz einfach, ich zeige es Ihnen. Okay, wunderbar, danke schön. Das lief doch ganz gut. Was ist denn los heute mit euch, Alter? Chat? What the fuck? Die müssen sich öffentlich entschuldigen, das ist schon eine Denunzierung, ne? Also aktuell baut sich das PD einen sehr, sehr guten Ruf auf, habe ich das Gefühl. Daran müssen wir weiterarbeiten. Immer weiter, immer weiter. Wir lieben dich, Dani. Komm mal. Dankeschön. Ja, hier, bitteschön. Dann haben Sie noch einen schönen Abend, ja? Ebenso, danke schön. Das ist gut, tschüss. Wiedersehen. Du musst ja fast wie beim PD, wie viele hinter der Leitstelle stehen. Hallo? Haben Sie noch einen schönen Abend, alle, ja? Bleiben Sie gesund. Lassen Sie sich nicht ärgern. Tschüss. Tschüss. Das ist ein bisschen unheimlich so freundlich. Haben wir das gut gemacht? Ja. Schade, dass der nicht da war, der Woodford. Jerry, ich muss sagen, am Anfang habe ich das Gefühl, die Leidenschaft, Feuer in deinen Augen, ne? Ich dachte, du warst so ein richtig dreckiger Wichser, aber das hast du gut gemacht. Ja, ich wollte auch. Da ist unser Auto. Oh. Wollte auch. Ich hatte Bock, aber... Hab ich gemerkt. Der Woodford, schade, dass der nicht da war. Ja, hätte er das Holz gebrannt, ey. Der ist der Verantwortliche halt. Ja, ja. Aber jetzt müssen sie sich öffentlich entschuldigen, ne? Ja, weil warten wir mal, ob es kommt eine Woche. Ja, aber ich werde drauf... Das mit Vorsorgen ist, glaube ich, auch ein guter Move. Ja. Ich hoffe, dass der Pierce 9 in den Dienst kommt. Personos. 99 für Leitstelle kommen. Nee, umgekehrt. Leitstelle für die 99 kommen. Du hast recht, Entschuldigung. Ja, hört sie, komm. Die PD 73 und die PD 99 bilden nun eine Streife. Wir brauchen eine Streifenzuweisung, komm. Sie sind Streife 13, kommen. Au. Somit, unser Kennzeichen lautet, PD 73 übernimmt. Das Kennzeichen lautet, das Kennzeichen lautet, Q, E, X, Q, Y, kommen. Q, E, X, Q, Y, kommen. Korrekt. Streife 13 Ende. Haben wir 13 Streife im Dienst? Boah, hast ne geile Karre. Haben wir nicht? Nee, da war vorhin, Streife 2 war noch falsch. Lass 1, wieder aktiv, ab zu Börben, Alter. Mal links, drei Frauen, willst du hin? Ab zum Stand. Heute haben wir noch einen Stringtanger. Leitstelle für die Streife 13 kommen. 40, komm. Wie viele aktive Streifen sind gerade im Dienst, komm. Derzeit mit Ihnen vier Streifen, komm. Hä? Warum sind wir da in Streife 13? Check. Streife 13 Ende. Keine Ahnung. Der Gamble will schon wissen, was der macht. Oder auch nicht. Weil es eigentlich auch egal ist, welche Nummer man hat. Das wäre schon gut für die Übersicht, wie viel man so einen Dienst hat, wenn die Nummern stimmen würden. Streife 13, 20, ab. So, den töten wir jetzt. Ich bin sehr diplomatisch in den letzten Tagen. Ja, Wahnsinn. Das war richtig gut. Dann gehst du nochmal zur Leitstelle und wünschst allen einen schönen Abend. Und so, richtig. Bist du noch da mal, Jerry? Da hättest du noch alle beleidigt. Tschüss, ihr Torfnasen. Guck mal links. Ja, das ist... Eigentlich ein geschichtsträchtiges Gebäude in Los Santos. Ja, da war meine Highschool früher drin. Echt? Ja, ja. Aber die waren namenslos, ne? So, weiter. Achso, das... McGill und Olsen haben gestern vollendet die Tankstellen am Jachthafen für unsere Boden. Haben die umgebaut und so. Oh, sehr nett. Sieht man mit 1000? Oh, no. Ja, rechnen wir vor, aber würde ich dann überweisen, ne? Ja. Gut, dass ich glaube, das scheitmeist. Du hast, glaube ich, den kompletten Zugriff auf das LSPD-Konto, ne? Ja, ich habe alle Konten. Carsten, ich wünsche mir nur eine Sache von dir. Eine einzige, okay? Kannst du den mal ganz kurz an deine Kolette kratzen? Sonst schlägt dein Arm gleich ein, wenn du... So. Ich würde mir wünschen, dass du die Kommunikation etwas verbesserst und dass du aufmerksamer wirst. Mehr nicht. Was hast du gesagt? Nein. Ja, ja. Du denkst... Herr Chief. Herr Johnson, haben Sie gerade gesungen? Einen Moment, Herr Kass. Haben Sie gerade gesungen? Ich habe gerade vor mich hergesungen, so vor Weihnachten ist nach Weihnachten. Oder so ähnlich. Ja. Und zwar, ich wollte Sie nur daran erinnern, dass der Bad Guan Hoy für die 21.40 Einladungsgruppe ist, damit Sie das halt zeitlich auf dem Schirm haben. 21.40 ist er da. Korrekt. Da kommt ja die nächste Gruppe, die Bündner-Gruppe, zum Bewerbungsgespräch. Okay, wo muss ich denn... Achso, der ist beim... Achso. Okay. Ja gut, 21.40. Ja? Bin ich im... Werden die da sein. Aber das Ding ist, wir haben ja um 22 Uhr die Besprechung. Die ist wichtig, ja. Das denke ich mir. Ich habe eine Person heute schon auch getroffen an der Tankstelle gerade. Der Hill. Ja. Ja. Was hat er Ihnen denn erzählt? Für alle weiteren Fragen soll ich mich an Sie wenden. Das hat er gesagt? Ja. Haben Sie Frau Sorking zufälligerweise schon gesehen? So negativ. Warum warst du mit dir? Nö, nö, ich suche die auch. Deswegen, weil ich auch mit ihr ein Gespräch noch habe. Okay. Also ich habe sie heute noch nicht gesehen. Die Männer, habt ihr die Frau Sorking heute gesehen? Jo. Reiner von der Ausbildung hat die bis heute gesehen. Tatsächlich. Okay. Bringen Sie bitte alle Rekruten, alle Leute, die im Dienst sind, mit zu dieser Besprechung, weil die ist sehr, 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 sehr wichtig. Alle Leute, die Bewerber, die sollen dann bitte vor dem LSPD warten, weil auch die Leitsteller bei dieser Besprechung dabei sein muss. Ja? Okay, gut. Das Gute ist, rein theoretisch wird dann, dass sie gerade die frische Gruppe sein, ähm, Glauben hinkriegen. Ja. Alles klar. Äh, und die Ausbildungsgruppe wird wahrscheinlich dann auch fertig sein, ansonsten werde ich dann White Bescheid sagen, dass er dann dementsprechend das einrichten möchte. Super, Herr Johnson. Und vielen Dank, ja? Ja, alles klar, kein Problem. Bis gleich. Bis nachher. Er hat am Telefon gesungen. Er hat nie gesungen. Na, 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 na. Hallo, Herr Chief. Wir reden von Herrn Johnson. Vielleicht hat er sich damit beruhigt, weil er sonst ausflippt. Gibt's ja auch. Äh, nee, ich würde mir wünschen, also, dass du ein bisschen aufmerksamer wirst. Und, äh, die Kommunikation muss gut laufen, weißt du? Weil wir sind jetzt, also wir sind jetzt Partner denn je, Carsten. Wir waren beide noch nie, waren wir schon mal alleine im LSPD? Ja, ja, ja. Ja, aber das ging ja nicht gut aus. Doch. Ganz früher schon und so. Ja, früher, aber ich meine, seit wir umgezogen sind. Da waren wir, nee, da gab's mindestens noch wenigstens so einen Commander, ne? Genau, und jetzt sind wir Partner. Und ich verlasse mich 100% auf dich. Ja, das kannst du auch, du wirst sehen. Aber das wirkt manchmal auch nur so, als wenn ich nicht zuhöre. Dann, du erzählst mir was und ich denke dann auch darüber nach. Streife 3, ja, zieh, kommen. Dann sagst du, was sagst du? Ich so, ja, 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 ja. Nein, mal den Schlaffang anfahren. Aber ich schwöre schon. Der Blitz meldet Kollision mit Streifenfahrzeug, was anscheinend von einem Parkplatz auf die Straße gerollt ist. Kommt. Aber ich wünsche mir auch, wenn wir was besprechen, da läuft ein Beispiel mal so ein Herr Müller vorbei, dass du dann plötzlich dich umdreht und weggehst mit dem Gespräch. Nein, nein, okay, hast du recht. Ja, ja, ist okay. Ja, aber manchmal kommt der einfach und labert mich zu. Ja, du kannst den grundsätzlich auch zurück und bin gleich bei Ihnen oder so, dass wir kurz... Ja, das stimmt. Das ist zu Ende bringen, gut. Und dann wünsche ich mir mehr Freizeit mit dir. Ja? Hört sie kommen? Willst du fummeln? Ja, jetzt lass mal Alge, damit es dann läuft. Äh, Alge. Äh, nee, ich war... Was? Einmal bitte alles mit dir erfahren, ein Kollegen abwerfen zur Neueinteilung. Ich war letztens mit Frau Collins weich. Ich war zwei Stunden mit der unterwegs. Fummeln oder so? Nee, ich war mit der gesprochen. War das der Abend, wo ich dann außer Dienst gegangen bin? Ja, 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 oh mein Gott, was danach passiert ist, Carsten, du wirst nicht glauben. Ich hab dann Frau Barnes angerufen und bin, dann hab die geärgert, bin zur Frau Barnes gefahren und dann hab her einen Skinner und Frau Barnes' Mutadella gebracht. Eine Dose Bohnen und Sahne. Okay, das ist so ein erotisches Dinner auf Nord-Los-Santos-Art oder was? Genau, aber es war sehr unangenehm. Echt? Sie geht denn jetzt richtig zusammen so? Ja, aber das ist so, du, wenn du da, wenn du da hingehst, ist immer so alles so feucht und eklig, weiß ich nicht. Ist mir zu viel, ist mir zu viel, weißt du? Ja. So, ah, howdy. Hier gab es eine Kolision mit einem Steifenwagen, ne, das ist Richard. Wollen wir mal gucken. Ja. Ist das Aziz oder Tyson? Weiß es nicht. Herr Thyssen. Hallo. Hallo. Der Wagen ohne Fahrer ist hier in Frontal reingefahren. Nein, das hab ich nicht gesagt. Ach so, okay. Verdrehen Sie nicht die Worte, bitte. Gut, ich hab das dann falsch verstanden, tut mir leid. Ja. Ja, wir haben ein autonomes Fahren jetzt beim LSPD. Ja. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, der Wagen ist da plötzlich, sei mal, rübergerollt. Der stand scheinbar hier. Und jetzt ist halt die Front da kaputt und das Heck da kaputt. Wo stand denn das Auto? Um welches Auto handelt es sich? Um den Wagen da. Dann fahren wir wieder erstmal zusammen. Okay. Und zeigen Sie mal den Schaden an dem Auto, bitte. Vor der Straße runter. Meine Güte, das ist aber ein ordentlicher Ofen. Haben Sie den getunt? Nee, das ist so serienmäßig. Genau. Boah, die spielen einen Bug aus, Leute, ey. Okay. Ja, und hinten, sagten Sie? Ja, das ist bei Ihnen ein Streifenwagen. Genau. Okay. Und das Fahrzeug stand oder wie? Der Streifenwagen stand, ja. Ja. Also sind Sie praktisch in den Streifenwagen gefahren? Ja. Ungewollt, sagen wir mal so, ja. Sagen wir es mal so, ja. Okay. Es ist nicht viel passiert. Es ging mir nur darum, dass da jetzt nicht für uns irgendwas entsteht. Nee, alles gut. Ja, Sie können weiterfahren. Hat sich erledigt. Aber danke, dass Sie es auf jeden Fall gemeldet haben. Ja. Sehr gerne. Ja, wenn Sie das Auto reparieren lassen und der Schaden ist etwas höher, dann übernehmen wir auch gerne die Hälfte, ja? Kommen Sie zum LSBD mit einem Gutachten, das uns bei Venture geschickt wird vom ACLS und übernehmen wir die Hälfte, ja? Ja, alles klar. So viel ist ja zum Glück nicht passiert, aber es ging mir darum nicht, dass Ihr Fahrzeug hier jetzt vielleicht noch offen ist oder so. Ja, nee. Alles klar, Sir. Und, äh, Ladies and Gentlemen hier. So. Ja? Und Herr Carsten. So, dann haben Sie noch einen schönen Tag. Alles klar. Also, dann schönen Tag, ja? Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Guten Abend. Schönen Abend noch. Wollen Sie das Fahrzeug fahren, oder? Nee. Äh, bringen Sie das dann mit zwei Einzelstreifen zurück zum LSBD? Ja, genau. Ja, genau. Ja, siehst du, wie geht's Ihnen? Ja, super, wenn ich Sie sehe, Chief. Ja, gut, gut, gut. Sind Sie auch beim Kabarett demnächst dabei und gucken, wie er die Thailand eine Aufführung hat? Wurde mir nichts davon berichtet, tatsächlich. 18.02. 200 Euro. Äh, Euro. Dollar. Ach so. 200 Dollar um, ich glaube, 20 Uhr war das im Kabarett. Und 20 Uhr. Ich versuch mal da zu erscheinen, auf jeden Fall. Ja, umso mehr Cops, umso besser, weil ich habe irgendwie Angst, dass ich da geköpft fährt oder so, wenn ich da erscheine, bei Herrn Napier. Ja, sollen wir da lieber, so. Ne. Genau, genau. Einfach genießen Sie die Show. Genau, okay, dann machen wir das. Ja, gut, dann haben Sie noch einen schönen Abend, Sie zwei, ja? Gute Schicht. Danke. Danke, danke. Bis dann. Was tut da? Den ist etwas abwesend. Hä, warum bin ich abwesend? Ob ich denen 200, also ob ich denen die 50% geben würde. So Penne. Ja, die fahren in ein kaputtes, in ein stehendes Auto rein und wir sollen es bezahlen. Aber es wirkte gut. Ja. Was ist eklig, die ganze Zeit so nett zu sein, ich sag's dir. Die kommen, die kommen mit dem Gutachten, das ist viel zu aufwendig. Das ist so eklig, die ganze Zeit so nett zu sein, Jerry. Ich glaube, drei, ich bin ein bisschen. Ich lasse es an mir aus. Amps. Ich will ja, dass die Leute, 13 wurde angefangen, glaube ich. Ja. Streifen 13 hat kommen. Ja. Arsch. Bin mir sicher, dass wir hier angefangen wurden. Was ist denn hier los? Achso. Sind wir uns nicht angefangen gekommen? Achso. Verstanden. Langso. Ich hätte noch sagen müssen, falsche Info vom Tief. Weg. Chieeeet. 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 Freust du dich auf deine Wohnung? Ja, ich freu mich dann drauf. War die richtige Entscheidung, die zu nehmen. Ich hab echt eine ganze Nacht drüber nachgedacht. Ob ich. Die andere darf jetzt rein. Mich hätte interessiert, was deine Freundin dazu gesagt hätte, welche sie genommen hätte. So als neutrale Person. Ja, ja. Ich hätte gerne wirklich auch noch zehn Leute dabei gehabt, die ein Urteil abgeben. Die Aussicht war halt, boah. Mega, ne? Aber der Rest, diese Rumpelkammer nannten die Schlafzimmer, die sah aus wie eine Rumpelkammer, dass da noch ein Wäschekopf nicht rumstand. Beruhig, Darstie, wie teuer war die? 110.000? Ja, und dieses Badezimmer so ätzend, nur weil ein Sessel steht vor der Dusche. Ne, das war alles hässliche, außer das Wohnzimmer. Der Außenbereich war auch hässlicher. Das stimmt, das sah aus wie so ein Hotel, fand ich. Ja, da fühlt man sich voll beobachtet, wenn man da schwimmt. Aber die Makler haben es sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Ja, das waren Profis, das merkt man. Streife 13, 10, 20 South LS. Der Funkspruch würde jetzt bedeuten, wir wären stationär. Sind wir ja, wir fahren ja Schritttempo. Ich finde diese Regelung aber eigentlich bescheuert, wenn ich ehrlich bin. Langsam. Aber kann man nicht einfach sagen, wir fahren hier im Kreis. Warum machen wir es nicht einfacher? Ja, eigentlich musst du sagen, Streife 13, aktiv, South Los Santos. Und meinst du, die rennen? Hallo? Entschuldigung, ich hätte eine Frage. Wie kann ich euch helfen, ne? Na, wunderschönen guten Abend. Hören Sie hier, hat jemand gerade angerufen und hat gesagt, hier wurden Schüsse gemeldet. Haben Sie irgendwas gehört? Schüsse. Schüsse. Scheiße, nein, Mann. Wir haben nichts gehört und wir stehen hier seit fünf Minuten. Wir hatten so eine Scheiße erzählt. Wunderbar, wieder Missbrauch des Notrufs. Okay. Gut, das war es auch schon, Gentlemen. Ja, haben Sie noch einen schönen Abend? Hm, oi, oi. Oi, oi. Tschüssi. Have a nice day, Mr. Officer. Was? Was? Have a nice day. Achso, have a nice day. Verstehe ich nicht die Sprache. War das Deutsch? Ich dachte, er sagt Namaste. So. Oh, frag mal die zwei, ob die Schüsse gehört haben da rechts. Die zwei. Entschuldigung. Ja? Ähm. Guten Tag, das LSPD. Hier wurde gerade ein Notruf abgegeben, dass hier wohl Schüsse abgegeben wurden. Haben Sie etwas gehört? Äh, gar nichts. Wir waren gerade an der LTD, aber nichts gehört. Nichts gehört. Ihre Freundin? Hast du Schüsse gehört? Nein, auch nicht. Nee. Okay. Ja, das ist ja eigentlich positiv. Dann war es ein Fehlalarm besser, als wenn es wahr wäre. Glaube ich auch, ja. Sie haben übrigens meinen Respekt, Ma'am, dass Sie auf diesen Schuhen so gut laufen können. Lange Übung. Der Chief übt das seit Jahren. Ich sage Ihnen das, ja. Die Tasche muss lebendig sein. Ja, richtig. Habt ihr einen schönen Abend, ja? Ja, euch auch. Tschüss. Tschau. Habt ihr da zwei, die uns nicht killen wollen? Ach, es wird langsam. Community Policing, Mann. Was ist los? Hast du einen Kurs belegt? Abend, Chief. Ich bitte, die 10 präzise durchzugehen, insofern die... Ja, Abend, Chief. Ich bitte, die 10, 20 Durchgaben möglichst präzise durchzugehen, insofern die den stationär sind. Aktiver Fahrten reichen... Weg. Da war ja auch deine Aufgabe, du Arschwalte. Ja, warum machst du das denn einfach? Sehr geehrter Herr Chief, wie befohlen habe ich möglich Eintrage für schwarze Brett entworfen? Ich bitte Sie um die Prüfung des möglichen Eintrags, da Sie hier um ein schwer schwiegendes Thema handelt. Via E-Mail geschickt. Grüße, Tanaka. 07 Punkt, check. Okay, muss ich mir jetzt später gucken. Kann man das schwarze Brett hier... Nee. Warnung und Hinweise? Ja, das kannst du sehen, ja. Aber es ist vom 11.12. leider nicht. Wo hat das denn hingemacht? Termine oder was? Kann sein. Kontakte. Iltd, ich muss was einkaufen. Ja. Sage dir, du musst... Carsten, ich glaube, du musst mal so rumlaufen, wie ich rumlaufe. Mit weißem Hemd, so schicke Hose, Weste drüber. Weißt du warum? Hab ich sogar überlegt mal die Tage. Ja, mach das. Was anderes zu machen. Ist echt so. Genau, und dann rufst du... Also, es ist doch cool, wenn die Leute sagen in South LS, ey, der Officer mit dem weißen Hemd war nett. Weißt du, was ich meine? Ich hab letztens auch einen gehen lassen. Ich bin ja Rekordlettenmann. Ja. Zeichen. Wie gesagt, ich hatte letztens die Situation, da sind wir ja rangefahren, hier mit Kuhm und O'Neill in die Straße da drüben. Ich hab mal den Milz und dann steht da ein Typ so, weißt? Drei Typen stehen so und wir gehen zu dem hin und wollen ihn fragen, ob er weiß, wem das Auto gehört. Rennen die direkt alle weg. Wir rennen hinterher, stellen alle drei. Er stellt sich hier raus. Wir haben gar nichts dabei gehabt. Die sind auch Spaß weggerannt. Ja, also, das ist ja normal. Wenn die Polizei kommt, rennt man. Das ist aber auch... Es gab doch genug Vorfälle in den vielen Jahren und so, Polizeigewalt und die haben einfach Angst. Ja, ich hab halt... Wir haben den dann halt festgenommen, wir haben ihn nicht getasert und da hab ich ihn zu und hab gesagt, verpiss dich. Da ist er gegangen. Weil... Jo, 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 jo! Naja, gehen wir mal einkaufen, ne? Komm, Jerry. Wenn du die Frau Stone heiratest, ne? Ja. Will ich dein Trauerzeuge dann? Ja. Meinst du, das wird irgendwann mal passieren, dass ihr heiratet? Kann sein. Schaust schon drüber nach? Habt ihr schon mal drüber gesprochen? Nein, das... Zum Bärchen? Ich möchte nicht so ein Eheversprechen abgeben, das ist mir zu doof. Warum? Da kommt da sowas raus wie bei... Nee, wer war das? Wie hieß der damals? Sanchez. Warum verwechselst du die beiden? Weißt du, wie der das gemacht hat? Nee. Ich werde dich immer lieben. Check, so, ne? Ach so, stimmt, ja. Auch in Zukunft, das wird sehr gut sein. Ich habe dich über alles geliebt. Und dann kam Herr Müller. Wir sahen es zum ersten Mal. Erinnerst du dich? Nico? Ich glaube, Herr Müller wollte den Herrn Sanchez... Erinnerst du dich? Das war auch ganz schön. Der hat eigentlich nur uns erzählt, wie er den kennengelernt hat. Voll öde. So, ich hoffe mir mal noch ein Besserchen. Müller ist sowieso irgendwie komisch, sage ich es dir ganz ehrlich. Ja. Bei dem Gesicht, der hat seinen Ausweis doch gefälscht. Der ist doch 19. Erzähl mir doch nichts. Ein Schokoladenart, den nehme ich. Wollen wir gleich mal zur Fahrschule fahren? Besser wäre es für dich. Ich wusste, dass sowas kommt, du Arschloch. Was? Wie nennst du mich? Arschloch. Ich denke, wir sind jetzt Bros. Bros vor Hoos. Ja, du bist doch meine Hoos. Oh, die haben Rap. Ein Rap hier. Ich werde bekloppt. Was denn für ein Rap? Gangster-Rap? Harry, wirklich, ne? Was denn? Du bist echt ein netter Freund, aber das war schlecht. Der war nicht so schlecht. Dicken Rap. Das heißt doch Rap. Wenn jetzt hier so ein Gangster reinkommt, der denkt auch, der geht freiwillig wieder hier raus. Der denkt, oh cool, die sind ja auch so Hutt. Das sind auch Hühnchen. Weinwood Hills. Das war meine Hood, Mann. Echt? Ja, das war nicht einfach auf der Straße. Um 19 Uhr essen. Na. Beim Ferrari dann nach Hause gefahren. Ferrari, was ist das? Das ist sowas, etwas, was es gibt. Ein Fahrzeug. Ach so, das gibt es. Ja, das gibt es. Aber was hältst du davon, wenn wir am Sonntag eine schöne lange Schicht mal wieder zusammen machen? Was ist los? Ja, das Geld muss her. Die Bude kostet Geld, Carsten. Ja, du hast recht. Du hast recht. Ja, viel können wir mal machen. Ich bin nicht dabei ab 20 Uhr. Gar kein Ding. Ja, ist gut. Bis 6 Uhr morgens. Ja, bis die Mädels jammern und betteln, dass ich zum Stand komme. Die 32. Nein, können wir machen. Lange Schicht. Doch, nicht. Check. Wollen wir gleich beim Bewerbungsgespräch von Herrn Hoy dabei sein? Ja, wolltest du doch. Habst du noch extra gefragt. Akkufarmer. Von meiner Info. Die sind oft am Farmen hier, ne? Spielen viele Online-Spiele. Hä, hä, hä. So. Bad. What, what? Äh, say what? Say what? Say what, bro? Komm mal hier. Wunderschöne Davies. Wollen wir das noch dürfen? Verpiss dich, ihr Mann. Raus hier aus unserem Gebiet. Kannst du dich ficken. Ficken sie sich. Ficken. Können wir da vorbeikommen, fahren und rufen die durch den Lautsprecher, fickt euch. Können denn Terrence auch jetzt eigentlich wieder einstellen, oder? Ich weiß nicht. Wir sollten erst mal seinen anderen Kollegen, äh, entlassen. Der kam nie wieder, ne? Was ist mit diesen Leuten? Warum kommen die einfach nicht wieder? Ja, raus. Hast du den, wir müssen doch noch die Rechte wegnehmen aus dem System, ne? Natürlich. Apropos, dann rufe ich doch nochmal die Sorgen an. Und piercen. Ich fange jetzt mal bei dem an. Hieran. 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 Als ob sie es riechen würden, das, was in der Luft liegt. Kleines Schweinchen. Saugchen und piercen. Die beiden nicht ran. Eben ein komisches Paar, finde ich auch. Oder? Ja. Also manchmal habe ich das Gefühl, die bauen einen Vaterersatz. Wirklich. Beide, ne? Ja, zumindest sie. Und er ist immer ein bisschen so der Oberlehrer, Papa. Boah. Ich glaube, der ist auch noch beim Knicknack sachlich. Ne? Und nun... Funk dann durch, wenn er gelandet ist, oder? Und nun loche ich ein. Dies erfolgt über den Winkel 45. Ja. Umspruch, Paragraf 38c. Ja. Ich werde eintüten. Bitte in die Horizontale begeben. Ziehen Sie sich bitte vor Eure Handschuhe an. Das ist Beweismittel A. Ja. Frau Sorkin? Aha. Ja. Ah. Sie mag das halt. Was, das eintüten, oder was? Vielleicht so eine Art. So, wenn jemand so ein bisschen dominanter wirkt, oder so. Who is your daddy? Genau, der Chef. Aber vorher Hill und Sorkin. Boah. Sind ich. Bra? Nee, da sehe ich mich eher. Auch noch. Du hast aber viel zu tun bald. Er als Hill. Der hast ja bald... ...eine allgemeine Information an alle. Um 22 Uhr, Etage 3. Wollen wir das tun, Jerry, oder? Angesetzte, BD99. Wollen wir mal professionell sein, oder? Zeitstelle, Ende. Ich sag, es bringt keinen Nachduch. Doch, da standen gerade welche. Echt? Und? Mann, ich glaub, da kommt einer angesprintet. Wir fahren? Nein, nein, nein! Das ist mir so peiflich. Das ist deine Schuld, du hast damit angefangen! Ich fahr doch nicht. Wir kommen ja noch angesprintet. Wir fahren da nie wieder hin, komm. Ich schäm mich so. Scheife 13, aktiv, Weinwood Hills. Äh? Ja, Mann! Achso! Du hast reingeweeft, auf Breda. Schön, das hast du von mir gelernt, ne? Ja. Das hast du letztes Mal auch gemacht. Ich fahr mal schnell Weinwood Hills. Ich bin dabei, ich darf noch nicht schneller fahren. Ey, Carsten, ohne Witz... Ich versuche, ein guter Polizist zu werden. Das war jetzt Spaß. Aber ich versuche, mich an allem zu halten, was mir vorgegeben wird. Hat dich auch keiner gesehen. Deswegen ist es... Ja. Es gibt viele, die ein weißes Hemd anhaben. Das hat man doch von da hinten nicht gesehen. Cyprus ist so ein Sauhaufen, die haben das nicht anders verdient. Ach, Fahrschule. Komm, wir gehen mal... Fahrschule und dann gucken wir beim Allies, was los ist. Können wir ein bisschen Präsenz zeigen. Genau, wir gehen bei Allies und dann haben wir ein Gespräch. Ein Vorstellungsgespräch. Ja. Driving School. Ecole. Criving in my car. Going very far. Tonight. Tonight? Was? Tonight kann man immer einbauen, finde ich. Stimmt. Ja. Tonight, ne? Kennst du nicht den Margie Song? Margie? Kennst du nicht den Margie Song? Margie? Ne. Oh mein Gott, Jeremiah. Ich höre Mariachi. Kennst du nicht den Margie Song? Nein, nur Mariachi. Was hast du... Was sind... Guckst du keine Serien oder so? Doch auch. Und was ist deine Lieblingsserie? Der Club der segenden Metzger war ganz gut. Du bist einfach so alt und egelig. Den gibt's wirklich. Ja, worum geht's denn? Da erklär mal jetzt, komm. Nach dem ersten Weltkrieg wandern Deutsche und Metzger aus und starten mein neues Leben zu Beginn. Und bauen sich dann was auf, ne? Am Ende ist es sogar eine Bürgerkette. Das war sehr, sehr interessant. Welche Bürgerkette war das? Oh, warte, Telefon. 74. Ja, 99. Ja, kurze Frage. Waren Sie gerade irgendwie bei Cyprus Logistik unterwegs? Ne, wir sind in Weinwood. Also jetzt gerade auf dem Weg zur Fahrschule. Okay, alles klar. Gut. Bei Cyprus wundert sich, dass irgendein Streifenwagen da ständig hinfährt. Dann kommen die zum Tor und dann fährt die Streifen wieder weg. Hey, haben Sie mal ge... Okay. Ja, ich werde mal allgemeine Info durchgeben. Danke. Alles klar, danke Chief. Ciao. Oh Gott, hör den Funk. Die Leitstelle mit einer allgemeinen Information an die entsprechende Streife. Sollten Sie Gesprächsbedarf bei Cyprus Logistik haben, dann haben Sie auch die Eier und warten Sie, bis die Leute aus dem Tor raus sind. Leitstelle Ende. Äh, wieso hat er dich angerufen? Weil er gefragt hat, ob wir das waren. Warum? Kommt ihr auf uns. Ja, das weiß ich auch nicht. Wir sind da richtig... Wir sind erwachsene Menschen, als ob wir sowas machen würden. Das ist schon eine Frechheit, dass er direkt uns verdächtigt. Pass auf jetzt. Kurze Information vom Chief of Police. Sie repräsentieren die Polizei. Wir nehmen Sie sich auch so. Bezug auf den letzten Funkspruch. 99 Ende. Die gradieren doch einfach mal. Einfach so. Dann änderst den, oder? Ab und zu muss der König einen köpfen, nur um zu zeigen, dass er König ist. Die Streife 4 für die Leitstelle, komm. Ja, hier ist nicht so viel los gerade, oder? Hören Sie, komm. Haben Sie eventuell einen Auftrag vergessen, komm. Es ist Sonntag wieder, oder? Sein, ja. Hast du dir nochmal Gedanken gemacht, jetzt so? Wie ist jetzt... Also bist du glücklich so im LSPD? Im Großen und Ganzen schon, ja. Schön. Ja. Das ist doch toll. Manchmal wünsche ich mir, dass die Leute ein bisschen mehr nur Cops sind. Das ist ja Hill. Ja, mehr Cops sind. Ja, und nicht so viel anderen Scheiß bauen, wie jetzt schon wieder. Das stimmt, da bin ich voll bei dir. Nur einfach Cops und dann gehen die Feierabend an, das ist cool. Ja, da bin ich voll bei dir. Ja, die können natürlich auch im Feierabend Spaß haben und so, ne? So ist es ja nicht. Aber man sollte ja schon... Ich habe aber auch viele Fehler gemacht, Jerry. Das mit dem Alkohol da, mit Chakban und so, das war auch nicht alles das Gelbe vom Ei. Aber daraus lerne ich halt, ne? Ja. Das ist unser Herr Müller. Jerry Müller? Ne, und der Unser, wir haben ja noch einen Müller. Das ist salutiert, oder? Ja. Das ist salutiert. Soll ich was rufen? Weitermachen. Sehr gut, weitermachen. Wer hat das mit dem Salutieren eigentlich eingeführt? Ja, Tanaka. Jetzt ging doch damit an, als erstes das immer zu machen. Er ist ein richtiger Influencer, ne? Ja. Ein Tanaka-Pflänze. Der war gut. Danke, Jerry. Vielen Dank, danke. Das war irgendwie ein Furz, den Tanaka-Pfläst. Ja, wenn es ein Influencer, ne, das ist was anderes wieder, scheiße. Findest du dir vorstellen, so ein Influencer zu werden, der so im Internet so Produkte bewirbt und so ein Scheiß. Ja, ich sag mal, wenn es Geld stimmt. Aber ich bin so der Meinung, das sind doch Leute, die gar nicht richtig arbeiten. Ne, das tut ja auch nicht. Die haben den ganzen Tag rum und haben nichts zu tun. Dann kriegen das jetzt einen Haufen Kohle. Ja, wir müssen unser Leben tagtäglich hier riskieren und die posten da irgendwelche Produkte ins Bild. Ja. Wir kommen damit Geld. Das finde ich ganz schlimm. Ja, die kriegen alles in den Arsch geschoben. Richtig. Ne, die sitzen da und einfach nur, wir halten einfach, hm? Aber gut, ich hab meinen Job, mir kann das im Grunde Ergato sein, was die machen. Was kann das dir sein? Egal sein. Achso. Mein Gott. Ich hab da was, okay. Ja, ich würde nur so gerne so viel für die, wie die Leute, weißt du. Ich hab immer das Gefühl so, die sitzen da so ein bisschen und dann fliegt ihnen das Geld so in den Rachen rein, ne. Die Leute hauen dann immer Geld da rein und sagen, hier, ne, guter Mann. Toll, danke, dass du das Produkt beworben hast. Ich glaube nicht, dass bei mir die Leute Geld ausgelaufen sind, dass du da bist. Ne, glaube ich bei mir auch nicht. Ist das da hinten einer aufs Drittbrett, bei der Geschwindigkeit, okay. Wiederholen Sie die letzte Funkspruch. Schreibe 1, wiederholen Sie den Funkspruch. Schreibe 1, aktiv ab Ost Los Santos. Ach schön, dass der Strauß dann jetzt Freizeit noch beim LSPD genießt. Nee, Alice war der da hinten. Ich spare ja aktuell, ne. Jerry. Hätte ich gerne einfach 5.000 Dollar, hätte ich gerne. Wirklich, nur 5.000 Dollar. Dass mir einfach jemand 5.000 Dollar gibt. Ja. Ich finde 5.000 ist so eine tolle Zahl. So eine prächtige Zahl und wenn man die hat, dann weiß man so, wow. Die Person, die ihm das gegeben hat, die hat einen geschätzt. Ich wäre schon froh, wenn ich 2.000 Dollar mal hätte. Verdammt. Aber ich will das ja für etwas Spezielles ausgeben. Ja auch, ich muss viel meiner Mutter schicken. Echt? Was hat deine Mutter nochmal? Was sie hat? Altersarmut. Oh, hier ist ja mal nix los. Was machen die denn auf? Was haben die heute geschlossen? An einem Freitag? Da ist ja jemand hier der Theke. Keiner da? Warte mal, ich gucke mal, ob ich ein Event ist, ja? Irgendwo. Ja, aber das ist ungewöhnlich. Ne, Venture. Ich gucke mal, warte. Du kannst machen, was du willst, aber ich gucke Venture. Oh. Ach nee, noch nicht. Oh. Warhammer Mamas. Streitzehn, 20 ab ACLS. Findet ihr den neuen Sirenen, Leute? Ist geil, ne? Ja. Sir, könnten Sie Ihr Fahrzeug bitte richtig parken? Oh. Können Sie bitte das Fenster runter machen, damit wir Sie akustisch besser wahrnehmen können? Ich sagte nee. Herr Müller. Was ist denn? Stellen Sie sich richtig auf den Parkplatz. Ich will losfahren. Wieso soll ich denn fahren? Wohin wollen Sie denn fahren? Ja, den da hinterher. Gut, haben Sie Ihr Mett gekriegt? Ja, hab ich. Danke. Ich bin ganz lieber, der Herr Müller. Mhm. Komm, wir ärgern die mal. Wollen wir da fährt immer. Wir fahren den jetzt einfach mal hinterher, um zu gucken, ob die sich an die Regeln halten. Einfach nur so. Ja. Ist ja unser Beruf. Sag dir, was der vor hat. Der wird immer näher kommen und dann bremst der hart ab, um Geld rauszuschlagen. So schätze ich den ein, den Dreck-Sack. Doch, lass uns aber nicht verarschen. Ich halte ein bisschen Abstand. Dein Auto ist ja total schade, der Rote. Hast du mitbekommen? Äh, ja. Der hatte so einen Crash, hab ich gehört, ne? Mhm. War das etwa der Crash, wo die Kollegen nicht geholfen haben? Genau. Oder? Ja, das war das. Lang so. Rotes Fahrzeug war da auf jeden Fall im Gespräch. Mhm, okay. War gut. War es das vielleicht? Keine Ahnung. Aber Total Crash haben wir nicht häufig in der Stadt hier. Also so selten dämlich sind relativ wenig Leute hier. Ja. Waren die hin? Uh. Im Geheimort. Aber schön, siehst du, wenn du die Leute züchtigst, dann, ja, züchtigst, dann bleiben die auch schön bei der Geschwindigkeit, den Blinker setzt der, ist doch toll. Mach'n die gut. Oh, shit. Was, was denn? Das sind Leute. Ich muss kurz da hin. Ach so, was kaufen? Okay. Okay. Einen wunderschönen guten Abend, Ladies. Hallo. Hallo. Hören Sie, ich würde gerne was bei Ihnen bestellen, was sehr wichtig ist. Mhm. Und zwar eine graue Anzughose. Da fällt mir auch erstmal der Stift runter, weil so gut wird das aussehen. Ja, ja. Graue Anzughose. Eine graue Anzughose, eine graue Weste, die gut kombinierbar ist mit einem weißen Hemd. Also die, ähm, graue Maßanzugsweste. Genau. Ein graues Sakko. Sakko. Ja, graues Sakko. Und eine rote Krawatte, die unter die Weste passt. Rote Krawatte. Bei dem Sakko, das mit Tasche oder ohne? Was sieht besser aus? Mit Tasche wäre natürlich... Es muss halt eng sein. Ob das anders ist. Ja, der Anlass ist egal. Machen Sie, bestellen Sie eins mit und eins ohne. Okay. Einmal mit, einmal ohne. Mhm. Ihr Herrn Weiß. Wir kennen uns. Woher? Wir kennen uns nicht. Ich stand mal neben Ihnen, da wurden Sie gerade geschlagen. Ach ja. Was? Das kann nur neben Frau Collins gewesen sein. Kann das sein? Äh, nein, das war am Alice. Vor vier Wochen oder so. Oh. Da kam diese... Ah, ich weiß, ich erinnere mich dran. Ja, das war so ein Typ, der 50 Dollar dafür bekommen hat, wenn er mich schlägt. Oh. Das war wahrscheinlich für ihn doch ein bisschen teurer. Dummerweise hat es ihm dann 400 am Schluss gekostet. Okay. Bestellen wir. Ja. Sollen wir Sie informieren oder kommen Sie einfach nochmal vorbei? Es wäre gut, wenn Sie mir einfach eine E-Mail schicken. Ist da oder so. Und dann komme ich vorbei. Was kostet das Ganze denn? Tankstelle Miropark. Da kann ich gleich mal recherchieren. So. Bei den Herren. Ja, man kann auch normal einkaufen, Pan. Aber die haben natürlich extra Sachen. Die Hose eher schmal geschnitten oder eher weiter? Äh, schmal. So wie die hier. Wie die. Mhm. Dann die. Ester und das Satko. Juckoo. 98, 13, 30, Miropark, Tankstelle. Die beiden machen wir mal. Die machen wir mal die Badam. Die Assis. Das Hemd haben Sie aber. Äh, ja, aber bestellen Sie ruhig noch eins dazu. Mhm. Einmal das komplette Outfit. Wir wollten einmal den netten Herren hier einkleiden. Ein bisschen Theater-chick machen. Äh, okay. Und die Krawatte. Du bleibst hier, du bleibst hier. Nicht gehen. Nee, 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 nee. Krawatte. Brot. Und eine schwarze. Und eine schwarze. Falls mal jemand stirbt, wissen Sie. Na, Sie lachen. Ja, das passiert bestimmt öfters, ne? Richtig. Dann sind wir da bei circa 200, 600, 900, 1030, 1160, 41, um die 1.300. 1.300, das ist ja ein... Ja, das kriegen wir hin. Das ist eine Schicht für mich. Dann hoffen wir nur, dass das Wehrhaus auch schnell ist. Ja. Die lassen sich in letzter Zeit ein bisschen Zeit. Okay, ja. Ja, dann sagen Sie mir Bescheid, Ma'am. Ja? Wie war Ihr Name nochmal? Daisy Brooks. Frau Brooks, ich danke Ihnen, ja? Haben Sie doch einen schönen Abend. Sie auch. Das ist gut, tschüss. Ich sehe auch, Joe. Ich fliege. Ja, aber... Ach, ich... Gentleman, wie geht's Ihnen? Ich weiß, ich kann mich nicht beklagen, Odin. Freut mich. Haben Sie sich erholt von dem Schrecken letztens, als wir Ihren Laden auf den Kopf gestellt haben? Ne, ich hab jetzt noch einen Traum an. Echt? Soll ich Sie mal einladen? Kaffee, den haben Sie ja. Können wir über alles reden. Wie war Ihr Name nochmal? Washington. Ja, Washington. Ja, genau. Kleinen Sie, ich hab gehört... Am Kabarett findet bald am 18. ist das, ne? Wurde von Herrn Napier persönlich eingeladen, das freut mich sehr. Ja, wir erwarten Sie da bereits schon. Ich hoffe, Sie kommen vorbei mit Ihren Kollegen. Natürlich, wenn Sie rufen, oder wenn der Joseph ruft, komme ich immer. Richten Sie ihm schöne Grüße aus, ja? Mache ich, wunderbar. Oh mein Gott. Ich bin so dumm. Was denn? Ich geh da gerade rein, sag Hallo. Ich hätte gerne einen grauen Anzug. Graue Hose. Graues Sakko. Graue Weste. Eine rote Krawatte und ein weißes Hemd. Welchen denn mit 200 Dollar? Sag ich mir. 1.300 Dollar. Wie, echt? Ja, war es geschneidert. Ja, dann mal ran da. Hab ich bestellt. Echt? Hm. Hast du aber noch Geld? Hab ich. Das ist ja bald Geld für eine Wohnung. Ich hab echt genug Geld aktuell. Ich bin jetzt bei 30.000. Für meine Verhältnisse viel Geld, Sherry. Ja, ist sowieso, ja. Aber für dich sind 30.000 natürlich nix, ne? Ja, ich hab 45.000 ungefähr. Boah, bist du arm. Ich meine, wie könnte ich jetzt eigentlich mein und dein Geld erhöhen, da ein Kostenfaktor jetzt weggefallen ist, ne? Wir haben 105, wenn wir 50-50 machen. Aber ich nehme natürlich auch 80, zum Beispiel, und du nimmst 125. Nein, das machen wir nicht. Was? Ah, nee. Es ist ja nicht komplett weg. Er kriegt immer noch ein Gehalt. Ja. Ich mache das nicht, dass wir richtig ausziehen. Die Pan ist so dumm, die hat vergessen, die Apartment abzuschließen in Weinburg. Und fahren Sie einmal das LSPD an, bezüglich deiner Aussage, komm. Bobs Leiche liegt da drin. Also Bobs Asche. Soll ich mich jetzt selber mal klauen gehen, Leute? Ende. So. Wenn ihr euch auf den Server bereichern wollt, geht einfach bei Ariane ins Apartment. Danke, hey. Das ist dann natürlich Meta. Wer das macht, der kriegt einen Bann, Leute, ne? Nicht machen. Soll ich Bob klauen gehen, Leute? Das wäre Meta, wer das macht. Ey, macht das nicht, Leute. Trennung, die Streife 1 für die Leitstelle, komm. Wir haben einen Norden fahren. Ja, wollen wir machen. Vielleicht ist der Skinner da. Nee, der hat bei dem Funk gehört, glaube ich. Ja, den vor Leitstelle, Leitstelle. Der steckt wieder in der Banns wahrscheinlich drin. Ja, steckst du auf dich drin. In der Banns steckt der auch auf drin. Ja, ja, aber wir nicht. Da will ich ja auch gar... Baaah. Indie wirkt so leicht dümmlich. Ja, aber du weißt ja, was man da sagt, ne? Was denn? Dumm ist gut. Was ist die denn? Ja, dumm fickt gut, Mann. Wolltest du nicht aussprechen. Doch, das ist ja deine Chance bei der Jerry. Nicht, weil Chance war sie nicht. Oh. Damals war die noch dümmer. Ja, ich meine... Die ist so ein bisschen eingelebt. Die war ein bisschen überfordert am Anfang. Ja. Von dieser großen Stadt. Die war ja ganz seltsam. Heute finde ich die schon ein bisschen... ...immer noch dumm, verrückt, ein bisschen. Aber... ...wann ganz überwiegend komisch. Mh-mh. Du hast den ganzen Abend einen, der macht immer... ...da, da, 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 da. Der arme Skinner, ne? Ja. Er ist voll das Gegenteil, ne? Ja, ja. Ich glaube, der... Also, man sagt immer, stille Gewässer sind am schlimmsten. Oder am tiefsten. Stille Gewässer sind tief. Oder so. Äh, 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 äh. Was? Stille Gewässer sind am schlimmsten. Das macht Sinn. Boah. Ich kenne diese ganzen Sexsprüche nicht so wie du. Das sind doch keine Sexsprüche. Das kann auf alles bezogen sein. Beispiel. Ja, dass die ruhigen Cops oft wirklich die Besten aus sind bei uns. Sepp, danke. Ich lese nachher alles, hab's am Schluss vor. Nicht nur Sex. Die Frau Jäger. Kennst du die noch? Ja. Die kommt nicht mehr ins Dienst. Warum? Weiß ich nicht. Das war die so mit kurzen lila Haaren. So wie Frau Collins in das Gesicht. Ach. Warum? Also die hat aufgetaucht. Ja, so wie immer. Was soll das denn? Nach zwei Monaten kommt die wieder... Ah, ich hatte einen Mückenstich und war deswegen drei Monate im Koma. Nee, das waren Pils. Wird der Arzt auch gesagt. Quatsch. Er hat das auch nicht geglaubt. Naja. Ist doch egal. Das war der Medvedev. Den hab ich gestern erst mal einen Platzverweis im P.D. Gegeben. Notweg. Oh. Der Schild. Wom Platzverweis. Ja, weil er einfach da uns angemotzt hat und rumgeschrien hat. So reden wir nicht vor der Leitstelle. Nein. Er wollte wissen, wer der Aktenführer ist. Seine Akte. Welche Akte? X. Akte X. Ja. Irgendeine Akte halt, die er da so hat. Ich weiß auch nicht. Warte mal hier. Kennst du den Coalmaner vom ACLS? Der hat hier doch Larrys übernommen. Da können wir mal hinfahren. Gucken, ob der auf hat. Ja. Drei. Leute, ich weiß nicht, was ich heute sagen soll. Außer, dass die Paaren auch mal Subs da lassen können. Links halten dann, oder? Links, ja. Ja, links kommt JVA. Nee, ich meine, hier hat sich jetzt noch gegabelt. Hier rechts und dann links. Ja, jetzt ist gegabelt. Da, rechts hat sich gegabelt. Ja, Jerry, ich gabel dir gleich auch eine. Oh, geil. Was ist das? Ist das geil? Alter, ich guck erst mal hier bei denen hier. Bei den... Bei den... Smockern? Bei den Smockern. Zu selten im Norden. Die alle drin? Wir dürfen ja nicht hier drüber fahren, ne? Nee. Weiter. Weiter. Okay, lass mich reden. Aber gabelt ihm keinen. Nee, nee. Alles gut? Einen wunderschönen guten Abend, Sir. Geht's Ihnen gut? Einen wunderschön. Ja, ja. Wir gucken halt noch so vorbei. Wir gucken genau, ob es hier ruhig ist, ob alles in Ordnung ist. Alles klar. Wollen Sie was trinken? Oh, das ist sehr nett von Ihnen, aber gerade nicht. Vielleicht aber kommen wir nachher nochmal vorbei. Alles klar. Der Nord ist... Ja? Jo, jo. Können Sie dem Herrn da gerade nur mit dem Hütchen sagen, dass er bitte das Bandanne abnimmt? Das wäre sehr nett. Ah, ja, ja. Mach ich. Dankeschön, Sir. Ich habe ja nur ein bisschen ein Problem mit der Brille. Ja, kein Problem. Alles klar. Ja, das kann... Oh, Sie erinnern mich dran. Geh es mit Stärke, wissen Sie. Ja, ja. Alle gut. Gut. Dann haben Sie einen schönen Abend noch. Jo. Schönen Dienstag. Tschau, danke. Eigentlich ist es Privatkund. Ich glaube, da dürfen die das... Nee. Nee. Ich glaube nicht. Jeremiah Carson PD 73, Assistant Chief. Das muss man noch rausfinden. Nächste Links oder... Also nicht hier, aber... Für die Schienen und dann Links, da kann man mal gucken, ob der da ist. Der ist mit einer Sam zusammen. Ich schaue. Nee. Nee. Ich muss kurz nachdenken. Nein. Ah, ja. Der steht für Sam, oder? Oh, wir können beim SD auch vorbeischauen, natürlich. Wo wir schon mal da sind. Oh, die Flagge. Ich muss halt auch die in einem Kompok. Welche Flagge? Unsere. Von unserer großartigen Nation. Ihr auch? Oh, geil. Ich liebe Amerika. Jetzt sing mal die Nationalhymne. Die Gegend? Ja, sing mal bitte. Oh, Jose, can you see? Why is it dancing in light? Du bist ein kleiner Wicht und der Jerry aber nicht. Ich trinke einen Kaffee, denn der schmeckt richtig gut. Denn der tut auch noch gut, wenn ich beim Skinner davor stehe. Es geht nach Bums, die Bans. Ähnlich. Und es geht nach Bums, Bans und die Bans. Ja, die kann's. Was kann die? Vielleicht Knickner. Weiß ich gar nicht. Ich will das euch jetzt nicht immer. Immer nur geht es um Sex bei dir am Leben. Ich wollte meine Sonnenbrille ausziehen und habe meine Weste ausgezogen. Oh mein Gott. Du musst mehr trinken, oder was? Du bist alt. Was ist mit dir? Warum machen wir beide nicht mal ein Rap-Album, Jerry? Die Streppe 2 für die Leitstelle kommt. Ja, warum eigentlich? Yo. Der Skinner. Er denkt, er ist der Bringer. Doch wirklich ist er ein Arsch. Denn der Skinner ist gerne ein Barsch. Er wohnt im Norden und hat hier ziemlich viel zu sorgen. Doch die Polizei ist der Boss. Und Skinner soll mal runterkommen von seinem hohen Ross. Er fickt die Barnes. Boah, dann erwarten wir zu viel. Das hört's auf, ne? Das war wirklich zu viel. Er fickt die Barnes. Barnes. Lance. Chance. Barnes. Haben sie auch Barnes. Er fickt die Barnes. Das ist ihre Last Chance. Deswegen muss sie es aushalten. Keine Ahnung. Ich will jetzt... Du bist eigentlich Lery's. Wo ist der Lery's? Ja, hier irgendwo. Ich markiere das mal. Du musst irgendwo hier in der Nähe sein. So, glaub mal. Warte kurz. Genieß mal die Ruhe. Ja. Ja. Genieß mal... ...die Ruhe. Da war ein Kojota, hast du gesehen? Das ist ein Kojota, ich dachte, er wäre eine Ente. Was ist dein Lieblingsfilm? So, dein absoluter Lieblingsfilm. Absoluter Lieblingsfilm? Boah. Titanic. Nein. Was? Nein. Was hast du gesagt? Titanic. Aber das ist Quatsch. Every night in my dreams, I see you. I feel you. Arsene, ich glaub, du bist bescheuert. Ja, treuert, treuert, treuert. Chief, Derry ist geboren. Und ihr erschienen, euch zu bestrafen. Kandi, dankeschön. Und bei dem Büro würde ich gerne Schach spielen. Wettmeisterschaft, jetzt bei Derrys. Ich hau jetzt erstmal eine. Ey, ich hab ne Idee. Wir beide kaufen uns den Wohnwagen hinter dir und machen einen Tag am Mount Chiliad. Eher unten, oder was? Am Fuß in das Berge. Du kannst den Wohnwagen doch gar nicht sehen. Du guckst mich doch gerade an. Ja, ich hab den doch gerade gesehen, als wir hinkamen. Hä, wir sind doch nicht... Derry! So, pass mal auf. Warum muss ich dir mein Leben erklären? Wir kommen hier hin. Ja, ist doch okay. Nee, ich gucke rechts nicht hin. Ist doch okay. Jeremiah, Carson, PD, 73, Assistant Chief, Sie hässlichen. Okay. Sollen wir uns dann gemütlich machen? Wir zwei jetzt, oder was? Wir beiden, nur wir beiden, so? Ja. Wir holen uns doch einen Panini-Grill dabei. Hm, ja, ja. Dann fahren wir hoch in den Berg und wir haben ein Zelt mit. Wir gucken mal den da mit. Die Streife 13, 4 Leitstelle kommen. Oh. Ja. Die Streife 13 hat sie kommen. Ihre aktuelle 10, 20 kommen. Aktiv senden die Shores kommen. Aktiv senden die Shores kommen. Somit Leitstelle Ende. Ich muss kurz auch wieder überlegen, wie man das richtig funkt. Willst du mal ziehen? Nee, nee, nee. Du brauchst gar nicht mehr, ne? Nee, nee, ich fixe nur. Willst du dir mal, äh... Bitte? Nix. Steuerein, aktiv, West LS. Wiederholen. Steuerein, aktiv, West LS. Die für im Westen. Im Westen. Check. Dann fangen wir zum PD, weil... Hoi! Komm gleich. Irgendwie viel Loller. Es ist irgendwie nix los, so, ne? Ja, es ist sehr ruhig. Die Bürger haben keine Anfragen an uns. Nehmen wir ihn in eine Schießerei standen oder so. Ja, ich dachte, vielleicht fährst du irgendwie, weiß ich nicht, Chamberlain Hills rein und vertesern können oder so. Aber erst mal gleich hole ich mir, wenn wir beim PD sind, ein Schnucklo aus meinem Spinnt. Ja, und ich eine Schnucklnadel. Eine Schnucklnadel? Mhm. Wie viele Kinder? Eos, Andy, Allah. Alles Gute zum Geburtstag! Der Andy hat heute Geburtstag. Drei. Der Andy hat heute Geburtstag. Schreiben wir alle Happy Andy in den Chat, Leute. Danke, Verena. So. Na, Tessi, Kaffee könnte ich gebrauchen. Ja, dann gönnt ihr doch. Dann wäre doch noch eine lange Nacht mit dir. Ja, wir beide wären noch... Also, zwei Uhr ist doch drin, oder? Ja, sicher. Zwei Uhr ist sozusagen die erste Hälfte rum. Ich wollte gerade... Ich wollte gerade jemanden anrufen, hab dich angerufen. Ja, ich werde die ganze Zeit schon von so einem Typen belästigt. Hä, wie heißt der? Schnallt er schneit's. Schnallt er schneit's. Schnallt er schneit's. Schnallt er schneit's. Schnallt er schneit'sen. Schnallt er schneit'sen. Schnallt er schneit'sen. Schnallt er schneit'sen. Ja, ja. Will der denn von mir? Er sagt immer, hey, schick mal Pic. Hey, schick mal Pic. Einen Schwein soll er dir schicken? Ja, ja. Ich hab einen Schwein. Oh Mist, mein Handy klebt ein bisschen in der Hosentasche. Ey, was? Warum? Nein, ich hatte... Nein, ich hatte... Wie soll das denn kleben? Das ist doch Quatsch. Gary, also manchmal glaube ich, dass du ein bisschen unverfriedest. Für dieses Unverfriede. Ich hab heute übrigens auch Geburtstag, Leute. Dank an alle, die einen Sub da gelassen haben zum Geburtstag. Dann gehen wir gleich mal schön pinkeln, ne? Können wir den Kolben in die Lunte drücken und danach gleich schön... Werbungsgespräche, ne? Freu mich. Ja, aber erstmal gehen wir zusammen auf Toilette, wir zwei beiden, ne? Boah, da wird's mal wieder zahlen. Wollen wir uns einen Klo-Deckel teilen? Klo-Deckel? Der fuhr zu schnell auf dem Freeway. Sollen wir den Deckel nicht mal hochmachen diesmal? Keine Idee. Vor allem auch voll nett gegenüber den Kollegen dann. Er hat's schon drauf. Du hast ja oben deine eigene, Rot, da gehst du irgendwie zu ärgern, ne? Ja, ja. Ja. Da pinkel ich immer daneben. Extra so alles vollpissen und nach oben gehen. Wedel dann immer so was. Du hörst dann immer so... Ich mach den Propeller. Ja, der geht... 25,000, die da stehe ich ab und Putschi-BD. Warum sind wir beide eigentlich auf diesem Posten? Weil wir sind am Posten. Einfach am besten geeignet. Posten ist ein richtiges Drecksloch. Oh. Ich wette, die Frau Morelli wurde schon längst erschossen oder so. Achso, ich dachte, du meinst die. Wolltest du dich nicht besuchen gehen, hast du erzählt? Ja, mach ich auch mal. Wann denn? Ja, mach ich auch nicht. Ich ruf da nochmal durch und dann... Wird dich schon wieder vergessen. Wann hast du ihn letztes Mal angerufen? Vor zwei Wochen oder so, ne? Weiß ich doch nicht, war nicht dabei. Schätzt nicht mal, oder? Hm. Die könnten ja eigentlich uns auch mal besuchen, oder? Warum immer ich? Ja, ne? Ja. Ich würde, glaube ich... Wenn die uns besuchen kommen würde, würde ich, glaube ich, erst mal ein langes Gespräch mit ihr führen und mich für viele entschuldigen. Ja. So von Chief of Chief, ne? Warum? Chief of Chief? Ja, die leitet doch da einen PD. Aber in Boston sind die Anforderungen ja niedriger als in Los Santos. Ja, das ist klar. Das ist klar. Wir sind schon die Badass. Wenn ich hier assistant bin, wäre ich in Boston natürlich Polizeipräsident schon. Richtig. Oder Recruit. Schau zu. Oder Officer 3. Es geht manchmal so schnell, glaubst du nicht. Ne? Kommst in den Dienst als Assistant, gehst nach Hause, Officer 3. Zack, bumm. Ich hab gesehen bei Hill, wie schnell das geht. Mir wird das nicht passieren. Was ist denn da für eine Diskussion? Was ist mit großer Bruder? Was? Ich mache einfach exzellente Arbeit. Ne, exzellenten. Wer ja Hill gerade wohl macht. Eintrinken. Nein. So, okay. Na, weiß ich auch nicht. Ey, du bist so ein fieser Mensch. Ohne Witz. Ich bin nicht fies. Ja, da. Sagst du zu mir, wo du doch selber ganz schön evil bist. Bin ich fies. Ekel? Evil. Gibt es manchmal evil. Mal jetzt ruhig, du Ernie. Wieso nennst du? Bist du Bird? Ich verstehe. Also, wie ist es. Hast du für Ernie und Bert geguckt? Ernie und Bird? Seesam Street? Ja. Seesam Street? Ja, sicher. Was war dein Lieblingscharakter in dieser Serie? Graf. Graf. Dracula. Wer ist number? Mann, Mann, Mann. Was ist denn? Ich glaube, du bist eher so einer, wie der in der Mülltonne wohnt. Wie heißt der? Oscar. Wie hieß der Braune Große? Der Braune Große? Samsung, oder? Ich glaube, den gab es aber nicht in den Staaten. Der hat den Fernseher auf den Markt gebracht. Der hat den ja richtig Karriere gemacht in seiner Firma. Nee, den gab es, glaube ich, nur in den Staaten. Wenn wir nicht in den Staaten sind, Samsung. Ned Freeze. Wir sind doch in den Staaten. Den gab es nicht in den Staaten. Ich habe mal ein Bild von dem gesehen im Internet. Ja? Mhm. Ja, uiuiuiuiuiui. Das ist nicht schlecht. Oder? Ja. Boah. Ich muss gerade nur bei was nachdenken und lachen. Schau mal vor, der Chef von Samsung von der Firma ist einfach der von der Sesamstraße, steht da und hält so eine Keynote. Ja, hallo. Hä? Was? Könntest du jetzt unseren Ort durchfunken, du kleiner? Ich war jetzt aktiv. Nee, wir müssen ein bisschen Zeit immer dazwischen lassen, wenn andere das auch melden. Hier, warten wir kurz. Jetzt? Jetzt kannst du. Nee, du. Du bist Beifahrer. Streife 13, 10, 20, Grove Street, danke. Grove Street? Grove Street. Was ist denn die Grove Street? Grove Street? Da stehen wir gerade drin, du kleiner Grovey-Man. Ich kenne nur die Grove Street. Ja, Grove Street. Aber Street kenne ich nicht, du kleiner. Ja, nee, ich kenne die Backstreet-Boys. Jemand einmal schon mal will dich, dich zu erschießen, du hässlichen? Nein, nur dich. Komisch, ne? Dann seh dir mal die Kolletten wieder ab, du keiles Vibe. Dass sie die Male töten wollen. Aber hat keiner geschafft bisher. Ja, weil ich ja da war zum Glück. Weil ich ein Ice-Cold-Killer bin, Mann. Ice-Cold-Killer? Nee, weil ich dich gerettet habe. Nee, was kippt mal beim Namen? Jetzt tippt mal auf den Tisch. Hast du aufhören, immer das Auto zu streicheln? Ich streichel... Ja, komm. Die Samaturen sind einfach... Ich kenne mal hier. Das ist richtig gut. Gleichstellung, was du bereit hast. Ich bin unterschäumt. Alles gut. Ah. Das ist gutes Leder, ne? Ja, das ist richtig. Das ist echt kräftig. Das ist echt kräftig. Das ist echt kräftig. Ich kräftig. Mich schon ein bisschen anders, Auto. Was wollen die? Nur einfach 10, 20 ein bisschen gucken. Nur ein bisschen looky-looky machen im LTD. Ja, das ist gut. LTD. Gasoline, bitch. One day. Telefon. Morgen, Jehovas. Oh, Herr Gamble, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich möchte gerne ein Abo abschließen. Ja, Sie möchten ein Abo abschließen? Ja, geht. Nein. Und zwar... Prime? Ja. Patrick James Rose steht hier. Und ihm wurde irgendwie von einem Herrn Daniels mitgeteilt, dass er sich bei dem Herrn Weiss melden möge, bezüglich einer mündlichen Bewerbung bei der Liga Szenica sei. Wollen Sie das machen? Weil ich glaube, der Herr, mit dem würden Sie sich sehr gut verstehen. Warum würde ich mich gut mit dem verstehen? Naja, könnte Ihr Bruder sein, Herr Weiss. Wieso das denn? Sieht er so aus wie ich? Ja, ein wenig, ja. Herr Gamble, was haben Sie wieder geraucht? Was ist denn da wieder los? Er ist wieder Spermerüberfluss. Was haben Sie denn da gerade? Der Typ steht vor mir, er ist Liga Szenica, möchte sich beim LSPD bewerben. Carsten, da ist ein Liga Szenica, der möchte sich beim LSPD bewerben und ich wäre genau der richtige Mann für den. Was schließen Sie daraus? Dass wir da dringend hin müssen. Wir kommen. Nein. Wir kommen! Okay. Das habe ich gestern auch zu Ihrer Mutter gesagt bei der Gangbang-Party, Herr Gamble. Der ist der einzige Cop, bei dem man das darf. Ja. Der lacht darüber. Jetzt ruft er, jetzt will er, oh Frau Sorkin ruft an. Oh, jetzt muss ich ganz kurz. Hallo Frau Sorkin. Nein, Bundesländer weiß. Wie kann ich Ihnen helfen? Würden Sie bitte gleich einmal ins LSPD kommen bezüglich eines Gesprächs? Äh, ja. Okay, dann... Ich bin unterwegs. Okay, dann rufen Sie mich nochmal an, wenn Sie da sind, ja? Alles klar. Bis nachher. Tschüss. Die klang schon wieder so bedrückt, ey. Früher klang die immer bedrückt. Aber die hat immer viel gelacht. Ja, aber die hat immer... Streif 1, 10, 20. Wir dachten immer, das kommt eine 10, 9, 10. Und dann kam immer... Streif 1... Ja, genau. Streif 1 hat Spaß, hieß das. Was? Streif 1 hat Spaß, was? Wie hieß das, wenn die gelacht hat? Spaß... Streif 1 hat Spaß dies, hast du überhaupt gesagt? Spaß. Boah, jetzt muss ich... Jetzt werde ich leider unangenehm gleich nochmal. Warum kommt hier zu viel Arbeit auf mich zu? Ich will einfach nur Auto fahren. Das merke ich. Haben wir noch Sprit? Müssen wir noch tanken vorher? Ja, aber wir nehmen gleich den Streifenwagen wieder. Ja, dann... Ich sag dir, bis es ist, dann kommen andere, gehen in den Dienst, nehmen sich die und sagen, wir sind ja gar nicht vollgetankt. Ja. Das kennt man doch. Einfach falsch, das tut ihm nichts. Mach doch... Ja. Warum? Der alte Walter ist gestorben, Jeremiah. Langlebe Walter Weiß, der Neue. Der Nette, der Fürsorgliche, du Wichser. Den Alten habe ich aber auch schon ein bisschen dick gewonnen. Ja, weil der nämlich schneller abgesetzt werden kann, damit du den Posten kriegst, ne? Ja. Nein. Der hat mich mal gute Bringer... Bringer... Bringer gebracht. Ich weiß, den Naseweiß und den Pastewka, den ich übrigens nie gesehen habe. Der hat sich beim LSPD... Ich hatte dieses Bewerbungsgespräch niemals fühlen können. Nee. Ich wäre implodiert bei seinem Hals. Ja, vor allen Dingen wärst du wahrscheinlich suspendiert bei den ganzen Beleidigungen. Haben Sie schon mal ein Kind gegessen? Weckt es noch im Rachen? Ne? Ne, also ne? Ist das wie ein grüner Frosch? Ja. Boah. Boah. Da freuen wir uns. Das ist eine gute Nachricht des Tages. Ich meine... Das ist doch eine gute Nachricht. 3-4-5 ist halt, ne? Hallo? Check it out. Ma'am? Ma'am? Klaasen? Hallo, Ma'am? Ihr hat hinten eine Schnur. Zieh mal dran. Ach, da sind Sie. Was? Hä? Ja. Habe ich Mundgeruch? Wolltet ihr nur sagen, dass Streife 5 aktiv ist und ob die sich darüber freut? Warum geht die weg? Habe ich gestern vom Alice, glaube ich, gesehen. Entschuldigung, die Damen. Würden Sie bitte einmal zum LSPD-Wagen kommen? Der eine ist ein Mann. Und der Herr? Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Geht's Ihnen gut? Alles klar. Sie standen gerade hier, wir hatten Sie angesprochen und Sie drehten sich um und gegen weg. Ich dachte, da habe ich einen Mundgeruch oder so. Oh, ich kann es gar nicht mit so kommen. Ach so, alles gut. Ma'am, alles gut. Das war nicht so gemeint. Wie heißen Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich heiße Lina Brooks. Oh, Brooks. Ja. Warten Sie gerade nicht? Haben wir uns nicht gerade... Na, wir haben uns nicht getroffen, oder? Nein. Sie arbeiten nicht... Wir waren gerade eben noch in der Wohnung. Aber wir beide haben... Wenn Sie nicht gerade im Binko-Shoppen waren, wahrscheinlich nicht. Nee, das ist mir leider so von der Klamot... Aber wir kennen uns. Sie stand gestern mit Ihnen im Kreis vorm Alice, mit diesen Zwillingen. Oh, ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ach jetzt, ja, ja. Genau, das ist der Jeremiah Carson, Assistant Chief. Oh, mein Gott. Oh, ich wusste gar nicht. Oh. Carson, gib den beiden nochmal die Hand, bitte. Mach mal eben. Hier aus dem Fenster raus. Nein, wenn, dann gibt es die Frau, die Ghetto-Frau. Ich war mir ja gar nicht bewusst. Nee, alles cool. Was haben Sie denn? Ich bin nicht aufgefallen. Nee, nee, nee. Wir suchen noch den Mann mit der Frisur, oder, Carson? Ja. Passt, ne? Ja, hat nicht geklappt. Gut, haben Sie einen schönen Tag noch, ja? Okay. Bis dann. Ciao, tschüssi. Ciao, ciao. Hallo, Herr Pearson. Hallo, da war es für mich angerufen. Ja, kommen Sie bitte ins LSPD und warten Sie vor meinem Büro. Bis gleich. Kannst du kurz tanken, Karsten? Bitte? Tanken? Ja. Du hast mich gerettet, Mann. Du hast mich einfach wieder gerettet. Barry, ist dir das bewusst? Was denn? Toll, die Werbung da oben, ne? Mit Rusty Browns, ne? Ja. Wo? Warte. Du hast mich gerade wieder gerettet. Wolltest du dir Scheiße bauen? Nee, der hat gesagt, haben Sie uns beim Binko getroffen, da wollte ich sagen, dass es mir zu bieter dort, aber du hast interveniert und deswegen, äh, achso, ich dachte gerade, die Frau hat keine Hose an. Oh mein Gott. Hab ich mich gerade erschrocken, weil die auch so gelaufen ist. Erfreut. Warum läuft die so komisch? Warte mal eben. Jetzt eilig. Walter, die kann halt laufen. Ich frag doch nur, ob alles in Ordnung ist. Hallo, Ma'am. Guten Abend. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, ich warte bloß auf, ach, ja, der arbeitet, äh, sogar bei der Polizei, ähm, wartet auf jemanden. Auf wen warten Sie denn? Ma'am, wie heißt der? Äh, Max. Krien. Ja. Und wie heißen Sie? Mara O'Brien. O'Brien? Ja. Und in Zukunft Krien? Ähm, nein. Achso, hätte sein können. Aber er ist ein guter Mann, ne? Machen Sie nichts falsch mit. Das ist unangenehm. Äh, ist glitschig hier, ne? Passen Sie auch nicht, dass Sie ausrutschen. Ja. Was ist schon da? Ich glaube, Ihre Weste hängt, äh, ist auch nicht richtig da. Ja, 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 ich, ich mach's mal hier. Haben Sie noch ein Stück Tatmähm, ja? Ja. Danke. Gleichfalls. Weck mich am Arsch. Ja. Da glitschig da drin. Du findest die aber richtig geil, oder? Du zeigst ja stundenlang auf die. Was ist denn? Ich hab dich schon gesehen. Hab ich sie irgendwo angefasst, wo ich nicht sollte? Warte mal, komm mal kurz mit. Ja, aber richte deine Weste. Hab ich doch! Nimm die Hände runter. Hab ich doch! Hä, willst du mich verarschen? So. Spiel mal mit jetzt. Mach mal mit jetzt. Das ist lustig. Wir sind jetzt lustig. Komm. Das ist Herr Wutz? Hallo. Haben Sie auch einen Gramm vor uns? Was? Nicht? Was? Wann willst? Weil Sie stehen hier im Dunkeln so in der Ecke und ich dachte, äh, wissen Sie, es sah noch ein bisschen komisch aus, als wir hier rangefallen sind. Alles in Ordnung bei Ihnen? Jawohl. Ja, na klar. Schön. Schillen halt weiter an, ne? Ja, wenn, ach, viel zu tun, wissen Sie, Ma'am. Also, sag Ihnen, die Polizei praktäglich Leben riskieren, Schießereien, Unfälle, viel Elend. Aber das hat er nicht. Und dann sind wir froh, dass wir natürlich Menschen sehen wie Sie, die dann lachen und uns, unser Herz auch zum Lachen bringen, wissen Sie, wir leben ja für Sie hier in der Stadt. Ach, wissen Sie, was, mir geht's gut. Ich wollte einfach nur nett sein, ne? Das ist schön. Also, Sie dealen hier nichts oder so, ja? Nein. Wollte man nicht. Dann würde man mal anders gucken, was kriegen. Dann würde man mal Alkohol. Alkohol. Oh. Was trinken Sie dann so gerne? Was ist Ihr Lieblingsgetränk? Whisky. Dina Colada. Dina Colada. Whisky haben Sie gerade gesagt, Ma'am. Ja. Oh, Whisky ist gut. Und Sie da einen Speziellen oder einfach runter damit, mit dem Whisky? Irgendwann mal runter damit, ja. Irgendwann aus der Flasche. Ja. Nein, 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 nein. Nein, man sollte immer schön einen Whisky aus einem schönen Whisky-Glas trinken und dabei noch vielleicht ein oder anderen Eiswürfel rein. Sag's Ihnen. Hören wir Sie bei irgendwas? Nein, gar nicht. Aber Eiswürfel im Whisky. Ich mag's nicht gern verwässert. Okay. Lieber direkt 100 Prozent runter damit, ne? Was sagen Sie zur Pizza Spinat mit Mais? Pizza Spinat mit Mais. Mais weg, Spinat okay. Sie, Ma'am, in der Mitte. Ich hab' nicht zugehört. Bin nicht gut. Schönen Tag noch. Ciao. Tschüssi. Sehr nett von Ihnen. To be live. War ja auch hässlich, die Alte. So. Warst du auch kennen? Ja, ich bin im PD. Okay, ich bin jetzt in wenigen Sekunden da. Dann, wo soll ich denn jetzt hin? Einfach nur warten. Weißt du, wie die aussah in der Mitte? Nein. Geh, wenn du mit dem Bulldozer einmal drüber gefahren wirst. Danke, dass du getankt hast übrigens. Ja, bitte. Harry, das Auto ist nicht aufgetankt. Warte mal. Bist du dumm? Ist ja sogar zu dumm, ein Auto aufzutanken. Worauf soll ich denn warten? Weil ich meine, es springt das System erst später um. Aber ist wirklich nicht drin? Wie, das System springt um? Welches System? Ja, dann tank du mal. Dann tank du mal besser. Du kannst nix. Ich dachte immer, du bist jemand, der sein Nozzle gut irgendwo reinhalten kann. Ja, weil du mich vollquatscht hier die ganze Zeit mit irgendwelchen Werbungen da oben. Du laberst mich selber voll, du hässlichen. Irgendwie rast die... Oh, der Wagen ist ja voll. Ich glaub, da ist ne Entschuldigung fällig. Siehst du ihm kurz die Hose runter? Ich soll die runterziehen? Ja, du hast so am Nacken. Nee, nee, siehst du, hab ich vollgetankt, ne? Hab ich gut gemacht, oder? Nichts kannst du. Was kannst du eigentlich? Okay, okay. Kasse dich manchmal einfach nur. Wieso hast du mich, wenn ich kasse? Weil du einfach ein schlechter Mensch bist, Jeremiah Carson. Weil ich's dir nicht kasse. Du feierst, du stehst am Strand mit drei Frauen, die für dich tanzen und du rufst nicht mal den alten Wald an und machst ein Foto dafür. Davon. Ich hab ein Foto davon gemacht. Er ladt bei Venture hoch. Man schreibt, was bin ich für ein geiler Hecht. Das Recht. Wir haben mein erster Post, aber diesmal mit einer Wahrheit wenigstens. Boah, das wär aber krass, was. Leute, ich sage dir, ohne... Oh, kein Steifenwagen. Ich würde dir sagen, du würdest so viel krasse Sympathiepunkte kriegen, wenn du das schreiben würdest. Echt? Ja, ich glaub schon. Da kommen die Ausbilder zurück mit dem Gefängnisbus. Was? Das ist eine böse Metapher irgendwie, oder? Wie, wie ein Gefängnisbus? Ja, ja. Die fahren einfach mit der Frau Collins rum. Ja, tut gut. Ne, wir haben jetzt übrigens für die beiden neuen Fahrzeuge unten. Also der Insurgent ist Frau Collins. Ja. Und der Right ist Frau Morell. Okay. Ne, also Morell und Collins sind die Codewörter dafür. Also die internen für die Führungsriege. Erst klar. Erst, erst klar? Erst, klar? Äh, ja. Wollen wir erst das Talking-Gespräch machen und dann auf Toilette gehen? Also... Ja, aber die... Aber... Ja, also... Lass uns dann nachher auf Toilette gehen. Warum muss ich mal mit dir zusammen... Lass dann nachher auf Toilette gehen. Hallo? I'm... Sorry. Ahoi. Pause. Hallo Frau Sorg... Meine Güte, geht's Ihnen gut? Hallo. Hallo. Saukin? Ja. Geht's Ihnen gut? Ja. Okay. Äh, gehen Sie schon mal vor auf Etage 3 in meinem Büro, ja? Etage 3, ja. Gehen Sie ruhig schauen ins Büro rein, ja? PD 36 Funk, check. Check. Alles klar. Aber Sie alleine, Ma'am. Wie wird denn sonst? Machen Sie es nur. Oi. Ja, hallo? Boah, ich soll noch guter Label. Ich schiebe auf Polit. Guten Abend. Sie geben mir doch bestimmt die Hand, oder? Für die SPD oder wie? Warum? Natürlich. Für was denn? Natürlich. Yeah. So. Und Sie wollen sich heute beim LSPD bewerben, ne? Ja, richtig, richtig. Okay. Ich habe gleich den Gespäck. Ich habe Termin um 21 Uhr 40. Ja. Äh, Ihr Termin, äh, da werde ich dabei sein. Okay. Ne? Das ist eine große Ehre von mir mit, wirklich eine große Ehre von mir. Dankeschön. Mhm. Gerne. Ich rufe nur den Herrn Johnson eben an. Der muss den, Ihr Termin leider noch mal um fünf Minuten nach hinten verschieben, weil ich noch was klären muss, ja? Natürlich, natürlich. Steve? Herr Johnson, der Herr, wie war Ihr Name nochmal? Bad Juan Hoy. Bad Juan Hoy. Der steht vor mir, könnten Sie das Gespräch auf 22 Uhr verschieben, weil ich vorher noch ein wichtiges Gespräch, ah, auf 21.50 Uhr verschieben, weil ich vorher noch ein wichtiges Gespräch habe. Äh, Sir, der Plan war jetzt gewesen, ähm, quasi, äh, alle, äh, jetzt nur zwei mit hochzunehmen, die anderen für, nach 22 Uhr für die Besprechung, ähm, äh, auch zu schieben, auch unter anderem auch der Bad Juan Hoy, da ich nicht wusste, dass die schon im Hause sind. Also er soll dann später wieder kommen, ja? Er soll dann später wieder kommen, aber das werden wir jetzt den Rekruten auch sagen, weil wir sind jetzt auch gerade runtergekommen und ich sehe sie gerade auch. Okay, okay, dann klären Sie das. Alles klar, danke. Alles klar. Äh, Sie müssen später nochmal wieder kommen, Sir. Also einfach nur in einer halben Stunde oder so. Also Sie kommen heute noch dran, aber ein bisschen später. Soll ich einen Tipp geben? Holen Sie sich einen Anzug. Dabei punkten Sie immer. Ja, ja, einen Anzug. Ja, okay. Hallo, Herr Petersen. Die stellen Automat nach so oben. Ach so, äh, jetzt, ne? Also, ähm, genau, Herr Johnson. Ich muss nur, nach der Besprechung habe ich Zeit, ja? Aber ich muss vorher noch... Das habe ich mir fast gedacht, glaube ich, Sir. Wunderbar, okay, dann... Besprechung ungefähr 20 Minuten? Ja, die Besprechung dauert so 20 Minuten, genau. Alles klar, dann lade ich die anderen Leute dann wieder für 22.30 Uhr ein. Perfekt, ja, dann sollten wir Zeit haben. Dann sollten wir genug Zeit haben. Genau. Aber wenn wir die Besprechung haben, bitte sorgen Sie dafür, dass alle Cops dabei sind und das ganze Piddy leer ist, ja? Ja, wir sollen alle davor warten. Wir brauchen auch, das geht schon. Hallo? Hallo? Hi, Chief. Da kommen schon die Rekruten aus. Wer sind Sie denn? Ich bin die Neue, ich komme jetzt öfter. Wie heißen Sie denn? Swift, Sir. Frau Swift. Was ist denn mit Ihnen passiert? Sie haben immer neue Frisuren, da muss ich mir erstmal... Also, sieht gut aus. Also, erstmal sind wir hierhin. Nein, Geschützer. Freut mich. Alle erstmal sind wir hierhin. Ja, alles klar. Okay. Ich bin frei für eine Streife. Okay, ich würde erstmal 10.30 Toilette aufsuchen. Oh Gott, bringen Sie sich in Deckung. Äh, Stavivier hat sich aufgelöst, ja? Ja, alles gut. Stavivier hat sich aufgelöst. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Hilfe. Guten Abend. Hallo. Hallo, Chief. Hallo. Frau Sorkin. Frau Collins, stopp. Kurzer Moment. Ich weiß, sie hört sich nicht gut an. Wer hört sich nicht gut an? Ja, ich habe vorhin mit Sorkin telefoniert. Okay. Ich wollte nur sagen, tut mir leid, für den Spruch war nicht richtig. Alles gut, nicht schlimm. 73 für die 99 kommen. 40 kommen. Ihre 10, 20 kommen. Etage 3 kommen. Somit bin ich auf dem Weg. 99. Leute, ich muss so pissen, ey. Das mache ich gleich. Die Besprechung wird gleich auch unangenehm. Oh, heute ist Tag des Unangenehmens. Aber ist auch lustig, ne? Ich muss mal meinen Sub-Code aktualisieren. Leute, ey. By the way, Leute. Ich bin euch echt dankbar, Mann. Also jedem Einzelnen. Sorry, dass ich es noch nicht vorgelesen habe. Für die ganzen Subs. Wir sind einfach über 4000 wieder. Vielen, vielen Dank. Mods, wie viele Subs und Bits waren das heute? Das sagt man so im Polizeifunk-RESA. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Sind Sie gerade mit Frau Collins am Telefonieren? Ne, okay. Ne, nicht mehr. Was? Der Stream hat 528 Subs heute und 9100. 500 Subs? Ich habe es nicht mitbekommen. 500? Streifen 5 aktiv. Abstreifen. So. Frau Sorkin, sind Sie bereit? Sorkin? Refonieren Sie gerade mit Frau Collins? Frau Collins, ja. Okay. Ja, bis dann. Tschüss. Gut. Wie geht es Ihnen, Frau Sorkin? Sie machen es aber gar keinen guten Eindruck. Geht. Also mir geht es ganz gut. Okay. Ganz gut. Ja. Okay. Ähm. Gut. Äh, ja. Also folgendes, Frau Sorkin. Es ist bei Ihnen im privaten Umfeld kürzlich etwas vorgefallen, was, äh, ein Krankenhausaufenthalt bei Ihnen beinhaltete. Ja. Also ich will gar nicht auf die konkreten, können Sie mir eine kurze, äh, kurze Information geben, ähm, also dafür werden Sie nicht sanktioniert oder so, darum geht es gar nicht. Können Sie mir nur sagen, was Sie an dem Abend alles zu sich genommen haben? Äh, Alkohol. Bogen? Whisky. Ne, Whisky, ähm, Alkohol, ja. Okay. Und warum waren Sie im Kranken, also Sie müssen diese Frage nicht beantworten, aber warum waren Sie im Krankenhaus? Ich habe das zu schnell getrunken und, ähm, ja, habe die Wirkung extrem unterschätzt. Ich habe halt, äh, nachdem ich betrunken war oder in meinem betrunken Zustand habe ich gedacht, ich, ja, ich im Ex noch mal eine Flasche und die Flasche war es dann. Meiner Güte. Ähm, okay. Ich habe einige Fragen an Sie. Sie müssen mir die Fragen beantworten, das ist wichtig. Ja. Ähm, also. Als Ihr Chief of Police mache ich mir natürlich Sorgen um Sie und habe eine gewisse Sorgfaltspflicht. Haben Sie sich das so aufgeschrieben? Nein. Das klang gerade so. Wissen Sie, ich bin ein sehr begnadeter Redner manchmal, wie Sie merken. Also, ähm, und, ja, Carsten, es wäre gut, wenn Sie jetzt nicht kurz telefonieren würden, ja? Ähm, genau, ne, ich meine nur, ich dachte, das, genau. Ähm, und, hören Sie, fokussieren Sie sich bitte drauf, weil das ist, also, ähm, genau. Genau. Also, als Chief of Police bin ich dafür verantwortlich, wie es Ihnen geht, auch privat, ja, weil Sie haben einen Posten ausgeübt, der eine gewisse Vorbildfunktion erfüllt und in Kombination mit der Person, mit der Sie unterwegs waren, haben Sie sich praktisch... Ja, war jetzt aktiv, downtown. Ja, nicht mit Ruhm bekleckert an diesem Abend. Ähm, mir, ich habe Sie angerufen, erinnern Sie sich noch? Und habe Sie so ein bisschen rausglockt und habe zu Ihnen gesagt, dass wir beide Party machen. Können Sie sich daran erinnern? Ja. Weil ich wollte, dass Sie anrufen und Sie wirkten am Telefon ziemlich zermürbt und, ja, verstehen Sie mich nicht falsch, nicht zurechnungsfähig. Also, Sie wirkten schon so, dass Sie ziemlich am Ende waren, wegen Gründen, die mich nichts angehen. Okay? Ähm, genau. Genau, und dann haben wir beide ja telefoniert, dann habe ich aufgelegt. Äh, ich bin dann außer Dienst gegangen und Sie sind mit dem Herr Hill noch etwas rumgefahren. Erinnern Sie sich da noch dran? Ich erinnere mich, ja. Gut. Ist klar. Ähm, als Sie rumgefahren sind, sind Sie nach Sandy Shores gefahren. Ja. Was haben Sie dort, also warum sind Sie nach Sandy Shores gefahren? Das soll ich jetzt beantworten? Warum sind Sie nach Sandy Shores gefahren? Warum, also warum waren Sie in diesem Auto und was sollten Sie in Sandy Shores tun? Also, an erster Stelle war ich in dem Auto wegen dem Telefonat mit Ihnen. Ja. Weil, ähm, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Herr Weiß. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier überhaupt reden soll, weil es hier gerade um was Privates geht. Aha. Und etwas Privates, was ich hier im Dienst nichts zu suchen hatte, weil... Doch hat's. Negativs hat es nicht. Doch hat's. Ähm... Habe ich Ihnen doch gerade erklärt? Ja. Und auf welcher... Ich habe... Habe ich ein Gesetz gebrochen, Sir? Darum geht's doch gar nicht. Es geht nicht um ein Gesetz. Haben Sie ihn noch nie getrunken? Haben Sie ihn noch nie getrunken? Doch, habe ich. Aber ich habe nicht so viel getrunken, dass ich mir der... Dass mir der Magen ausgepumpt werden musste im Krankenhaus. Ja, das stimmt. Aber die Probleme, die ich habe, die... Äh... Und warum ich in Sandy Shows war, ich bin nicht gefahren, Sir. Darum geht's gar nicht. Darum geht's gar nicht. Nein, 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 nein. Warum waren... Ich will nur den Grund wissen von Ihnen. Das spielt eine elementare Rolle. Warum waren Sie in Sandy Shows? Weil der Herr Hill nicht dorthin gefahren war. Angesetzt durch die 799. Als Sie dorthin gefahren wurden, hat der Herr Hill Sie jemandem übergeben? Oder sind Sie einfach ausgestiegen? Ich bin ausgestiegen. Und was ist... Hat der Herr Hill gemacht? Wofür spielt das eine Rolle? Das ist der Knackpunkt. Was hat der Herr Hill gemacht? Er hat mir einen schönen Abend gewünscht und ist gefahren. Hat der Herr Hill mit den Leuten dort gesprochen? Negativ. Hat der Herr Hill Ihnen die Frage gestellt, ob Sie die Leute dort kennen? Ich habe es gesagt. Sie haben Herr Hill das im Auto gesagt? Nein. Auf der Straße. Ich habe gesagt, das sind meine Leute, glaube ich. Also irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Das habe ich gesagt, wo ich halt das Auto gesehen habe. Da ging ich davon aus, dass es wahrscheinlich Kollegen... Also beziehungsweise, dass es zwei Leute sind, die ich kenne. Ach so, Sie wussten nicht mal, ob die Leute, die in diesem Auto sitzen, Ihre Freunde sind. Ich war mir erst dann... Es war halt dunkel. Ich war mir erst dann komplett sicher, als sie ausgestiegen sind. Aber ich ging halt schon davon aus. Weil... Okay, das bringt Herr Hill noch in eine schlimmere Situation. Okay. Nee, nee, das bringt Herr Hill in eine noch schlimmeren Situation. Wartet Leute, gleich erkläre ich euch warum. Okay. Ja gut. Wer waren denn die Leute da? Also wer... Ich weiß, wer das war, aber ich will das von Ihnen hören. Herr Logan Stryker und Jason Konso. Und das sind Ihre Freunde? Leute, mit denen ich gedenklich Zeit verbinde, ja. Also Freunde sind sehr gute Freunde. Das Problem ist, warum halten Ihre Freunde Sie davon nicht ab, so immensen Alkohol in sich reinzukippen, sodass sie in ein Krankenhaus landen und sich auspumpen lassen müssen. Was sind das denn bitte für Freunde? Das sollten Sie erstmal hinterfragen, aber das geht mich auch nichts an. Worauf ich hinaus will, Frau Sorkin? Jetzt erkläre ich Ihnen, warum wir das mit dem Dienstaspekt ansprechen, ja. Also, ich habe Sie nie auf dem Posten der Streifendienstleitung gesehen. Man hat mich aber beraten und man hat gesagt, hey, die schafft das. Ich habe dann sehr viele Gespräche geführt und man hat mich überzeugt und ich wollte Ihnen die Chance geben. Ja. Also habe ich Ihnen die Möglichkeit gegeben, sich zu entwickeln und sich selber zu fördern. Wir wollten Sie auch dazu noch fördern, ja. Ja. Genau. Daran sind Sie kläglich gescheitert, weil Sie sich nicht durchsetzen konnten. Und das andere Problem ist, weil die Leute um Sie herum Sie nicht geschätzt haben, ja, auf Ihrer Position. Aber Sie konnten sich auch nicht durchsetzen. Im Umkehrschluss endete das dann mit einer Überarbeitung. Sie haben sich nicht gewertschätzt gefühlt. Vielleicht spielte das eine in das andere noch rein, dann noch privat. Sie haben private Probleme mit in den Dienst gebracht. Wir erinnern uns an die Situation, warum Sie suspendiert wurden. Sie haben Ihnen nicht ganz die Wahrheit gesagt. Und das Problem war, dass ein Mitarbeiter des LSPDs von Ihnen weggeschickt wurde, damit Sie Herrn Pearson eine halbe Stunde lang von seiner eigentlichen Arbeit abhalten konnten oder wollten. Eine halbe Stunde lang? Oder Entschuldigung, 20 Minuten, Entschuldigung, 20 Minuten. Das waren eigentlich immer noch unter 20 Minuten. Ich habe sogar einen Beweis durch meine SMS-Tätigkeiten, meine Anrufe an dem Tag, dass es immer noch bei 15 Minuten allerhöchstens liegen musste. Ja, also, warum sagt Ihr Partner dann 15 bis 20 Minuten? Der Herr Pearson sagt auch immer, nur zwei Minuten. Nur zwei Minuten und dann am Ende warten wir. Ja, wägen wir mal ab. Es spielt ja auch keine Rolle. Wissen Sie, Frau Socken, lassen wir die Zeit mal sogar außen vor. Ja, da haben Sie vielleicht recht. Ist ja auch kein Problem. Sie haben sich auf das Gespräch hier vorbereitet. Kann das sein? Negativ. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet, aber Herr Weiß. Ich habe gestern einen ganzen Tag gehabt, wo ich darüber nachdenken konnte. Ich hatte halt schon vorher Tage. Ich habe mich nämlich schon vorher ein paar Mal dazu ausgesprochen, dass ich kein Käpt'n sein mehr will. Ich habe jetzt gerade ja schon erfahren, dass ich es auch nicht mehr bin. Von wem haben Sie das erfahren? Frau Collins hat es mir gerade erzählt, dass der Herr Anderson jetzt Käpt'n ist. Genau, und deshalb habe ich das jetzt eh mal schon ein wenig erfahren. Aber Herr Weiß, dann würde ich Sie auch bitten. Und deshalb, Sie können mir gerne die Kündigung jetzt aussprechen, wenn Sie das nicht hören wollen. Wenn Sie das jetzt gerade nicht hören wollen, was ich jetzt auch will. Und zwar, Sie wollen mir wahrscheinlich jetzt, oder das haben Sie ja schon, ich weiß noch nicht, was genau mich erwartet. Aber dann sollten Sie auch keine Streifenfahrten mehr fahren, aus irgendwelchen privaten Gründen, privaten Anrufen heraus, dass wir Sie teilweise eine halbe Stunde bis eine Stunde oder mehrere Zeiten dann am Ende aus dem Streifendienst heraus verlieren. Sie sind schon nicht so oft im Dienst und ich bin Ihnen ja auch extrem lange hinterher gelaufen, wenn ich irgendwas von Ihnen wollte. Und dann, dass man mir jetzt einen Strick daraus sieht, weil ich 15 Minuten mit einem Officer, ja, ich weiß, ich habe einen Officer vom Dienst abgehalten, was ich im Umkehrschluss aber teilweise trotzdem sonst so gemacht habe, wie viele Leute auch an sich 15 Minuten auch mal im Dienst irgendwelche Privatgespräche führen. Das möchte ich ja dann mal gar nicht. Dann sollte am besten, bitte Entschuldigung, das ganze LSPD oder sehr viele Kollegen suspendiert werden. Wenn ich jetzt auch höre, dass in vermehrter Zeit Leute auch Akten verweigern zu schreiben oder sehr lange das schon wieder hinter zurücklassen. Und dann wollen Sie mir sagen, dass Sie mich degradieren aufgrund von einem Fehler, den ich privat begangen habe, dass ich zu viel Alkohol getrunken habe. Also, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel ein Freund gestorben ist, was Sie zum Beispiel jetzt gar nicht wissen oder Sonstiges, Sie auch gar nicht erfragen, sondern erst die Schlüsse ziehen und dann, beziehungsweise erst die Konsequenzen ziehen und dann die Schlüsse ziehen. Ja. Streifen 15, was Putsche für die... Also, weiß ich nicht. Also, es tut mir leid, Sir, aber so kann ich Sie als meinen Chef nicht ernst nehmen, wenn Sie mich für Sachen sanktionieren, die Sie selber im Dienst tun. Soll ich Ihnen was sagen? Sie haben recht, aber was Sie auch nicht wissen, wenn ich etwas privat mache im Dienst... Herr Carsten, was haben wir letztens gemacht, als wir privat unterwegs waren, aber im Dienst waren? Was haben wir danach direkt gemacht? Ja, wir haben uns eine Stunde lang mit dem Makler getroffen. Danach haben wir uns gegenseitig jeweils 200 Dollar eingezogen im Lesegerät, weil wir die Stunde uns nicht bezahlen lassen wollten, weil es privat war. Ja, aber Sie können das so machen. Wir können ja auch sagen dann im Nachhinein, ja, dann ziehen Sie uns das bitte vom Gehalt ab. Nee, Sie verstehen gar nicht, was das Problem ist. Sie haben überhaupt nichts verstanden. Sie kommen zum LSPD, während Ihr Mann, Freund, was auch immer, in einem Streifenwagen sitzt und mit einem Partner, den Sie als Käpt'n überstehen, eine Streife beginnen wollten. Was haben Sie also gemacht, Frau Sorkin? Sie haben Ihren Angestellten weggeschickt, weil Sie mit Herrn Pearson ein Privatgespräch führen wollten, was Sie ja tun können, wenn es dringlich ist, ja. Aber in diesem Gespräch haben Sie laut Herrn Pearson 20 Minuten lang den Rekruten zur Seite geschickt, um ein privates Problem, was Sie hätten auch privat regeln können, zu thematisieren. Ich habe ihn ja gebeten, auf den Dienst zu gehen. Okay, aber das wollte er nicht. Warum haben Sie dann nicht einfach damit gewartet? Weil ich Probleme einfach gerne sofort kläre. Aber wissen Sie, was ich gerade bemerkenswert finde? Sie stehen hier mit einer sehr straffen Körperhaltung und setzen sich durch. Warum haben Sie das nicht im Dienst geschafft? Herr Weiß, weil niemand zu mir stand. Und ganz ehrlich, mittlerweile habe ich nichts mehr zu verlieren. Weil niemand zu Ihnen stand. Wir standen die ganze Zeit zu Ihnen. Ach, Herr Weiß, Sie haben doch gerade selber gesagt, Sie haben mich dort nie gesehen. Genau, und dann wollte ich Sie fördern. Genau, wie ich Herr Hill ebenfalls da nicht gesehen habe, als Assistant Chief, und er sich durchgekämpft hat. Wer hat Sie denn nicht gesehen da? Alle anderen. Meinen Sie das? Alle anderen Kollegen? Die anderen Captains. Alle Captains, die auf mich zukamen, so von wegen, ja, warum sind Sie denn jetzt plötzlich das geworden? Herr Weiß hat aber gesagt, der wollte Sie gar nicht dazu befördern. Herr Weiß, stopp, 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 stopp. Was haben Sie zu Ihnen gesagt? Das haben Sie zu mir gesagt. Das habe ich nie gesagt. Das wurde mir so weitergebracht. Wer hat Ihnen das gesagt? Ja, die... Captain selbst, Ihnen persönlich. Ja. Alle. Herr Pearson hat gar nichts dazu gesagt, um das mal zu sagen, aber, ja. Mir wurde das so gesagt, und ich will da auch jetzt keinen nennen, weil... Das ist interessant. Ja, ist mir egal. Wissen Sie, was das Interessante ist? Diese Diskussion hatten wir nur unter drei Assistant Chiefs. Es gab nie ein Gespräch mit Captains, ob sie auf diese Position kommen oder nicht. Nee, das nicht, aber die Captains haben natürlich davon erfahren, dass Frau Sorkin jetzt auch Captain ist, und kamen dann zu Ihnen und haben, sagen Sie mal, den Wortlaut ungefähr. Es wurde gesagt von wegen, dass der Herr Weiß gesagt hatte, dass man sich ja keine Sorgen machen muss, dass ich trotzdem noch unter einem Captain stehen würde. und ich ja halt nur, dass die Abteilung halt erst mal sich abkapseln würde. Das wurde gesagt. Und dann wurden sie Captain und dann haben die gesagt, wie komisch. Ja. Jetzt sind sie plötzlich Captain geworden. Und ganz ehrlich, ich weiß ja, es kam ja nach dem Gespräch von Herrn Tanaka. Der Herr Tanaka war in dem Abend ja zum Beispiel gar nicht da. Der Herr Tanaka, ich kann auch nicht mal verstehen, warum er nicht vorher das Gespräch mit mir sucht. War das zum Beispiel wirklich ein privates Gespräch oder sowas? Warum hat der Herr Tanaka das nicht bei mir angesprochen? Warum sprechen die Leute das nicht bei mir an, wenn die ein Problem mit mir haben? Wenn ich irgendwas, ein Fehlverhalten bemerke, dann komme ich nicht sofort zu Ihnen. Ja, Sie haben recht. Ich gehe auf die Leute zu. Wenn ich die Leute aber einen Karren fissen will, dann gehe ich zu Ihnen. Und dann wollen sie mir sagen, dass diese Leute wirklich hinter mir standen, wenn die eben hinter meinem Rücken sofort etwas melden. Das wollen Sie mir sagen? Ich weiß gar nicht, wofür ich hier stehe, weil mir einfach schon seit Wochen einfach nur noch an Karren gepisst wird. Ich privat, privat habe ich alles verloren, Herr Weiß, für diese Stelle. Und ich habe mich jeden Tag hier hingestellt. Jede Stunde, die ich Zeit hatte, habe ich mich hier hingestellt und habe meinen Scheißdienst gemacht. Und trotzdem, trotzdem wollte mir jeder einfach nur sagen, wie kack ich bin. Ich habe privat alles verloren, alles aufgegeben für diesen Kosten. Und deshalb ging es mir so schlecht, weil ich alles verloren habe, wirklich alles verloren und ich mir so viel Mühe gegeben habe und die Kollegen trotzdem mir auf den Arsch kappen und sagen, und mir hinter meinen Rücken sagen, wie scheiße ich doch bin. Warum konnte man nicht einmal die Leute, dass sie einfach Erwachsene hinter mir stehen oder mir Erwachsene ins Gesicht sagen, wenn irgendwas sein sollte? Da haben Sie recht. Aber ich habe es Ihnen immer gesagt. Sie, ja, aber es geht nicht um Sie. Ja, aber jetzt komme ich zu einem Punkt. Und Sie haben aber mir auch nicht alles gesagt. Doch, habe ich. Das haben Sie bei einem Captains Meeting, da haben Sie gesagt, ja, Sie hätten mich am liebsten dafür suspendiert. Für was, haben Sie mich einmal gefragt? Was meinen Sie? Ich habe gesagt, die bei dem Verkehrsvorfall war, haben Sie mich einmal gefragt, was dort oder wie ich dort vor Ort war. Ich war als, ich wurde in den Dienst wieder zurückgerufen. Dass sie dort schon standen. Das war, als dieser Anruf schon war. Ich hätte Sie aus einem anderen Grund suspendieren wollen. Soll ich Ihnen sagen, welchen? Ja, aus welchen. Dass Sie die Namen nicht rausrücken wollten. Ich wusste die Namen doch nicht. Ich bin dort, also ich wurde außer Dienst eigentlich schon. Check, Streppe 5. Ich bin dort hingekommen und der Herr Pearson hatte mich sofort von dem Geschehen weggefunden. Also er hat mich sofort wieder davon weggefunden. Dann bin ich mit dem Herrn Albert dann zur Lydesautankstelle, haben dann den Dienstwagen vorgetankt, wollten dann halt außer Dienst gehen, weil ich schon außer Dienst war. Dann habe ich den Herrn Pearson angerufen. Was ist denn jetzt Sache? Ich dachte, ich sollte extra kommen als außenstehender Supervisor. Und dann hat er mich dann nachträglich nochmal dahin geholt. Aber er hat mich sofort... Frau Sorkin, darf ich Ihnen was sagen? Gucken Sie mal. Ich gebe Ihnen mal einen kleinen Rat. Ganz kleinen Tipp, ja? Und die Namen, die ich kannte, die habe ich Ihnen genannt. Ja, ich... Soll ich Ihnen mal einen freundschaftlichen Rat geben? Also jetzt nicht als Chief, sondern als Walter Weiß persönlich, ja? Sie sollten damit anfangen, an Ihrem Freundeskreis zu arbeiten und an Ihren Leuten, die um Sie herum sind, weil die sagen uns das, was wir von Ihnen halten sollen. Denken Sie über diese Worte mal genauer nach. Und diese Leute, die uns das sagen, haben sehr viel Einfluss, verstehen Sie? Wir, Herr Carson und ich, wir sind Entscheidungsträger. Und wir haben Berater. Und diese Berater beraten logischerweise. Und einer dieser Berater... Ja, das war so gemeint. Nö, nö, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das sollten Sie ja selber rausfinden. Ich erkläre Ihnen jetzt, warum Sie hier sind. Okay? Frau Sorkin, Sie sind aus folgendem Grund hier. Sie haben mich menschlich enttäuscht. Soll ich Ihnen sagen, warum? An dem Abend, als es Ihnen so schlecht ging, okay, habe ich Sie angerufen. Ich habe mit Ihnen telefoniert. Und Sie machten einen sehr geknickten Eindruck auf mich. In letzter Zeit, ich sage Ihnen, mir war schon klar, dass Sie, ich habe Ihnen ja gesagt, sagen Sie mir bis Freitag Bescheid, ob Sie den Posten behalten wollen oder sich. Als Sie rausgegangen sind, habe ich sofort zu Carsten gesagt, ich hoffe, Sie behält Ihnen nichts. Weil ich gemerkt habe, was das für eine emotionale Belastung auf Sie ausmacht. Sie waren im Funk immer die, die gelacht hat. Sie waren immer die, die im Funk Sprüche gebracht hat. Sie haben sehr viel gelacht. Als wir Streife gefahren sind, haben wir sehr viel gelacht. Ich schätze Sie sehr. Aber jetzt kommt ein Punkt, der sehr essentiell ist. Sie haben viele Leute in einen absoluten Unmut gerissen. Herr Hill wurde heute suspendiert und als Assistant Chief enthoben. Warum wurde er das? Weil er eine gewisse, wir als Cops haben eine gewisse Mentalität, die wir vertreten und diese Mentalität besagt, dass wir verpflichtet sind, um uns um die Bevölkerung zu kümmern und auch um die Leute um uns herum und auch um unsere Angestellten. Als Käpt'n sind Sie mehr als 24-7 im Dienst, verstehen Sie? Sie sind immer im Dienst. Sie sind Käpt'n, Sie haben eine Vorbildfunktion. Genau wie ich es habe, wie Herr Kassner, Herr Hillers hatte. Und ich muss für meine Konsequenzen jeden Tag gerade stehen. Wenn ich etwas mache, kriege ich Anzeigen reingedrückt, ich werde suspendiert vom obersten Richter und so weiter und so fort. Dann höre ich, ich komme in den Dienst, ich höre von Herrn Pearson, dass er mir die Ohren zuholt, dass sie im Krankenhaus lagen und man ihnen den Magen auspumpen musste. Ich war natürlich im ersten Moment voller Sorge, weil ich wollte wissen, was ist passiert, was ist los. Und wir haben dann Rücksprache mit mehreren Leuten gehabt und es stellte sich heraus, dass eine gewisse Sorgfaltspflicht seitens einer gewissen Person nicht eingehalten wurde. Sie waren in einem Apartment. Sie wollten das Apartment aus Gründen verlassen. Dann sind Sie mit Herrn Hill Auto rumgefahren. Laut Herr Hill waren Sie im Auto einen ziemlich klaren Verstand. Allerdings sagt Herr Pearson wiederum aus, und auch ich fand das, dass Sie nicht klaren Verstand hatten. Sie wurden in Sandy Shores ausgesetzt, praktisch. Man hat Sie dort stehen lassen, ohne sich in Rücksprache zu halten. Ich mache mal kurz den Funk aus. Ohne in Rücksprache, in Erfahrung zu bringen, ob Sie die Leute dort überhaupt kannten. Das ist ein sehr, sehr großes Problem. Wenn Sie heute hier stehen würden und Sie kannten die Leute nicht und die hätten Sie entführt oder ermordet, wie hätten wir das jemals vergewissert herausfinden sollen? Wie hätten wir das mit unserem Vergewissern, mit unserem Vergewissen, wie hätten wir das regeln sollen? Und da haben Sie sich selber in eine Situation gebracht, in dem Sie uns als LSPD, als Chief, Assistant Chief und alle Verantwortlichen, die über Ihnen stehen, in eine Situation bringen, in der wir eine Sorgfaltspflicht haben und dafür sorgen müssen, dass Sie Ihren Job und Ihr privates Leben so dermaßen in den Griff haben, dass Sie diese Person und die Rolle, die Sie ausgeführt haben, repräsentieren können. Die haben Sie nicht repräsentiert, Sie haben sich wie ein, es tut mir wirklich leid, dümmerlich kleines Kind benommen, was ein Problem hatte und dann haben Sie sich so dermaßen abgeschossen, dass wir rein theoretisch Sie beinahe wegen so einer Scheiße verloren hätten und Sie wären gestorben. Und jetzt sage ich Ihnen, was Ihre Sanktion ist. Und ich möchte da auch gar nicht mehr diskutieren. Also, Sie kriegen... Ein Problem, in dem Sie mich teilweise mit reingeritten haben. Natürlich, wer soll es denn sonst sein als ich? Ganz ehrlich, was ist das denn für eine Scheiße? Ich habe öfters das Gespräch gesucht. Ich habe gesagt, ich halte es nicht mehr aus diesen Posten. Ich wollte diesen Posten mehrmals abgeben. Ich habe ein paar Mal gesagt, ich wollte ihn gar nicht erst annehmen, Herr Weiß, und das wissen Sie ganz genau. Nein, weiß ich nicht. Doch. Nein, ich habe Sie da nicht reingedrängt. Ich nicht. Doch, Herr Weiß, Sie haben gesagt... Nein, ich war das nicht. Das ist eine Anweisung. Ja, ja, nach unserem Beraten. Wir sind schuld. Hill und Carsten sind schuld, dass wir nicht erkannt haben, dass sie es ernst waren. Wir dachten, ja, sie zweifeln ein bisschen an sich oder so. Wir wollten sie pushen, aufmuntern. Und sie haben nicht erkannt, dass sie aber gar keinen Bock mehr hatten. Und zwar aus tiefstem Herzen hatten sie keine Lust auf den Job. Das hätten wir sehen müssen. Wir haben sie da auch reingedrängt. Das stimmt auch. Wir haben sie praktisch reingedrängt. Das war ein Fehler von uns. Und auch ein Fehler, nicht zu erkennen, dass sie es gar nicht wollten. Und sie aber irgendwie sich nicht dem erwehren konnten. Ist auch nicht so einfach, wenn das so irgendwie die Assistant Chiefs und der Chief sagen, sie machen das jetzt, dann machen sie es halt und führen aus. Wir hätten erkennen müssen, dass sie es nicht wollen. Oder zumindest später nicht wollten, nach einer gewissen Zeit. Und ich möchte von ihnen eigentlich auch nochmal gerne wissen, also das geht mich aus dem Kopf, dass diese anderen Captains, haben die aktiv gegen sie gearbeitet auch? Das ist ja im Grunde egal. Nee, es ist nicht. Weil, wenn wir etwas entscheiden, da hat ein Captain das nicht zu bewerten und sich irgendwie anders zu verhalten, weil er der Meinung ist, sie gehören da nicht hin. Der hat das zu akzeptieren und mitzutragen und zusammenzuarbeiten mit ihnen. Das müssen die tun. Wenn jemand mit ihnen ein Problem hat und somit mit unserer Entscheidung, dann muss der gehen. Verstehen Sie, so rum funktioniert das. Frau Sorkin. Und man hat nicht gegen sie zu arbeiten. Das ist mir wichtig. Deswegen wollte ich das wissen. Wissen Sie was, wenn Sie mich an dem Abend angerufen hätten, ja? Und dann gesagt, scheiße, Walter Weiß, Herr Weiß, ich habe ein Problem, ich habe zu viel Alkohol getrunken, ich bin hier irgendwo im Nirgendwo. Können Sie mich abholen? Ich hätte sie sofort abgeholt und nach Hause gebracht. Ich hätte Frau Collins angerufen. Oder Frau Collins. Aber ich, wer hat die Leute dort angerufen? Ja, weil Sie hatten mir gesagt, dass der Herr Pearson Ihnen sowas erzählt hatte, was er Ihnen gar nicht erzählt hatte. Ich hatte sie, als Sie mich angerufen hatten und mir das erzählt hatte, hatte ich das Gefühl, dass mir selbst das Letzte, was ich noch hatte, den Herrn Pearson, dass mir selbst das wegbricht. Herr Pearson hat mir am Telefon gesagt, dass Sie ziemlich... Ja, was haben Sie mir gesagt? Was haben Sie mir gesagt? Dass er gesagt hätte, ich hätte Drogen und Alkohol genommen und ich habe keine Drogen genommen. Also hätte der Herr Pearson irgendwas weitererzählt, meinen Chef weitererzählt. Und da habe ich gedacht, dass der Herr Pearson jetzt genauso wie die anderen Käpt'ns gegen mich arbeitet, damit ich einfach nur noch meinen Posten verliere. Deshalb habe ich gesagt zu Herrn Hill, ich weiß nicht mehr, wo ich hingehöre, ich will einfach nur raus. Wissen Sie, was der Herr Pearson gemacht hat? Der hat mir am Telefon... Der war fertig, Frau Sorkin. Man hat Sie mit drei Personen in die Wohnung von Herrn Pearson geschleppt. Können Sie sich daran erinnern? Aber warum haben Sie sich so abgeschossen? Was war der Grund? Bevor wir telefoniert haben, warum haben Sie sich schon da so abgeschossen? Ich habe Ihnen mal gesagt, weil ich alles verloren habe mit diesem Job. Ich hatte diesen ganz Zeit, ganz Zeit, schon ab Anfang an hatte ich dieses Problem, dass ich so gesehen meinen Freund seine Position weggenommen habe. Ich meine, er hat es mich nicht so krass... Also er sagt... Aber das ist ja Quatsch. Ich habe es aber, Herr Weiß. Nein. Haben Sie nicht? Das haben wir gemacht. Irgendeiner wäre Käpt'n dieser Abteilung geworden. Aber verstehen Sie nicht jeder... Nein, das ist wieder... Sie sind schuld. Sind Sie nicht schuld sind die, die sagen, es gibt da jetzt einen Käpt'n. Egal, wie der heißt. Doch nicht Sie. Warum münzen Sie das auf sich? Warum haben Sie denn so... Was ist das denn für eine... Und wer hat welchen Job... Hä? Frau Sorkin, wir haben Ihnen etwas gegeben. Sie haben nicht uns angebettelt und gesagt, ich will da Käpt'n sein. Wir haben gesagt, wir sind das jetzt. Aber keiner beschwert sich bei Ihnen, dass es so ist, sondern jeder beschwert sich bei mir, dass es so ist. Oder lässt mich hier spüren, dass es so ist. Jeder, der dann plötzlich dann Sachen gegen mich hinter seinen Rücken sammelt, jeder, der dann plötzlich mit mir rumgeht, als welcher gefühlt das letzte Stück Scheiße. Weiß ich nicht, was soll ich denn da... Also ganz ehrlich, der Herr Johnson, dass die 10.20 am Anfang zum Beispiel nicht angelaufen ist, dass es so weiter Herr Johnson gesagt hat, das wird jetzt erstmal nicht ausgeführt. Das hat allen Rekuten so gesagt. Hatte aktiv gegen mich gearbeitet, bevor er mal überhaupt erst mit mir geredet hatte. Man hat mich das zu spüren gelassen, dass ihr das nicht mit der Ausbildung geklärt habt. Frau Sorkin, wer hat Ihnen gesagt, dass ich gesagt hätte, dass Sie da nicht hingehören? Sagen Sie mir bitte den Namen. Nee, lieber kündige ich. Sagen Sie, Frau Sorkin, sagen Sie mir bitte den Namen. Nee, Sie hatten... Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Das haben Sie gesagt. Sagen Sie mir den Namen, wer mit Ihnen darüber geredet hat. Ich hatte nur das gesagt mit dem Käpt'n-Rang, dass man mir den eigentlich nicht verpassen wollte. Wer hat Ihnen das gesagt? Frau Sorkin, ich frage Sie jetzt noch zweimal, sonst muss ich leider lauter werden und ungemütlich. Wer hat Ihnen das gesagt? Ich habe schon genug hier im PD angerichtet. Frau Sorkin, ich frage noch mal. Stopp, stopp, stopp. Richtig für uns. Wer hat Ihnen das gesagt? Ich frage Sie das letzte Mal. Mir wurde von den Kollegen gesagt, dass man mich eigentlich nicht zu diesem Posten befördern wollte, sondern dass man mich trotzdem jemandem unterstellen wollte. Aber ja, gut. Sie wissen, dass ich Sie jetzt... Herr Johnson. Herr Johnson hat Ihnen das gesagt. Herr Johnson hat Ihnen gesagt, dass ich gesagt hätte, dass ich Sie da nicht sehen würde. dass man mich dazu nicht befördern wollte. Dass man mich trotzdem... Dass man sich ja keine Sorgen machen musste. Dass man mich ja trotzdem unter einen Käpt'n stellen wollte. Was glauben Sie, warum hat er Ihnen das gesagt? Wollte er Ihnen damit einen mitgeben? Ich weiß es nicht. Käpt'n, aber eigentlich wollte ich dich nicht, du Dumme, so irgendwie einen Tritt, Heidi, du geile Sau. einen beiden Kick so, oder was? Ich weiß es nicht. Es ist einfach nur, ich bekomme dann mit, dass dann gefühlt unter den Käpt'ns dann gesagt wurde, ja, Frau Socken, machen Sie sich aber keine Sorgen, die wird trotzdem unter den Käpt'n agieren. Wir packen die schon nicht so hoch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das war am Anfang. Und dann haben wir Sie da oben gesehen, richtig. Das wären Sie eigentlich Käpt'n geworden. Nee, aber so wurde es mir halt mitgegeben. Ja, das ist schön, dass Sachen aus der Käpt'nsrunde auch in der Käpt'nsrunde bleiben und im gesamten PD und wahrscheinlich auch in der Stadt. Es geht nicht nur um Johnson. Wir müssen eigentlich uns diese scheiß Käpt'ns alle ranholen und denen erklären, Machen wir heute noch. dass die fliegen, wenn die ein Problem haben mit unserer Entscheidung und nicht die Person zu drangsalieren ist, die befördert wurde, womit sie nicht einverstanden sind. Die haben die Schnauze zu halten und professionell zu arbeiten oder sie müssen gehen. An die Kollegen bei der Besprechung. Es geht in wenigen Sekunden los. Bitte so nicht. Stand by. So. Das ist ja Mobbing. Frau Sorkin. Also. Passen Sie auf. Ich gebe Ihnen jetzt die Hand, ja? Und Sie machen da was draus. Das ist keine Strafe, was ich Ihnen jetzt gebe. Hören Sie mir zu? Ja, ich höre zu, Sir. Tun Sie mir einen Gefallen. Wenn Sie jetzt hier aus dem PD rennen, sagen Sie nicht, ich hasse Walter Weiss dafür, sondern setzen Sie sich bitte eine Minute mal hin und denken Sie darüber nach, warum ich das mache oder warum wir das machen, warum Herr Carsten und ich das machen. Okay? Und ich hoffe, Sie haben im Hinterkopf, dass ich Sie sehr mag und dass ich Sie immer schätze. Und ich wollte Sie lediglich oder wir wollten Sie lediglich fördern. Aber, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich werde Sie für eine Woche suspendieren, mit einer Auflage. Sie werden zum MD gehen und dort Mrs. O'Reilly ansprechen. Die weiß Bescheid. Die weiß nicht, dass Sie kommen, sondern Sie werden ihr sagen, mein Chief schickt mich. Ja. Sie werden mit Frau O'Reilly über Ihre Probleme reden. Das versprechen Sie mir. Ja. Und dann werden Sie von mir aktuell auf den Rang Captain 3 gesetzt. Äh, Officer 3 gesetzt. Wow. Entschuldigung. Glückwunsch. Auf den Rang Officer 3. Ja? Lachen Sie wieder mal. Okay? Ja. Ja, Sir. Und dann kommen Sie, wenn dieses Gespräch mit Frau O'Reilly durch ist. Und die hat von uns den Auftrag, sie meldet sich bei uns, ob Sie das durchgezogen haben und ob Sie da was verarbeitet haben. Und wenn Sie mir da Ihr Go gibt, dann dürfen Sie wieder in den Dienst treten. Das andere, was mit Ihnen gemacht wurde, trägt eine andere Konsequenz. Frau Sorkin, Sie müssen nie wieder irgendeine Führungsposition annehmen. Müssen Sie nicht. Ja? Wenn Sie sagen nein, dann akzeptieren wir das. Sie sind, wir haben das gemacht, weil ich war so beeindruckt von dem, was Sie auf der Straße geleistet haben, wie Sie funken, dass Sie kein Detail vergessen. Diese Professionalität hat mich dazu gebracht und auch den Herrn Nehl zu sagen, die ist die richtige gerade für Streifendienst, weil das Ihr Fachgebiet ist. Aber wenn Sie da unglücklich sind, seien Sie ein guter Officer auf der Straße, da sind Sie brillant. Wirklich. Sie können mir da ganz schön viel beibringen. Wenn ich sage Ihnen, wir sind hier, wir haben die Routine nicht. Sie sind da spitze und wenn Sie glücklich sind in einem Streifenwagen auf Streife, dann sollen Sie das auch gerne machen. Und Frau Sorkin, Sie müssen Ihr privates Leben unbedingt in den Griff kriegen. Ich gebe Ihnen die Woche, gebe ich Ihnen als Distanz, damit Sie beim LSPD raus sind und sich lediglich auf Ihr Privatleben fokussieren. Gehen Sie das alles in den Griff und dann kommen Sie stärker denn je zurück. Sie sind hier nicht gekündigt oder so, es ist lediglich eine Maßnahme, um Ihnen die Hand zu reichen. Und ich möchte Ihnen noch einen kleinen weiteren Rat geben, weil ich muss jetzt gleich nämlich los. Distanziehen Sie sich von diesen Leuten aus Handyshows. Wer eine junge Frau so in ein Messer rennt, also wenn eine junge Frau so dermaßen am Ende ist, dass sie in einem Krankenhaus ausgepumpt werden muss wegen irgendwelchen Gründen, dann das sind keine Freunde, wissen Sie? Okay? Ja, so. Gut. 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 Ich bitte Sie dann, Sie dürfen, sobald Frau Mrs. O'Reilly ruft mich oder Herrn Carsten nach einer Woche an, also nächsten Freitag, und gibt uns einen, Sie sagen, der Chief of Police schickt mich und die weiß Bescheid. Mrs. O'Reilly. Ja. Gut. Dann bitte ich Sie erst dann zu gehen, ja? Machen Sie keinen Quatsch. Wenn ich höre, dass Sie Quatsch machen, dann lasse ich Sie ins Krankenhaus bringen. Okay? Sie versprechen mir, dass Sie keinen Quatsch machen. Ja, so. Ja, und es wäre cool, wenn Sie dann wieder der megamäßige Kopf wären. Bringen Sie doch das Lachen zurück zum LSPD, das waren doch Sie immer. Ja. Okay. Gut. Dann machen Sie es gut, ja? Alles klar. Ich glaube, das war sehr gut. Diplomatisch, oder? Ja. Aber das mit den Captains ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Das hat hier nicht den Raum zu verlassen und es ist keine Art an einem Captain zu sagen, äh, bä, 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 eigentlich wollten die dich gar nicht, eigentlich bist du scheiße. Und darum geht's, wenn man so eine Aussage macht, die hätte er für sich behalten können. Und auch, dass Tanaka zu uns kam, da hat sie recht, wo er gesagt hat, ja, wir haben das stundenlang geredet. War das Tanaka? Irgendeiner war das. Eigentlich heißt es, klärt das mal untereinander. Ja, aber das war ja schon nicht mehr, also. Ja, trotzdem. Eine andere Sache noch, ähm, was mich, was Herr Hill noch umso mehr belastet ist, dass sie sagt, sie hat die gar nicht gerufen und sie hat gar nicht gesehen, wer im Auto sitzt. Also hat er die im Grunde bei ganz Fremden rausgelassen. Ja, dann ist es einfach nur so nochmal eine Bestätigung für uns, aber genau, aber... Das entlastet den nicht, sondern das, äh, ist nochmal eine Nummer schwieriger förmlich. Ja, das... Aber eine andere Maßnahme brauchen wir jetzt nicht einleiten, deswegen ist halt nur, das war richtig. Aber Jerry, ich danke dir, dass du da gerade das Wort ergriffen, das war wichtig. Ja. Das meine ich mit Partner. Die ist spitze auf der Straße, wirklich. Ich hab das so viel mitbekommen. Ich sage dir, mir wäre es nur lieb, wenn Herr Pearson sich von Frau Sorkin trennen würde oder andersrum. Weil Herr Pearson tut ihr nicht gut. Ich glaube, der war auch bestimmt sehr elementar in der Beziehung, dass er sich so ein bisschen auf den Schlips getreten hat, weil er sich dann nicht mehr über die Streifendienste legt. Ich glaube, er hat sehr viel aus dem Dienstalltag mit ins Private genommen, weil er sich so ein bisschen übergangen fühlt. Weißt du, was ich meine? Man hat ja auch ein Problem damit, dass seine kleine Freundin Sorkin plötzlich gleichgestellt ist als Käpt'n. Ja. Und dann ist er so ein bisschen in der Ehre verletzt. Weil er ist der Herr Pearson. Und seine dümmerliche Freundin ist jetzt auch auf der Ebene, weißt du? Ja. Ja, ja. Auch nur vermuten, da darf man ihn jetzt nicht zur Last legen. Vielleicht ist es so, aber das weiß man nicht. Es könnte natürlich sein. Gut, dann gehen wir mal zur Besprechung. Die warten schon. Ja. Der Pearson-Erstbesprechung, dann rede ich mit ihnen. Ja? Geh hier lang? Geh doch da lang. So. Ist das LSPD verriegelt? Kann mir da einer eine Auskunft geben? Positiv, Sir. Ja, positiv. Ja, sehr. Also. Wir haben uns heute hier eingefunden, weil es beim LSPD einige wichtige elementare Änderungen geben wird, die ich Ihnen heute mit hier auf den Weg gebe. Ich bitte Sie um Folgendes. Ich weiß, das ist eine Bitte. Letztendlich endet es immer so, dass Sie es trotzdem machen und sowieso drauf scheißen, was ich Ihnen da sage. Also. Wie Sie wissen, hat das LSPD eine Doppelführung gehabt, beziehungsweise es gab zwei Assistant Chiefs. Dies ist aktuell nicht mehr der Fall. Da wird Herr Carsten Ihnen gleich explizit nochmal was zu sagen. Herr Carsten wird mein Stellvertreter sein, zunächst alleine. Wir haben jetzt keine weiteren Pläne für einen zweiten Assistant Chief. Des Weiteren wird die Streifendienstleitung auch neu besetzt. Auch da wird Herr Carsten gleich etwas zu sagen. Ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Diese Entscheidung, Sie werden das sicherlich in einem Streifenwagen diskutieren. Ich bitte Sie nur keinen großen Hehl daraus zu machen. Aufgrund der Tatsache, dass Sie sich bitte auf Ihren eigentlichen Polizeidienst fokussieren. Und ich möchte bitte alle Captains, die im LSPD tätig sind, sich gleich nach dieser Runde in mein Büro einzubefinden und zwar auf Etage 5. Und davor warten. und Sie halten die Schnauze, wenn Sie davor sitzen und reden nicht miteinander. Ich bin zutiefst teilweise enttäuscht, was hier im LSPD passiert ist und ich möchte eine Sache ansprechen, die mir auch gehörig auf den Sack geht. Diese Scheißfickerei hier. Sie können gerne Ihren Streifenpartner privat zu Hause treffen und mit dem die ganze Nacht durchvögeln. Das ist mir völlig egal. Was Sie hier im Dienst im LSPD machen, ist eine andere Sache. Sie sind 100% fokussiert auf Ihren Dienst. Wenn Sie das nicht einhalten, kündige ich Sie und auf Ihre Kündigung steht Dummheit. Haben Sie das alle so verstanden? Gut. Jawohl, Sir. Dann würde ich mir wünschen, dass Sie in Zukunft bitte Ihre Sorgfalt nachgehen. Wenn ein Verkehrsunfall entsteht, möchte ich bitte nicht, dass Sie da alle im Kreis stehen und sagen, wer macht das denn jetzt? Sondern Sie hören, Sie nehmen Ihr gottverdammtes Funkgerät in die Hand und sagen in Ihrem Funkgerät, wer hat hier in dieser Situation die Einsatzleitung? Dann hören Sie auf die Einsatzleitung, die dann innerhalb von 10 Sekunden bestimmt wird. Wenn diese bestimmt wurde, kümmern Sie sich sofort um die Verletzten, die am Boden liegen und warten nicht, bis Ihnen die gottverdammte Weste an den Körper gewachsen ist. Das Problem ist, Sie machen sich alle strafbar. Unterlassene Hilfeleistung. Und ich habe kein Problem, auch Sie dafür zu kündigen. Es sind so viele neue Kollegen in mir im LSPD und das freut mich sehr. Allerdings müssen wir auch an den Stellschrauben hier ordentlich noch drehen. Es kann wirklich nicht sein, dass Sie da rumstehen und sich denken, wann trifft mich denn heute der Komet? Machen Sie doch einfach Ihren Job, Sie sind Cop. Wenn ein Verkehrsunfall passiert, dann bitte ich Sie, auch diesen ordentlich abzusichern und Ihre Arbeit aufzunehmen. Nicht sagen, okay, die Sache hat sich erledigt, ah, Ihr Auto ist kaputt, okay, ich bin weg. Nein, Bürgerdialog. Gut. Also, ich bin Ihr Chief of Police. Ich trage die Verantwortung für diese Polizeieinheit und ich bitte Sie, dass Sie in Zukunft Ihren Job noch vergewissert machen. Ja? Wenn ich mitkriege, dass hier, wie ich schon sagte, Beziehungsdramen in Streifenwagen diskutiert werden oder Sie untereinander lästern über andere Kollegen oder hier Mobbing entsteht, ich schleife Sie an Ihren Ohren aus dem LSPD. Natürlich nur wortwörtlich, nicht körperlich, falls jemand mich wieder anzeigen möchte. Gut. Herr Carsten wird jetzt noch etwas sagen und dann sage ich Ihnen noch was abschließend und dann können Sie Ihren Dienst fortführen. Herr Carsten, bitte. Ja, also zunächst, ähm, Sie haben es ja gehört, der Herr Hill ist jetzt erstmal kein Assistant Chief mehr. Wie es weitergeht, jetzt sieht man, er ist noch Teil des PDs, es gab etwas, was uns nicht so gefallen hat, wie er sich verhalten hat. Wir haben ein großes Problem damit gehabt, dass er Dinge anders geregelt hat, als er sie hätte regeln müssen. No word word, nicht. Ja, eine schon dramatische Konsequenz für jemand anderen und deswegen haben wir uns erstmal dazu entschlossen, dass der Herr Hill, beziehungsweise das war am Ende ja die Chiefentscheidung, die ich natürlich mittrage, in gemeinsamer Beratung natürlich, haben wir uns entschieden, dass der Herr Hill das erstmal nicht mehr macht. Die Frau Sorkin ist auch aus eigenem Wunsch nicht mehr die Streifendienstleitung, das wollte sie auch schon länger selber nicht, muss man dazu sagen. Ja, das ist jetzt der Herr Anderson, er ist jetzt Streifendienstleiter, er ist zum Käpt'n der Abteilung befördert worden und das sind soweit die Neuerungen. Grundsätzlich möchte ich auch nochmal sagen, wenn wir etwas entscheiden, oben in der Führungsetage, Personalentscheidung, die schmecken Ihnen nicht und Sie behandeln jemanden anders deswegen, ja, oder sind hinterm Rücken nicht gut zu dem, dann sind Sie das Problem, nicht unsere Entscheidung, dann gehen Sie. Können Sie Ihre Sachen sofort packen, wenn wir das nochmal mitbekommen. Ich labere immer Familie, Familie, Familie. Das ist eigentlich, ich wünsche mir das, ja, ich wünsche mir das eigentlich nur, hier ist ganz viel Scheiße, die im Hintergrund abläuft, da geht es um Ränge, dieser Rangneid, Missgunst, jemanden anschwärzen, nicht mit dem Kollegen reden, sondern sofort zur Chefabteilung rennen. 400 Spiele auf dem Server, mehr Cops als Zivilisten. So untereinander. Funktioniert noch nicht so gut. Bei der nächsten Beerdigung rede ich wieder von der Familie, aber dann würde ich lügen, glaube ich. Ich wünsche mir, dass das irgendwie in Zukunft besser wird. Und wie gesagt, haben Sie ein Problem mit Entscheidung von uns, dann haben Sie Eier und beniegen Sie. Richtig. Da spricht der Herr Kastner nämlich einen Punkt an. Uns wurde zugetragen, dass es im LSPD eine Art Mobbing gab bezüglich einer Person. Was zur Hölle ist los mit Ihnen? Wenn Sie im Auto über jemanden lästern betreiben Sie schon aktives Mobbing, das wissen Sie, ne? Und der Ehrenkodex des LSPDs ist, Sie setzen sich nicht in einen Streifenwagen und lästern über andere und wissen Sie, was mir richtig auf den Sack geht? Man bewirbt sich doch beim LSPD, weil man einen gewissen Spirit hat, wissen Sie? Sie sagen, hey, ich möchte Cop sein, weil mir ist es wichtig, die Stadt sauber zu halten. Das sagt jeder in der Bewerbungsphase. Ja? Jeder Idiot sagt das in der Bewerbungsphase, um diesen Job zu kriegen. Dann kriegen Sie eine Uniform an. Sie werden eingestellt. Sie durchlaufen das Rekrutenprogramm. Sie machen das alles. Und dann, fünf Tage später, wenn Sie den Officerrang erreicht haben, aber ich will befördert werden, mein Rang. Sie haben doch einen, Sie haben sich doch beworben, um Officer zu sein. Klar möchte man sich fortbilden, aber Gottverdammt, warten Sie doch damit. Jeden Tag klingelt unser Telefon, man fuckt sich über Beförderungen ab. Das ist unsere Entscheidung. Unsere Entscheidung ist, wann Sie eine Uniform tragen, wann nicht. Wenn ich sage, ich suspendiere Sie vier Jahre, dann suspendiere ich Sie vier Jahre, weil Sie einfach nur doof gelächelt haben. Tun Sie mir einen Gefallen, respektieren Sie die Hierarchie und wie das in einem LSPD funktioniert. Klar, wir machen alle Spaß und alles ist lustig, aber dennoch, Sie haben einen gottverdammten Job und Sie müssen sich an Regularien halten. Genau wie ich, ich habe etwas gemacht, wurde suspendiert für eine Woche gefühlt und Sie mobben Leute und dann denken Sie, es gibt keine Sanktionen. Ich möchte nicht auf jeden Einzelnen hier zeigen, es gibt auch Leute, die hier keinen Scheiß im LSPD machen. Es gibt sehr viele talentierte Cops, aber die anderen Cops ziehen die talentierten Cops in die Scheiße mit rein und wir müssen hier stehen und diese Scheiße machen. hier. Das ist Scheiße, wissen Sie, die Scheiße. So, gut, also, ich hoffe, Sie nehmen jetzt etwas aus diesen Gesprächen mit. Ich hoffe, Sie lernen daraus, Hierarchie zu respektieren und wenn Sie in meinem Büro stehen oder im Büro von Herrn Karsen und Sie werden zusammengefaltet, dann stehen Sie dazu, aber wenn Sie uns unterbrechen oder diskutieren, ich sage Ihnen, das ist nie gut, wissen Sie, weil wir beraten, lassen uns immer beraten, verstehen Sie und wenn dann jemand kommt, wenn vier Käpt'n zu uns kommen und sagen, der hat ein Problem, der hat ein Problem und wir laden Sie ins Büro ein. Sie haben immer die Möglichkeit, sich recht zu fertigen, aber Sie sollten nie auf die Idee kommen, das ist mir nämlich in letzter Zeit auch aufgefallen, sich da hinzustellen, aber Herr Weiß, Sie machen auch Scheiße, tue ich, aber Sie sollten niemals respektlos mit uns reden und das hat sich leider sehr eingeschlichen. Gut, ich bin fertig mit Ihnen. Ich möchte, dass die Käpt'ns ihren gottverdammten Arsch nehmen auf Etage 5 vor meinem Büro warten. Ich will kein Wort hören, ich sage Ihnen, wenn Sie miteinander reden, kriegen Sie ein Problem. Gehen Sie hoch, warten Sie dort. Alle anderen, gehen Sie Streife fahren. Es tut mir wirklich leid, dass wir dieses heute einräumen müssen, aber es tut mir wirklich leid, hören Sie, das Problem ist, wenn jemand vor mir steht und sagt zu mir, ich werde aktiv gemobbt, es muss nicht jeder Kopie sein, es gibt ja auch gute Seelen, wissen Sie, aber es enttäuscht einen menschlich, ja, wissen Sie, es enttäuscht einen menschlich, dass das hier passiert und jetzt raus mit Ihnen, außer die Käpt'n, Sie gehen hoch. Wir gruten auf die Minus 1. Mann, Mann, Mann. Wie kann ich Ihnen helfen? Ach so. Oh, Entschuldigung, das musste mal raus. Ja. Oh, sind das Idioten manchmal. Ey, ich liebe dieses PD, aber manchmal machen die so eine Kacke, Alter. Irgendwie stimmt es noch nicht. Oh, Pixel, danke schön. Dieses Familien-Ding, das fehlt so. Sind wir zu viele, sind wir zu anonym. Ich stehe vor dem Eingang, die Leute gehen an mir vorbei, in Dienst, außer Dienst, da sagt nicht einer Hallo, Tschüss. Alter, die haben, sie legen sich sogar im LSPD auf den Sofa und gehen schlafen. Nein. Doch! Wer macht das? Weiß ich nicht. Du kennst das doch. Ich habe gehört. Barry, wir müssen, glaube ich, ein bisschen härter wieder werden. Ein bisschen nur. Nur ein bisschen. Ich wünsche mir wirklich, dass wir so einen Mobbing-Fall mal aufdecken und sofort überlegen können. Ich sage dir... Den mal ein Opfer zeigen. Ja, ich sage dir, Herr Johnson und Frau Sorkin waren eine ziemlich gefährliche Nummer. Beide. Der war dagegen, das hat er auch offen gesagt und das darf er auch in der Käpt'n's Runde, aber trag es nicht nach außen, nachdem es befördert wird. Das geht nicht. Eigentlich wollten die dich nicht oder so ein Scheiß. Musst du dir doch dann nicht sagen. Komm mal hier mal hoch. Um sie zu zerstören oder was? Ich will auch nicht, dass die reden. Die sollen einfach nur sich was anhören. Woh lang? Ja, hier lang. Ja, da geht ja nur bis zur drei. Ersten, ich will nicht, dass die reden, okay? Weil dann haue ich die um. Die sollen einfach ruhig sein und sich das anhören. Das Thema ist jetzt heute auch damit direkt beendet. Das ist so viel. Wir ficken uns immer selber. Immer müssen wir uns selber hier. Da laufe ich einmal in den Kreis. Das nervt so. Da sitzt ja gerade die Westsee, da schief. Ja, ich bin auch da schief. Ja. Geh du mal vor. Soll ich jetzt das Imperator-Lied anmachen, wenn du reingehst? Was ist denn der Imperator? Dö, dö, dö. Ich glaube, der eine hat die Lippen bewegt. Nein. Das Kind ist nicht da. Einkommen. So. Gentleman. Sie hören mir zu, wenn ich ein Ja-Aber oder irgendwas höre, arbeiten Sie bei Burgershot. Gut. Haben Sie eigentlich irgendwas gelernt in Ihrer Dienstzeit? Zum Beispiel, wenn eine Führungskraft mit Ihnen redet, dass Sie das respektieren und dass Sie daraus schließen, dass das in einem engen Kreis ist, in dem man miteinander sich austauscht und die Diskussionen, die man führt, dazu dienen, das LSPD besser zu machen. Herr Popmeyer, stellen Sie sich bitte neben Herrn Johnson. Sie sind nicht im Sonderfall hier. So. Ich erkläre Ihnen was. Wir treffen uns jeden Mittwoch um 20 Uhr als Captains im LSPD in meinem Büro. Dort beraten wir über heikle Dinge, die das LSPD betreffen, um die Weiterentwicklung, was es in Ihrer Abteilung passiert. Manchmal ist es auch so, dass ich Sie um Rat bitte in bestimmten Bereichen und Fragen, was Personal betrifft oder Positionierung von Leuten. und jetzt kommt der Clou. Dann geht mal raus aus dieser Besprechung und geht zu Leuten hin und sagt, der Chief hat gesagt, der sieht dich dort nicht auf der Position. Ich sage Ihnen was. Ich bin gerade am überlegen, ob ich meinen Schlagstock hole und ihn so oft eingehend in den Kopf schlage, bis es anfängt, dass Sie mal selbstständig nachdenken. Ja? Dass Sie wirklich selbstständig mal nachdenken. Ich bin wirklich, also Herr Kahrs und ich, wir sind zutiefst erschüttert darüber, dass Gespräche, die wir mit Ihnen führen, als Klatsch und Tratsch benutzt wird, um LSPD, im LSPD untereinander sich auszutauschen, statt Sie reflektieren, warum das eine Captains-Besprechung ist. Herr Kahrs, Möchten Sie was dazu sagen? Ich stelle mir nur die Frage, wenn jemand zum Käpt'n befördert wird, nach unserer Entscheidung, wenn man dann zu der Person hingeht und sagt, na, eigentlich wollten die dich ja gar nicht haben, na, nun gut, nun ist es so. Warum sagt man das der Person? Was will man damit erreichen? Gibt einen Tritt mitgeben, könnte ich mir vorstellen. So kommt das für mich rüber. So ein Seitenhieb. Oder mit anderen Worten, ich finde es auch kacke eigentlich, aber naja, die haben es so entschieden. Nichts anderes bringt dieser Satz der Person so etwas zu sagen. Es bringt gar nichts. Nur etwas Negatives. Warum macht man das? Ja, heben Sie bei den Arm. wir sind alle, unsere Entscheidungen sind schlecht und wir sind dumm und alles ist scheiße und da haben wir wieder Jeder würde es besser machen. Ja, ja, ich weiß. Ich würde nicht in so einem Scheißladen arbeiten, wo die Führung nur Scheiße baut und keine Ahnung hat. Ich würde da kündigen. Ich sag's nur. Ich würde kündigen. Wenn ich so gut bin, zu gut, besser. Ich könnte es gar nicht ertragen mit so dummen Chefs. Gut. Möchte dazu jemand was sagen und fühlt sich angesprochen? Habe ich mir gleich gedacht. Ich habe heute gute Laune. Sie werden morgen, morgen ist Samstag, als Käpt'n steht man und fällt man gemeinsam, wissen Sie, als Cops in der Führungsriege fällt man, man steht und fällt gemeinsam. Und deswegen werde ich Ihnen eine Kollektivstrafe geben, um gemeinsam über Ihr Verhalten des LSPDs nachzudenken. Sie werden morgen von 10 Uhr an bis Sonntag 20 Uhr allesamt suspendiert. Und jetzt raus hier. Keiner, die Eier in der Hose. Keiner. Keiner, die Eier in der Hose, Carsten. Nee, aber sie, ich glaube, jeder, der sich angesprochen, fühlt haben musste, hat es auch verstanden. Ich glaube schon. Das reicht mir. Es geht so nicht. Wir müssen lernen, wer hier der Boss ist, Alter. Auch Anderson, ich meine, der ist frisch. Ja, auch Anderson. Alle Käpt'ns. Der war in ihrer Abteilung, vielleicht hat er da auch schon ein bisschen gegen sie gearbeitet. Das hätte mich auch noch interessiert eigentlich. Ey, wenn jemand gesagt hätte, ich schwöre dir, wenn jemand gesagt hätte, ja, ich was, ich habe Scheiße gebaut. Ich hätte Morden gegeben. Ehrlichkeit. Dass die nicht mal die Eier haben, das hier zu sagen, weißt du? Ich hätte mir so gewünscht, dass einer jetzt gerade was sagt dazu. Vielleicht liegen wir ja falsch. Aber warum redet denn keiner? Ja, wir gucken mal, ob das Früchte trägt. Was ist denn mit den Leuten, Alter, ganz ehrlich? Der eine will die eine nageln, fährt die nach Sandy Shores, die andere haut sich irgendeine Scheiße in den Körper, bis die im Krankenhaus ausgepumpt werden muss. Hier mobben die sich gegenseitig. was ist denn los? Warum hat keiner gerade was gesagt, Jerry? Ich habe keine Ahnung. Das wollte ich sogar, dass sie jetzt was sagen. Ich weiß nicht. Ja. Ich hoffe einfach so, dass ab Montag irgendwie, dass man neu, so auf Null alles ist. Weißt du, Robbmeier möchte mit mir reden. Ich glaube nicht, dass der jemanden mobbt, oder? Robbmeier glaube ich auch nicht. Und den brauchen wir wahrscheinlich gerade im Dienst auch. Aber der wird auch suspendiert. Hallo oder gar keiner? Steve? Kommen Sie nochmal hoch. Ich komme nochmal hoch. Ich komme nochmal hoch. Ich meine, wir haben es doch echt klar, klipp und klar deutlich erklärt, oder? Also wenn du, also einfacher kann man den Leuten das, die Wurst nicht auf, die Butter auf dem Brot legen. Die hätten doch einfach sagen müssen, okay, scheiße, ich habe die Information nach außen getragen. Ja, gut, man könnte so argumentieren, die war dann schon Captain, da war es ja nicht mehr außen. Aber ich finde den Move einfach mies. Denn es hat nur, es gibt nur einen Grund, ihr diesen Satz zu sagen, um ihr Schaden zuzufügen, um sie zu verunsichern, um sie traurig zu machen, um gemein zu sein. Und das ist das Schlimme daran. Das ist eigentlich das Schlimmste. Scheiße zu sein zu einer Kollegin. War die einzige Frau in der Captain's Meeting immer, ne? Ja, und Johnson war von Anfang an vehement dagegen. Hat die ja danach auch noch gezeigt und das ist mies. Darf ich eintreten? Ja. Herr Pochmeier, ich glaube nicht, dass sie da was damit zu tun haben, aber ich sage ihnen, es sind Sachen, ja. Was ganz anderes vermutet, dann habe ich gewundert, was die anderen damit zu tun haben. Ich hatte gedacht, es ging um unser Ding mit Santi, ihn und mir. Nein. Nein, 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 nein. Deswegen habe ich mich gewundert, was die anderen damit zu tun haben, weil da weiß keiner was von. Jemand wurde einfach brutal gemobbt und die Captains wissen, wen wir meinen und die wissen auch, was wir meinen. Und ich hätte mir gerade in der Situation, ich habe ihnen zehn Sekunden Zeit gegeben, mir zu antworten und die Leute, die hätten einfach nach vorne treten und müssen sagen, ja, vielleicht habe ich die Information nach außen getragen. Und ich hatte keine Ahnung, worum es geht, ehrlich gesagt. Weiß ich. Ist mir egal, ich nehme die Kollektivstrafe mit, man steht und fällt gemeinsam, da haben sie recht. Aber ich dachte gerade, ich frage sie jetzt mal nach, was muss man sagen. Nein, 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 nein. Gut. Ja, dann, ich kann mir grob aus dem Kontext, vor allem, was vorher in der Ansprache war, denken, worum es geht. Ich verstehe auch die Schärfe des Tons, die sie heute angelegt haben. Wortwahl, gut, kann ich auch verstehen, aber schwierig. Aber geht mich nichts an. Der Inhalt, denke ich, passt dann schon. Was meinen Sie? Welche Wortwahl war nicht richtig? Die Fickerei im PD? Ja, hätte man vielleicht anders umschreiben können. Nein, nein, anders verstehen die Leute das nicht. Wenn ich gehe jeden Tag zu den Leuten, ein Beispiel, Herr Carsten hat etwas mit Frau Stone, okay? Das macht er privat, er geht außer Dienst. Hier, soll ich Ihnen was erzählen? Jetzt halten Sie sich fest. Die Frau, wie heißt sie hier, Carsten, die mit den blotten Haaren? Ach, wie heißt sie? Ach, Swift. Swift. Die Frau Swift hat was, versucht was mit der Hill zu haben, die hat was mit Herrn King gehabt oder versucht was mit Herrn King zu haben und mit Herrn, wie heißt der? Hier, Wutz. Jetzt kommt, treffe ich die, nach meinem Feierabend, stehen die dort in den 3 und erzählen, sie haben einen Dreier gleich. Wollen wir mich verarschen? Ja, das können Sie im Feierabend machen. Aber das hat auch im Dienst eine Rolle, spielt das eine Rolle? Eigentlich, grundsätzlich ist es schwierig, wenn Sie vermehrt Streife fahren. Ich fahre mit Frau Stone eigentlich nicht Streife. Das ist einmal kurz passiert, da habe ich mir sofort einen dritten Mann geholt, als da einer verfügbar war, war sonst keiner da. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja bei mir in der Abteilung auch so einen ähnlichen Fall, da habe ich entsprechend auch gesagt, dass die unter besonderer Beobachtung stehen. Gut. Dass das so kommuniziert, weil ich will auf gar keinen Fall, dass deren zwischenmenschliche Beziehung irgendwie die Arbeit gefährdet. Das ist sehr gut. Es gibt ein paar Leute, wissen Sie, Herr Portmeier, Sie schätze ich sehr, ich weiß, dass sie keine Scheiße bauen. Manchmal machen sie Blödsinn, aber... Ja, also ich habe auch Dinge auf dem Kehrpol. Ja, aber nicht in dem, dass die Leute kaputt mobben. Herr Tanaka ist für mich auch ein sehr, sehr guter Mann, wissen Sie, aber Herr Anderson auch, der hat heute den Posten gekriegt und dann direkt sowas, aber das Problem ist, das geht so nicht mehr. Das ärgert mich einfach. Was soll ich dazu sagen? Ich kann nur mutmaßen, was da los gewesen ist. Ich gehe aus dem Kontext davon aus, dass es irgendwas mit der Frau Sorkl zu tun hat. Da weiß ich auch aus der Vergangenheit, dass es da mal wohl Zwist innerhalb der Ausbildungsabteilung gab, aber mehr auch nicht. Also ich kann mir da noch vorstellen, welche Richtung das jetzt abzielt. Das ist nicht cool und auch nicht tolerabel, meiner Meinung nach. Aber gut, es ist nicht in meiner Entscheidung, da irgendwas zu tun. Herr Pommeyer, Frau Sorkin wurde vorgestern in ein Krankenhaus eingeliefert und man hat die ausgepumpt. Die wäre beinahe draufgegangen. Ähm, okay. Sie sind einer, Sie wissen diese Information jetzt und jetzt bin ich mal gespannt, wie vertraulich Sie damit umgehen. Sehr, das wissen Sie. Wenn nicht, dann bringe ich Sie zur Burgershot. Selbstverständlich. Ich habe Ihnen ja auch damals nur die Information mit dem Konvoi gegeben, mein Freund. Wissen Sie noch? Chief, da wissen Sie, wie ich das selber gegeißelt habe, oder? Also da habe ich mich, glaube ich, selber mehr gegeißelt als jeder andere. Ja, können Sie das Schild wieder hinstellen, wo Chief draufsteht, bitte? Natürlich, Chief. Ich möchte übrigens noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass vielleicht mal das Schild bei mir im Büro getauscht werden sollte. Ist das jetzt der richtige Moment, Herr Pommeyer? Nein, das... Ich wollte die Stimmung ein bisschen auflockern. Ja, bei mir, den Schreibtisch, wo da sagt, der Chief, den soll ich unbedingt nehmen, da steht ein Schild, das ist schief, das ist nicht richtig. Gut, ich wollte die Stimmung auflockern, schlechter Zeitpunkt, tut mir leid. Ja, alles gut. Aus jetzt. Alles klar. Gut, dann bin ich heute Abend noch da und dann sehen wir Sonntagabend wieder. Sonntag. Alles klar, Chief? Das ist denn, Chief? Jo, bis dann. Ich hab noch... Weißt du, das hat jetzt die Ziele zu tun. Du hast auf deinem gekündigt, ne? Mhm. Das war 100.000% richtig. Weißt du, warum? Nee. Die Frau Kisser hat sich doch mit dem Bruder von Malia getroffen, ne? Brooks. Deswegen war hil so sauer. Und der Bruder von Malia Brooks hat die Telefonnummer von dem Herrn Dunham bekommen. Obwohl Dunham weiß, was er für eine Rolle spielt. Warte, 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 warte. Also der Herr Dunham hat Herrn Brooks seine Telefonnummer gegeben? Der Dunham hat von der Frau Kisser die Telefonnummer an Herrn Brooks gegeben. Uff. Der Mörder von Malia und das weiß er, dass er damit... Ne? Er war ein Freund von Malia der Dunham. Ein guter Freund. Der weiß, dass der Bruder was mit dem Mord zu tun hat und gibt Frau Kisser die Nummer raus. Die haben einen guten Kontakt, die zwei, oder? Die mögen sich offenbar. Der Dunham und der Brooks. Ich glaube, das ist ein richtiger Schweinehund und es ist gut, dass der weg ist. Oh mein Gott. Jetzt warte mal. Warte, 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 warte mal. War Dunham auch dabei als Frau Malia also als Frau Brooks als Frau Brooks umgezogen ist? 100 Pro. Da war noch, glaube ich, dann wird er wissen, wo sie gewohnt hat. Das war... Und wie haben die, wie haben die Idee, die Frau unten am Strand gefunden? Nicht, dass der da involviert war. Kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht der Mauerwurf ist. Weil er mit dem Mörder sozusagen, ich nenne das so, dem Mörder von Frau Brooks, mit dem hat er Kontakt. Der Mörder, der eine gute Freundin von ihm umgebracht hat, gibt er eine Nummer von Frau Kisser. Das funktioniert doch nicht. Verstehst du? Ich gebe doch deinem Mörder auch nicht eine Nummer von einer Bekannten, weil der so nett ist. Da würde ich sagen, verpiss dich, Wichser. Ruf mich nie wieder an. Und wenn er zu dem Kontakt hat und Nummern weitergibt, der muss den noch ab und tief lassen. Wie hast du das herausgefunden? Das hat Frau Kisser mir erzählt. Die hat sich mit dem getroffen, der meinte, er will die Beerdigung planen, brauche jemanden zum Reden, der die Malia kannte und Frau Kisser kannte die ja. Das war so das Ding. Da habe ich gefragt, woher hat er deine Nummer? Er hat gesagt, von Dunham. Komisch, ne? Johnson ruft an. Soll ich mal rangehen? Bleibt dabei hier stehen. Lass dich nicht belabern, bitte nicht. Ja, Herr Johnson? Nein, der steht neben mir im Büro oben noch. Ja, okay. Dann kommen wir runter. Auf die vier, ne? Alles klar. Danke für die Info. Ja, der Herr Dings ist jetzt im Bewerbungsgespräch jeden Moment. Soll er da eben runtergehen? Ja. Muss jetzt was lachen können. Ja. Aber Herr Johnson ist hier der Bösewicht in der Geschichte, glaube ich, ne? Ja, ich frage mich, warum der noch im Dienst ist oder war das jetzt seine letzte Meldung? Dann gucken wir mal, ob der dann steht. Ab morgen. Ab morgen. Morgen, morgen bis... Carsten, du musst denn allen die Rechte noch heute Nacht entziehen, ja? Und hast du der Sorkin die Rechte entzogen und dem Herr Hill? Der Sorkin noch nicht. Der Hill schon? Ja. Wollen wir das eben noch schnell machen? Ja, kann ich auch die vier hier machen. Ja. Das ist ein Rechner. Mach ich nebenbei. Da ist doch gerade eine Frau Yon. Leute, Kopf-Rp. Frau Yon. Eine Frau Yon. Oh nein, nicht die, bitte. Die rote Haare. Nee, die steht da hinten in der Ecke, siehst du? Nee. Ich kann ja mal guten Abend sagen zu der Frau. Wo steht die? In welcher Ecke? Hier, in der Ecke, da. Links. Hä? Hallo. Oh, wirklich? Das ist ganz, das freut mich sehr, Sir. Hallo, Sir. Die ist schon durch, die Herren. Ja, ja, ist gut. Harris hat, äh, hat einen anderen Grund. Gut. Okay, Chief. Dame ist jetzt fertig, es ist der Barton Hoy dran. Okay. Haben Sie die Bewerbung vorliegen, oder? Ich denke, Ihr Urteilsvermögen wird mir schon genügen. Also, Sie werden ja gesagt, Sie haben zu mir gesagt, dass das für seine Verhältnisse akzeptabel war. Es war für seine Verhältnisse und mit den sprachlichen Hürden, die er hat, ähm, mit der Hilfe, die er sich genommen hat, sonst hätten wir ihn nicht eingeladen, tatsächlich. Er wird es jetzt hier natürlich nicht leicht haben, sich zu präsentieren. Sie reden nicht dazu, ja? Ja, das lasst ja. Dann holen Sie den ruhig. Es ist Herr Rastbespräch, Führung du? Schöner, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. So. Der Harris wird die Gesprächsführung leiten. Und die Herrschaften haben sie ja schon kennengelernt. Einmal zu ihrer Linken steht der Chief of Police, Herr Walter Weiß. Daneben steht der Assistant Chief General Michael Carson. Da haben der Lieutenant Harris und dann meine Wenigkeit Captain Johnson, Ausbildungsleiter. Jetzt kommt es, Leute. Bitte hier vor. Wir haben sie ja schon in ihrer schriftlichen Bewerbung halt schon begutachten können. Jetzt aber mit ihren eigenen Worten bitte das Ganze und der Harris wird dann dementsprechend oder wir werden dazu Fragen stellen. Natürlich, natürlich. Zuerst einmal, ich möchte sagen, danke, ich darf hier sein. Dieser wirklich für mich ein großer Moment. Dieser großer Moment. Mein Name ist Backdoin Hoi. Ich komme von Vietnam, Hanoi. Ich komme von Kleine City. Mama, Papa habe immer gesagt zu mir, du musst eine Tage in der Polizei. Weil diese bei Charaktereigenschaften machen die Leute glücklich, machen die Leute Gefühle von gut fühlen. Und deswegen ich stehe jetzt heute vor in der Mitte, Mitte, Mitte und Mitte. Ich stehe hier, weil ich möchte zu der Polizei. Ich habe schon lange, lange Arbeit zu Hause. Lange Arbeit auf der Leisfeld. Ich habe so viel gemacht, Handwerke, nicht gesagt. Aber ich habe gemerkt, ich habe gemerkt, ich möchte mit Leuten arbeiten. Ich möchte, ich möchte geben, das Gefühl von Sicherheit. Weil ich möchte Ihnen eine Vermittlung bei diesem Respekt. Backdoin Hoi bedeutet Sicherheit. Was bedeutet das? Sicherheit. Sicherheit, okay. Ja, richtig. Und immer wenn ich draußen laufe auf der Stase, immer wenn ich sehe, die Leute da liegen, ich möchte helfen. Ich möchte, 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 ich möchte 100% immer geben. Ich möchte, die Leute gehen durch Lusanne und sagen, diese Stadt ist eine schöne Stadt. Ich möchte nicht, die Leute gehen durch die City und denken, sei es entdeckt, von wo kommt der nächste kriminelle Tausse in meine Handtasche oder klauen meine Lolle. Ich möchte nicht, Leute stehlen, und so sagen oder mag so sagen. Ja. Darf ich eine Frage stellen? Ja, klar. Natürlich, natürlich. Warum sind Sie nicht in Hanoi zur Polizei gegangen? Mitte, ich kann Ihnen offen und ehrlich sagen, Hanoi ist eine schöne Stadt, ist eine schöne Stadt. Ja. Aber so viel Korruption. Die Leute machen nicht Korrekt. Die Leute haben keinen Respekt. Und ich komme hier, ich habe gesehen, sie haben nicht nicht schon Organisation, Polizei, nicht gut Organisation. Und nicht so durcheinander. Sie haben richtig gut strukturiert gemacht. Strukturiert ist wichtig. Strukturiert macht eine gute Sicherheit. Und in Hanoi, ich kann Ihnen sagen, gibt keine Struktur. Okay, gut, danke. Äh, er, heu. Dann nennen Sie mir noch mal bitte von Ihrer Stärken und Ihrer Schwächen. natürlich gerne mit der Gäden. Ich fange an mit meinen Schwächen. Meine Schwächen, Leute, ich bin nahe an der Wasser gebaut. Vielleicht haben Sie schon gemerkt, ich bin emotional. Einen Tag, ich habe einen alten Opa gesehen, laufe über der Starsee. Er hat gedagen, leist, ungefähr 40 Kilo leist gedagen. Ich habe ihm gesehen, ich möchte ihm helfen. Ich lüfe, Opa, Opa, ich komme her von dir. Ich komme her von dir. Ich bin zu ihm gegangen, habe ihm hoffen. Ich habe gesehen, sein Lücken, ich habe gesehen, sein Lücken war nicht mehr geladen. Ihm geht gar nicht gut, ich möchte ihm helfen. Und ich muss sagen, in so einem Moment, wo ich sehe, alte Leute, verzweifelte Leute, Leute, wo gehen nicht gut, mein Herz ist geblocken. Tut mir wirklich weh. Dann werden Sie viel weinen, wenn Sie mich sehen. mit der Naturlich, natürlich, aber ich habe gelernt, ich habe gelernt, die Sachen unter Kontrollen zu bringen. Mein Herz blut, wenn ich so etwas sehe. Aber ich habe gelernt, man darf nicht die Schwäche nach außen zeigen. Es ist wichtig, die Schwäche haben in sich, okay, aber nicht nach außen zeigen. Können Sie bitte nochmal Ihre Schwächen weitersagen? Also eine Schwäche, Sie weinen viel, ja? Ich sage, ich bin emotional, nicht. Und weiter? Ich bin ein Dickkopf mit da. Das ist auch eine Schwäche. Was ist ein Dickkopf? Ich bin ein Dickkopf. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Wenn ich sehe, mein Sehen ist da. Welche Schwächen haben Sie noch? Meine Schwächen noch? Schwächen ist, wissen Sie, manchmal, wenn Sie kommen zu meinem Arbeitsplatz, ist das nicht ordentlich. weil ich mache, wenn ich mache Sachen, dann ich gebe 100% und dann ist es nicht ordentlich. Aber nach der Arbeit fertig, ich mache wieder ordentlich, wissen Sie? Und das ist meine Schwächen. Und das ist die große Schwäche. Sie sehen einen sauberen Arbeitsplatz als Schwäche? Nein, mit der während der Arbeit ist mein Arbeitsplatz ein bisschen unordentlich. Wissen Sie, Ist das männerisch? Von PD. Während der Arbeit mein ganzes Papier liegt auf der Tisch zum Handy, alles liegt, klick, da liegt, da liegt, da liegt, und das ist ein großer Problem. Aber sobald ich fertig bin, bin ich mit der Arbeit, ich mag natürlich, ich mag natürlich wieder sauber, ordentlich und dann, ich denke, ich habe eine meine Schwäche. Das sehe ich zwar jetzt nicht als eine Schwäche, aber bitte führen Sie fort. Ja, ja, und das ist eine Schwäche. Jetzt möchte ich in der Erzählung vor meiner Stärke. Ich bin abgeschlossen, aber immer Hilfe beleidigt. Was sind denn Ihre Stärken? Ja. Danke, Sie nur weggekommen. Achso. Kein Problem. Ich bin aufgeschlossen, hipbeleid, ein Teamplayer, immer Motivation. Ich mag da lernen, möchte ich nicht gut lernen von der Belufung, möchte ich lernen, was sind die Gesäße von der Star, möchte ich lernen, wie machen, richtig, da ein Satt, leck machen. Da suche Honok, ich bin offene Person, ich habe nicht Angst mit den Leuten Specken, wenn ich jemanden sehe, hat Probleme, ich gehe hin, ich spreche, hey, ich habe ein Problem, muss ich mich suchen. So sagen, ist für mich kein Problem. Können Sie mal, woher kommen Sie noch mal, Herr Sir? Vietnam, Hanoi. Können Sie in Ihrer Sprache mal sagen, Halt, Stopp, Polizei? Natürlich. Schung, ciao, Polizei. Also das heißt, in Ihrer Sprache auch Polizei? Tick, tick. Okay. Ja, weiter. Ja, bitte. Ich bin flexibel und verdauernswodig. Flexibel? Flexibel. Okay, flexibel, ja. Ja, flexibel. Ich bin flexibel und verdauernswodig. Wenn Sie geben mir ein Geheimnis, diese ein Geheimnis, bleiben wir verschlossene Tür. Bleiben wir verdossene Tür. Niemand kann öffnen diese Tür. Sie geben mir Schlüssel, ich beharrte den Schlüssel. Aber kann man den Schlüssel für 10.000 Dollar kaufen? Keine Chance. Ja, und jetzt mal eine Frage, dieser Schlüssel, verwahrt der vielleicht auch irgendwas, was mit einer Straftat zu tun hat oder so? Nein. Straftaten haben nichts zu suchen in meinen Herzen. Weil Sie reden halt von Geheimnissen jeglicher Art bestimmt, oder? Gute Frage. Ich rede von Geheimnissen, die jemand mir anverdauern tut. Und ich habe keinen Kontakt zu kriminellen Leuten. Leute, wenn jemand macht kriminelle Sachen, dann hat er mein Verdauern geblocken. Und das ist ein großes Problem. Wenn jemand mir verdauern, dann nehme ich das Verdauern und er hat auch mein Verdauern. Aber wenn er geblocken und kriminelle Sachen dann ist er nicht mein Freund. Er ist ein Feind von mir. Er ist eine persönliche Polizei, die gegen Uber frei. Ja, mit er. Herr Heu, ich habe eine Frage dazu. Sie merken ja schon, sicherlich die Kollegen hören relativ angestrengt zu. Wären Sie auch bereit, quasi einen Sprachkurs hier nochmal zu belegen, um Ihre sprachlichen Fähigkeiten halt noch zusätzlich auszubauen, dass man sie auch besser versteht? Natürlich, bitte. Vielleicht Sie verstehen mich nicht so gut, weil ich bin ein bisschen aufgelegt. Nur ein bisschen natürlich. aber ich werde natürlich so sein. Manche meisten Sparke besser specken, verstand nicht specken. Sie müssen das Ganze auch verschriftlichen. Sie haben ja die Bewerbung geschrieben mit Hilfe des DOLs, soweit ich weiß. Nein. Oder haben Sie die ganz alleine geschrieben? Ich habe alleine gemacht. Okay, weil Sie sagten ja, Sie wollten sich die Hilfe vom DOL holen, weil Sie müssen auch wieder Akten schreiben. Das ist auch einer Ihrer Kernpunkte halt hier, wenn Sie angenommen werden würden. Und da müssten Sie halt auch dementsprechend wesentlich noch nachbessern, weil wenn wir so eine Akte losschicken, dann haben wir ein Problem. Da können sie noch so gut sein. Das können wir dann halt so nicht durchführen. Wie verkraften Sie Niederlagen? Erklären Sie mir das mal. Ich habe eine wichtige Fluxoder Niederlage. Nur die Leute, die aufstehen, können fallen. Und wenn ich falle mit der Niederlage, dann muss ich wieder abstehen. Wissen Sie bitte? Weil jede Niederlage ist für mich eine Lektion. Ich habe etwas feil gemacht. Oder es muss so sein. Nicht immer du kannst gewinnen. Manchmal du musst fallen um zu gewinnen. Manchmal du musst fallen um zu lehnen. Das liegt nicht wirklich nicht. So ist erklärt die Niederlage vor mir. Ja, ja, okay. Gut. Nennen Sie mir doch mal bitte, was für Sie Loyalität bedeutet? Loyalität. Wissen Sie, ich sage Ihnen ehrlich, bei den Menschen ist nicht einfach Loyalität. Aber ich mag das Beispiel an einem Hund. Wenn Sie geben einem Hund drei Jahre gut essen, der Hund wird sie nicht vergessen. Geben sie jedoch einem Menschen drei Jahre essen und sie sagen den Menschen vergessen sie. Wissen Sie, aber ich habe gelernt die Loyalität von Loyalität ist in der Herzen. Wenn sie etwas lieben, dann sie sind von der Glun auf schon Loyalität, weil der Herzen ist mit 100% dabei und der Herzen ist wichtig für Leben. Wem sind Sie im Dienst am meisten loyal gegenüber gestimmt? Mit alle gleich. Ich bin loyal dem Staat Los Andor ich bin loyal dem Gesetz dem Gelust von der Staat dem ich bin loyal. Ich bin jeder meiner Team jeder meiner Kollege gleich loyal. Was war das Traurigste was sie jemals erlebt haben? Traurigte? Ich habe Freundin gehabt und die Freundin hat mich verloren. Die Freundin hat mich betrogen. Ich habe erlebt mit dem Vietnam. Ja, liegt es. Wann sind Sie denn nach Los Santos gekommen? Ungefähr eine Woche schon. Eine Woche schon. Seit 2021 20 Okay. Herr Carsten, kommen Sie mal kurz mit. Machen Sie ruhig fort. Fahren Sie fort, ja? Okay. Ja? Im Grunde wäre der gar nicht so dumm für das PD. Ja. Denk mal jetzt weiter. Was verbindest du mit dem, wenn du den siehst? Du musst lachen. Mhm. Ist die Stimmung im LSPD gerade nicht so ein bisschen aufgeheizt? Ja, ich finde den, der ist lustig, wenn der spricht, aber der Inhalt ist gut. Ja. Finde ich, was der sagt, ist gut. Ich mag sowieso bunt, aus aller Herren Länder. Ich liebe das, das ist das schöne am PD. Aus Russland haben wir die hier, jetzt aus Asien und so. Ich mag sowas, deswegen bis jetzt gefällt mir das alles gut, was er sagt. Der Erste, der man eine richtige Schwäche nennt, mein Schreibtisch ist nicht aufgeräumt. Wirklich, der Erste, die anderen immer nur so irgendwas anderes. Ich bin zu pünktlich und nehme alles zu genau. Das sind immer die dummen Schwächen, so voll am Lügen alle. Das sind alles Stärken. Der Tisch ist nicht aufgeräumt. Das hat mich schon beeindruckt, weil er sich kennt, habe ich das Gefühl. Ich finde ihn gut. Nur weil er Sprachprobleme hat, müssen wir ein bisschen daran arbeiten, weil in Funk wird es eine Katastrophe. Der kann doch ein Polizist werden. Ich glaube nicht, dass er die Ausbildung schaffen wird. Aber die Chance können wir ihm geben. Da muss er Johnson beurteilen. Ich glaube, es wäre eine gute Entscheidung, aus den Gründen, dass er die Leute zum lachen. Der lockert die Stimmung hier im LSPD auf. Ich wünsche mir auch jemanden, mit dem ich mal auf Streife fahren kann, wenn du nicht da bist, der einfach ein bisschen lockerer ist. Es sind alle sehr steif und förmlich immer. Mit zwei, drei Metern kannst du richtig Spaß haben. Ansonsten ist es sehr hart, sag ich dir, wie es ist unter der Woche. Darf ich kurz chance? Jawohl. Was denn? Ich habe eine Frage und zwar bezüglich der Frau Sorkin. Will sie generell in keine Abteilung mehr rein? Gerade nicht. Warum? Naja, weil wenn sie jetzt kein Captain mehr ist und die SDL nicht mehr leitet, würde ich sonst wie auch die ganze Zeit das Angebot unterbreiten, wieder Bock hat auf Ausbildung soll sie da gerne wieder hin? Natürlich. Weil wir haben ja immer noch die Warteliste für sie offen und das habe ich auch so offen kommuniziert. Deswegen ist die Frage. Frau Sorkin, waren Sie der Käpt'n, der Sie tatsächlich ausgeliefert hat, Herr Johnson? Was habe ich gemacht? Moment, was soll ich jetzt gemacht haben? Sie waren der, der gesagt hat, dass ich, was hätte ich gesagt, Herr Carsten? dass sie eben an sich herangetreten sind und auch gesagt hätten, dass wir die eigentlich nicht auf die Posten wollten und so. Absolut negativ. Wir hatten einmal ein Gespräch gehabt und da ging es halt um unrechtmäßige Beförderung und da hat sie sich beschwert, dass sie Herrn Woods oder Frau Swift nicht auf dem Dienstposten sieht, also auf der Beförderung sieht und da habe ich hier als Beispiel genannt gehabt, kannst du dich noch daran erinnern, wo du damals Officer 3 wurdest oder Sergeant 1 wurdest, da gab es auch Leute, die dich nicht auf dem Posten gesehen haben und die mussten auch akzeptieren, dass halt dementsprechend der Chief das entscheidet, wenn der Chief das entscheidet. Sagen Sie? Ja, das sage ich. Aber Frau Sorkin sagt was anderes. Ja, dann hat nee. Haben Sie ein Problem mit manchen Entscheidungen von uns, Herr Johnson? Negativ. Wenn ich ein Problem damit habe, Sir, wissen Sie, wo ich dann hingehe? Sie sagen es uns. Korrekt. Bin ich damit zu Ihnen gekommen? Ich habe sogar in meiner Abteilung gesagt gehabt, sollten die irgendwas aufschnappen oder sollten die irgendwelche personellen Abneigung haben gegen jetzt die Entscheidung von dieser STL-Geschichte sein, weil das habe ich mich hier und da mal aufschnappen können, schon im PD tatsächlich. Dann sollen die die Schnauze halten und die STL 100% unterstützen. Das können Sie jeden Ausbilder fragen. Ich habe die ganz klare Anweisung gegeben, das wird hier kein Kleinkrieg werden. Wenn die STL gerade meint, dann halt dementsprechend das machen zu wollen, dann unterstützen wir die STL. Es ist scheißegal, wer da oben sitzt oder sonst irgendwie was. Das ist die ganz klare Anweisung gewesen. was Herr Carsten vorhin zu mir gesagt hat. Soll ich Ihnen das sagen? Bitte. Herr Carsten, was haben Sie in Bezug zwischen Sorkin und Herr Johnson gesagt? Mir um im Büro. Sagen Sie es? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht auf die Misskommunikation? Nein, auf das Verhältnis bezogen, auf den Respekt gegenüber. welchen Eindruck hatte man, Carsten? Ich weiß was raus, Jerry. Ich habe das bestimmt gesagt, aber sag es ruhig mal. Dann bestätige ich das. Es geht darum, dass wir bei keinem der Käpt'n, außer bei Herr Pearson und Ihnen, das Gefühl hatten, dass Sie nie damit einverstanden waren, dass Frau Sorkin diese Position hat. Und Sie haben es ihr auch, vielleicht haben Sie es nicht gemerkt, aber Sie haben es ihr unterbewusst auch ziemlich zum Ausdruck gebracht. Also wenn das so ist, dann tut es mir leid, aber ganz ehrlich, ich habe sie eigentlich mehr als die anderen Käpt'ns sogar unterstützt. Im Gegenzug, seitdem sie Käpt'n worden ist, bin ich sogar weicher geworden, als sie als Sergeant war. Weil sie nämlich aus meiner Abteilung kommt und dementsprechend keine Bevorzugung gegenüber anderen Officern dann wahrgenommen werden sollte. Das war das Einzige. Woher weiß sie dann diese Info und warum nennt sie ihren Namen? Dass sie Informationen aus der Käpt'n besprechen und dass ich sie nicht auf diesem Posten sehen würde, dass sie rausgetragen wurden. Das haben Sie doch niemals gesagt. Spielt keine Rolle. Das haben Sie niemals gesagt. Das habe ich auch niemals gesagt. das habe ich gesagt. Aber dann nicht vor mir, Sir. Ich trage nichts aus dieser Käpt'n Verschlechung weiter, außer es betrifft meine Abteilung. Punkt. Betrifft es meine Abteilung nicht, halte ich die Fresse und sage Ja und Arm. Ich finde das jetzt interessant. Grundsätzlich haben der Sorgchen also gesagt, guck mal, früher hat auch keiner das gedacht und jetzt bist du Käpt'n, so nach dem Motto. Das war ein Guck mal, die haben damals bei dir gesagt, genauso wie du mir jetzt sagst, sie hat nämlich Wortwürdig gesagt, sie ist nicht einverstanden, dass Swift und Woods befördert worden sind. Sie sieht die da nicht. Und ich habe gesagt, das musst du für dich behalten, weil bei dir war das halt damals auch nicht anders und sie, wo du jetzt stehst. Das hat einen Grund, warum diese Entscheidung getroffen worden ist. Ich würde niemals, niemals, das würde mir, ja, Frau Sorgchen und ich haben manchmal Kommunikationsprobleme, die vielleicht auf emotionaler Art und Basis ihrerseits oder auch vielleicht meinerseits, ich bin, auch wenn ich so Kultur, sonst irgendwas, aber prinzipiell war es immer professionell und wir hatten, ich hatte schon in der Ausbildung zwölf Gespräche gehabt, die schon so auseskaliert sind, als hätte ich mit Frau Sorgchen selber eine Beziehung, weil sie die dachte oder was rein interpretiert hatte. Da war sogar der Herr Carsten sogar bei einem Gespräch live dabei gewesen. Da wurde nur was in einem Satz, in einem Wort laut, was rein interpretiert, was gar nicht der Fall war. Ich habe ganz, ganz klare Richtlinien diesbezüglich und ganz klar wird es auch durchgezogen. Und nichts anderes würde ich zu Frau Sorgchen sagen, weil es ist nämlich der Punkt, die Entscheidung steht mir nicht zu, da steht keinem anderen Käpt'n zu, da steht niemandem zu, die Beförderungsentscheidung des Chiefs infrage zu stellen. Ja, man kann vielleicht für sich selber Gedanken haben, wenn man die überhaupt hat. Und dann ist das so. Okay, das klingt schon anders. Und die einzigen Problematiken, die wir hatten, war gewesen, dass ich von ihnen die Zusage hatte, dass die Ausbildung, so wie die G.U. arbeiten kann, wenn wir arbeiten und uns keiner reinfunkt, weil die Ausbildung vorangehen muss, weil wir sonst uns nicht im Kreis drehen. Und das wollte ich dann halt mit Frau Sorgchen die ganze Zeit immer wieder klären, immer wieder klären. und das hat sich dann halt einfach nur gerade im Kreis gedreht. Aber das wäre langfristig ganz normal vom Tisch gewesen. Sagen Sie. Ja, ich hoffe doch dann, dass es so gewesen wäre, weil das hat sich auch mit Herrn Piersen damals so eingespielt. Ich hatte mit Herrn Piersen damals auch Gespräche um Gespräche, vor allem wo er dann als Käpt'n geworden ist, wo er dann halt so viele Sachen auf einmal reformieren wollte. Und das hat sich wunderbar eingespielt, weil die Plätze müssen halt gefunden werden, beziehungsweise man muss auch miteinander zusammenarbeiten. Mit Frau Sorgchen, die einzige Problematik, dass sie halt emotional reagiert und Sachen dann halt falsch missversteht. Zum Beispiel Herrn Harris hat sie letztens auch dazu ja, da waren sie ja live dabei gewesen, da hat sie gedacht, er hätte schlechte Laune oder hat dann ganz angepist gefunkt. Herr Johnson, ja Sir? Sagen Sie, sehen Sie, worauf ich hinaus will? Der eine sagt das und Sie sagen das. Der andere sagt das. Ja. Aber Sie können auch die Abteilung fragen. Aber ich persönlich hatte auch das Empfinden und der Mann neben mir auch, dass Sie damit nicht zufrieden waren. Sie haben das Gefühl, dass ich immer mit irgendwas nicht zufrieden bin. Sie hatten ja vorher schon gesagt, als es um Sorgchen ging und so, dass Sie sie da nicht sehen oder dass sie nicht bereit ist. Dass sie noch nicht dazu bereit ist, tatsächlich. Passte jetzt auch zu der Aussage dann von Sorgchen, eben, dass Sie dann gesagt haben, die wollten ich eigentlich gar nicht haben. Aber das habe ich Ihnen niemals so mitgeteilt. Ja, wenn Sie das jetzt so erzählen, hört sich das natürlich anders an. in dem Zusammenhang, ja gut, Sorgchen erzählt das so und ja, wir haben auch gehört, Johnson war nicht so einverstanden mit Sorgchen in der Position. Hat das einen Sinn ergeben? Da hat das erstmal einen Sinn ergeben. Wir reden hier von einem Positionswechsel, von meiner Aussage. Ich bin damit halt eher nicht so zufrieden aus dem einfachen Grund, das war vor ein paar Wochen gewesen, wo sie gerade noch nicht mal in der SDL drin war, wo es nur die Überlegung dazu gab und dass sie sich dahin erst noch entfalten muss. So wie jeder andere auch. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie halt diese Emotionalität auch in der Ausbildung angelegt hat, habe ich dann halt die Bedenken geäußert. Und vor allen Dingen, dass sie mir halt einfach einer meiner wichtigsten Ausbilder wegnehmen, ohne mit mir darüber zu reden, dass ich einen Ersatzfonds habe. Das habe ich damals genauso kommuniziert. Aber ansonsten, es hieß immer 100% unterstützen, ich will keinen Kleinkrieg, ich will hier kein Gerede, habt ihr irgendeinen, der redet, meldet ihr mir das und ich melde das sofort weiter. Punkt. Das ist die ganz klare Anweisung und da können Sie, bevor ich jetzt zu irgendeinem Ausbilder hingehe, da hinten steht der Herr Wutz oder sonst was, können Sie ihn gerne dazu befragen. Das ist die Ausbildungsabteilung. Herr Johnson, Sie haben ja vorhin gehört, was ich Ihnen oben gesagt habe, ja? Und ich glaube, Sie wollten dann hören, von wegen, dass ich mich dann melde, deswegen? Nein. Ich hätte mir gewünscht, ja, ja, Sie hätten vortreten müssen. Aber wie denn, wenn ich dann, wenn ich das ja noch nicht mal... Sie reflektieren das doch gerade wunderbar. Sie sind die einzige Person, die ich unten angetroffen habe, die von Frau Sorkin damals bezichtigt wurde, dass Sie ihr keine Officers schicken. Darauf haben Sie sehr gepisst, angepisst reagiert, erinnern Sie sich noch? Ja, weil die Ausbildungsabteilung bestätigt worden ist. Aber spielt keine Rolle, spielt keine Rolle. Ja, Sir. Spielt keine Rolle. So, und ich hätte mir gewünscht, dass Sie vortreten und sagen, warten Sie mal, vielleicht habe ich irgendwas damit zu tun oder vielleicht betrifft es mich. Genau das habe ich von einem Mann... Nein, nein, nein. Ja, Sir. Das habe ich von einem Mann Ihrer Stärke erwartet. Aber ganz ehrlich, Sir, das ist jetzt wieder so lange her, dass ich nicht daran gedacht habe, dass das so weit hinterhergetragen wird. Verstehen Sie? Das ist halt der Punkt. Für mich ist das Thema an dem Abend abgeschlossen. Wir hatten das Gespräch mit Frau Sorkinger. Ich habe das Gespräch mit Frau Sorkinger noch geführt. Wir haben sogar beim letzten Sonntag dazu auf die SDL weiter zugegangen, damit sie besser planen kann, damit ihre Abteilung besser arbeiten kann, dass wir sagen, alles klar, wir machen nicht mit allen Rekruten alles, sondern teilen den ganzen Bums auf, dass die SDL auch arbeiten kann für eine Großveranstaltung und, 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 und. Und haben uns ab dem Zeitpunkt noch intensiver, was wir sowieso schon vorgetan haben, noch intensiver mit der SDL beschafft und den Truppen dahin geschickt quasi. Doch Leute, die eigentlich eine Ausbildung selber drinstecken und nicht nur die ausbilden, sondern die ausgebildet werden. Für mich war das Thema ab dem Moment an dem Abend, wo wir dieses Gespräch zu dritt und dann noch zu zweit hatten, für mich war das ab dem Punkt erledigt. Ab da war Feierabend gewesen, nicht von wegen, weil ich da sauer war, sondern wir haben darüber geredet, es wurde geklärt, fertig, aus, Akt, Akt da gelegt. Deswegen denke ich da auch nicht mehr dran. Verstehen Sie, was ich dazu meine? Wenn Sie, wenn das jetzt auch die Bestrafung ist für alle Captains, unter anderem, haben Sie mit Frau Sorge mal privat über irgendwas gesprochen? Also kennen Sie sich auch außerhalb der LSBD-Gubble? Wir hatten letztens tatsächlich sogar mit Herrn Gamble zusammen und Herrn Pearson zusammen einen Quad und wie heißt dieses komische andere Fahrzeug? Weiß ich nicht. War so ein Parallel das Entertainment. Hatten wir den ganzen Abend außerhalb des SPDs verbracht. Wir waren in dem Pub gewesen. Ja, nee, nee, alles gut. Und da war Frau Sorkin dabei. Die Frau Sorkin war dabei gewesen. Und da haben wir nur über was gesprochen gehabt, wie sie sich das dann vorstellt mit dem Hin- und Herschicken. Und dann war das Thema Arbeit erledigt und wir haben uns eigentlich mehr über privaten Kram unterhalten. Okay. So zum Beispiel, dass Sie, wie viel Mayo Sie auf Ihre Pommes nehmen will. Ja, das interessiere ich gar nicht, Herr Johnson. So was halt. Ich will, dass Sie, Herr Johnson, also, Sie haben von mir alle eine Sanktionierung bekommen, weil es kann nicht sein, dass Informationen egal in welcher Form, egal in welchem Kontext aus der Käptnisbesprechung gerissen werden. Korrekt. Weil das führt ja zu solchen Situationen. Ja, mal davon ab. Ich möchte bitte, dass Sie alle mal darüber reflektieren. Ja, jeder Käpt'n und ich möchte, dass Sie, ich habe das Gefühl, das LSPD verliert sich so langsam ein bisschen, der Faden geht langsam ein bisschen so weg. Wissen Sie, der rote Faden und ich muss, heute musste ich einen Assistant Chief absetzen, ich musste einen Käpt'n absetzen und ich muss alle Käpt'n sanktionieren wegen so einer dummen Kacke. Ich möchte bitte, nein, hören Sie zu, ich möchte, ich möchte bitte, dass Sie mir einen Gefallen tun, auf Sie. Fokussieren Sie sich nach der Suspendierung und ab sofort, jetzt eigentlich schon, wieder auf das Wesentliche. Das LSPD hat ein Problem und zwar, das LSPD sorgt intern Plan für Probleme ohne Ende. Ja, wir müssen uns mehr selber bekämpfen, anstatt, dass wir dafür sorgen, dass wir die Sachen in der Stadt bekämpfen. Ja. Okay? Deswegen, auch an Sie gerichtet, ich sage Ihnen, wie es ist, also an jeden Einzelnen, zerreißen Sie sich nicht mehr das Maul, sondern, weil dann zeigen Sie mir, dass Sie als Käpt'n nichts zu tun haben, dann suche ich mir jemand Neues. Okay? Ja, ich werde das noch weiter intensivieren, wie es schon getan wird. Wunderbar, dann bitte ich Sie nun, Ihre Arbeit fortzuführen. Ich werde aus dem Gespräch das mitnehmen, Herr Johnson, ich bedanke mich. Danke, dass ich reden durfte. Natürlich durften Sie das, hätten Sie ja auch gerade gekonnt und es hat ja von Stärke gezeigt. Wie gesagt, es war nicht klar gewesen, dass es da um die Situation ging oder sonst dergleichen, im Gegenteil. Vielleicht sollten Sie mit Frau Sorge noch mal sprechen, weil im Grunde Sollte ich vielleicht noch mal tun, ja. Haben Sie nichts falsch gemacht, aber es kam bei ihr so an, Sie sind eigentlich für Sie jetzt jemand, der Sie verletzt hat, der in den Arsch war mal so ausgesprochen. Aber es kommt immer bei ihr so an. Ja, das Wichtige ist, dass Sie ihr das klar machen, dass es gar nicht so, dass es eben nicht so ist. Die ist nicht böse, dass sie uns das gesagt hat, sondern wäre es wahr, wäre es wirklich ein Skandal, aber ich tatsächlich glaube Ihnen und deswegen müssen Sie ihr das auch noch mal so sagen. Sonst würde ich Sie mir doch nicht wieder in die Ausbildung reinholen wollen. Und das, obwohl Sie ja immer wieder diese emotionalen Gespräche halt auch hatten. Ja, deswegen, das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, Aber ich werde definitiv im Anschluss dessen mit ihr dann halt ein Gespräch suchen. Also, das muss aus der Welt geschaffen werden, ganz ehrlich. Sie müssen wissen, dass Sie nicht böse zu ihr waren, denn das nimmt sie im Moment an und wenn das nicht so war, schaffen Sie es aus der Welt. Das ist für Sorginnen wichtig und für Sie auch. Und Sie wollen ja auch mit ihr arbeiten. Das zeigt mir auch, dass Sie die dennoch irgendwie nicht nur dennoch, ich schätze sie sehr. Sie ist eine vernünftige Ausbilderin, sie hat ihre Schwächen mit den Emotionalitäten und Raten, aber damit konnten wir und haben wir bis jetzt immer gehandhabt. Das war nie das Größte, der Größte Stein auf unserem gemeinsamen Arbeitsweg, halt auch in der Abteilung nicht. Im Gegenteil. Also, Herr Johnson, Herr Heu, oder wie auch immer der heißt, was ist Ihre Meinung über den? Sehr, sehr engagiert. Ich kann mir auch sogar vorstellen, dass er wirklich ein ehrlicher Kopf ist. Das Problem ist die Sprachbarriere. Vor allen Dingen, wenn er sagt, haben Sie mit Herrn Bischloff mal früher gesprochen? Herr Bischloff, ja. War ja auch schon ziemlich... Prinzipiell, wenn er sich sprachlich verbessert und vor allen Dingen schriftlich, weil wenn er sagt, von wegen, das war es nicht mit dem DUL gewesen, sondern alleine, obwohl er vorher sagte, er kann das nicht, sagt er mir heute tatsächlich mehr Feuer als irgendwelche Bachelors oder Science oder sonst irgendwie was. Ich würde ihm gerne die Chance geben. Ich sehe Problematiken halt aber, wenn er halt ins Haus LS steht oder halt irgendwie was hitziger wird und vor allem im Funk. Das muss in den Griff gekommen werden. Sie haben eben gesagt, sagen Sie mal Ihre Stärke und er hat schon längst davon erzählt. Sie haben es nicht verstanden. Daran muss er dringend arbeiten. Das wäre halt der Punkt. Wir sind hier objektiv und geben halt jedem eine faire Chance. Dann laden Sie den ein zum Bewerbung, zum Verfahren, ja, also zu dem... Ja, Rekrutendasein. Genau. Das ist schäblich. Und sagen Sie, legen Sie mal auf, er muss dringend an seinem Verständnis und an seiner Aussprache arbeiten. Okay? Alles klar, ja. Gut. Und der andere Teil ist dann jetzt hier mit beendet, Herr Johnson. Jawohl, Herr. Dann wieder zurück an die Arbeit. Jawohl. Ich glaube ihm. Wirklich. Dass er das nie so gesagt hat. Er ist der Einzige, der hier wie Militär arbeitet und einfach salutiert und ausführt. Ich glaube ihm schon. Vielleicht war es noch Pearson. Ich glaube, er ist gesagt, ich kann auch Herr Hill gewesen sein. Es kann auch Herr Hill gewesen sein. am Steg. Unter uns gesagt oder so. Mein Problem ist, man hat ja von Herrn Johnson oft gemerkt, dass er sie sehr abstößig in dem Bereich findet. Muss man auch nicht leugnen, oder? Das habe ich im Dienst jetzt nicht gemerkt, weil ich es ganz wenig mit denen zu tun habe. Aber er hat es in der Kette ungemehrfach gesagt. Genau. Und ich hatte auch öfter Diskussionen mitbekommen. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, ich bin auch der Meinung, dass Herr Pearson in seinem Privatleben, wie ich dir ja schon sagte, ziemlich viel mit reinspielen lässt, was in seinem beruflichen Aspekt passiert. Und ihm war das, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass seine Freundin, die er immer unter sich hatte, er war so der Mann. Er war der Mann. Dann wurde er so ein bisschen in seinem polizeilichen Stolz verletzt, weil seine Freundin, die ja so ein bisschen, ich denke, so sieht er, dass er auch unterqualifizierter ist als er, dass er sie dann auch so ein bisschen in die Richtung gedrängt hat. Vielleicht wollte sie deswegen den Namen nicht nennen und hat gesagt, dann kündige ich lieber. Weil den Partner, den Namen, den lieferst du nicht aus, das machst du nicht. Es könnte theoretisch auch wirklich der Hill sein, die sind ja auch privat öfter unterwegs gewesen. Du musst jetzt Gas geben, Harley, du meine Freundin, da waren auch welche dabei, die wollten dich nicht. Das ist einfach so ein Satz, der nicht mal böse gemeint ist, sondern motivierend. das kommt bei jeder wieder so an. Ich werde nicht gewollt, das ist theoretisch, das könnte Pearson sein, das könnte Hill sein, das könnte, wer wäre denn noch? Kamakar, weiß ich nicht. Das könnte jeder dann gewesen sein, aber ich, ich war glaubwürdig. Oh Gott, ich will das jetzt mithören. Ja. Wer der Flaggen, eine Flagge. Und dann werde ich da zeigen, fuhre dieser Weg zu der Schlosser. Und wenn der Mann mit der Wahrheit sagen, ja, sagen der Weg ist er nicht nicht und wenn der Mann mit der Lugenssagen ist er nicht nicht nicht, dann gehe ich den anderen Weg. Ähm, Okay, nochmal bitte, ich hab's nicht verstanden. Ja, hoi, hören Sie zu, kein Quatsch jetzt hier. Herr Johnson, sagen Sie ihm's. So, Sir, schatzen Sie sich. Rechen Sie Ihr Hemd oder Ihren, Ihren, Ihren Pferdeschwanden, nicht, sie ist ja, meine Beste, aber hoi. Ja, ja. Ziehen Sie mal Ihren Zöpfchen. Ja, okay, okay. Hoi. Ja? Ihr Zöpfchen. Belegen Sie sich. Besser. So, Herr Heu. Sie zeigen hier tatsächlich ein Engagement, was man von vielen halt momentan nicht erwarten würde. Wir haben aber ein Problem und das heißt, wenn Sie in Stresssituationen sind, werden Sie wahrscheinlich dann noch aufgeregter sein und reden dann vielleicht noch unverständlicher. Wir möchten Ihnen gerne eine Chance geben, aber Sie müssen uns zeigen, dass Sie dementsprechend dann halt sich sprachlich und schriftlich im Laufe der Zeit in der Rekrutenausbildung und generell im Offizerdienst und auch davor schon sprachlich eine Verbesserung an den Tag legen, sodass dann halt die Bürger da draußen, vor allem, wenn Sie dann halt in irgendwelchen Problemen gegen sind, Sie besser und angenehm verstehen können. Das heißt, Sie werden sich Hilfe suchen und dementsprechend dann halt sprachlichen Unterricht nehmen, wenn Sie so wollen. Sie müssen nicht perfekt sprechen dann halt irgendwann. Das ist nicht der Gang. Wir haben Kollegen, die haben hier einen Akzent, der ist ziemlich hart auch teilweise, aber Sie müssen das irgendwie in den Griff bekommen, vor allen Dingen schriftlich von den Akten. Und dementsprechend würden wir Ihnen die Chance geben, sich schon mal einen Teil zu verbessern bis zum 5. März, weil da nämlich dann die erste Rekrutenklasse dann für Sie beginnen würde. Alles Weitere erfahren Sie jetzt gleich von Herrn Wutz. Okay, vielen Dank, Mitter. Vielen Dank für Ihre Verdauung. Wir werden uns aber vorher noch unterhalten, ein, zwei Tage vor, da Herr Wutz wird Ihnen einen Termin bezüglich nennen und dann werden wir uns die noch mal anhören und miteinander sprechen, wie weit Sie schon vorangekommen sind. Und dann möchte ich weiter stetige Verbesserungen haben. Natürlich, Mitter, natürlich. Also Ihre Aussprache muss besser werden. Ja, okay. Wenn Sie mal die 911 übernehmen, das Leitsternstelefon oder die Leitstelle und Sie schreien dann da rein, Weisheiten aus Vietnam, das, sehen Sie, was ich meine? Sie müssen, Sie müssen etwas deutlicher sprechen und Ihre Sprache verbessern, ja? Natürlich, bitte. Natürlich. Sie haben ja jetzt einen Monat Zeit dafür, einen halben Monat. Okay. Ich frage Ihnen, wie geht es Ihnen, dann sagen Sie, mir geht es gut, ich war heute noch ein paar Glückskicke kaufen. Wissen Sie? Sie sagen einfach, mir geht es gut. Natürlich. Also das mit den Glückskicsten war natürlich nicht richtig. Natürlich. Was ist man so in Vietnam? Was ist so das Landesgericht? Vor Suppe. Okay. Können Sie ja dann mal für uns alle kochen im LSPD, oder? Ja, oder Schapsui, ich kann auch machen. Schapsui. Natürlich. Ich kannte mal einen, der wollte immer aus mir Schapsui machen. Wurde? Mhm. Ui. Und der hat immer Roller geklaut. Ist ja nicht guter Mensch gewesen. Nee, der hat einen Roller geklaut und wollte dann den Roller tatsächlich an ein paar Zivilisten verkaufen und wir haben ihn dabei erwischt und als ich ihn erwischt, er hat immer gesagt, ich würde Rassismus betreiben und was hat er gesagt? Er macht mit mir Schapsui. Wissen Sie, wie der immer gemacht hat? Nein. Er hat mit mir immer so gemacht. Dann hat er immer gesagt, er macht aus mir Schapsui. Boah, ist ja nicht guter Mensch. Er ist ja nicht guter Mensch. Der war böse. Der war böse. Ja, glaube ich auch. Können Sie das mal machen? Wie hat er immer gemacht? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, mit dem. Machen Sie mir mal nach. Machen Sie mir mal nach. Ja. So. Sind Sie bereit? Ja. Ah nee, kommen Sie, ich möchte Sie nicht vorführen. Ja, hoi. Ja? Ja, natürlich. Dann nutzen Sie Ihre Chance. Vielen Dank, wirklich, vielen Dank. Sie geben mir die Chance, ich werde Sie nicht enthäuschen. Sehr gut. Ja. Gut, dann Herr Wurz einmal übernehmen vor dem Ausbildungstermin, dass wir ihn nochmal sehen. Ich werde mal mit Herrn Tanner gerade telefonieren oder reden, aber ich muss kurz einmal die, das ist ein guter Kerl. Ich glaube, wenn er sich wirklich anstrengt, könnte das was werden. Jerry? Jerry? Reicht jetzt? Jerry? Was habe ich denn falsch gemacht? Red doch mit mir, wenn ich dir was sage. Ich habe doch mit dir geredet. Musst du erst wieder einen auf die Fresse hauen, damit du mir zuhörst. Ja, tu das, mach das. Und du wirst Hill folgen, mein Freund. Moment. Sir, da ist ja ein Fleck auf Ihren Schuhen. Moment, ganz kurz. Wo denn? Sir, machen Sie mich doch nicht unnötig geil jetzt. Telefonen. Wir schmeißen wir jetzt raus. Und wie lief das Gespräch? O'Collins? Ja. Und wie lief das? Wir sind noch bei Alice, einfach so ein bisschen quatschen, aber ihr geht's, recht gut. Sie ist aufgelöst und erleichtert, glaube ich. Wissen Sie, was mit der passiert ist? Nein. Okay. Wenn Sie damit fertig sind, dann kommen Sie mal zum LSPD. Okay. Alles klar, mache ich. Ich gebe Bescheid. Ja. Danke, bis gleich. Bis später. Kannst du das nochmal machen, kurz? Warum? Ich will das nochmal sehen, dass der Porto bist, aber schnell. Mal erstmal lang, langsam. Langsam, Jerry. So. Ja. Ein bisschen schneller. Und jetzt gebe alles. Wow. Wo willst du denn so flott hinrennen? Geh ganz schön in die Knie, das gibt mir Muskeln. Ja? Ja. Was hat anstrengend. Guck mal, ja? So, kannst du hier ein bisschen drücken hier? Setz dich, geh mal hier zwischen. Nee, was? Hm? Was machst du denn da? Du musst auch treffen, ne? Treffen. Geh weg. Ja, nicht treten. Das ist ein Boxsack. Treffen. Entschuldigung. Lass, ich treffe den Boxsack. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, Jerry. Da liegen 5 Dollar. Treffen? Ja. Das war geplant. Jetzt komm. Ja, was ist denn? Ich gehe in den Feierabend. Wo bist du? Hm? Warum redest du? Ich habe kurz telefoniert mit meinem Schatz. Ich gehe jetzt in den Feierabend. Ich bin geboxt worden. Echt, ich gehe jetzt in den Feierabend? Nein, Mann. Mach doch ruhig. Nein. Kannst du ein bisschen an den Strand tanzen lassen. Ich komme mit mit einem Fernglas. Ohne Kamera. Dann verkaufen wir das bei Venture. Oh. Telefonierst du jetzt oder nicht? Hä? Telefonierst du gerade oder? Nein. Du Hund. Also seitdem man jetzt auf Toilette? Ich war schon auf Toilette. Ich hole mal eben den Tanni an. Tanni? Was ist los hier? Hab ich was verpasst? Den Tannakamern. Der Tanni. Ob der das schon weiß von Heli? Ja, Chef. Herr Tannakar, Sie haben ja eine sehr lange SMS geschrieben, aber ich bin zu faul zum Lesen. Würden Sie ganz kurz auf Etage 3 vor meinem Büro kurz warten und dann reden wir gleich darüber? SMS gekriegt? Ähm, ja. Also Sie wollten ja mit mir sowieso persönlich reden, oder? Äh, nee, eigentlich. Achso, hatte ich das nicht der SMS-Hör entnommen? Nee. Nee, 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 nee. Was ich eigentlich von Ihnen wollte, dass Sie sich kurz die E-Mail durchlesen. Wegen dieser Gebührenordnung. Sie haben ja am Mittwoch was aufgetragen und bevor ich das halt poste, weil das ja das ganze PD angeht, würde ich gerne ein Verständnis haben. Okay, weil Sie hier steht, wenn Sie gleich nochmal Zeit haben, könnten Sie kurz anschauen. Achso, Sie, oh, okay. Das steht im LSB... Ja, genau. Wo steht das genau? Sie haben das per E-Mail geschickt, ja? In Ihrem E-Mail-Account, genau, ja. Warten sehen, dann gucke ich eben... Tut mir leid, dass es auch Sie heute trifft. Ja, ist in Ordnung. Herr Tanaka, es ist eine ziemliche Shit-Show beim LSPD passiert, ich sag's Ihnen. So, was soll ich mit... Da sind zwei Dokumente, äh, Gebührenordnung, ja? Das Zweite, ja, das Zweite, das ist erstmal irrelevant, das kann bis nächste Woche warten. Okay. Okay. 50 Dollar, Ausstellung für 70 Dollar, passen? Ja, Sir. Das An-, Ab- und Ummelden von Fahrzeugen 50 Dollar, ne? Ja, das finde ich gut. Ausstellung eines Führungsreignisses Leumund 70 Dollar. Mhm. Beantragen eines neuen Auspasses 150 Dollar. Ja, nicht selbstverschuldet, selbstverschuldet, verloren und so, ja, 150. Reicht doch. Reicht mir das gerade durch. Ja. Das habe ich so aus dem Venture-Post 1 zu 1 kopiert. Okay, finde ich gut. Ja, dann machen Sie es. Aber bei LSPD, da steht Komma S, das müssen Sie noch rausnehmen. Äh, alles klar, gut. Ja, aber sonst sehr gut geschrieben, Herr Tanaka. Okay, alles klar, dann poste ich das noch. Und jetzt nochmal, also Sie meinen morgen ab 10 bis, bis übermorgen um 20 Uhr. Genau, bis Sonntag 20 Uhr. Okay. Dann sind Ihre Arbeitszeiten nicht so hart davon betroffen und abends sind wieder Leute da. Es geht vielmehr darum, ach, ich erzähle Ihnen das mal eines Tages in Ruhe, Herr Tanaka. Da muss man ein bisschen Gras drüber wachsen. Das ist einfach viel passiert in den letzten Tagen. Sie brauchen sich vor mir nicht rechtfertigen. Sie haben eine Strafe ausgestellt und das ist jetzt so. Okay, Herr Tanaka, dann danke für das Dokument, ja? Hm, kein Problem. Können Sie bitte in den Dienstanweisungen oben nochmal reinschreiben, dass die Leute bitte einmal dann auch den Eintrag durchlesen sollen? Sie kennen das ja. Ja, mache ich. Vielen Dank, Herr Tanaka, ja? Gut, alles klar. Bis später. Dann schönen Abend noch, Chief. Ihnen auch. Guck mal, ich habe jetzt nochmal durchgerechnet. Ja. Es waren fünf Captains im Büro. Anderson kann nichts dafür. Popmeyer tut es mir auch leid. Tanaka tut es mir auch leid. Johnson glaube ich auch eigentlich. Der hat nichts Böses gemacht. Ist jetzt nur noch Pearson der Arsch? Wo ist das denn? Hörst du mir zu? Ja, ich hör dir zu. Nee, gar nicht. Doch, ist Pearson nur noch der Arsch? Du hast durchgezählt. Ich kann zwei Sachen gleichzeitig. Mhm. Es findet irgendwo eine Party, eine Poolparty statt. Ja, da gehören wir nicht hin. Wird doch lustig, wenn wir da vorbeifahren und erst mal gucken, ob die Leute sich Drogen reinhauen. Nee, wir dürfen nicht einfach auf Privatgrundstück. Die mögen Cops. Dürfen das nicht betreten, ne? Ich sag's nur. Gib sofort eine Anzeige, weißt du. Run because zombies will eat you untrained ones first. Zombie Apocalypse Survival Guide. Merle Wittling. Boah, die wäre was für dich. Guck mal. Wie heißt die? Merle? Merle. Ich muss ihr Post durchgucken, ja. Venture. Venture Liffe. 31. Dezember 1990. Oh mein Gott, die ist ja, ist die 14? Es gibt Leute, die sind einfach im Jahr 2000 geboren oder 2004 oder so. Ja, ist komisch, ne? Da war ich schon alt. Ja. Wo ist die denn? Party? Don't stop the music? Aha. Meep. Da war ich einfach schon alt, Jerry. Ja, wo ist denn die tolle Frau? Bitt die nicht. Mein Gott, ich geh aufs Klo, wichst ihr noch einen. Ich komm sofort wieder. Ja. Weil ich mach das jetzt auch. Wie alt seid ihr denn alle, Chad? Fünf. Und woher kommt ihr so, Chad? 20. 55. Ey, mach den Modus raus. Was bist du denn für ein Anti-Made? Mich hat nur interessiert, wie alt ihr seid. Jetzt. Die Mods wieder so ein paar. Könnt ihr einmal Mods stinken in den Chat schreiben? Ach, geht ja nicht. Mach den Emo-Chat raus. Ja, ich hör auf. Ist doch gut. Ich weiß nicht, ob einer reinkommt. Und jetzt lässt jeder von euch ein Sub-Gift da. Was haltet ihr davon? So, warte. Ich geh kurz pinkeln, Leute. Warte, 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 warte. Oh. 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 Vielen Dank. 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 Hör auf, mich jedes Mal im RP anzurufen, Dennis. Wann kriege ich denn die 100 Subs endlich? Hast du mir versprochen? Ah, was für ein Assi-Geschwister? Ich habe ein Assi-Schwister, ich habe ein Assi-Schwester? Ah, was ist schon mal für ein Astur? Ah, was für ein Assi-Schwester? Will einer, ne, ich spreche es gar nicht aus. So. Was habe ich jetzt wieder gemacht? Warum Mimimi und, hä? Danke für den Sub-Man. Ah. Boah, voll cool, ey. Und da hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe gerade mir was bestellt und die haben mir das sofort gebracht hier. Ist aber schnell. Mhm. Ich habe mir was geholt aus der Küche. Ey? Mhm. Bei mir kam die Fruit Loops, äh, Fruit Loops heißt die Firma. Fruit Loops Clan? Oh. Was hast du dir denn geholt? Ach, ein Sandwich. Mit was drauf? Bacon und Ei. Bäh. Was wäre lecker? Ja. Fruit Loops und Burger. Was? Fruit Loops sind besser. Ich wollte was Herzhaftes. Kennst du Fruit Loops? Ja, das ist so ein Frühstückskram mit Milch oder so, ne? Mhm. Hör mal, ne? Hä? Komm, dann fahren wir das Schreibe, Jerry. Ja, angefangen wir euch. Was machst du denn da wieder? Dir was auf Entschang gucken? Die ganzen Weibern, nein. Ich suche noch Sabre Turbo. Den die Ausbildung hatte, ist noch gar nicht im System, glaube ich, hinterlegt. Den kann ich nicht freischalten. Hast du Frau Sorkin, Herr Hill und den anderen die Rechte entzogen? Mach ich jetzt. Kam hier noch nicht zu. Mach ich jetzt. Kannst du mal einen Computer machen. Ja, oh, danke. Teilweise ja noch im Dienst, oder? Ja. Deswegen. Bist du morgen im Dienst? Nein, aber ich kann später in der Nacht einfach nochmal gucken, wer von denen im Dienst ist und dann die Rechte entziehen. Jetzt mal erstmal Sorkin und an den Dings. Sorkin, ja. Gut, dass ich das so gut kann, ne? Mal, ey. Mmh. Chad, was sind eure Lieblingsformflex? Sau, Zinni, Minis und Foodloos. Beste. Voll. Schmacks auch geil sind, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt eben den Hill noch auf. Von der Linsenprinz. Danke nochmal für 1000 Bits, mein Lieblingsformflex. Das ist auch ein 3, ja? Ja. Mit der nicht mehr so aller Rechte hat erst mal. Oh, Jockin auch. Ja, die ist auch 3, richtig. Tresor, was ist nochmal Tresor? Was? Das kenne ich auch, Leute, ja. Das war's. Amor, ey. Oh, oh. Das war's. Das war's, ein Tag, schon wieder. Oder? Ey, was ist... Ja. Ich hatte ein bisschen Angst. Was sind deine Lieblingsformflex, Sherry? Ich esse sowas gar nicht, eigentlich. Was? Bin so für zwischendurch ist das voll gut. Nee, da hab ich dir was gesundes. Gummibärchen. Nee, auch voll gut. Ist ja Saft drin. Ja? Ja. Was für'n Saft von dir? Ja. Und deiner Mutter, oder? Hallo, Harris. Hallo, hallo, hallo. Harry, komm her. Wer? 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 Seid cool jetzt. Der Plank ging nicht auf, oder? Der Plank ging einfach gar nicht auf. Da bleibt dir erstmal der Sandwich im Hals stecken, ne? Ich muss jetzt eben meine Weste holen, die ist noch an der Halsstelle. Hallöchen. Hallo. Hallo. Herr Simon, sehr gut. Da oben, ne? Alles klar, danke. Alles klar, perfekt. Und auf zwei Fahrzeuge. Saboturbo ist noch nicht im System uns hinterlegt, aber die anderen zwei. Und der Wamos. Wamos und noch ein Warrener oder so. Okay. Das können wir gleich mal probieren. Schon mal benutzen. Wamos Adaplyer. Yeah. Bingen sie mal. Was? Ich kann nicht singen. Ich bin leider nicht im LSPD-Chor. Die Leute, die Kollektion habe ich nicht. Niemand außer dem LSPD-Chor kann singen, ja? Eine dienstliche Frage. Die Frau Jäger, die habe ich ewig nicht gesehen. War die lange nicht da? Jetzt ungefähr schon seit zwei Tagen nicht mehr. Heute war die in der Besprechung dabei. Das hat mich bewundert. Okay. Also bei den Modulen, glaube ich, war sie bisher immer dabei, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Okay. Okay. Ich dachte, die hat einfach schon aufgehört und wir wissen es nicht. Okay. Dann war die ja doch wieder zwischendurch auch da. Okay. Die Jäger. Aber meine Sachen war jetzt die Woche eigentlich nicht mehr da. Kann mich das aber auch täuschen. Ich habe die ganze Woche auch nicht gesehen, die Frau. Erst heute wieder. Ich war ganz überrascht, ob die überhaupt noch hier war. Ja, manche Rekruten, die kommen und gehen. Ich war ganz überrascht, die kommen gar nicht. Oder so. Gibt es auch. Ja, ist das so positiv. Ach, guck mal, unsere. Das ist korrekt. Freunde, unsere Modefreunde. Bitte? Die Herren, die hier ein Shooting gemacht haben. Na, abend, Sir. Hallo. Herr Wind. Hallo. Wo kommen Sie, Herr Carsten? Ja. Ich bin da noch zu Ende. Ja, ich bin da. Ach so, Herr Weiß. Wegen dem... Wegen dem... Ein Konzept. Wir nehmen uns einen Streifenbogen. Fahr mal. Hat sich Herr Pearson da schon gemeldet? Nee. Okay, ja gut, dann werde ich das mal mit ihm besprechen. Machen Sie das jetzt. Ja, müssen wir eine Treibkonstellation machen. Anders geht es nicht. Ja, kein Problem. Ach so, doch, eine Sache habe ich dort tatsächlich noch. Das ist wichtig, da brauche ich Sie auch für. Und zwar... Mal gehen wir kurz ein bisschen an die Seite. Es ist so, dass wir... Ja, was ist so? Wir dürfen jetzt bei Ersten Andreas tatsächlich vom DOL genehmigt. Piloten ausbilden, die bei uns arbeiten. Ja. Also, das Ding ist, wir dürfen aber keine allgemeinen Scheine ausstellen. Das wiederum wäre aber eine Möglichkeit, wenn man da seitens für die ans DOL rantritt und sagt, okay, wir hätten jetzt das Unternehmen, die hätten das Fachpersonal und könnten ausbilden. Könnte der Herr Helmut Müller bei Ihnen jetzt eine Ausbildungsschein machen? Rein hypothetisch, wenn er bei uns anfangen würde zu arbeiten, ja. Machen wir mal. Der ist bei uns schon auf der Liste. Sagen Sie mal. Hallo, Herr Weiß. Herr Müller, was machen Sie gerade? Ich fahre durch die Gegend, wieso? Hm. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Wie der wäre? Sie können nun doch bei Herrn Wutz vorstellig werden und einen Pilotenschein machen, beziehungsweise fliegen. Der wurde schon vorstellig. Okay. Das ist sehr schön. Das freut mich. Wann kann man das denn machen? Melden Sie sich beim Herrn Wutz. Ich habe mich für Sie eingesetzt. Seien Sie mal ein bisschen dankbarer. Rufen Sie den mal an. Also, wie gesagt, das Ding ist, wegen dem PD-Flugschein ist so, wir müssten da halt dann nochmal, also Sie müssten dann vielleicht mal aufs DOL zugehen und sagen, okay, das Personal wäre da. Die bräuchten halt nur noch die Erlaubnis. Weil aktuell dürfen wir halt nur Leute ausbilden, die auch bei uns anfangen wollten zu arbeiten. Verstehe, okay. Und der nächste Punkt wäre halt mit dem PD-Helikopter, weil wir haben noch keinen eigenen. Aber da es ja eine Ausbildung von einem PD-Leater wäre, wäre das ja so oder so dann gar kein Problem. Dann würden wir quasi den Instructor mit hochnehmen. Der Flugschüler würde dann den Helikopter ausparken, sich reinsetzen und würde dann instruiert werden. Aber es dürfen nur Cops logischerweise, ne? Ja, natürlich. Wie gesagt, es werden ja auch nur Polizisten ausgewählt, also die dann den Flugschein machen. Dann wäre das gut, wenn Sie das mit dem DOL besprechen, weil das sollte halt von PD-Sat auskommen und nicht von ersternd. Ja, kann sowieso noch mit den E-Terminen, ja, ja. Kommt darauf an, was Sie haben. Gut, dann wäre ich fertig. Sollte ich hier doch noch was abgeben bei Ihnen. Was wollten Sie denn abgeben? Ja, einen Teil unserer Kollektion wollten Sie doch haben. Oh, ja, dann warten Sie. Ja, warten Sie. Wir haben das perfekte Outfit für den Herr Carsten, weil er doch so als Herrensachen hinterlässt. Dann hole ich Sie mal, warten Sie. Herr Carsten. Ich bin hier noch dran. Die Herrschaften, da haben wir es für dich. Genau. Nee, aktuell da noch nicht. Da ist nichts gekommen. Haben wir Glück. Wirklich. Nein. Nichts strafrechtliches. Alles klar, Herr Petersen. Bis dann. Tschüssi. Was ist los? Er wollte nur wissen, er war bei der Besprechung, er hörte so unterlassene Hilfeleistung, Mobbing und so, da klingelt es bei ihm ja immer so als strafrechtlich gesehen, aber ich habe ihm erklärt, dass... Oder hast du über meine Rede gesagt? Nee, das fickt mir gar nichts gesagt. Okay, die Herrschaften haben dann ein Outfit dabei. Ach du liebe Zeit, machen wir jetzt ein Shooting? Oh, wir haben ja gesagt, dass wir Ihnen zwei Outfits... Die mal die Tasche mit den Sachen nehmen. Herr Carsten, nimm mal hier. Wir haben das passende Outfit auch noch für eine Lady, falls Sie hier eine Lady haben, die das auch stehen würde. Können Sie alles Herr Carsten gehen, weil... Ja, sowohl männlich auch weibliche Züge. Alles klar. Was? Ja. Ja, sind Sie sicher? Obwohl, die Wangenknochen schon ein bisschen... Na, Sie sagen es. Die Wangenknochen sind nicht mann, nein. Alles klar. Oh, wir müssen kurz zum Tiki-Lala. Ja? Alles klar. Schönen Einsatz. Kommen Sie mit, Herr Carsten? Moment. Was? Wollen Sie das für die Dame jetzt noch haben oder nicht? Herr Butz? Ja, dann geben Sie das doch dem... Ja, nehmen Sie das mal an, was der Herr hier hat, ja? Oder so. Herr Carsten, vorher, ich müsste hier ganz kurz nochmal sprechen. Äh, ja. Wir müssen dringend los. Funktioniert immer noch nicht. Okay, ich kümmere mich auf Unterwesen. Wissen Sie Bescheid. Nennen Sie das an, was der Herr für sich hat, wir müssen los, ja? Alles klar. Bis dann. Vielen Dank, die Herren, und schönen Abend Ihnen. Danke. Danke. Tiki-Lala. Vielleicht auch mal wieder Endlich-Action, ein bisschen Schlägerei und so. Komm. Der Wagen war auf! Wo ist das, Tiki-Lala? Komm, ist das Auto zu langsam? Tempomat ist hier drin an. Der zieht heute wieder nicht, ne? Mensch, was scheiße ist das? Hey, was ist das? Das Ding ist so langsam. Aber jetzt. Funkst du mal durch? Was soll ich funken? Tempomat. Soll Tempomat funken? Fahr nicht auf die Gegenseite, Alter. Nein, Funk, dass wir unterwegs dorthin sind. Wir sind keine Streife, ne? Okay. Den Pomat anfunken. Den Pomat anfunken. Vielleicht, wenn wir die 74 kommen. Eine Schlägerei. Ich wollte mal gucken, wer sich da eins aufs Maul gehauen hat. Er will jetzt so die ganze Zeit Empedie hängen. Nee. Haben wir genug gemacht. Ich habe hier, wo Sprung kommt. Lass uns mal absperren, dass er nicht überfahren wird da. 74, ihr Wohlfahrer. Oh, wie viele Leute sind hier? So, wir machen. Hallo. Hallo. Was ist passiert? Ich kann die Sachlage kurz schildern. Also mein Kollege war gerade auf Toilette. Ich war alleine vor der Tür. Dann kam dieser Herr hier und der Herr da hinten auf der Bank. Und sie haben gesagt, der Kopf tut weh. Er kam raus und vor allem hat der eine gesagt, du pisst, er kriegst jetzt ein. Und dann haben sie angefangen loszuprügeln. Wer hat sie erst geschlagen? Dieser Herr hier. Am Boden, der. Wer ist der andere Herr? Der andere Herr war auf der Bank. Okay, danke. Latschlehr kommen. Alles unter Kontrolle. Kann sein, dass die eine Auseinandersetzung innerhalb des Gangs schon hatten. Are you there? Was machst du denn hier? Ich brauche gleich erstmal die passende Ausweise von ihm, meine Herren. Hey, was machst du denn hier? Hey, mal ein bisschen lauter. Ich verstehe dich kaum mehr. Was der Herr hier macht? Er hat mich einfach geschneiden. Kommen Sie aber damit, Sir. Wo kommst du denn auf einmal her? Was machst du hier? Wie was mag ich hier? Ich muss den Geschlägen hier schweißen. Du warst doch Psychologe. Warum bist du auf einmal in eine Schlägerei verwickelt? Dann waren du die Geschlägen. War es sich auch nicht. Der hat in mein Büro geschissen. Gar nichts. Wenn man in mein Büro scheißt, dann ist man auf dem Du. Sie haben nichts gemacht, Sir. Ich habe gar nichts gemacht. Was haben Sie denn gemacht? Die eine Gruppe hat mir nach draußen geholt und die haben mir einfach gebuchst. Okay. Hat mich einfach geschlägen. Ich habe gar nichts gemacht. Michael, hast du gesehen, wer angefangen hat von der Bahn? Der andere hat angefangen. Die Wutte mit Trugel verkaufen. Das habe ich aber schon weitergegeben. Okay. Haben Sie ein Bier getrunken? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur ein Bier getrunken. Ich habe gar nichts gemacht. Wir stellen uns hier für dich aus. Also das kann ich jetzt einmal so verneinen. Wer sind Sie, Sir? Ich bin der Chef hier. Okay. Hat der Herr angefangen oder der andere? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass der Herr hier vor auf der Bank noch eine 110-Dollar-Rechnung offen hat. Sir, der andere hat wohl angefangen. Okay. Sir, haben Sie die 110-Dollar dabei? Das war ein bisschen mehr wie ein Bierchen. Versucht die Zeche zu brellen. Was sagen Sie dazu, Sir? Mein Kollege kommt gleich. Ich will erst mal, dass die eine, der zu welchen Chef ist, zu gehen. Der hat mir geschlagen. Der dunkelhäutige Kollege, der auf der Bank sitzt, der wurde angegriffen von dem Herren, der dort hinten bei dem Krankenwagen sich findet. Was macht der Ayodell denn hier, Alter? Und dieser Herr hat mich auch geschlagen. Wahrscheinlich im Eifer des Gefechtes. Und ja, irgendwann ist der Herr... Ich finde es immer so schade, dass er nicht länger hier spielt. Ernsthafter. Wird ihn voll feiern. Ich glaube, der wird auf Lucky 5 in der Clubszene voll abgehen. Haben Sie eventuell mitbekommen, wieso die sich gestritten haben oder wieso, weshalb sie sich geschlagen haben? Nein. Der erste Schlag ging auf jeden Fall von dem Kollegen dort hinten am Krankenwagen aus. Der erste Schlag ging von dem Herren am Krankenwagen aus. Okay. Also Sie haben... Ich habe selbst nicht mitbekommen, weshalb sie sich gestritten haben, ja? Korrekt. Wurde danach, ich bin dann auch irgendwie eine Äußerung getroffen oder ähnliches? Äh, nein. Der Herr hat versucht zu flüchten und ist in diese schwarze Limousine eingestiegen, worauf der Besitzer ihn gebeten hat, doch bitte aus. Ich habe ein bisschen Aundersetzung gekommen. Hm? Die ist... Die ist... Guck mal, ich bin gegangen in Diskotheks zu Ihnen. Ja. Und in die Diskothek, die sagt Ihnen zu mir, äh... Du kannst mir ein Lutschen. Warum? Einfach so. Einfach so, die sagen, du kannst mir ein Lutschen. Ohne Grund. Einfach so. Ohne Grund. Ich habe gesagt, kannst du mal beiseite gehen, bitte? Was soll das denn? Du stehst hier im Weg. Und also, du kannst mir ein Lutschen. Aha, okay. Hier. Also, weil sie... Weil sie jemanden gebeten haben zur Seite. Äh, okay. Das war ein Assozialismus. Ja. Ja, das ist kein... Ein full Idiot einfach. Wissen Sie genau, was sie lutschen sollten, Sir? Ja, die haben gesagt, die soll sein... Das ist ein Pipi Starwick. Ein bisschen klein. Klein was? Pipi Starwick. Was ist das? Ja, das ist ein Genital. Okay. Ja. Und ich wollte das nicht, ja? Dann hätte... Was soll ich machen, ja? Dann habe ich gesagt, komm, wir klären das jetzt mal draußen. Was ist denn dein Problem? Weil die Musik ist laut. Ja, ich kann nichts hören in dem Club. Und dann, ich bin rausgekommen und dann die Security schlagen mir, anstatt dass die Hilfe mir und schlagen ihn. Ich bin rausgekommen, direkt eine Linke, rechts auch, links überall und dann irgendwann, ich habe nur Schmerz gesehen vor meinen Augen, ich schlage auch gut. Täter flüchtet, Tiki Lala Packer. Was soll ich schmecken in diesem Moment? Ist die da? Ich habe gemeint. 3-3 fährt ab. Personenbeschreibung. Herzweißer Pullover. Jeanshose. Ganz wieder vor, Tiki Lala, Little Italy. Nee. Verschwindet in der Gasse. Halte mal bitte die Dame, die da hinterher läuft. Geht über die Straße gegenüber uns. Geht über die Dame, in der Parkplatz. Umgehen stehen, sie haben keine Möglichkeit zu fliehen, oder sie werden getasert. Nicht tasern, nicht tasern. Soll es gut machen. Okay, ganz runter, auf dem Boden mit Ihnen. Legen Sie sich hin. Hinlegen. Frau Adams, ja komm, übernehmen Sie das. Ja. Gut gesehen. So, ich nehme Sie jetzt erstmal fest, damit Sie uns jetzt nicht wieder abhauen. Ich habe zu Ihnen gesagt, Sie werden jetzt medizinisch versorgt und dann nehmen wir Ihnen die Aussage auf. Das haben Sie mir nicht gesagt. Doch, das habe ich gesagt. Stehen Sie bitte auf, damit ich Ihnen vorsichtshalber die Handschale erstmal anlegen kann, damit Sie mir jetzt nicht wieder abhauen. So, können Sie sich was? Meinen Sie ja keine Faxen bei der Frau Adams, ja? Die kann anders, sage ich Ihnen. Kurze Frage nochmal von der Frau. Nee, ist doch okay. Was ist denn die Dame beim Parkplatz? Warum sollten wir jetzt nochmal bei ihr bleiben kommen? Weil sie, glaube ich, die Äußerung getroffen hat und los. Jetzt gehen Sie mal da in den Zauern. Ich habe diese Aussage ebenfalls vernommen, wie gesagt hat und los. Kann sein, dass Sie da zusammengehören. Check, habe diese Aussage ebenfalls vernommen. Wir wollten nur die Aussage. Frage, eine ältere Dame, weil die Dame hier schon sehr betagt kommen. Er ist mir selbst nicht bekannt. Ich habe einfach nur die Aussage und los gehört. Habe ich auch gehört. Ja, checken wir die Männer. Leute, Herr Gamble. Bitte? Alles bestens. Ja. So, wie Sie es gehört, ja? Haben Sie heute morgen wieder durch den Schnee gezogen oder warum sieht es die Frisur so gut? Wissen Sie, der Herr, Sie es hat mir Shampoo in die Hand gedrückt. Oh, und dann haben Sie einfach das in die Hand genommen und einfach... Ja, genau so sieht es aus. Ja. Du wusst wie. So, ich lese Ihnen jetzt mal die Rechte vor, auch wegen Ihrer Aussage. Genau. Haben Sie das hier einen Griff? Ja. Ja, alles gut. Gehen wir wieder rüber, Jericho. Kassen. Ja. Kassen. Komm, wir gehen wieder rüber. Mein Gott, du bist ja ein wilder Stier, wie schnell du gerannt bist. Natürlich. Wow. Jerry. Mama. Ja, genau, ist er ruhig. Schnauze, Mann. Wie gehst du überhaupt? Ey, wie geh ich denn? Hey, ich geh doch ganz so mal. Ja, jetzt, ja, ein bisschen locker mal genau. Ja, wiss ich. Ja, dann brauche ich übernehmen, die nur 7 für die EL kommen. So, wir müssen ihn jetzt weiter interviewen. Ihr solltet ihn mal nutzen, wollt er nicht, wollt er ja nicht. Bin ich gar nicht, verständlich. Ja. Wir klären draußen, weil es zu laut ist und dann ging er raus und bekam es das Licht. Hallo. 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 Hallo, da haben wir alle Einheiten rumkommen. Ola. Aktuell sammelt es gerade rein. Ja, Mann, es ist schon, ich dachte, ich war noch gerade erst, warum es sind die Schuze hier. Ja, wir haben noch eine Einheiten rumkommen. Wir sind ja, ich möchte so negativ gekommen. Echt? Ja, so mit Trennung, die nur liegen für die PNZ-Wahrer. Ja. So, gucken Sie mal, hier haben Sie Ihre Tablette. Ja, bitte. Das soll es hier eben, das war es so. Wir haben sie gerade wiederholen. Was haben Sie gesagt? Ja, entschuldigen Sie, Sie sind hier gerade geinmisch gelaufen, gerannt quasi. Ich bin in Sie gerannt? Ja, wir haben hier einen Taser gezogen und sind in mich gerannt. Haben Sie gar nicht gesehen? So. Ja, ich kann nachher sehen, wenn Sie Ihre Einheit zu haben, wenn ich schnell da sein muss. Ich weiß nicht, dass wir die E-Folge mit der KV etc. Ich kann mich reingehen, wenn wir schon übersehen können. Was ist Ihnen gefallen? Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Hat es wehgetan? Natürlich hat es wehgetan. Ja, kommen Sie mal hier rüber. Also, ich bin in Sie reingerannt, dann würden Sie gar nicht mehr stehen. Wurden Sie schon mal von einem Büffel überrannt? Von einem Büffel? Richtig. Ja, nee, das wurde ich tatsächlich noch nicht. Sehen Sie. Dann hatten Sie ja gerade die Erfahrung. Mit Ihrem Taser haben Sie mich fast berührt. Nichts. Ich wollte wissen, ob Sie das überhaupt mitbekommen haben und dass Sie sich vielleicht entschuldigen, dass man... Okay, es tut mir sehr leid. Äh, falls das passiert sein sollte, wovon ich natürlich stark ausgehe, ich habe das wahrscheinlich nicht wahrgenommen, tut es mir natürlich sehr leid, Sir. Ja, vielen Dank. Das war alles in Ordnung. Gerne. Ich will nachvollziehen, wenn Sie rennen müssen und so alles schnell geht, aber wir müssen uns daraus nicht überrennen hier. Haben Sie absolut recht, Sir. Wer sind Sie denn? Äh, ich bin Elias. Elias, weiter? Äh, werde ich hier kontrolliert? Muss ich meinen Vollnamen aussagen? Machen Sie was? Ja, sagen Sie mal, sagen Sie Ihren Vollnamen mal bitte, nur damit ich Bescheid weiß. Elias, wer? Ja? Einen Vollnamen wollen Sie ja... Ja, ich möchte Ihren Vor- und Ihren Nachnamen, Sir. Ich möchte mal wissen, mit wem ich es zu tun habe. Mir ist das schon unangenehm. Warum? Ich habe es mit Elias zu tun. Ja, Elias wer? Warum wollen Sie das denn wissen? Soll ich Sie gleich an die Wand stellen und Ihnen den Ausweis hinten rausnehmen? Was haben Sie denn für einen Grund dazu? Ah, ich darf mir den Grund dazu kommen. Was ist denn für einen? Die Latschlöschung Mobil. Mhm. Belästigung. Ja, so verstanden. Warum denn Belästigung? Weil Sie mich reingerannt sind? Sagt wer? Ja. Die Personen hier können das bezeugen, die auch hinter ihnen stehen und die Dame vom Wieseln ist mit der ich auch schon drüber geredet. Ja, mit der Dame vom Wieseln ist darüber gesprochen, dass ich in Sie gerannt bin. Ich habe gefragt, ob Sie das gesehen haben und Sie meinten ja. Weißt du, ist das normal? Die meinten ja. Weißt du, vielleicht ist das ein Einsatz? Ah. Das haben ein paar Leute schon gesehen, aber... Stress ist abgesperrt. Fahren Sie einen anderen Weg. Komm. Gut, Sir. Die Straße abgesperrt. Ich dachte, hier wird jemand verprügelt. Richtig. Deswegen wird hier die Straße abgesperrt, weil hier ziemlich viele Zivilisten hier auf die Straße laufen, wie Sie sehen. Immer und immer wieder. Und wir wollen ja nicht, dass jemand überfahren wird, ne? Wenn jemand betrunken oder jemand anderen verprügelt, geht hier so ein richtiger Radau los. Na klar. Gucken Sie mal, wie viele Leute hier unterwegs sind. Oder waren. Das ist doch absolut normal, wenn man betrunken ist. Und jetzt die eine oder andere Prügelei dafür muss man noch nicht die Straße ausperren. Haben Sie was getrunken, Sir? Trinke nicht. Warum bewerben Sie sich nicht beim LSPD, wenn Sie es besser wissen? Ich hab keinem… 1-0 für mich! Ich habe genug Geld. Ein Fäust von Richt und ein Fäust auf die Boden. Wär sich der Hund. Ticke nicht. Wissen Sie, wovon die anderen Fäuste waren? Ja, finde ich sie gut. Ok, aber Sie haben zuerst einen kassiert, und dann… Genau, dann ich hab sie ruck geschlappen und danach mein Ruck Die Security sind auf mich gegangen, ne? Die haben sich so ziemlich gedankt in mir. 73 für die 74. 73 Standby. 99 hört für die 73. Ja, kurze Frage. Können Sie die Aussage von dem Herrn in dem Weislauf nehmen kommen? Sie meinen das Opfer? Ja, so richtig. Sind wir schon dabei. Das ist eine schwierige Cooper-Verlassung. Ich hätte mit meinem Kopf auf diese Bank fliegen können. Einsatzleitung für 10, komm. Dann hätten wir gut weiss, was passiert. Brauchen wir noch die Sanitätssätze? Komm. Wenn alle versorgt sind, dann können wir gleich abfahren. Ich prüfe noch kurz. Wenn ich so weitergebe. 10 Endes. Bitte schön. Jawoll. Der Hals. Gigi, du Fettsack, Junge. Guck mal. Ja. Alles klar. Wir nehmen das als Anzeige auf. Wir haben den Herrn ja bekommen. Ja, bitte, ja. Ich bin hier. 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 Der ist mittlerweile schon beim PD. Der ist nämlich abgehauen. Natürlich haben wir ihn gekriegt. Das ist klar. Sehr gut. Kann ich schon meinen Ursprung jetzt herbeführen? Nein, noch nicht. Check. Der wird eingezogen, Sir. Wie der wird eingeschlafen? Leitstelle für die 23 kommt. Leitstelle für die 23 kommt. Wir haben den ja. Und es gibt ja auch Aussagen, dass der zuerst geschlagen hat. Deswegen sieht das gar nicht so schlecht für sie aus. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Sie schulden mir noch Geld, Sir. Verstanden. 23 Yen. Bitte? Sie schulden mir noch Geld. Ich schulde Ihnen. Ich weiß. Sie haben mein Klo voll geschissen. Wissen Sie, wie teuer die Reinigung war? Ach, das war ja nicht. Ach so. Ja, ach so. Das war ja. Das kann ich Ihnen. Nein, nein. Ich verwechsel den. Ich verwechsel da was. Ja, vielleicht. Ich weiß. Herr Johnson, der Officer, der das dann wegmachen musste. Der ist traumatisiert. Jedes Mal, wenn er auf Toilette geht, hat der posttraumatische... Bitte was? Lass mich wiederholen. PBS. Hören Sie auf, im Kloster scheißen die nicht Ihnen gehören, Sir. Wissen Sie auf, ja. Wenn ich muss kacken. Ich sag Ihnen das hier so, wie das ist. Wenn ich muss scheißen. Ja. Und der Ohl drückt da unten schon raus. Dann suche ich nicht die Scheiße aus. Dann ist es eindeutig zu spät, Sir. Dann ist es eindeutig zu spät. Dann kann ich noch was retten, ja. Ja, aber Sie hätten vorher gehen müssen. Denn wenn schon was rausguckt, ist die Kacke am Dampfen. Bei Ihnen war ich auch am Dampfen, ne? Ja. Der Herr Johnson ist seitdem man traumatisiert. Höhöhöhöh. Jedes Mal, wenn er in der Toilette sieht, fängt er an zu weinen. Warum das denn? Das war ja so schlimm, war das nicht. Die Überdampfen hier schweißen. Ja? Ja? Die haben noch eine Rechnung offen drin. Die haben noch eine Rechnung offen, 67 Dollar. Die müssen das drin noch bezahlen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Sagt der Besitzer, der Wirt oder was? Weil hier gab's irgendwie ne Schleckerei. Und hier ist so ein Jahr aus hoch 10. Und dann komm ich zum PD, ja? Okay, alles klar. Bis gleich. Geht euch! Und dann, wenn Sie was gesehen haben, müssen Sie das so sagen. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Ja. Gehen Sie lieber weg! Was haben Sie denn beobachtet? Entschuldigung. Gut. der hals fährt fahrrad die wird gut sein und rennen der mann hat gesagt noch eine offene rechnung das ist ein verwechslung der hätte mich geschlagen ja der sieht ihn ja zum verblüffend ähnlich ich weiß ich bitte sie ja wie war ihr namen noch mal dr professor ayodell olegle oder so dass man buchstabieren dann werde ich in dem sicherheitsdienst bescheid sagen dass sie gesagt haben sie das ist eine verwechslung sie haben ich gleich das schon ich weiß sie müssen sich nicht darum kümmern ja das ist ein ding zwischen mir und dem besitzer ich mag das ist alles gut ja das ding ist der polizist hat uns gebeten dass wir uns darum kümmern weil hier liegt dann zech prellerei vor wenn das eben der wahrheit entspricht können sie den besitzer noch mal bitte her holen machen lassen vor dankeschön nur mit meinem kollegen absprechen ja gut ansonsten wie geht es ihnen so wunderbar viel stress sehen sie ja falten ohne ende sie haben sich gut gehalten und wir werden sie so wann werden sie denn älter die liegen ja nur ich habe das gefühl sie liegen nur faul im pet ja sie wollten ja damals als psychologe groß durchstarten warum haben sie das denn nicht gemacht was ist denn aus ihrer psychologen karriere geworden ich habe mich gekundigt ich habe keine ahnung warum ach so ich habe ich war drei tage ich habe drei tage urlaub gemacht nach dem urlaub die haben mir ersetzt einfach nicht ernst unglaublich diese vom krankenhaus drei monate war das ja ich glaube auch die haben da tolle betten der besitzer liegt gerade auf das ist eine schade also der besitzer der besitzer des tiki lalas hat uns gesagt dass der herr hier zu meiner linken mit dem weißen hemd noch eine rechnung bei ihnen offen hätte ist das korrekt so ja das korrekt so hoch ist die summe das waren 67 dollar haben sie die 67 dollar 67 sie können auch 70 dollar machen das haben sie sehr gut gemacht machen oder geht doch auch das denke ich aber nicht da haben spaß gehabt sie haben getrunken ja ich habe richtig spaß gehabt ich habe von ihren security-beamten einen auf meine frisse bekommen ja ich habe richtig spaß gehabt heute ist mein super abend morgen wiederhole ich das noch mal ja war super ich hatte richtig spaß in den backen heute haben ja vielleicht sollten sie mal kompetente securities einstellen die mir nicht auf die frisse haben sie die 70 dollar jetzt oder 67 dollar oder nicht entschuldigen sie mir mit dem platz gleich auch mein asch das wäre schlecht sie haben mein kollegen zuerst ins gesicht gehauen das war selbstverteidigung wenn sie da was konsumieren und das kostet 67 dollar müssen sie es bezahlen also sonst müssen wir sie leider jetzt mitnehmen zum pd bitte ich soll das vorstrecken haben sie keine 67 dollar wir haben da drüben noch einen wunderbaren automaten wo sie geld ziehen können kommen sie ja dann kommen sie auf ein fahrgeld reinkt ja alles gut ich stehe jetzt in ihrer schuld sie kommen gleich zum lspd mit einem taxi gefahren ja dann laufen sie dann laufen sie und dann bringen sie einen lappen mit und machen mein klo sauber ok ich möchte ihr klo sauber sie machen mein klo sauber ja immerhin müssen sie ja geld verdienen oder immerhin muss man ja anfangen ja das ist sie das das möchte ich jetzt dann ich komme dem morgen noch mein kollege wurde angegriffen ja ich möchte es ok kommen sie von der straße runter weil wir fahren das fahrzeug weg ja natürlich so verstanden ja zur info von dem herrn wir gerade eine aussage aufgenommen immer diese freitagabend mit den schlägereien habe ich gesagt ich stehe in ihre schuld ich muss jetzt kurz zum pd ja das ist da muss kurz mit frau collins über den falls auch kein einmal reden und dann geht es weiter was hat ihnen dazu zu sagen gar nichts ich will dir das noch mal erzählen weil die will ja diese vertrauensposition da einnehmen ich glaube das wäre ganz gut wenn die das so ein bisschen weiß weil ich habe angst hat sie doch schon was mich vollkommen durchschaut carsten das ist alles freundschaftlich und friendzone es gibt nur ein menschen in meinem leben für den nicht sagen das tun würde was nötig wäre um die liebe auszudrücken ach mensch weiter erinnst du überhaupt mich ja aber nur wenn du nicht rasieren würdest weil dann hätte ich ein bisschen den femininen touch ja da gibt es für mich im leben nur zwei leute nicht vier da mit mir wieso mit dir dich und die andere da die andere frau ja wieso du standst doch da mit drei frauen am was ist doch nur so was ein snack zwischendurch ist so komisch wenn man so streife fährt es ist so ruhig und auf einmal fährt man zum tiki laden und sind gefühlt drei milliarden menschen ja die straße sind lehrer alle irgendwo dancing dann soll ich so lang machen soll ich jetzt auf streife oder was wenn du möchtest aber ich denke nicht dass das lange dauert ok so ein tiki zwischendurch und dann hat die sache sich erledigt es ist ein vier augen gespräch ja aha ich geh noch um was anderes sherry das darf ich dir aber nicht verraten und zwar ich wollte es dir gerade sagen ich rufe april an meine rache da fahr doch eine runde streife mit der tante ja da heißt es wieder fiki fiki nein du darfst das heute hast du eine ausnahme aber ich fahr dann gleich mit baure ich ja oh das wäre schön bis gleich wie er sich freut haben sie entweder keine hose an oder haben sie eine hose an hä warum sieht in der beleuchtung so komisch aus war die nicht mal weiß die hose nein die war schon immer beige beige ja ok hat einen beigeschmack ne 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 entschuldigung sind sie eigentlich so jemand der wenn er in einem haus lebt ne irgendwann mal älter ist abspült ja ne dann sich so ein kissen auf die fensterbank lehnt legt und dann sich dann immer ans fenster so und dann rausschaut ja und dann schreie ich weg mit den features ich habe mal eine doku über eine frau gesehen wissen sie die hat sich in den garten in den vorgarten mit einem föhnen gestellt und hat immer den föhnen auf autos gerichtet das sah dann so aus als ob die die autos blitzen würde nein voll der gute trick und es hat funktioniert naja ähm was hat frau sorkin denn erzählt äh nicht viel wir kamen nicht dazu wir haben sie es war ja so eine ablenkungsrunde wir haben es in spökes und sowas gemacht wer war denn alles dabei äh dorian aziz ich und da kam noch helmut dazu wir waren beim eddies da kamen noch einige leute einfach so in die gruppe noch dazu frau sorkin ist jetzt für eine woche suspend aber das sage ich also sage ich ihnen wir sind hier auf dem gelände des lspd's im vertrauen mhm und hat die vorgefunden wie man ihr den magen auspumpen musste die wäre beinahe draufgegangen warum so viel alkohol intus gehabt und der hill ist kein assistant chief mehr das habe ich so mit bekommen weil der hill hat die hier oben also es soll wohl so gewesen sein der hill also der die frau sorkin war ziemlich betrunken mhm und dann hat der piercen mit drei anderen leuten die frau sorkin hoch in die wohnung gebracht von herrn piercen und dort hat dann ähm frau sorkin sich etwas ausgeholt aber nur minimal der hill hat dann wurde dann von herrn piercen dazugerufen er soll doch ein bisschen aufpassen auf die frau sorkin weil der herr piercen war ziemlich müde was ich verstehen kann ich meine manchmal hat er auch lange schichten und ne ist ja auch alles in ordnung so dann hat der hill halt dann habe ich frau sorkin halt versucht zu erreichen habe mit ihr versucht zu telefonieren sie hat das telefon aber nur durchklingeln lassen ich wusste aber nicht dass was los ist ich wusste von nichts ich wusste nur die hatte irgendwie einen schlechten tag oder so ähm genau und dann habe ich ihr eine sms geschrieben hey lass uns mal feiern gehen weil ich wollte dass sie ans telefon geht weil auf sowas springt die ja immer an da ist sie ans telefon gegangen irgendwann und war hat so mit ihr gesprochen er weiß mir geht's gut ich bin nur müde die ganze zeit ja und äh von herrn piercen erfahren vorher dass die wohl dass herr piercen wohl in die situation gekommen ist dass er ziemlich ausgelaugt war weil er sich den ganzen abend so um die kümmern musste weil die ziemlich anstrengend war also er hat gesagt ich bin fix und fertig ich kann nicht mehr deswegen war der auch so müde und da war die schon wohl betrunken wie dem aus sei habe ich ihr dann am telefon gesagt haben sie etwas getrunken und dann meinte sie nein nein er weiß nein ich bin nur müde und dann habe ich gesagt ja aber herr piercen hat mir das gesagt dass sie das gemacht haben seien sie mal ehrlich zu mir brauchen sie hilfe und ich wollte ihr halt helfen ja dann hat sie äh dann haben wir aufgelegt sie wollte nicht mit mir reden ich stand dabei Herrn Skinner und bei Frau Barnes so eine Nähe die haben das schon mitbekommen ein bisschen aber nur grob am Rande und dann hat Herr Hill nachdem Frau Sorkin wollte dann irgendwie unbedingt aus die Wohnung von Herrn Pearson raus weil sie gesagt hat sie möchte dann nicht mehr bleiben bei jemandem der sie verpfeift was ich gewissermaßen auch verstehen kann ne und äh dann hat Herr Hill sie mit in ein Auto gepackt und da ist das sehr kritisch da fängt das Kritische schon an Herr Pearson bittet Herr Hill darum auf sie aufzupassen und was macht der Hill packt die ins Auto und fährt mit ihr rum nach Sandy Shores Sightseeing ne der wollte die zu ihrem zu seinem Apartment bringen die sollte sich die sollte sich dort ähm auskurieren genau richtig ähm das ist so eine komplizierte Geschichte also ähm genau muss erst mal ein bisschen zusammen das habe ich jetzt schon hundertmal die Geschichte gehört deswegen kann sein dass ich manche Sachen falsch wiedergebe oder so egal es geht ja auch um einen Grundtenor der Geschichte ähm genau und dann sind die nach Sandy Shores gefahren und dann hat er nicht so ein guter Ort hier manchmal zu reden naja dann hat er Hill auf jeden Fall äh Frau Sorge mehrmals gefragt ne ähm ob äh ob ähm sie bei ihm übernachten möchte mhm und das wollte sie nicht und dann ist ihm wohl irgendwann der Geduldsfaden gerissen so waren seine Worte und hat sie dann in Sandy Shores aussteigen lassen und ist weggefahren oh wow aber jetzt kommt ein interessanter Punkt dort standen zwei Personen ja einmal so ein Typ vom vom Lost wohl und auch so ein anderer und der Hill ging in die in die Annahme dass diese beiden Personen mit Frau Sorkin befreundet sind er ist allerdings nicht hingegangen und hat gesagt irgendwie äh sind sie mit Frau Sorkin befreundet kann die Frau Sorkin hierbleiben sondern er hat er ist einfach angenommen und hat die dann da stehen lassen und ist weggefahren hat sich nicht vergewissert ob das vielleicht Mörder sind genau er wusste nicht ob das Freunde sind er ist einfach nur er hat die Sache einfach nur angenommen so ja und ähm ja dann endete es so dass Frau Sorkin wohl so viel getrunken hat und so viel konsumiert ich weiß nicht was sie alles konsumiert hat äh dass dann es so endete dass äh sie ins Krankenhaus kam und man ihr den Magen ausgepumpt hat und deswegen musste ich heute ähm ja Hill tatsächlich aus dem Amt des Assistent Chiefs entheben er ist zwei Tage suspendiert weil das ist nicht tragbar die Argumentation von denen ist dass eine erwachsene Frau für sich selber so eine Sorgfaltspflicht hat aber wenn man so einen betrunkenen Zustand hat dann hat man keine Sorgfalt dann hat man selber nicht mehr die die Verantwortung über seinen Körper ja das scheißegal wie alt man dann ist das geht einfach nicht er sagt allerdings das ist das Interessante dass in dem Auto ähm wo sie unterwegs waren so eine Stunde 45 Minuten oder ungefähr dass Frau Sorkin ziemlich klar zu ihm gewesen ist und aufgrund des ja schwierig zu beurteilen ob jemand klar ist betrunken oder nicht genau und ich habe mit ihr telefoniert als der Hill bei ihr war und da war sie ziemlich niedergeschlagen ja gut vielleicht hat sie gerade ich meine wenn man trinkt ist man halt auch wirklich müde das ist dann vielleicht so ein Moment gewesen die war schon ja ich meine vielleicht war sie halt in dem Moment müde und er hat das als klar aufgefasst weil sie halt nicht geredet hat oder so ja was ich da nur so schwierig sehe da gibt es so ein paar Sachen die ein bisschen seltsam sind und zwar was ich da so schwierig finde ist ey die hätte sterben können an dem Abend ne ja sowas von ich weiß nicht ob er das mit seinem Gewissen hätte vereinbaren können wenn sie keinen Bock hatte da zu schlafen und deswegen habe ich Sorkin heute eine Woche lang beurlaubt sie muss zum MD gehen zum Psychologen und sich von Frau O'Reilly Mrs. O'Reilly bestätigen lassen dass sie wieder dienstauglich ist und sie wird auf Officer 3 gesetzt deswegen war sie auch so klang sie so entspannter wahrscheinlich weil sie wurde anscheinend laut ihr ziemlich gemobbt als Käpt'n von den anderen Käpt'ns ja das glaube ich man hat so einiges gehört man hat nur Negatives eigentlich gehört über Sorkin deswegen glaube ich dass sie da gemobbt wurde weil ich habe keine Ahnung was die Leute für ein Problem mit ihr haben ich hatte halt noch nie eins mit ihr deswegen kann ich das schlecht beurteilen aber es ist halt ständig Sorkin macht dies falsch Sorkin macht das Sorkin macht das also ich kann mir das schon vorstellen sie klang aber wirklich erleichtert das ist gut immer ein etwas positives ich hoffe die sucht sich auch die Hilfe sie ist eine ausgezeichnete Polizistin aber sie muss sich auf jeden Fall Hilfe suchen genau und jetzt ist ja Carsten mit mir alleine in der Führungsriege und wir lassen das auch erstmal so wir haben uns jetzt Aufgaben zugetrieben teilt und so und ich denke das ist erstmal eine gute Entscheidung ja ich meine das war doch früher auch so ja würde schon irgendwie klappen tja mich macht das nur so ein bisschen traurig dass die Menschen oh das ist wie kann man denn eine Frau die zugedröhnt ist da so stehen lassen und wissen sie was mein großes Problem was mein großes Problem ist ich glaube Frau Swift ist eine ziemliche aus ziemliche attraktive Dame die ihre Reize zum Vorteil nutzt bei wem bei einigen Cops die ist doch mit Wutz die wollte die wollte mit Wutz und mein Gott wie so Lester Schwestern hier gerade die wollte mit Wutz und ach gib mir die Infos Schwester welche Details lässt er denn weg der Walter wie hieß er noch King mit Wutz und King wollte sie einen Dreier haben dann hat sie sich vom Wutz getrennt Herr King hat auch kein Interesse mehr dran gehabt und jetzt ist sie wohl an Herr Hill dran oh deswegen ging mir das mit dem Fiki Fiki so ein bisschen deswegen habe ich das vorhin angesprochen ey ich meine ich bin kein Freund davon aber der Carsten zum Beispiel der trennt beruflich und privat inzwischen sehr gut der hat mich gerade gefragt ob er mit Frau Stone eine Streife fahren darf weil ich habe jetzt gesagt dass ich mit ihnen rede und deswegen ist das in Ordnung kann er ja gerne machen aber ich habe so den also er ist also Herr Carsten ist aber professionell ja so also ihm merkt man es wirklich halt nicht an überhaupt nicht nein 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 dann hast du nicht das ganze Video gesehen nein nein das stimmt nicht also der hat sich aber professionell verhalten äh Herr Hill Herr Hill die Frau Sorkin ja und jetzt kommt es ich habe jetzt etwas das möchte ich dir eigentlich privat sagen aber das möchte ich nicht hier machen und ich glaube das bricht dir so ein bisschen das Herz ja was denn das mache ich aber nicht hier hä was denn das nein das ist jetzt kein Spaß ich meine das wirklich ernst das mache ich jetzt aber nicht hier mach das jetzt nicht beim LSPD weil warum ich muss dir leider etwas ich muss dir leider etwas zerstören was dich glaube ich sehr enttäuschen wird was denn wollen wir da hingehen wo ich letztens mit dir gesprochen habe mit ihnen Entschuldigung da wo ich ihnen eine gepfeffert habe nein hier unten einfach ah ja ja links links rum ja ich möchte nicht dass das jemand beim LSPD mitbekommt na gut ich gehe da schon mal hin ja warum können wir nicht zusammen da hingehen ja das sieht aus wie ein Pärchen und wen sollte das interessieren alle Menschen die da drin sind ja war ein lästermäulchen warten Sie so kommen Sie wen sollte das interessieren das ist ein Statement das ist ein Statement mal rein hypothetisch gesehen wenn jeder hier miteinander bumsen will ja warum dürfte ich das nicht ja das geht ja nicht um Sie das geht ja um meine Position aber Sie sind ja lange hier ja mir wurde ja damals als Assistant schon vorgehofft ich habe mich hochgebumst selbst wenn haben Sie eine gute Wahl getroffen ah ja Durchschnitt sage ich mal meine Güte ja ist echt anstrengend aber also man kann es den Leuten ja auch nicht verbieten ich meine es läuft ja nicht bei jedem so ab Moment Frau Adams Herr Weiß Frau Adams das ist aber eine ja ähm ja sagen Sie zuerst nee nee wie kann ich Ihnen helfen ähm wie lange sind Sie noch im Dienst im Dienst bin ich noch bis im Dienst bis zwei wahrscheinlich ja okay gut weil wir müssten mit Ihnen reden wir waren ja vorhin Community Policing hier oben Tiki Lala machen äh da war Herr Bryce ähm der wollte dann mit uns reden ähm eine Sache haben wir an die DTU äh weitergeleitet oder das hat er dorthin jetzt geht's aber drum er meinte ja von wegen er hat erst noch ein Gespräch und er hofft dass er ja wieder Kopf wirkt heißt momentan ist er ja nicht genau ja und er hatte einen Fall am Sonntag oder Montag wo er einen Trogendealer hochgehen lassen hat jetzt wurde er von einem Kollegen angerufen und er hat ihm die Sachen aus der Akte erzählt sprich internes und wer welcher Kollege war das äh Smith 34 ist der im Dienst äh weiß ich jetzt gar nicht können Sie das in Erfahrung bringen nehmen bringen Sie direkt einen Baseballschläger auf Etage 5 mit okay alles klar danke Frau Adams bis nachher ja bis nachher Frau Adams ist auch so ne die möchte man immer in die Wange kneifen ja ist einfach goldig die könnte ich die könnte ich niemals vögeln da hätte ich immer das Gefühl naja egal ist die Mutter so ne 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 nicht die Mutter die ist einfach einfach nett ja aber wieso kann man naja naja egal ja aber darum geht's gar nicht du hast aus dem Gespräch was mit Sorkin war heute gar nichts mitbekommen es geht gar nicht dass ich jetzt gerade privat das Gespräch führe darum geht's gar nicht hast du nichts verstanden hast du etwas Brot für die Enten dabei ja wenn du etwas Wasser für mich hast weil das Wasser schmeckt nicht ich hab ne Zigarette möchtest du eine ich rauch nicht Sabelle widerlich kannst du doch ne Zigarette rauchen ne wobei ich finde Frauen die rauchen sehr unattraktiv ja ich mag diese Bank hier nicht so ja dann nehmen wir die Leute ne doch so ist ok ok ich mag links einfach ne ok die Hose sieht übrigens sehr unvorteilhaft aus vom Weiten könnte man meinen du hörst keine an ähm gefällt es dir da oder möchtest du da einmal da reinspringen ne also ähm ich hab heute eine Information bekommen wir trinken erst mal die kleine Flasche äh Dose ach mein Gott helfen beim Tragen ja ok aber ich will dir nicht das Herz brechen das ist mein Problem hä mit was denn wir können es nicht tun Isabel was denn die Hochzeit ein Pärchen werden nein darum geht es gar nicht pass auf Dunham war wohl der Maulwurf wie man hat ähm also erinnerst du dich an den Fall Brooks Carstens Ex-Freundin die gestorben ist ja wir haben herausgefunden dass er Dunham wohl die Telefonnummer von Frau Kissa weitergegeben hat an Herrn Brooks Kissa die äh Kissa ist die Freundin von Hill was hat die mit Malia zu tun? die waren gut befreundet warum gibt jemand in so einer Position Telefonnummern raus? ok wenn man jetzt ganz gemein ist und weiter geht im Text ja mhm er war anscheinend auch bei dem Umzug dabei und wusste wo Frau Brooks lebt ah das wusste fast jeder das wusste selbst ich mhm wer hat denn Frau Brooks erschossen? irgendeine Frau woher wo gehören die genau diese Frau wen gehören die Leute an? ja laut meinem Kenntnisstand war das irgendwie die Rache der Schleuser weil sie zu viel gelabert hat mit wem haben die Schleuser was zu tun gehabt? mhm Mafia Fragezeichen wo war die wo war die Freundin von Dunham involviert? die Anwältin mhm wo war die involviert die Anwältin? in der Mafia die war einer der drei Köpfe der der Mafia rund um Santana und so schließe ich der Kreis der hat wohl mit uns allen gespielt auch mit dir aber habt ihr noch mehr? weißt du ich will gar nicht mehr sehen weil ich glaube dass wir vieles finden würden und wäre das gut für dich? also ich ja er hat eine Nummer weitergegeben ja die Verbindung kann man herstellen aber seit er weg ist sind keine Informationen mehr aus dem PD getreten worden er hat die Führungsregel vom LSPD belogen ja aber woher weißt du dass das keine Infos raus sind? wie kannst du da so sicher sein? ist ruhiger geworden ja vielleicht stellen die Leute es einfach schlauer an weil es ständig von einem Biber gesprochen wurde die Leute sind nicht dumm ich finde das gut ich finde das gut dass du ähm ich finde das gut dass du so die Verteidigungsposition für einen Freund einnimmst aber Isabel ich sag dir dass der Typ nicht ganz koscher war und ist und es gut ist dass er weg ist auch vom LSPD ja ich würde den Gedanken lieber so beibehalten wollen dass ich es nicht genau weiß und er weg ist besser ist es wenn ich mehr herausfinden würde soll ich dir das sagen oder willst du es willst du es gar nicht wissen? ich möchte es gar nicht wissen ich behalte ihn lieber so in Erinnerung es wäre mir lieber ja bitte ja wir wurden immer noch als Streife geführt wir sollten mal zusammen Lolitas Bahn führen ich hole dich ab ja bist du noch beim PD? was ist da? ja irgendwie Bedrohung und eine Autoklau und irgendwie so komische Geschichten ich hole dich einfach mal ab ja ja ok mach das ich bin noch im Norden bis gleich bis gleich du musst jetzt gleich weiter ja alles gut ähm genau wenn du deshalb jemanden zum reden brauchst kannst du Bescheid sagen ok oder generell wenn du jemanden zum reden brauchst ne mach ich was warst du heute Abend noch so vor? äh jetzt schlafen gehen so früh musst du morgen wieder arbeiten ne Gott sei Dank nicht hm was heißt es nur früh es ist Viertel vor eins das ist im Polizeileben noch früh ja aber morgen äh mach ich vielleicht eine Mittagsschicht echt? hab ich ewig nicht mehr gemacht mhm fand es heute übrigens schön dass du ein eine Idee für das PD hast ja ich glaube es ist also ich war heute wieder auf ich war ja auf Streife mhm und dann musste ich mir halt wieder anhören ja das ist scheiße und ähm die finde ich scheiße und die musste ich mir mal zur Brust nehmen da hab ich schon wieder so ein bisschen die Krise bekommen muss ich gestehen fandest du meine Rede vorhin zu hart? ne die fand ich angemessen also dieses Mobbing hat mich wirklich schockiert mhm ich will da wirklich effektiv was gegen tun ich glaube wir können das ein bisschen verhindern wenn auch nicht ganz wegschaffen das wird man nie hinkriegen mhm aber ich glaube man kann es abmildern ich habe eine Wunderwaffe fürs LSPD entdeckt die dafür sorgen wird dass viele Kollegen bald lachen werden auch wenn es wirklich gemein ist und die wäre? jemand aus Vietnam hat sich beim LSPD beworben und der redet sehr lustig und ich weiß es ist ziemlich gemein aber der bringt die Leute zum Lachen weil er ist er ist ein lustiges Kerlchen aber er ist auch jemand der sehr ernst meint das wird ein interessanter Funk richtig ja aber gut ich meine warum nicht warum nicht ich meine er kann nichts dafür dass er so spricht solange er sich ausdrücken kann mhm geht es dir denn langsam ein bisschen besser Isabel? ja tatsächlich wie kommt es? äh sprechen befreit das stimmt kann ich dir nur empfehlen mir geht es auch deutlich besser ja das merkt man ja auch an finde ich bis auf heute natürlich aber es war auch soll ich ehrlich sein? scheiße natürlich habe ich ich bin da rein ich habe vorher gelacht dann bin ich da reingegangen habe die Leute angeschrien und bin rausgegangen habe wieder gelacht das muss sein weißt du aber das ist nicht so es ist auch dann eine Fassade die man dann spielt um den Leuten so ein bisschen die Drucksituation des gemeinen Schiefs mit an die Hand zu geben hat gewirkt aber ich bin nicht der der ich bin nicht mehr ich habe heute zu Carsten gesagt äh ich habe heute zu Carsten gesagt der alte Walter Weiß ist tot lang lebe der neue Walter Weiß aber es ist so der uns alle ins Verderben bringt der alte Walter Weiß hätte euch alle ins Verderben gebracht der neue nicht der neue ist bis jetzt ganz angenehm siehste und so wird er auch bleiben es sei denn man verarscht den Walter Weiß ich hasse das wenn Menschen von sich in dritter Form reden ja noch eine kleine lustige Geschichte Walter Wendler ja egal nein wie weh ähm oh mein Telefon Moment ich habe eine SMS bekommen okay ich habe mir heute einen Anzug bestellt ein ich bin heute in einen in einen Laden reingegangen und habe gesagt hallo ich hätte gerne einen komplett grauen Anzug ja graue Hose graue Weste weißes Hemd graues Sakko rote Krawatte mhm okay ja und dann habe ich so gedacht das kostet 200 Dollar was denkst du was das kostet 600 1300 Dollar ja lecker das stimmt der ist ja auch maßgeschneidert oder nicht scheiße ja das stimmt muss jetzt leider los Isabel trauen sich Leute gerade bei Lolitas Bar ein auf die Fresse willst du mitkommen wo bei Lolitas Bar okay willst du mitkommen nee tut mir leid dass wir das Gespräch heute so kürzen müssen ist doch okay mhm die Hose ist immer noch sehr unvorteilhaft die ist mehr als gut mhm ich verstehe nicht was das Problem das ist eine ganz normale Hose okay oder nicht ja wenn du das sagst ja ist doch eine normale Hose hä ich habe irgendwie Hunger auf Vanillepudding ja ist doch schön Sahne Joghurt ist doch schön ist doch auch so richtig elend hast du ein besitzt du ein Kleid nein warum nicht weil ziehe ich nicht an warum nein das nein aber warum denn nicht weil ich bin kein Kleidmädchen Kleid ist so Prinzessin trägst du zu Hause eine Jogginghose ja klar boah okay hä was trägt man ja du läufst wahrscheinlich mit Anzug rum korrekt hast du eine Jeans zu Hause nein ja hab ich mir was schon gedacht ein weiser Mann sagt immer suit up krasser Spruch auf jeden Fall richtig wo steht denn dein Auto links links oben ich hab tatsächlich einen Schlafanzug in Form eines Anzugs okay da kommt der Carsten das heißt ich muss los was ein Service pass aber ich auf mach's gut hallo Jerry keine Ahnung du kommst hier so angeschlendert eine rauchen oh mein Gott wir sind schon so spät drin wir sind noch als Streife geführt ne aber warum aber ich dachte du wolltest mit Frau Stone eine Streife fahren nein so ich dachte na gut da bin ich von ausgegangen dann tut's mir leid okay wir fahren es jetzt an wir konnten halt nicht eher wir haben viel zu tun ja so irgendwas ist da wo es Peter versucht in ein Auto anzusteigen wir müssen jetzt mal schauen was hier gibt ja kann man einer Bescheid geben hier vorne vielleicht die Yuppies hallo hier Mann hier wir lassen das Auto nicht stehen ist okay ja hallo so Mann haben einfach welche gegen mein Auto getreten die ganze Zeit zwei von denen sind schon abgehauen gegen welches Auto gegen das hier also es waren mehrere mehr als zwei ja genau okay zwei sind abgehauen wo ist der Rest eine war hier vorne noch weiß ich nicht wenn der noch da ist der hatte so eine grüne Cap hier an wo so ein C drauf ist mit hier keine Lizenzmusik tschüss Werbereinnahmenvideo und so eine Hose mit einem Teddybär drauf Hose mit einem Teddybär drauf genau sind Sie sicher dass der volljährig ist? ach gucken Sie mal jetzt ist hier keiner mehr man tut uns wirklich leid jetzt die Stadt brennt wissen Sie haben Sie eine genaue Person beschreibt eine Person die Teddybär ja der hatte so eine Jeans an wie wir man Afroamerikaner okay grüne Cap mit einem C drauf so eine fitted Cap und eine Frage warum haben die gegen ihr Auto getreten einfach so aus dem Nichts die haben da einfach Bilder mit meinem Auto gemacht das ist ja nicht schlecht die sollen verschwinden aber warum haben sie Probleme mit ja aber die haben sich da vorne drauf gesetzt ja okay das darf man nicht da kriege ich da verstehe ich da bin ich ganz bei Autos machen sind in Ordnung aber anfassen ganz schwierige Sache das sind hinten Knöpfe an dieser Tasche und wenn der sich da drauf setzt und das da so lang ratscht dann ja der schöne Lack der schöne Lack die haben da alle gegen getreten okay ja wir schauen dann mal wissen sie wohin die sind in welche Richtung haben die ein Fahrzeug gehabt der eine war ganz seit hier ja und die anderen beiden sind mit einem Stratum welche Farbe schwarz okay alles klar Sir ja dann Gentlemen haben sie noch einen schönen Abend wir schauen uns das mal an sollten die wiederkommen rufen sie uns an wir kommen diesmal schneller vorbei ja kurze Frage noch zu dem hellen Sportoberteil können sie es genauer definieren was das ist das war so eine weiße Joggingjacke man okay mit so Goldmustern drauf so ja ja Goldmuster okay alles klar das ist schon genauer alles nicht Schriftzug wie kann ich Ihnen helfen ja so Schriftzüge Herr Johnson ist der Herr Smith bei Ihnen bei mir jetzt hier oder in der Abteilung irgendwo keine Ahnung ich stehe vor der Frau Sorkin beim Addis Wapp und wir quatschen so ein Ründchen ich habe keine Ahnung der ist bei der Ausbildung können Sie das kurz einmal durchtelefonieren und mich darüber informieren weil der Ficker Entschuldigung interne Informationen an einem Ex-Cop rausgegeben hat was tut er Informationen an Herrn Price hat er gegeben wir bringen ihn um ja das mache ich in dem Fall sagen Sie ich muss nur wissen wo er ist okay alles klar ich rufe ihn mal an danke Herr Johnson bis dann haben Sie schon Herrn White angerufen oder sind die Rekruten schon wieder zurück von Fort Sankudo mich hat keiner angerufen wen soll ich anrufen nein nein ob Sie Herrn White schon angerufen haben oder ob Sie wissen ob die Rekruten schon wieder im Hause sind nein das weiß ich nicht ob Sie noch Fort Sankudo sind das weiß ich nicht am besten die Leitstelle ich rufe mal den White kurz an wann müssten noch Fort Sankudo sein gerade praktische Übungen für die Fett-Uni-Sop-Sachen und die Pits-Sachen und allen Pipapo gerade am Laufen sein welche PID-Nummer hat der Herr Smith denn 34 ne Smith hat erst die 34 und Herr White hat die 93 okay ich muss die 34 muss ich sprechen das ist klar ich rufe mal White eben an danke kein Problem Sir warum geben die denn Informationen raus nichts gesehen alles klar hallo hallo Frau Nava wie geht's Ihnen gut schön heißen Sie Frau Nava es gibt ja nur eine Frau Nava die sagenumwobene Frau Nava von Venture von Cyprus richtig ja weiß ja Cyprus habe ich gerade so weggeschoben ja ich dachte mir so ich muss auch mal ein bisschen Wettbewerb tun okay gut dann Ladies and Gentlemen haben Sie noch einen schönen Abend ja ich weiß danke für die Rechnung von mir gerne tschüss ja ne noch nicht aber Chief Ausbildungsplatz Port St. Kudo Rollbahn das Disco Licht Zettweg wo sind die nochmal so Leute Musik Seilbahn was Port St. Kudo auf der Flugbahn die machen gerade die Fälle nicht stoppt Geschichten gut dann fahre ich jetzt dahin ja ich habe einen Baseballschläger im Auto ich melde mich Herr Carsten sofort ich wünsche noch einen schönen Abend ihn auch yeah machen Sie mal alle die Amo fürs LSPD einmal die Amo fürs LSPD tschüss tschüss jippie vielen Dank ich glaube die denken wir sind doof die eine hat nämlich kein PH so dann fahrt Port St. Kudo ich muss jemanden verprügeln gehen die sind sehr klug ich finde die klug hast du gehört mit Code 3 Smith PD 34 hat Informationen rausgeben Internas an Price dem Ex-Cop ok wir müssen tanken aber dann machen wir das ok die sind nämlich gerade mit in der Ausbildung ja ich weiß Herr Johnson hat auch gesagt er will den umbringen ok ich mach das mal wieder er ist gerade Herr Johnson ist gerade mit Frau Sorge beim Ellis Pub die reden miteinander das ist schon mal gut ja wir müssen aber tanken sonst wird es eng oh hier ist so Feminist du kleiner Räuber ich bin ja nicht von hier da ist Boston du hast du gesehen die Leute jubeln mir zu die jubeln uns zu langsam es wird die haben mich erkannt oder was geil was denn los ja gute Arbeit da ist sie antworten mir nicht mal auf die sms das ist aber sehr traurig ja ich bin gerade ja ich bin gerade nur beinahe gestorben carsten fährt auto ja kein stress habe ich eigentlich stehe ich im testament bei mir ja gar so ruhig mit co3 danke ihnen die rückmeldung ja ich bin gerade erst angekommen ich habe noch gar nichts gelesen dann schönen abend noch ja ja euch auch danke für das kompliment herweis von frau na war okay ich glaube das ist nicht machbar ich erklär es dir ja ich kann keine andere frau treffen wegen mir alles wegen mir auch ich bin die einzige frau weil dein herz ist eigentlich vergeben nein ich bin in einem gewissen zwang was ist denn mit dir in was für kombination du das immer bringst mir was denn was ist denn erinnerst du dich als die frau medicine mich angemacht hat ja versehen per sm ja ja danke dass du es noch mal sagen muss ich meine nur was ist daraus was ist passiert wurde es angezeigt von mir oder was nein frau collins hat ja eine sms geschrieben dass sie die umbringt das heißt wenn du eine liebe eingehst bist du vielleicht an den pult dieser liebe mit schuld richtig hier zerhackt genau aber das ist doch jetzt vorbei ist doch jetzt alles nur professionell sobald wieder das lspd verlassen nicht nein gibt dem narwal mal eine chance nein kann ich nicht hast du übrigens infos welche intern das er rausgegeben hat kriege ich raus spielt ja keine rolle im grunde aber ja jetzt von mir schon selbst adams jetzt immer viel finde ich gut aber er ist welche informationen waren das noch mal kassen kannst du mal ganz kurz natürlich ausmachen und er meinte er hatte ja am montag oder sonntag die da hochnehmen lassen und da hat ja die ist super beste war doch rein du Dulli ja aber ich lass dich für nichts beschädigen mach auf bitte kann ich nicht doch ne hä hast doch boah jetzt rastet walter aus leute jetzt werdet ihr feuer sehen seid ihr bereit chat seid ihr für das flammende inferno wer sitzt da drin wenn es darunter wer ist da drin er weiß ja sagen sie die besatzung dieser streife gegen simmons es misst noch auf dem gelände ja ja auf dem rollfeld sie fahren zurück zum rollfeld äh los geht's krass ich werde jetzt echt laut und unangenehm was hat die denn jetzt gesagt er hat äh den herrn preis weil herr preis hatte einen fall äh wo er einen drogendealer hochgenommen hat herr preis wurde entlassen dann hat er also pd 34 das müsst trotzdem herrn preis die ganze akte vorgelesen das soll man ja nicht ne das ist ne katastrophe das soll man ja nicht ne ne willst du das vor allem machen ja schreibe 540 komm ok lass die übung eben beenden oder ja wo ist pd 34 hier sir sind sie mr smith pd 34 ne st 34 smith bin ich st 34 herr smith hat man ihn eigentlich ins gehirn geschissen wieso sir ich gebe ihnen jetzt sie laufen 50 meter darunter sie denken in dem lauf im normalen schritt darüber nach warum ich ihnen das sage und dann komme ich zu ihnen hin und wenn sie mir nicht sagen warum sie was das sein könnte warum ich ihnen das vor allem sage dann schwöre ich ihnen sie werden in der nächsten zeit unkraut hier zupfen auf dieser landebahn los sie haben los 50 meter zählen sie laut mit sag ihnen eins wenn irgendeiner von ihnen jemals interner raus gibt über das lspd in der akte ich reiß ihnen die zähne persönlich raus sie können weitermachen vielen Dank gar kein zahnarzt weil läuft der denn so weit das sind doch 200 meter ich habe ihnen auch gesagt er soll normal laufen ich weiß aber war das denn gut vor den rikuten ja war gut weil die lernen dann ey die werden niemals informationen raus geben ok ok hat den effekt ja der smith ist ihnen hat es geklingelt ja liegt das daran weil ich die akte noch nicht fertig geschrieben habe nein denken sie wenn sie eine akte nicht fertig schreiben fahre ich aus los santos in dieses verkackte in den verkackten norden um mit ihnen zu reden sonst wüsste ich nicht was ich falsch gemacht habe preis holger preis klingelt es bei ihnen negativ sie haben herrn preis keine information aus einer akte komplett vorgelesen weil dieser in diesem dtu fall verwickelt war und einen dealer hochgenommen hat ich habe niemanden eine akte vorgelesen außer er war ein anwalt habe ich den anwalt zugriff gegeben ja kein problem wir klären das aber ich würde niemals intern aus weitergeben hoffe ich für sie ich hab grad wollte grad die sms wegschicken ok erklären sie mir ja 0802 0802 ähm 2 0 2 1 schräg strich 0 4 ok nochmal warten sie nochmal 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 Carsten schreib mal bitte mit ist wichtig jetzt nochmal ganz langsam Frau Adams sagen sie äh 0 8 0 8 äh einen kleinen Moment herr Staatsanwalt ich bin grad am Telefon äh 0 8 0 2 0 8 0 2 2 0 2 0 2 1 1 1 0 1 0 4 0 8 0 8 0 8 0 8 4 Akte ok wer war der bearbeiter dieser Akte Bischloff ist Aktenführer, stand da drin. Steht da irgendwas unter Anmerkungen? Moment. Ich gucke. Ist nicht der falsche, Leute. Es ist definitiv PD34 oder SD34. Ja, Bryce hat gesagt, 34 hat ihn angerufen. Wann? Hm, heute hat er ihn angerufen. Den Zeitpunkt konnte er uns nicht sagen. Wo ist der? Wenn Sie möchten, kann ich Bryce probieren, anzurufen, dass er ins PD kommt. Ja, machen Sie es. Und dann rufen Sie ihn nochmal an, ja? Alles klar. Ähm, also. Wie fange ich da an? Worum geht es denn in der Akte, Sir? Wenn ich kurz fragen darf. Habe ich ihn auch gerade geklärt? Die Aktennummer habe ich gehört. Aber wo, also, worum es den Akte geht? Holger Price wurde vom LSPD gekündigt. Das habe ich mitbekommen. Also, der war Rekrut. Korrekt. Aber ich hatte mit dem Holger Price bis dahin... Herr Price war in einem Fall verwickelt, in dem er eine Person, einen Drogendealer, also er hat einen Drogendealer hochgenommen. Okay? Okay. Und Sie haben ihn heute angerufen und ihm die komplette Akte vorgelesen. Bevor Sie jetzt eine Antwort darauf geben, ich kann jetzt ins LSPD gehen, ich kann in das Protokoll gehen und kann gucken, ob Sie heute die Akte angeklickt haben. Und wenn Sie da stehen, werde ich Sie sofort festnehmen müssen und dann landen Sie wegen Hochverrat hinter Schloss und Riegel. Es sei denn, Sie sagen mir jetzt, was da passiert ist. Ich kann Ihnen versichern, auf das, dass ich Cop bin, dass ich sowas niemals machen will, dass ich beute. Warum sagt er dann, dass Sie das gemacht haben? Vielleicht würde er mich in irgendwas rein... In welchem Verhältnis stehen Sie zu dem Herrn? Ich war sein Ausbilder. Mehr nicht. Also, ich war der Klassenlehrer von dieser Gruppe. Und ich hatte mit denen sonst außer ausbildungsmäßig keinen Kontakt. Ich kann Ihnen gerne ganzen SMS-Verläufe vorlegen, auch ohne Beschluss. Er hat Ihren Nachnamen, Ihren Vornamen gesagt und Ihre PD-Nummer und Ihre SD-Nummer. Oh, ich war der Klassenlehrer von ihm. Warten Sie. Ja, bitte. Er bestellt sich jetzt ein Taxi und kommt her. Gut, dann bringe ich den Herrn... Sind Sie sicher, dass es die SD34 Smith ist? Ja, er hat gesagt, PD34. Hat ihn angerufen. Aber PD34, das ergibt keinen Sinn, Carsten. Ist Tyson. Ja, das ergibt keinen Sinn, weil der hat gar keinen... Das kann gar nicht... Passt nicht. Gut. Ach, jetzt habe ich bei Frau Adams einfach aufgelegt. Gut, wir fahren jetzt zum LSPD und erklärt sich die Sache, ja? Okay, Sir. Ja? Frau Adams, Sie haben aus Versehen aufgelegt. Wir kommen zum PD jetzt. Ja, ich habe es gemacht. Alles klar, okay. Tschüss. So, Sie fahren bei uns mit, ja? Ja. Wo ist denn Ihr Auto? Der ist dann hier da vorne. Den würde ich ja kurz vor vorne stellen, wo die anderen Fahrzeuge stehen. Hören Sie zu, wenn Sie das nicht waren, tut es mir leid. Nur ich reagiere in letzter Zeit sehr allergisch darauf. Weil das Problem ist, ich erkläre Ihnen jetzt was. Wir hatten kürzlich einen Maulwurf beim LSPD. Und diese Person hat dafür gesorgt, dass Menschen gestorben sind. Verstehen Sie? Ich verstehe das, ja. Ich hoffe, der macht Sie nicht zum Sündenbock. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Sie sowas machen. Ich springe dann kurz in Sunny nach vorne, wo die anderen Fahrzeuge stehen. Aber Sie fahren uns einfach hinterher, ja? Ja. Dann kommen Sie auch wieder gleich zurück. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der das war, Leute. Aber im RP habe ich diese Information bekommen. Und mir wurde sie jetzt viermal bestätigt, Leute. Viermal. Okay. Ja. Ja, und da sind wir wieder bei Sorkin, die irgendwie immer alles so auf sich zieht und sich selber kleiner macht, als sie ist und federbar sich zieht. Mhm. Ja. Vielen Dank. Ja, Price will unbedingt seinen Job zurück. Also es gibt für Walter Weiß keinen Grund, dem Price nicht zu glauben. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ja, aber Leute, im Grunde war das voll gut, dass das so passiert ist, weil dieses interne Informationen rauszugeben ist ein Riesenproblem im LSBD und das schreckt ab. Das war nicht so dumm. Aber wenn der Smith als unschuldig, äh, dann... Ja, natürlich. Ja, bitte? Warum haben Sie mal eine Nummer her? Ja, ja. Guten Abend, Herr Schweiß. Warum haben Sie mal eine Nummer her? Vor fünf Monaten. Da war viel Wind und nichts eigentlich. Ha. Zumindest von unserer Seite. Äh, ich hab, äh, ich stehe draußen mit dem Taxi, Sie müssen den Kurs, äh, die Rechnung, äh, begleichen, hä? Welche Rechnung? Ja, vom Taxi. Sie haben gesagt, kommen Sie mit einem Taxi und dann ist... Ich bin jetzt mit dem der mit dem Taxi, aber der will jetzt Geld haben, ne? Wie viel denn? Echt Dollar, also. Ein Dollar. Acht. Acht Dollar. Acht Dollar, ja. Dann gehen Sie doch mal kurz auf die Knie. Genau. Jetzt können Sie, wie gesagt, deswegen rufen Sie an, ne? Sie können ja ganz kurz ein, äh... Mhm. Ich bin auf dem Weg. Was wollen Sie denn beim LSBD? Ja, Sie haben doch gesagt, ich soll kommen, ja? Ja, ich verstehe. Okay, bis gleich. Ähm. Hm, genau. Warum soll Walter denn zurücktreten? Äh? Wir reden sollen, nicht, ja, bis Ende der Ausbildung lassen wir es so, sondern wir reden morgen mit Sorkin. Wir, du, ich und Sorkin, da hätten wir es einfach so geklärt. Ja. Das war unser, oder mein Fehler auch, ja. Was war dein Fehler? Mir das so sagen? Warum soll Walter Weiß denn jetzt wieder zurücktreten, Leute? Boah, heute ist so viel Arbeit, ey. Zehn Stunden schon ist das viel. Ja, da muss man Sprungwurf. Das LSBD ist viel zu locker geworden. Ja. Viel zu locker. Ja. Er soll zurücktreten, wenn er diesen Fehler gemacht hat, einem Ausbilder voll die Autorität genommen zu haben. Du denn für ein Lost, Alter? Wie bist du denn, Lost? Was war? Was war? Also in Ordnung, Ma'am? 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 Kommen Sie noch ein bisschen näher. Alles in Ordnung, ja. Ach so, weil Sie geklingelt haben, wissen Sie? Ach so, ja Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie das hören. Alles gut, dann schönen Abend noch, ja? Gerne. Okay. 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 Ja. Ja, ich hab's ja auch, ja, ja, ich hab das ja auch gleich geglaubt, alles gut. Ausdruck, bist du jetzt fertig? Ja. Hm. Oh Gott, der telefoniert noch eine halbe Stunde später. Ja. Wo ist der denn jetzt mit seinem scheiß Taxi? Nee, ich werd wahnsinnig hier. Guten Abend. Hallo. Ein Fahrgast im Auto, der ist irgendwie zusammengebrochen. Ich hab MD schon informiert. Oh nein. Ja, erst kann er die Rechnung nicht zahlen, dann bricht er noch zusammen, ne? Das ist nicht wahr. Ganz, ganz schlimm, ey. Okay. Äh, was ist denn? Was ist denn? Frau Adams, ich bin auf dem Weg, ja? Äh, ja, nee, wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Seit wann ist denn, wenn ich das fragen darf, wie lang ist Herr Breich schon nicht mehr im PD? Ich komm gleich zu Ihnen, dann klären wir das. Ja, geben Sie mir eine Minute. Okay, ich bin hinten beim Presse geduldet. Okay, bis gleich Frau Adams. Okay, tschüss. Ich geb mir mal eben das Geld, ja? Oh ja, vielen Dank, danke schön. Hier ist, äh, 15 Dollar, es tut mir wirklich leid. Oh ja, ich danke Ihnen, ich danke Ihnen. Wenn der Typ auf den Beinen ist, dann, der soll mal zum MD fahren und die sollten mal seine Synapsen überprüfen, ja? Ja, alles klar. Dankeschön, Sir. Wo kommen Sie? Warten Sie kurz, eine Sekunde. Herr Carsten, könnten Sie ganz kurz sich der Sache eben mit annehmen? Ja. Ja, der Tief ist hier, ich muss mich jetzt hier mit um den Vorfall kümmern, ja? Ja. Jawohl. Okay, weiß ich bestimmt, wenn was ist. Ebenso, tschüssi. So, kommen Sie. Haben Sie zufälligerweise was zu trinken? Ja. Ja. Vielen Dank. Danke. Kommen Sie. Und wo ist denn der Kerl? Wie meinen Sie, Sir? Wenn ich Kerl sage, meine ich nicht Sie. Entschuldigung, Herr Gämmel, das war gemein. Ja, Sie fragten... Ja. Sie sind... Frau Adams. Ja. Wo ist denn der Kerl? Ja, der ist wohl noch nicht da. Er wollte sich ein Taxi bestellen. Warten Sie, ich rufe ihn noch mal an. ... Mein Taxi ist gerade blockiert, da liegt einer drunter. Drinnen. Äh, drinnen. Entschuldigung. Ja, wie kommen wir auf drunter? Oh, hier haben Postkarten, schön. Hmm. Brauchst du eine, Jerry? Ja. Könnte ich mal Bellas Mutter schicken. Geht doch nicht so gut. Okay, alles klar. Kommt die Arme. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Zwei Minuten. Okay. Was mir aufgefallen ist, seit wann ist er nicht mehr... Herr Carsten, man wurde Herr Price gekündigt. Oh, wenn ich das jetzt noch wüsste. Anfang der Woche oder so? Ja, aber in der Akte steht er nämlich oben noch als PD 04 drin. Also der wurde da als Officer mit aufgenüttet. Ja. Gucken Sie doch einfach... Warten Sie, das können Sie doch ganz einfach überprüfen. Gucken Sie mal ins... Warten Sie, ich gucke nach. Ich kann das überprüfen. Danke, Herr Gemmel, das ist sehr nett von Ihnen. Ja. Alte Maschine, Sie. Haben wir mit den Oberschenkeln Walnüsse geknackt? So, wie war der Name von dem? Ähm... PD 04, ne? Wie heißt der? Genau. Äh, Price. Price. Holger Price. Genau. Ah, okay, das Datum... Holger Price. 23.05. Ach, falsch. Entschuldigung. Neunter, Zweiter, Carsten. War da die letzte Aktivität oder was? 16.56 Uhr hat er sich das jetzt mal, äh, ja. Okay, dann war es wohl am 9. oder, ja, am 9. So, sagen Sie mir noch mal die, 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 die Fallaktennummer. Ähm, 08, 02. Ja. Bei 021, Strickstrich 04. 04. Ja, also 08. Ja, gut. Okay. Und da ist er noch aufgelistet, ja klar, wenn er dann noch im Dienst war. Gehen wir ganz schnell raus. Warten Sie. Okay. Das kriegen wir raus. So. Oh, nein. Hm? Welches Datum haben wir heute? Jetzt aktuell 13. Okay. Moment. Hallo. 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 Ja, sollt ihr mich mailen? Ja, im Moment. Kein Problem. Okay. Ah, Sand. Gut. Ähm, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Gamble. So. Äh, genau. Dann kommen Sie mal mit, Sir. Kollege, Sie warten eben hier, ja? Ja. Hallo. Okay. Herr Price. Herr Price. Jawohl. Wir warten immer noch auf die Frau Adams, ja? Ach, da kann ich Ihnen auch gleich was wiedergeben. Moment. Machen Sie kurz mein Telefon. Ja, bitte? Geht's Ihnen besser? Guten Abend, Herr Schwarz. Geht's Ihnen besser, Sir? Ich mach mir leid, ich kann dir nichts von dir sehen. Ich hab heute Probleme mit dem Kreislauf. Allerdings, das ist mir jetzt etwas unangenehm. Haben Sie zu wenig getrunken? Ja. Ich bin da nicht so. Okay. Entschuldigen Sie mich. Das ist mir jetzt etwas unangenehm. Ja. Die Frau vom Krankenhaus, ja? Die Hälfte, die ist da, ist im Willi, ist 55 Dollar. Und ich weiß es, also 50 Dollar. Die ist quasi 5 Dollar untergegeben aufs Mitleid, glaube ich. Auch rein. Ich bin in einem, oh Gott, was ist ein tiefer Tunnel? Oh Gott. So, Frau Adams? Ja. Okay, dann legen Sie mal los. Ähm, Herr Price, Sie haben mir und meinen Kollegen vor allem was am Tegilana gesagt, dass Sie von einem Kollegen angerufen wurden. Bitte schildern Sie, wie es nochmal hier. Genau, also ich wurde von einer Dame angerufen. Nee, nee, nicht das. Das, das mit dem Kollegen, was Sie gesagt haben. Wegen dem Vorfall von Sonntag oder Montag. Genau, genau, das war eine Dame, die mich angerufen hat. Ähm, die sich als PD34 ausgegeben hat. Hä, du, Sie haben aber vorhin zu uns gesagt, die hat sich als Gerichtshelferin ausgegeben und der PD34 hat Ihnen was, äh, wegen der Akte gesagt. Äh, genau, Moment, ich muss kurz. Genau, das ist das. Ähm, das ist das. Ähm, die Dame hat sich als PD34 zuerst ausgegeben. Ähm, und hat mich halt gefragt, ob ich einen Gerichtstermin wahrnehmen kann, ähm, weil der Anwalt auf sie zukam wegen der Sache. Und, äh, da habe ich gemeint, okay, also ich habe dann erst mal gefragt, okay, was überhaupt für ein Gerichtstermin. Da hat es mir gesagt, ja, wegen dem Vorfall, ähm, mit, ähm, dem Einsatz, äh, mit dem Drogendeal. Er hat gemeint, okay, ähm, dass es da zum Gerichtstermin kommt oder so. Er hat gemeint, doch, doch, kommt es. Ähm, und da habe ich gemeint, okay, äh, ja, aber ich habe auch keinen Anwalt gehabt. Ich meinte, okay, wir hatten keinen Anwalt. Kann das sein, dass eine Staatsanwältin sie angerufen hat? Äh, nein. Passen Sie auf, das geht noch weiter. Ich mag euch überprüfen. Genau. Und, ähm, dann habe ich halt gemeint, okay, ich hatte gar keinen Anwalt, weil ich meine Strafe direkt bezahlt habe, äh, weil das kam mir sehr suspekt vor. Ähm, deswegen bin ich erst mal in der Rolle geblieben, dass ich halt kein Officer bin. Oder, je nachdem. Ähm, ja, und da hat sie gemeint, oh, das tut mir leid. Warten Sie kurz. Rassen hören Sie sich die Geschichte weiter an. Eine allgemeine Information an alle Kollegen. Die PD 99 informiert, dass die PD 34 keinerlei Schuld trifft in einer Informationsherausgabe. Uns wurden somit falsche Informationen zugetragen. Als Chief of Police entschuldige ich mich für das Verhalten, welches an den Tag gelegt wurde und werde die PD 34, ähm, gleich zum Gespräch bitten. 99 Ende. Ähm, die Telefonnummer, er hat es vorhin ganz anders gesagt, aber das mit der Gerichtstante auch. Ich habe, äh, vorhin schon die Telefonnummer überprüft. Ich habe es jetzt nochmal, Joko Kira ist das, die Telefonnummer, wo er ihn angerufen hat. Wo er gemeint hat, es ist die Gerichtstante, die, ähm... Ah, nochmal Telefon. Ja, bitte. Ja, da, priviert, äh, Chief, hier ist Bischloch-Pedizin. Eine Frage, geht es irgendwie eventuell auch um den Ex-Kollegen Herr Preiss, was PD 34... Ja. Da, okay, da möchte ich Sie kurz informieren. Der Herr Preiss hat mich heute, äh, telefonisch kontaktiert und mir gesagt, dass eine Dame, die sich als PD 34 ausgegeben hat, über die Fallakte, über Karim Louis, äh, Drogendeal, der ausgeprägt hat und eingeladen hat. Ich habe auch noch seine Aussage per SMS bekommen. Und, äh, da kam es mir auch schon spanisch vor, da wir eine PD 34 zwar haben, aber nicht eine Dame, sondern einen Herren, einen neuen. Der Herr Tyson ist an PD 34, wenn ich mich hier richtig erinnere. Genau. Ebenentsprechend, äh, ja, und eine Telefonnummer, mit der auch angerufen worden ist, geht auf eine, Moment, ich kann Ihnen gleich die Nummer geben, beziehungsweise den Namen. Eine komplette, eine, ein Name, der auch überhaupt nicht wirklich aufgetaucht ist bis jetzt. Das Problem ist, wisst ihr, das, das Problem ist, dass ich fünfmal nachgefragt habe und man hat mir hundertmal Smith und SD 34 gesagt. Verstehen Sie? Ich habe hundertmal nachgefragt. Ja, das ist interessant, warum. Ja. Also er hat mir geschrieben, die Nummer hat er mir geschickt, eine Dame rufte mich an und meldete sich mit der PD 34. Sie fragte mich, ob ich zum Gerichtstermin erscheinen kann. Ich fragte erst mal, was für ein Gerichtstermin das sei. Sie meinte mit der Sache von der Drogenübergabe, der mit Karim Louis da, wo ich innerhalb von zehn Minuten einen Einsatz planen musste, leider, weil nichts anderes, äh, weil die Operations nicht da waren. Als ich mit dem Herrn, äh, festgenommen wurde, sie meinte, dass der Anwalt von mir eben Bescheid gegeben hat. Darauf erwähnte ich, dass ich keinen Anwalt brauchte, da ich die Strafe im PD gleichzeitig. Also es geht darum, dass der Preis angerufen worden ist. Von einer PD 34. Einer PD 34, einer Dame, die nicht existiert und die Telefonnummer auf einen Namen zurückzuführen ist, der weder eine Akte hat, noch irgendwie im Zusammenhang damit steht. Haben Sie die Telefonnummer für mich? Da, kann ich Ihnen gleich geben? Ja. Können Sie was aufschreiben, Chief? Ja, wo ist er? Kann ich. Sie sind so hier, da? 3 mal die 5? Ja. 9, 8, 6. 9, 8, 6. 8, 5, 0. 8, 5, 0, Herr Bischoff. Dann danke für die Information, dann rufe ich da mal an, ja? Da, weil ich habe das gerade im Funk gehört und, äh, war etwas irritiert. Ja, nicht nur Sie. Da. Bis später. Da, пока. Für uns hat er gesagt. Ja, warten Sie jetzt kurz. Ja. Ich weiß schon, worum es geht. Sie sind PD 34, aber es geht um SD 34. Das war, ja, okay. Kleiner Nachtrag, es ging um die SD 34 und nicht um die PD 34. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es Leute gibt, die sich als PD-Mitarbeiter ausgeben und Leute wahllos anrufen und angeben, Internas rauszugeben. Bitte haben Sie ein Auge darauf. Ich entschuldige mich nochmal bei der SD 34, 99, Ende. Okay, danke schön, Chief. Ich habe schon gedacht, was ist jetzt los? Entschuldigung. Ja, das ist, äh, diese doppelten Nummern, die drei Mann in den Waren sind. Ja, okay. Ja, dann ist ja alles geklärt. Alles klar, Sir. Ja, gutes Klingen dann weiterhin. Ja, danke schön. Schönen Abend. Schönen Abend. Ich habe die Telefonnummer von der Anruferin, die den... Ich auch. ...heiß... Eine Yoko Zira, mit C. 9, 8, 6, 8, 5, 0, ne? Jawohl. Ander jetzt. Ja. Ich muss mal gucken, ob eine Frau dran geht. Dann nochmal in 20 Minuten oder so probieren, mit unterbrückter Nummer. Was komisch ist, er wurde, Carsten, ich habe viermal nachgefragt, man hat mir immer SD 34 und den Namen gesagt. Smith. Jedes Mal. Ja, weil sobald man 34 hört, weiß man, das ist das Ding. Ähm, bitte probieren Sie einmal Telefonnummer. Was hat er Ihnen gestern gesagt? Nee, vorhin, ähm, ich wollte gerade der Kempel hochholen, aber der ist wohl ein Ding, der hat es ja auch mitgekriegt, der ist gerade bei einer Befragung. Zu uns hat er gesagt, oben am Tiki, er wurde angemeldet, 34 und, äh, die BDC, wie war der Name des Zeugen unter der Ferien da oben gekommen? Und dann hat er erst gesagt, ja, und dann wurde die von der Gerichtshelferin angerufen. Deswegen, ähm, habe ich dann auch gemeldet. Der ist Recruit, der weiß ja nicht, vielleicht, wer ist 34, weiß der ja auch nicht. Die Leute kennt er sowieso nicht. Wenn ich Recruit bin und ihr sind 80 Kollegen noch im Verzeichnis, da wüsste ich auch nicht, wer es, wer es die oder Pidi 34 ist. Das könnte eine Kollegin sein. Ja, aber er hat, ja, aber er hat dann gesagt, ah ja, und dann habe ich einen Anruf von einer Frau gekriegt, die sich als Gerichtshelferin ausgegeben hat. Also er hat erst was anderes gesagt und dann was anderes. Genau, genau. Er hat erst gesagt, er hat von der 34 einen Anruf gekriegt, er hat nicht gesagt, weiblich oder sonst was, deswegen, sonst hätte ich es ja so nicht gemeldet, Wecker-Ding. Natürlich, ähm, aber der, diejenige, wie er es ja jetzt, wir wissen es ja jetzt nicht, weiß alles von der Akte. Es muss aber trotzdem irgendwas rauskommen. Ja, warten Sie kurz, ich gehe hier ran. Ja, bitte? Ja, wunderschön, Herr Weiß. Und zwar, die Frau Flick hatte mich eigentlich heute angerufen, beziehungsweise hat er mir eine SMS geschrieben von wegen, dass, ähm, ob sie irgendwie bei der Streife oder sowas mitfahren darf. Ich hatte eine Frage an Sie als Streifendienstleitung, melden Sie sich gerne bei mir. Es war irgendwas von wegen, ob sie in den Streifen mitfahren darf. Keine Ahnung, was damit gemeint ist, aber, ähm, da ich jetzt gerade noch nicht dienstlich oder sonstiges jetzt für eine Woche beschäftigt bin, wollte ich das einfach nur weitergeben und dass ihr das Bescheid wisst. Danke, Frau Schauken, ja. Tschüss. Ja, bitte? Kurze Frage, die Sache mit, äh, um SDP, die 34 und so weiter und so fort, da haben wir jetzt eine Nummer, die wir geprüft haben, von der Person, die da ja... 555-986-850. Genau. Ähm, die haben sie schon. Also haben sie sich das auch schon angeguckt? Ich weiß, worum es geht. Weil die Personenakte ist halt auch auffällig, ne? Was ist das für eine Personenakte? Äh, eine Frau, Joko Zirra, ich glaube, bei dem Vornamen Joko, denke ich halt an Joko Ohno, deswegen. Ähm, ist, ähm, fehlt ein Einreisedatum, fehlt ein Geburtsdatum, dass du die Telefonnummer hinterlegt, ansonsten ist das Ding komplett leer, also... Haben sie... Und klar, unsere Informationspersonen ist unsere Vorlage entsprechend, aber ansonsten nix. Ja, warten Sie, das können wir in Erfahrung bringen. Bleiben Sie am Telefon. Er stellt worden am 2.10. Sagen Sie mal den Namen Joko mit Y, ja? Y-O-K-O und dann C-I-R-R-A. Kera? Sira, ja, C-I-R-R-A. Ja, ja, ich hab's, ich hab's, warten Sie ganz kurz. Wir können das in Erfahrung bringen, woher diese Akte kommt, wer die angelegt hat. Ja, das ist über eine Sekunde Zeit. Gary King. Gary King hat die angelegt am 2.10.2020. Nee, er hat die bearbeitet. Ja, okay, die Bearbeitung ist halt wahrscheinlich die Informationspersonen gewesen. Ja, warten Sie, warten Sie, ich finde das raus. Casey Bishop. Ja. Der hat keine Fake-Akten angelegt damals. Nein, nein, die Akte wurde am 08.10.2020 angelegt von Casey Bishop. Okay, Sie erinnern sich noch an Bishop? Mhm. Also ich bezweifle sehr stark, dass der da Fake-Akten angelegt hat. Herr Popmeier. Ja. Warten Sie, ich geh mal in den Computer, ich lese Ihnen das genau vor. Ich komm sofort wieder, Carsten. Hier. So, ich hab ja, ich kann ja nachgucken. Ja? Ja, Sie haben ja andere Zugriff als ich. Genau, so. Ich geh jetzt hier an den Computer, ich guck jetzt nach. Also, es handelt sich um, warten Sie, ich gucke nach. Die Person heißt Yoko Sierra. C-I-R-R-A, Yoko. Die ID dieser Akte ist 2443. Das kann ich sehen. Die Akte wurde erstellt von Casey Bishop, PD04, am 08.10.2020. Jetzt kann ich ihn weitergeben. Marken Sie? Dann wurde die Akte bearbeitet von einem Gary King am 20.01.2021. Okay. Weil Sie sehen nicht, was verändert wurde, oder? Nein. Dann, das, Gary King war der Letzte, der die Akte bearbeitet hat. Es wurde eine Akte, die Akte wurde erstellt und die Akte wurde bearbeitet. Männig. Ich finde, es ist interessant. Oder warten Sie, warten Sie, warten Sie, wir können das vielleicht noch anders machen. Warten Sie mal eben. Ah, stopp. Es geht noch weiter zurück. Warten Sie mal. Ja, 2.10. Da habe ich nämlich hier im System stehen als Erstellungsdatum. Wer ist Pablo Giveria? Ist einer vom Flughafen, richtig? Könnte sein, keine Ahnung. Gut, das muss von Erfahrung gebracht werden. Genau, dann wurde die Akte erstellt am 02.10.2020. Dann wurde die von Herrn Bishop bearbeitet. Dann wurde die zuletzt von Gary King am 20.01.2021. Alles klar. Das sind die Personen, die mit dieser Akte zu tun haben. Ja, perfekt. Dann weiß ich, mit wen ich sprechen muss. Ja, das ist wichtig. Okay, ich hoffe, ich kann Ihnen weiterhelfen, ja? Sehr sogar, sehr sogar. Schön, bis dann. Danke, ciao. Ihr könnt das nicht sehen, Leute, weil die Leute ja hier immer das LSPD-System gehackt haben. Erinnert ihr euch da mit den lustigen Videos? Und deswegen habe ich das ausgeblendet bei mir, weil ich habe keinen Bock, dass da irgendwas angezeigt wird. Herr Smith, kommen Sie mal mit. Ja, ist ja. Also, nur damit Sie es kurz verstehen. Ähm, ich wurde heute viermal, habe ich nachgefragt, ob es sie betrifft. Ja? Viermal. Man hat jedes Mal ihren Namen gesagt, ihren Vor-, Nachnamen und ihre SD-Nummer. Viermal hat mir man das bestätigt. Okay? Ja? Ja. Dann habe ich Sie zur Sau gemacht vor Ihrer Truppe. Dafür möchte ich mich entschuldigen, im Namen des LSPDs und auch in meiner Wenigkeit. Das war nicht richtig und Sie haben natürlich das Recht, das zu melden, wenn Sie das möchten, bei einem internen Ermittler oder bei der Staatsanwaltschaft, wie Sie das möchten. Wie dem auch sei, das liegt in Ihren Hand. Ich trage dafür die volle Konsequenz, das war absolut nicht richtig. Das Problem ist nur, in letzter Zeit sind sehr viele Informationen nach außen gedrungen, was das LSPD betrifft und ich reagiere sehr allergisch darauf, weil es sind dadurch zwei Menschen ums Leben gekommen, die wir schützen wollten. Ja. Ja? Also, entscheiden Sie, was Sie das... Ich nehme Ihnen da nichts krumm. Sie haben das in Ihrer Hand. Ich trage für alles die Konsequenzen. Okay? Also, ich danke Ihnen erstmal und ich kann Ihnen versichern, dass ich wahrscheinlich genauso handeln würde und dass Sie da nichts befürchten müssen. Dennoch war der Umgang mit Ihnen nicht richtig in dem Fall. Der war vielleicht nicht angebracht, vor allem nicht von meinen Rekruten, aber ich denke, sowas könnte einmal passieren, vor allem, wenn da zwei Leute deswegen mal gestorben sind und dann... Wenn Sie das nächste Mal die Rekruten alle vor sich stehen haben, dann rufen Sie mich dazu und dann möchte ich mich nochmal vor den Rekruten alle entschuldigen. Ja? Ja. Alles klar. Auf jeden Fall tut es mir leid, ja? Dankeschön nochmal. Ich danke Ihnen, dass Sie da auch zu mir gekommen sind. Ja. Ich wünsche, wir hätten uns heute nicht gesehen, dann wäre der ganze Blödsinn, wenn ich nicht passiert. Ach. Irgendwann... Ich sage Ihnen, das ist ein anstrengender Tag heute. Das glaube ich Ihnen. Aber irgendwann wird es auch wieder besser. Sie sagen es. Haben Sie einen schönen Abend noch, ja? Sie auch. Direkt? Hat einer von Ihnen einen kleinen Snack? Hat er nämlich gesagt, nein, ich habe keinen gekriegt. Frau Adams, haben Sie einen Schneck? Natürlich habe ich für Sie einen Schneck. Einen Schneck? Einen Schneck? Einen Schneck. Das war gut so. Ja, aber das kannst du nicht für benutzen praktisch. Das ist ja irgendwie ungerecht. Nein, aber ich werde, wenn die Rekruten alle beisammen sind und er ist wieder dabei, werde ich da hinfahren, habe ich gesagt und mich nochmal vor allem entschuldigen. Nur, es sind mehrere Menschen gestorben, weil Informationen aus dem LSPD getragen wurden und da habe ich leider etwas überreagiert. Wir müssen trotzdem nochmal, ja genau, kommen wir ganz kurz zur Seite, Frau Adams, ist gegen Sie, ist was. Ja, ja, klar. Wir müssen die Reihenfolge mal ändern, nachfragen und dann zusammenscheißen. Ja, aber das Problem ist, der Fehler liegt hier nicht bei mir alleine, sondern ich habe Frau Adams viermal gefragt, welche PD-Nummer das war. Viermal. Sie hat mir den Vor- und Nachnamen gesagt. Und eigentlich macht sie einen guten Job und deswegen fand ich es irritierend. 34 stimmte ja auch, aber jetzt hätten wir vorher, vorher alles erfragt, hätten wir den da gar nicht laufen lassen müssen, weißt du, was ich meine? Die Reihenfolge, einfach nächstes Mal erst fragen, dann sanktionieren. Dann kannst du den immer noch, äh... War ein scheiß Tag heute, ja, ist okay. Ja, aber lass uns die Reihenfolge mal ändern. Ich weiß, ja. Nächstes Mal, komm. Dann forschen wir mal kurz nach und holen uns erstmal die Infos rein, bevor da wieder irgendeine Scheiße steht. Ich hab aber bald aus hier, ganz ehrlich. Ja, aber der hat ja nichts gemacht. Was denn für einen Tag heute? Ja, alles klar, hast du recht. Dann machen wir die Reihenfolge anders. Das ist immer cool, wenn man vorher ermittelt. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Wir nehmen die Southside fest und dann gucken wir mal, habt ihr überhaupt was gemacht, ihr Räuber? Okay. Wer ruft an? Warum? Herr Johnson. Meine Frau. Ich war draußen mit Herrn Johnson. Ja, vielleicht will die ja mit uns streifen. Willst du nochmal raus auf Feierabend? Boah, ich bin müde. Feierabend? Mhm. Check. Ja? Hallo? Nee. Oh Gott, ist das eklig. Frau Adams, brauchen Sie noch was? Äh, nee, ich hab's nur zu, äh, grad zu Herr Weiß gesagt. Sie haben das zu mir gesagt? Nee, grad auch zu Herr Weiß. Ich bin doch Herr Weiß. Äh, Gott. Herr Karsen. Oh, ich würd schon geklappen. Ich hab auch gesagt, er hat es jetzt ganz anders geschildert wie bei mir und beim, beim Herr Gamble, weil, deswegen hat der Gerichtsruhlater, haben wir ihn drauf verwiesen, auf die DTU. Frau Adams? Ja, bitte. Können Sie bitte in meiner Sprache reden? Langsamer und deutlicher. Ja, wenn ich stinke, ich bin da... Ich merke das schon, ich verstehe leider nichts. Sind Sie aus Vietnam? Nee. So, nochmal langsam. Also, Wecker der Gerichtstante, hatten wir ihn ja dann auf die DTU verwiesen. Aber das mit der 34, da hab ich dann explizit nochmal nachgefragt, ähm, was das auf sich hat und dann meinte er, ja, Wecker am Montag, Sonntag oder Montag, der Kollege, ähm, hat ihm die ganzen Dinge von der Akte erzählt und er ist ja kein Cop mehr, also hat er ja intern das rausgegeben. Nur deswegen hab ich ihn dann gemeldet, ich hab dann mit Herr Gamble gesprochen dann im Auto, dann sag ich, du weißt, das müssen wir jetzt danach melden, dann gleich. Ähm, und das mit der Gerichtstante haben wir ihn ja gleich dann auf die DTU. Und wir haben explizit nochmal nachgefragt, also der da drüben schmerzt echt ein Bullshit. Schicken Sie den weg und sagen Sie, der soll nicht mehr wieder kommen. Okay, gut. Alles klar. Ja, er wartet ja noch einmal auf ein Gespräch, das hat er ja auch gesagt. Nee, ich schau gleich in den Greenscreen rein, da hinten, schicken Sie den weg. Der soll am Sonntag den Tief anrufen. Alles klar. Ja, Sonntag in vier Jahren, bitte. Okay. Ich sag, der soll jetzt abfotzen. 21, abfotzen. Was soll der? Oh, jetzt gehen wir mit ihm noch abfotzen, lass uns erstmal nicht reingehen, die brauchen jetzt ihre Zeit mit ihm. Lass uns schnell weg, jemanden sieht. Warte, Jerry, warte mal. Was soll ich sagen? Der soll sich jetzt abfotzen? Was ist das? Ich hab abfotzen verstanden. Dann ist das sowas wie zuzuholen. Ich weiß ja nicht, was das heißt. Vielleicht heißt das auch nur, der soll auf Wiedersehen sagen. Welcher? Vielleicht ist das in der Tat so. Welcher Mensch sagt, der hat uns abfotzen? Vielleicht begegnet ihm. Du hast gestern Abend am Strand, am Strand hast du abgefotzt mit drei, aber. Ich fotze viel rum, ne? Komm. Nein, jetzt sieht er uns. Weiß ich gar nicht, ob ich noch kann. Abfotzeln. Ich habe nie gehört, das Wort. Guck mal, da ist er wieder. Weiß einer von Ihnen, was abfotzeln heißt? Abfotzeln. Abfotzeln. Entschuldigung für die Störungs-Ausredienste. Da hast du das gebeten, damit sie die Mahn rufen. Nee. Da hast du das gebeten, damit sie... Mann, 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 Mann. Was heißt das? Ich weiß es nicht. Die Frau Adams hat gerade zu jemandem gesagt, der soll abfotzeln. Was das ist? Die Frau Adams, die... Boah, keine Ahnung. Achso, der Tierschke. Ja, bitte? Irgendein Herr Oleke wollte für Sie das Klopassen oder so. Herr Kassen? Nein. Wo ist der? Er hat sich gerade mal kurze Minute Zeit. Im Verhör war anscheinend oder so. Okay. Ich bin mir gar nicht sicher. Im Verhörraum. Gehör oder... Erkennungsdienstliche... Maßnahme. Okay, alles klar. Dann ist er ja beschäftigt. Dass ich da Ihre Aussage noch beitrage. Ja, das sind wieder... Oh, stopp. Wo kommt sie her? Wer? Ich? Sie reden ja wie Frau Adams. Ja, richtig. Deswegen habe ich gefragt, aber ich habe abfotzeln und nie gehört. Hallo, Walter Weiß. Entschuldige, hier ist Lieutenant King. Hier ist ein Ayo Del Oleke. Der will ihr Klo sauber machen. Wo ist der denn? Unten in den Zellen, da, wo die Fotos geschossen werden. Warum ist der da unten in den Zellen? Weil der Erkennungsdienst nicht behandelt werden soll. Bevor Sie jetzt fragen, wieso das? Ich habe keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht. Wer hat das denn angeordnet, dass der... Der Staatsanwalt Novikov und der Lieutenant Gamble. Okay. Er will mein Klo putzen. Ja. Er meinte, er will das Klo vom Herrn Schweiß putzen. Den kenne ich ja nicht. Warum haben Sie mich dann angerufen? Weil ich denke, dass er nicht im PD ist, um meinen Herrn Schweiß das Klo zu putzen. Aber warten Sie mal, Moment mal. Warum haben Sie mich dann angerufen? Weil das mein Auftrag war gerade. Ist das... Ja, aber Sie sollten einen Herrn Schweiß anrufen. Wer bin ich? Ja. Ich nicht so gut. Haben Sie gerade gesagt, dass Ihr Chief of Police... Haben Sie gerade gesagt, dass Ihr Chief of Police... Ihr Chief of Police... Herr Schweiß heißt? Nein. Aber nicht so ungut. Herr Tyler nennt Sie auch Weißer Wald. Also in dieser Zeit, das wurde damit nichts mehr. Bringen Sie den in die Lobby vom LSPD. Alles klar, machen wir gleich. Bis gleich. Bis gleich. Tschö. Chef. Ja, bitte. Nebenerwerb fünf bis sieben Stunden die Woche. Ist das genehmigt? Was denn? Nebenerwerb fünf bis sieben Stunden in der Woche. Ja, aber was ist der Nebenerwerb? Ein Musiklabel. Die wollen auch eins machen? Nein, ich war derjenige, aber der Herr Hill und ich haben uns damals ein bisschen aneinander Sie waren der, der vier Tage lang auf Etage fünf stand, oder? Vier Tage lang? Egal, das ist ein Running-Gag. Ich bin lange auf Etage fünf Stunden. Aber wie viele Stunden? Fünf bis sieben Wochen. Aber Sie haben damals 20 beantragt, kann das sein? Nein, nein, da haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeschwätzt. Der hat gesagt... Boah, wie reden Sie? Geschwätzt? Geredet. Ja, so jetzt kommen Sie, wir fangen nochmal auf aneinander an. Okay, der Herr Hill und ich haben leider ein wenig aneinander vorbeigeredet. Wann wollten Sie damit starten? Das weiß ich noch nicht genau, weil wir haben die Lizenz noch nicht vom DOL. Das heißt, vermutlich nach der Rekrutenzeit. Kriegen Sie die erstmal und dann schauen wir weiter, okay? Ja, okay, Sie sagt, ich sollte das vielleicht vorher klären. Wir können uns dann einen Kompromiss finden, wenn Sie die haben. Und dann laden Sie uns mal ein zu einem... Dann darf das LSPD-Konzert produzieren Sie kostenlos. Ja. Okay, das sage ich dem LSPD-Core, die freuen sich. Alles klar. Okay, alles klar. Arsten, wir müssen gleich noch kurz auf Etage fünf. Ja, ich weiß. Dann schönen Tag Ihnen noch, ne? Dankeschön. Ciao. Warum weißt du das? Ja, der wird putzen, ne? Der wird das Klo putzen. Sollen wir die Frau Stone mit hochnehmen? Dann kann ich Ihnen jetzt mal lachen. Okay, danke. April, kommen Sie mal mit. Ähm, einen schönen Abend. Carsten, was hast du deiner Freundin jetzt gerade noch auf dem Weg hierhin gesagt? Ich hätte nur gefragt, hat er mich April genannt? Habe ich Ja gesagt. Du bist doch April, du bist der Freund von meiner Freundin, äh, von Herrn Carsten. Der Freund, ich bin der Freund, okay. Ich bin der Freund von meiner Freundin, wollte ich gerade sagen. Das weiß ich nicht, wollen Sie gucken, soll ich nachschauen? Besser nicht, Sir. Mist, Sie sind zu schlagfertig. Das ist doch genau beschrieben, Walter. Echt? Ach, ist das so. Du saug. Dann, wie gesagt, denken Sie an meine Worte. Wir hätten mal irgendwas mit Pfennig und Schlitz gesagt. Naja, auf jeden Fall, ähm... Sorry. Pfennig? Naja. Ähm, was war denn jetzt gestern Abend los am Strand? Können Sie mir das einmal ein bisschen erzählen? Herr Carsten hat mir gesagt, drei Frauen haben für ihn getanzt. Genau, passen Sie auf, Herr Weiß, das war so, ja? Jetzt kommt die Geschichte. Wir waren drei Frauen. Drei Frauen. Genau. Also Sie, eine weitere Frau und Carsten. Nee, dann waren wir vier Frauen. Das ist schon ein Drecksack. Ach so, ja, und dann? Und wir waren schwimmen. Das heißt, die ganzen Frauen waren unglaublich nass. War das Wasser kalt? Nein. Das war angenehm. Also es war ein bisschen kalt. Okay. So, das wurde kalt, als ich das rausgehe. Ja, schreien Sie nicht so rum. So, weiter. Natürlich. Das Wasser war kalt. Genau, also nein, es wird erst kalt, wenn man nass aus dem Wasser rauskommt. Ja. So. Und. Ja, wir haben Schnürchen hier. Genau. Und dann war das so, wir haben da, wir hatten da so einen Film gesehen, da wird immer viel getanzt und wir wollten unbedingt... Wie heißt der Film denn? Der heißt Dancing in the Moonlight. War gestern Abend was bewölkt? Nee. Egal, weiter? Aber es war ein wunderschöner Dreiviertelmond. Ja. Und dann? Dann waren Sie also nass und Ihnen war kalt. Genau, und es war ein bisschen kalt. Und die Körper grenzten. Genau, im Mondlicht. Und wir wollten uns aufwärmen, weil uns so kalt war, Herr Weiß. Und dann haben wir gedacht, so hey, wir könnten ja den Tanz aus Dancing in the Moonlight machen. Und dann wurden wir ganz warm. Genau, und deswegen musste er sich im Wasser abkühlen. Wir wissen, naja. Und ich habe einfach viele Fragen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sie sind etwas sprachlos, oder? Ich merke das schon. Na ja, was war mit der Schwimmnudel? Ja, die Schwimmnudel, die lag da halt so rum. Und ich hatte kurz einen Krampf. Also war die nicht steif, die Schwimmnudel? Die Schwimmnudel? Die Schwanznudel war nicht steif. Nein, ich hatte einen kleinen Krampf im Wasser und dann kam der liebe Herr Karsten und hat mir mit seiner Schwimmnudel geholfen. Sie hatten einen Krampf im Wasser? Ja, genau. Okay, warum? Ja, weil ich war so erschöpft vom Tag und dann hatte ich vom ganzen Laufen einen Krampf in der Wade. Ach du meine Güte. Und dann hat das Tanzen war auch noch. So, und wir gehen das dann weiter, dann haben sie getanzt und dann saßen sie alle im Moonlight, saßen sie am Strand, kältend, im Bikini, im Schneider-Sitz- und am Rotwein getrunken. Wir hatten leider keinen Rotwein dabei, aber so ungefähr war das ja. Und dann haben wir so einen Mädels-Talk gehabt. Mit Jerry. Ja klar, der hat voll mit. Ich kann mir das richtig vorstellen. Warten Sie, ich kann mir das richtig vorstellen. Karsten, da steht und sagt dann, ja, erzähl mir alles. Das war ungefähr so, wir haben dann halt über die Männer geredet. Und die und er sitzt da und sagt dann so, ach ja, stimmt, so war das. Nicht Ihr Ernst. Ja gut, die Stimme haben Sie gut nachgemacht. Die Stimme passt wirklich sehr gut. Also Karsten war bestimmt 100% Stand, er die ganze Zeit daneben so, oder? Die alte Filme hier im Rücken. Ich weiß, das geht heute Abend wieder, oder? Ich wollte gerade einkaufen gehen, um uns was zu essen zu machen. Du kriegst heute gar nichts. Würden Sie es schaffen, dass eine Frau Collins auch den Song im Bikini singt? Die haben ja nichts gesungen. Hören Sie bloß auf, dann rennt ihr das. Oder tanzt? Die Frau Collins. Ich weiß nicht, ich kenne sie nicht so gut. Dann haben Sie jetzt eine Mission. Ich soll, ähm, die soll für Sie tanzen, richtig? Für den Jerry. Na, die muss doch nicht für den Jerry tanzen. Warum? So was ja, wenn ich das tue, oder? Nein. Ich habe doch da meine drei Mädels. Genau. Es ist doch schön, wenn das mal eine hübsche Frau macht. Dass sie für Sie tanzt oder so. Ach, das kriegen Sie hin. Bestimmt. Was? Okay, warten Sie. Im Bikini. Wenn Sie das hinkriegen, kriegen Sie von mir 1.000 Dollar. Okay, Deal. Okay, geben Sie mir die Hand drauf. Aber Sie haben nur eine begrenzte Zeit, sonst holen Sie mir 10.000 Dollar. Wie lange habe ich Zeit? Bis Mittwoch. Okay. Carsten, du hast gehört, wenn du das nicht schaffst, holt die mit 10.000 Dollar, ne? Du bist der Notar. Was? Oh mein Gott. Du hast es gehört, oder? Das hast du wirklich gemacht, oder? Das hast du, Jerry. Du hast es gehört. Jeremiah Carsten. Du fällst mir jetzt nicht in den Rücken, du kleiner. Du hast das gehört. Ich habe das gehört. Das ist natürlich klar. Und die hat mir die Hand drauf gegeben. Ja. Wenn Sie das nicht schaffen, kriege ich 10.000 Dollar von Ihnen, Frau Stone. Sie, was mir Geld wert ist? Nichts. Okay. Ja. Ich meine, wenn man einen Freund hat, der viel Geld hat, ne? Das interessiert mich nicht. Das waren leichte 10.000 Dollar. Und der Carsten, der wettet nicht mehr mit mir, weil er weiß, dass ich immer gewinne. Ist das so? Immer? Ja. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wollen Sie noch lachen? Na klar. Gucken Sie mal nach links. Nein. Wer weiß. Wer weiß. Ja, kommen Sie, der war gut, Kim. Der war gut, ja. Ich muss aber erst mal überlegen, wohin Sie gucken mussten. Denn er hat eine große Schwäche links, rechts. Ist echt so? 60, oh mein Gott. Soll ich Ihnen einen Tipp geben? Bitte. Nimm Sie mal Ihre Griffel hoch. So, dann machen Sie mit Ihrem Zeigefinger Ihren Daumen einmal, die spreizen Sie, ja? Ja. Dann haben Sie zwei Ls. Und da, wo das richtige L ist, ja, was aussieht wie ein L, da ist links. Ja, der soll schön die Hände am Denker halten. Also, das ist links, ja? Ja. Den anderen Daumen kriege ich jetzt nicht hoch. Gut. So, ich muss noch ganz kurz telefonieren. Na, wo ist der denn jetzt? Jemand soll mal ein Klo putzen. Ich weiß nicht, wo der ist. Ihr Klo? Ich will es gar nicht wissen. Ist der noch in der Befragung oder was? Nie ran da, der Typ. Äh, Chief. Ist der noch unten vielleicht? Äh, wissen Sie, wo der Herr Ayodell... Achso, das sind Sie. Ja, wo ist der Herr Ayodell? Ich habe keine Ahnung, fragen Sie denn, Herr Nutz? Okay, danke. Jetzt habe ich den Waldstein gerufen. Weil ich... Wo ist der denn? Ich weiß nicht, wo der ist. Der soll unten sein. Ja, dann kann man mal gucken. Warte, ich rufe an. Ist mir jetzt auch egal. Dann soll der irgendwo ein Klo putzen. Ich gehe jetzt in den Feierabend. Oh, Telefon. Hallo, Walter Weiß, Chief of Police. Verzeihen Sie, ich verraten. Wo ist er denn jetzt? Der wird momentan noch hier unten in den Zellen gehalten anscheinend. Gehalten wird der in den Zellen? Was machen Sie denn mit der? Geben Sie dem auch was zu essen? Ja, nein, das Ding ist nur... Ich wollte ihn nach oben bringen und er meinte, Herr Büchthoff, der muss noch hier unten bleiben. Ich bringe ihn jetzt nach oben. Okay, ich warte jetzt noch eine Minute hier. Wenn er nicht auftaucht, bin ich weg. Ja, alles klar. Okay, alles klar. So. Ja, erzählen Sie mal ein bisschen was über sich. Oh, April, Stone. Ich bin hundemüde. Interessiert keinen. Ja, ich weiß. Erzählen Sie doch etwas über sich. Ja, was möchten Sie wissen? Weiß nicht. Ich glaube nichts. Sie sind ziemlich frech. Ja, manchmal. Sie wissen, ich bin der Mann, der ihr Leben schwer machen kann, oder? Ja. Das stimmt. Sie? Ich auch. Aber würden Sie das tun? Kommt drauf an. Wie nett Sie zum Jeremiah Carson sind. Jeremy, wie nett bin ich von einer Skala von 1 bis 10? Sag das Richtige. Du weißt, was sonst passiert. Da hat er mir vorhin in den Rücken gefahren, bis 1. Ja, das ist jetzt. Musst du die Konsequenzen tragen, ne? Können Sie mir, Frau Stone, ich hätte einen Wunsch. Können Sie Jeremiah Carson dazu bringen, für eine Woche sich die Koletten abzurasieren? Ja, warum? Die sind doch voll schön. Ja, aber Sie haben das Gefühl, Sie sind dann in einer lesbischen Beziehung. Ich meine, das ist auch mal was Besonderes. Ja, ich sag's Ihnen. Sie verpassen was, wenn Sie es nicht machen. Nee, Quatsch. Ich sag, Sie verpassen was. Hinter dir ist ein Psychologe. Okay, dann mal los, kommen Sie mit. So, das wollen Sie wirklich mit dem Hemd machen? Ich möchte mir das jetzt erstmal angucken. Okay, dann kommen Sie mit. Ich klär das. Ciao, ciao. Hallo. Schöne Däme, guten Abend. Oh Gott, nein. Willst du bei Ihnen? Ja, danke schön, alles Bestens. Und bei Ihnen so? Sie sind mir einer, Mensch, Sie gehen aber auch ran. Ja. Will ich essen, Mensch? Du Schatz, ähm. Ja? Müssen wir noch einkaufen heute? Ja, Schatz, können Sie das machen? Und der Jerry und ich, wir wollten heute ein bisschen Sandwich machen. Ja, kannst du nach Hause gehen? Schon mal vorbereiten? Danke. Ja, ja, klar. Dann sind Sie ja schon wieder, Mensch. Ähm. So. Also ganz gut, ne? Ich würde nur sagen, Sie haben wundervolle Harry, ne? Ja, ich weiß, danke, danke. Wie ist das? Kommen Sie. Larsen, Sie gehen vor, ja? Natürlich. Kommen Sie mit. Will ich das? Weiß ich nicht. ÖSU. 10.07 für die 74. Ne, noch einer. Kommen Sie mit. Oder ist das ÖSU? Das ist meine Ehefrau. Die 07 für die 74. Kommen. Die 07 ist aus dem Feierabend bereits. Kommen. Ah ja, 10 vor. 10 Frage. Das Telefon, was der Tatverdächtige bei hatte. War das das Leitstellentelefon? Kommen. Von welchen von den beiden? Kommen. Ja, da, wo wir zusammen standen, bevor sie mit dem Herrn Casey weggegangen sind. Kommen. Leitstellentelefon, glaube ich. Kommen. Ja, das war eine Toilette. Ja, das war eine Toilette. Warum bin ich jetzt hier? Das waren schöne Zeiten damals. Das waren schöne Zeiten. Erinnern Sie sich? Ja. Das war eine schöne Zeit. So. Was ist los? Da. Da ist die Toilette, Herr Ayodell. Ja. Frau Kleistung, können Sie mir vielleicht helfen? Wenn Sie wollen, ja? Sie können ja gerne... Wir können das dann gemeinsam bewältigen, ja? Wenn das ist okay, Frau Kleistung. Frau Karsten, helfen Sie doch mal dem Mann. Mhm. Tut mir leid. Wie, tut mir leid. Ist nicht meine Aufgabe. Fragen Sie doch mal den Herrn Karsten. Ja, Herr Kleistung. Die Kundesmacken, bitte hilf mir. Ja, Telefon, so eine Scheiße. Och. Mein Hamster ist krank. Ich muss wirklich dringend... Wie heißt denn Ihr Hamster? Der heißt... Malia? Wie? Panny. Moment eben. Kann ich Ihnen helfen, Ma'am? Entschuldigen Sie, Sir. Für die Personallatte bräuchte ich die Handynummer von dem Herrn Oleke. Gott, kommen Sie. Sie werden wirklich selige. Herr Oleke, wir brauchen noch Ihre Telefonnummer. Hallo, Herr Oleke. Hi. Wollen Sie so lieb und geben Sie mir einmal die Telefonnummer, bitte. Das kann ich Ihnen gleich privat geben. Wie war Ihr Name für Sift? Herr Oleke. Ja? Bräuchte Ihre Telefonnummer, bitte. Yes, für allen. Ja, natürlich. Das wird privat behandelt. Keine Sorge. So, okay. Gut, danke. Das ist klar. Please, hold on a second. Please. 5, 5, 5. Ja. 6, 3, 1, 0. 6, 3, 1, 0. Sind Sie sicher? Nein, 9. 9. 9. Ich lege noch mal 5, 5, 5. 5, 5, 5. 6, 3, 1, 9. 1, 9. Ja. 1, 2. 1, 2. 6, 3, 1. 9, 1, 2. Ja. Stimmt. Okay. Ja? Ja, stimmt. Wunderbar. Warum sollte das denn nicht stimmen? Ich will Sie jetzt nicht hier einloggen. Das wär's schon. Vielen lieben Dank. Schönen Abend noch. Vielen Dank. Ja, schön Abend. Ja, ist die Dame? Frau Sift. Frau Sift. Ja? Ja. Okay. Warum? Frau Swift. X-Swift. Swift. X-U, die heißen Swift. Genau, wie die Sängerin mit einer, ne? Wie die Sängerin. Taylor Swift. Sag Ihnen der Name was? Nee. Na gut. Ähm. Wie ist denn das? Eine Sängerin, wie ich schon sagte. Warum krieg ich denn hier ein? Das weiß ich nicht. Gehen Sie doch ran. Streife 1 für Latschle, komm. So. Streife 1, hört. Ja gut. Die Sängerin, wie es... Vernehmt die Scheiße, es reicht doch irgendwie. Dann gehen Sie doch ran. Ja, ich höre 1 für Latschle, komm an. Warum? Verstanden, komm. Hallo, hallo? Hallo? Latschle, in den. Hallo? Hallo? Wer hat Sie denn da angerufen? Ich weiß nicht. Wollen Sie mir mal die Telefonnummer geben? Achso, unbekannt. Ja, nee, die ist schon... Ja, bitte. Ja, wunderschön, Herr Weiß. Ich habe eine Frage. Hallo, hallo? Ich habe mich jetzt schon richtig verab sichern lassen, aber ich wollte dieses Bild eigentlich posten. Und damit ich jetzt keinen Dienstwichtiger kriege, frage ich es einfach nach. Welches Bild? Ich wollte einfach nur ein Bild von mir posten auf dem Motorrad mit einem Bandenner im Gesicht. Weil im Grunde gilt ja dieses Vermummungsverbot, aber das Bandenner erfüllt ja auf dem Motorrad einen anderen Zweck als die Vermummung. Deshalb jetzt meine Frage. Wird das bestraft? Darf ich sowas posten oder nicht? Was sagt denn Ihr Gefühl? Da ist halt ein anderer Zweck erfüllt. Ja. Aber was sagt Ihr Gefühl? Ist das eine gute Idee oder nicht? Mein Gott, Frau Sorkin, Sie sind aber auch schon eine Wilde. Auf dem Motorrad mit einem Bandenner? Was einem ins Gesicht und in den Mund fliegt, das ist ja ekelhaft. Ja. Da sollte man auf jeden Fall immer aufpassen. Oh wow, Herr Feis. Das haben Sie gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Sie haben das gesagt. Was haben Sie überhaupt gesagt? Ja genau, jetzt tun Sie nicht so. Was habe ich gesagt? Aber sehen Sie, Sie lachen wieder. Ist doch schön. Also, ich würde es nicht machen. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Aber das müssen Sie selber für sich wissen, ne? Ich sage Ihnen nur, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Alles klar. Frau Sorkin, haben Sie einen schönen Abend noch, ja? Darius, der Johnson muss das Klo sauber machen. Der Uleke ist ein Stream-Sniper. Echt? Wissen Sie jetzt, wer Sie angerufen hat? Äh, ja. Unwichtig. Okay. Also, egal. Flirr, ich bitte. Wollen Sie mir die Telefonnummer mal geben? Ja, sehr gerne. Ja, sagen Sie mal. Aber rufen Sie den am besten nicht an. Ne, ne, geben Sie mal die Telefonnummer. Ja. Eine Sekunde. 555. Ja. 99. 99. 37. 37. 1. Äh, 3701. Entschuldigung. 0-1. Aber was sagt die Person zu Ihnen, wenn Sie die... Ja, deswegen rufen Sie einfach nicht an. Was sagt die denn? Das will ich jetzt hier nicht wiedergeben. Die... Die Ru... Der was? Nicht hier ernst. Ja. Ich weiß auch nicht. Beleidigt er Sie? Ja, ja, ja. Der macht doch irgendwie... Der... Der... Das hört sich so an, als wird die Person die ganze Zeit was abspielen. Ich verstehe. Okay. Ja, ja, ich verstehe. Okay. Aber alles gut. Wir lassen uns davon jetzt nicht, ne? Ich guck mal mich eben drum. Juhu. Ich komme sofort wieder. Was spielt der denn da ab, Leute? Ich gucke mal, ob ich jemanden vom Support schenke. Keiner da. Ich will mir das mal an. Ich habe... Wir lassen jetzt... Okay. Ich will mir das mal an. Ich will mir das mal an. Ich habe mir das. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß, wer das ist, Leute. Ich bande neben. Spastis manchmal. Ja. 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 Okay. Okay. Ja. 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 erledigt. Warte, Chat, ich muss mich noch mal muten und gucken, ob er noch mal aufs Telefon geht. Wartet. Ich meine, ich müsste da weg sein. Okay, ist gebannt. Schön. Hat sich erledigt. Es ist doch ganz gut. Es geht doch eng. Viel Spaß beim Putzen. Es ist gut. Es ist alles perfekt. Ich habe eine Frage. Wurden Sie nur von dieser Nummer angerufen? Also es war nur eine Nummer, ja? Genau, das war jetzt nur die Nummer und eine Nummer vor zwei Stunden. Aber danach war es schon gut. Und was war bei der Nummer, bei der anderen? Ja, das will ich auch ungern wiederholen. Haben Sie die Nummer noch für mich? Ja. Wollen Sie mir die Nummer geben? Wie gesagt, wollen Sie das jetzt alles erledigen? Geben Sie mir nur die Telefonnummer. Ich will das mir nur speichern. Nee, 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 alles gut. Umso schneller umso besser. Ja. Fung, fung, fung. Ja. Noch eine Fung. Ja. Six, eight, eight. Ja. Vier, sieben. Okay. Vielen Dank. Wie gesagt, nicht den Einruf. Ja, ja, ich weiß. Ich verstehe schon. Okay. Wie soll ich die Leute nicht auf unserem Server haben? Entschuldigung nochmal. Also ich gebe nochmal die Nummer durch, ja? Das war dreimal die, also dreimal die fünf. Viermal die fünf. Viermal die fünf, Moment. Also viermal die fünf, sechs, acht, acht. Ja. Vier, sieben. Ja, genau. Das war die. Sicher? Die Nummer ist ziemlich lang. Gucken Sie doch mal nach. Eine Sekunde. Die ist doch nicht zu lang. Warten Sie ganz kurz. Entschuldigen Sie mich. Ja, alles gut. Kein Problem. Doch, das ist die. Also, ich wiederhole. Fünf, 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 fünf. Sechs, acht, acht, vier, sieben. Hier. Streife drei. Okay. 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 Also, da steht eigentlich in der Anruf, auf meinem Handy, auf meinem Display. Ja. Diese Nummer und da drunter unbekannt. Okay. Äh, ja gut. Alles klar. Aber die Nummer steht da. Nur da drunter steht unbekannt. Aber diese Nummer wurde mir angezeigt, auf meinem Handy. Okay. Ja, um die erste, um die andere Nummer haben wir uns gekümmert. Ja, das hat sich, äh, wir konnten den Anrufer ermitteln und der Anrufer, der, äh, kriegt jetzt einen Besuch. Okay? Ach, du sagst, was war ein Besuch? Äh, der darf jetzt Urlaub machen gehen. Uuuuh, in Dubai? Ja, kann er sich aussuchen. Auf jeden Fall sehr weit weg von hier. Wow. Gut. Wie sieht es mit dem Klo aus? Ja, das, äh, gut. Das ist jetzt zwar ein bisschen schon heftig, aber das ist jetzt nicht so heftig. Also, Sie können mir auch einen Gefallen tun. Sie zahlen mir einfach 5.000 Dollar und ich ersetze die Toilette. Also, das geht ja wirklich. Das geht ja eigentlich. Das ist gut. Ja, Sie können auch gerne die Handtücher dafür benutzen. Die lassen wir dann austauschen. Wollen Sie aber Ihr Hemd nicht dafür ausziehen? Ich meine, das ist sehr weiß und neu. Sag sie nur. Also, das ist jetzt... Also, ich bin seitdem man nie wieder hier drin gewesen, wissen Sie? Was ist denn? Was macht der jetzt sauber? Ich weiß nicht, was der da drin macht. Das kann ich wissen. Gehen Sie mal gucken. Oh. Ich, oh, nee, nee. Ich kann das nicht hören, sonst kotze ich mit. Da drin ist ein Esel anscheinend, der gerade reiert. Ganzfrosch. Du musst mich einfach abschließen. Du willst. Mach der da drin. Du willst. Ich geh da nicht rein, ohne Witz. Ich hab Angst, dass der implodiert oder so. Ich geh da nicht rein. Nicht? Nein, du brauchst. Du willst. Was macht der da drin? Hat der aufgehört? Der Christen. Ja. Okay, Hilfe. Was kann ich tun? Der ist schon... Ich sag, was ist da ein Frosch drin? Alter, ich glaube, der muss sich übergeben. Kannst du ihm nicht die Stirn halten? Deine Haare aus dem Gesicht? Oder so? Die Augenbrauen aus dem Gesicht. Wir brauchen einen Herr Johnson. Der ist dafür spezialisiert. Machen Sie noch Kacki, Sir? Wirklich ein Frosch. Efter mal reingucken. Das ist eine ganze Froschkolonie. Da leben anscheinend Frösche drin. Ich weiß nicht, was das ist. Haben Sie Frösche als Haustiere, Herr Weiß? Anscheinend. Ich weiß nicht. Herr Hild hat immer die Toilette benutzt. Was hat er da reingepflanzt? Ja, ist der... Carsten, geh mal gucken. Immer der niedrige Rang. Genau, geh mal. Auch gar keine Rekroutin oder so. Läuft. Läuft gut. Okay. Das ist sogar hygienisch rein, bis unter den Rand. Schön. Ja. Richtig WC-Ente. Oder? WC-Frosch? Ja, oder so. 2-3-3-Aktiv-Habort. So, Herr Ayodell. Dann sind Sie ja hier fertig, ne? Ich kann Ihnen einen Tipp geben. Wollen Sie einen schönen Abend noch haben? Hier hat die Frau vom Klaisten noch ein bisschen Zeit jetzt, oder? Äh, was? Ja, die würde gerne für Sie nackt am Strand tanzen, wenn das Sonne liegt. Herr Weiß! Also nackt will ich das jetzt nicht, ne? Ich sag's ja noch. Das ist jetzt... Wir können ja gerne mal ein bisschen tanzen, ne? Ein bisschen Tango tanzen. Am Strand. Mit mexikanischer Musik. Ula Cumbu Pueblo. Ah, mein Hamster, der, ich krieg grad ne Nachricht, der stirbt bald. Der ist grad, der ist schon tot, man hat sich keine Hoffnung mehr. Ja, aber mein zweiter Hamster, Herr Weiß. Ja, der ist doch bestimmt mitgerissen worden, leider. Das ist auch wie so ein altes Ehepaar, wissen Sie? Wenn die zusammen am Sterbebett liegen, beide im Krankenhaus, dann, wenn dann einer da wegkratzt, dann, ja, geht der andere halt mit. Händchen halten. Mein Beileck. Ja, wissen Sie, das ist schon sehr traurig. Aber ich sag mal eins. Haben Sie den Vorspieler gehört? Nee. Haben Sie da was getrunken im Tiki-Lala? Ja. Wo waren Sie denn da nochmal genau? Im Tiki-Lala. Wie teuer war das denn? Was denn? Was Sie da getrunken haben? Das war, ich hab ein, äh, ein Apple-Tee getrunken, glaube ich. Ja, es kostet 67 Dollar. Ein Apple-Tee? Ein Apple-Tee, ich weiß es nicht genau. Okay. Und fünf Schuss. Fünf Schuss. Schotts. Ja, ja. Das war auch delicious. Delicious. Also, wenn Sie noch einen coolen Abend haben wollen, kann ich Ihnen das Alley's empfehlen. Was ist denn das Alley's jetzt? Das ist ein Club. Ah, eine Bar, Entschuldigung. Irish Paparao. Da sind immer sehr viele Leute. Wow. Gehen Sie da auch jetzt hin? Ich geh da jetzt auch hin. Ne, ich muss noch zum Raketen-Teststart gleich in Palito Bay. Da war ich letztens auch und seitdem ich dann da war, bin ich dann auch nicht mehr gekommen, weil Sie mich verarscht haben. Da bin ich dann direkt wieder abgereist. Da hatte ich keine Lust drauf. Ne, aber Ellis Pap, Ellis Pap, sag ich Ihnen, da sollten Sie mal vorbeischauen. Treffen Sie nette Menschen. Können Sie mir ein bisschen Geld geben für die Taxifahrt dahin? Ich hab wirklich, Birgitte, ich weiß, ich hab gar nichts. Gar nichts. Ich hab gar nichts. Sie haben gar nichts. Sie waren doch, Sie sind doch ausgebildeter Psychologe, da müssen Sie doch Geld haben. Ich wurde nicht gekundigt. Jeder von uns gibt Ihnen jetzt den Betrag. Kommen Sie. Ich wurde nicht gekundigt. Warten Sie mal ein Telefon. Moment. Frau Adams. Herr Weiß. Ja, bitte. Ich möchte mich noch mal entschuldigen für den Hickhack-Freund, aber hätte der Volksverstände so ein Bullshit da bei uns erzählt und dann wieder anders. Ja. Sie hatten ja auch dann... Das passiert. Ach, scheiße. Es ist nicht schlimm. Ich hab schon alles geregelt, ja? Okay. Nur damit Sie es wissen. Haben Sie einen schönen Abend noch, ja? Ja, gleichfalls. Tschüss. So, also kriegen Sie von mir Geld. Ich hab das jetzt sauber gemacht. Der Geruch braucht natürlich ein paar Tage, um dann auch zu verschwinden, ja? Ja, ja. Ich kann Ihnen empfehlen, der ein... Wow. Herr Carsten, 15 Dollar habe ich ihm gegeben. 15 Dollar? Frau Stone, Sie geben dem Herrn... Ayodell auch 15 Dollar und Herr Carsten auch, ne? Dann kann er sich ein Taxi leisten. Ich bin 25. Weil ich hässlich bin. Ja, 25. Ich bin 25, komm. Hier. Uh, Sie sind ja ganz hässlich. Danke für die Funktion. Ich bin richtig hässlich. Vielen Dank. Bitte. Brudi. So. Oh, Moment. Ich komm sogar wieder. Vielen Dank. Das sind lockere 10.000 Dollar, die wir verdienen, Leute, oder? 3.0004, 10.00026. 10.00026. Hinter mich nur für die... Schwarzes Cabrio. Check. 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 Ah, jetzt kann ich mal sitzen, Leute. Mein ganzer Arsch tut weh. Und das sage ich als Kölner. So. 99 meldet sich aus dem Funkkreis ab. Die Leute. Und das sage ich als Kölner. Und das sage ich als Kölner. Meinst du, mit Jasmin, checkst du den nicht? Lass du dir die Nachricht vorlesen? Ja, ja. Komm, lass uns mir gesagt. Ich wünsche Ihnen beiden eine gute Nacht, ja, Herr Tyson. Hören Sie auf, Akten rauszugeben, ne? Sie schweinen. Ja, das habe ich schon gewundert hier. Ich habe, ja, die ersten Akten lege ich schon hier an. Ja, schön, okay. Gut, dass ich nochmal angerufen habe, oder? Ja, wunderbar. Also das war ja auch ein Hinterher heute. Ja, das war auf jeden Fall, mir ist das Herz, glaube ich, das erste Mal in die Hose gerutscht, so richtig. Stehen Sie. Dann hatten Sie wenigstens schon mal eine Sache in der Hose. Boah, 28.000 Dollar. Mittwoch, 36. Meint ihr? Frau Collins ist eine, die gönnt dem Walte die 10.000 Dollar nicht. Schönen Feierabend. Und Ihnen auch, Herr Wurz, bis morgen. Oder so. Sind die immer noch in meinem Büro? Die sind da nicht mehr. Leute, was ein Stream, oder? Alter, das war emotional heute auf so vielen Ebenen krank. Ich bin Team Collins. Ja, der Walter ist netter geworden, aber leider musste er heute auch wieder ein bisschen böser werden. Lass Sie eine Nachricht vorlesen. Klar, mache ich. Lese ich vor. Bitte tanzen Sie nie für mich im Bikini am Strand. Ich gebe Ihnen, wenn Sie alles ablehnen, was aus der Richtung kommt, 2000 Dollar. Der Chat, am Sonntag könnte dann der 13, äh, der 13, der 12-Stunden-Stream kommen. Der geht dann ab 13 Uhr los. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Einfach Twitter folgen. Wirklich. Auf Twitter wird es angekündigt. Und Instagram. Ich bin hier aber auch langsam mal durch, Chat. Ich freue mich jetzt auf, ähm, Dings, How I Met Your Mother und auf mein Bett. Alter, halb drei schon wieder. Mods, wie viele Subs waren das heute in diesem Stream? Ich muss mich da noch einmal ganz kurz bedanken. Trailer ist schon zu Fast 9 gesehen. Nein gesehen. Nee, interessiert mich nicht so diese Filmserie, weil die soll ja voll verkorkst sein, ne? Also soll ja am Anfang cool gewesen sein, aber dann war die verkorkst irgendwie, oder? Aber das ist der Chief of Police immer. Der Chief of Police ist immer mit internen Problemen behaftet und beschäftigt sich damit. Also ermitteln selber tut er relativ wenig. So, Mods, wie viele Subs waren das? How I Met Your Mother. 554 Subs und 10.468 Bits, Leute. Heftig. Also heute der Stream, der da alles, oder? Hat euch der Stream denn gefallen? Oh Mann, Junge, danke für deine Stufe 2 Sub und vielen Dank für die ganzen Sub-Gifts heute. Ehre, Leute. Also. Genau, 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 genau. Genau. So, ich bedanke mich bei Comand für den lieben Sub. Bei Mary danke für den Host heute. Ruka, danke für die Bitsmann. Bro, danke, 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 danke. Danke. Darius, mein Lieber, danke für 18 Monate, Herr Johnson. Ja, danke Shadows für sieben Monate. Danke an Shiny Mark, ne, Mark Koto. Dankeschön für deinen lieben Sub. Der Linsenprinz, danke für 1000 Bits. Simplex, danke schön für dein Sub-Gift. Simplex, danke nochmal für dein Sub-Gift. Dani, danke für die ganzen Bits, Alter. Susaline, danke für deinen Sub. Willkommen in der Community. Marshmallow, danke für deinen Sub im zweiten Monat. Chloe Amberprinz, danke schön für deinen Sub. Willkommen in der Community. Testseeker, danke schön für siebenundzwanzig Monate. Jesse, danke für zwei Monate. Horst, danke für 100 Bits. BlackDelta, danke schön für dein Sub-Gift. Horst, danke für 200 weitere Bits. FrPixel, danke für deine fünf Sub-Gifts. Ich denke, das heißt Frau Pixel bestimmt. BlueTactical, danke für deinen Blue, du kleiner Gangster. Danke für deinen lieben Host. Benedikt, danke schön für 23 Monate. Der Linsenprinz, danke für fünf weitere Sub-Gifts. Lady, jetzt fangt nicht an mit Subs noch, Leute. Ich bin todmüde. Dankeschön. Hört auf, mich jetzt wachzuhalten. Florian, danke schön für 34 Monate. Tomatenjeti, danke für 100 Bits. Dankeschön an Strich... Was ist denn jetzt hier los, Alter? Strichjunge, danke schön für deine... Dein Sub-Gift. NedFreeze, danke schön für 27 Monate. Verena, danke für 12 Monate. Quandi, danke schön für zwei Monate. JustPanda, danke schön für dein... Für dein Sub-Gift. Reuci, danke für deine fünf Sub-Gifts. Dem Rios, waren... Rockstar, danke schön für sechs Monate. Ich bedanke mich bei Lady Mango für... 333 Bits. Ich bedanke mich bei... Namiki für den Sub-Gift. OJtronix, danke für 200 Bits. OJtronix, danke nochmal für 100 Bits. Die Kurze, danke für dein Sub-Gift im dritten Monat. OJtronix, danke für die ganzen Sub-Gifts. Stalker Chris, danke für 100 Bits. Cindy Gummibaum, danke für deine zwei Sub-Gifts. Super lieb. Anke Maus, danke für 200 Bits. Shiro, danke schön für deine drei Sub-Gifts. Robin, danke für 100 Bits. Horace, danke für 100 Bits. 18, danke für 99 Bits. Simplex, danke für 100 Bits. Trolls Gun, danke für fünf weitere Sub-Gifts. Eternal Ocean, danke schön für zwei Monate. Horace, danke nochmal für deine Sub-Gifts. Für deine Bits, Manni. Andi, danke für deine Bits. Dankeschön. NoWalk, danke für deine Sub-Gift. Hotchili, danke für deinen Sub. Willkommen. Jonas... Jona... Jona Barker, willkommen in der Community. Captain Adler, danke für deinen Sub-Gift. Deathbringer, danke für deinen Sub-Gift. Justpanna, danke für deinen Sub-Gift. Tien, danke für deinen Sub-Gift. Lebo, danke für 200 Bits. Erle, Lina, danke schön für 1000 Bits. Vielen, vielen Dank. Jenjen, danke für 100 Bits. Dani, danke nochmal für wahnsinnige 20 weitere Sub-Gifts. Insane. Plex, danke schön für 200 Bits. Phoenix, danke für 100 Bits. Rose, Zauberfee, danke für 200 Bits. Horace, danke nochmal für 200 Bits. Erle, Lina, danke für deinen Sub-Gift. Bienchen, danke für fünf weitere Sub-Gifts. Dani, danke für weitere 10 Sub-Gifts. Und Lin, danke schön für deine Sub-Gifts. Sparrow, danke schön für 32 Monate. und ich glaube, das war es. Ach so, Daniel hat nochmal einfach so 100 Sub-Gifts in den Stream gehauen. Dann mit habe ich alle. Und Yves, danke nochmal auch an dich für 35 Monate. Vielen Dank liebe Yves Rocher. Leute, ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr dabei seid bei einem 12-Stunden-Stream, der wahrscheinlich ab 13 Uhr losgehen sollte. Sollte dieser Stream nicht am Sonntag stattfinden. Also am Sonntag findet auf jeden Fall ein Stream statt, aber ich weiß noch nicht, wann. Wenn der 12-Stunden-Stream stattfindet, dann ab 13 Uhr. Aber ich lese sie gerne vor, Carstein, weil das ist selbstverständlich. Ich bedanke mich auch an alle Leute, die heute bei Rainbow Six Siege dabei waren. Habt eine wunderbare Nacht, bleibt gesund und wir hören uns dann morgen wieder. Ja? Also am Sonntag spätestens. Einfach Twitter im Auge gucken. Den Twitter-Link findet ihr überall verlinkt. Gute Nacht, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Stream. Ehren-Community. Tschüss!